Sie ist dann an sich vom Islam abgefallen. Sie ist dann keine gläubige Muslime mehr. Was ist dann das, was mit ihr passieren muss? Erstmal kommt es darauf an, wo ich liebe. Ich liebe bei Kalifastad oder bei Frau Merkel. Das kommt darauf an. Wenn ich hier wohne und hier lebe, kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nichts ändern. Meine Scharia verlangt nicht von mir, dass ich meine Tüchter umbringe. Scharia sagt, heißt das, weißt du, wann ist derjenige, den Kopf weg muss? Erst wenn es Scharia und Richter und islamische Sammlung und nicht einfach einer sagt, hey, komm, meine Mädchen heute hat mit jemandem irgendwas Hähnchen gehalten. Komm, lass uns, wir sie töten oder lassen wir sie steinigen. Sowas gibt es nicht. Lacht euch bitte nicht aus. Es gibt kein Kalifastad. Aber die ganzen Ehrenmorde, die deswegen unter anderem passieren, die sagen, hier, ansonsten werden wir noch zum Unglauben überfallen. Und es gibt doch ein Tafsir dazu, Mohammed. Es gibt doch ein Tafsir dazu. Es gibt doch ein Tafsir über den Ehrenmord. Und der wird ganz klar gesagt, wenn das Kind getötet wird, dann verlangen die Eltern zu Unglauben. Das weiß. Dann würde man doch hinnehmen, dass man selber dann dem Unglauben verfällt. Lass mich bitte, Agnir. Ich antworte auf deine Frage gerne. Du hast gesagt, Salzmorgen, Salzmorgen. Beziehungsweise Salzjustizte und sowas. Du hast mir eine Frage gestellt im Islam. Und jetzt kommst du auf diese Sache. Das hat mit Islam nichts zu tun, wenn jemand Salzjustiz ausübt. Wenn jemand irgendjemanden auf der Straße tütet. Das ist Mord. Das ist kein Scharia. Das hat mit Scharia nichts zu tun. Leute, Scharia ist Scharia. Also im Scharia sitzen die ganzen Richter und die ganzen Islam und die Wissenden und die bestätigen und Zeugen und so weiter. Dann kann die Scharia. Aber wir haben heute keine Scharia mehr. Aber wir brauchen doch nicht unbedingt einen Staat, um die Gesetze anzuwenden. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ein Dschihadist beispielsweise Fisabilillah auf dem Weg Allahs kämpft, weil er sagt, er will ins Paradies, muss er das zwingend für einen Staat machen? Oder kann er das machen, weil zum Beispiel er mit einem Imam geredet hat, der Imam ihm den Koran und die Sunnah erklärt hat. Und er sagt, ich möchte jetzt Fisabilillah für Allahs Sache in den Dschihad ziehen. Gut, ich antworte dir. Erstens, du verwechselst immer. Du verwechselst immer wieder das Problem. Du schickst eine Frage und wenn ich geantwortet habe, holst du ein Beispiel, das hat damit nichts zu tun. Dschihad Fisabilillah, das heißt, kämpft im Namen Gottes, hat mit Selbstjustiz nichts zu tun und hat mit Mord nichts zu tun und hat mit jemandem den Islam zurückgekehrt nichts zu tun. Dschihad brauche ich keiner. Du hast recht, ich brauche keinen Alim sogar. Ich brauche keiner, der mir sagt, komm, hier hast du Schimpel, geh kämpfe. Ich brauche es nicht. Ich nehme nur mein Schwert oder meine Waffe oder was ich habe und gehe zum Kampf. Heute geht es nicht möglich. Warum? Es gibt kein Schwert. Ich brauche erstmal ein Legitim, einen Bas, eine Stadt, die die Stimme will, einen Führer, der auf uns wartet, jemand, der uns Waffen gibt. Du kannst nicht sagen, dass ich jetzt einfach so mein Schwert nehme und gehe und köpfe ich Leute, die schuldig und unschuldig. So geht das nicht. Das ist nicht machbar. Es gibt kein Scharia. Das brauchst du Scharia, indem du weißt, wo du hinkämpfst. Die Scharia, in dem Fall, weißt du, wozu brauchst du ein Scharia und ein Fissen, um zu fissen... Mohammed, mein Freund, Mohammed, mein Freund, was passiert mit einem Atheisten in einem Kalifat, wenn er nicht bereut und nicht Moslem wird? Gar nicht. Nicht, nicht, nicht. In Kalifastadt nicht. Nicht Null kann man nicht. Und wer dir sagt, sowas gibt es nicht. Mohammed, Mohammed, bitte. Tut mir leid, ich habe dich nicht aussprechen lassen. Jetzt bin ich deiner Meinung. Malal, mach bana. Pass auf. Kalifastadt, Kalifastadt, an Kalifatzeiten von Omar und von anderen, waren viele Atheisten, waren viele Ungläubige, waren viele Christen und viele Juden. Keiner von denen wurde getötet und keiner von denen wurde geschlachtet. Haben die die gleiche Rechte wie die Moslems? Haben die die gleiche Rechte? Absolut, absolut. Ich rede jetzt von Kalifastadt. Ich rede nicht jetzt von dieser arabischen Arschlöcher, dieses 22-Bräsidenten. Davon rede ich nicht. Ich rede von Kalifastadt. Der muss jeder Christ, jeder Atheist, der in einem islamischen Land in der Hoheit den Islam liebt, er muss ihn behandeln, er muss ihn fair sein. Wer sagt dir anders, der lügt dir. Der lügt dir, glaub mir. Aber wenn einer jetzt in Saudi-Arabia liebt und kommt ein Arschloch, ein Dummer, einer, der mit Islam nichts zu tun hat, den beleidigt, das ist aber Einzelfälle, erstens und zweitens, das hat mit Islam nichts zu tun. Du verwechselst zwischen Scharia und jemandem, der tut. Also ich bin jetzt Muslim und da ist jemand noch auch Muslim. Derjenige, der andere, der mit mir ist, vielleicht hält sich nicht daran, ich halte mich. Also wer ist daran schuld? Der Scharia oder wir beide? Wir beide. Ich muss mich wie ein Muslim benennen. Ich bin jetzt Muslim, ich bin Salafist. Und ich werde keine von euch töten und keine von euch bedrohen und keine von euch irgendwas antun, nur in meinem Scharia. Aber wir haben keinen Scharia, wir haben keinen Scheich. Nicht Scheich meine ich das für jemanden von der Moschee und sagt, hey komm, töte den Christian. Also was mache ich nicht. Scharia heißt das alle Länder. Warte mal, dann lass mich dich mal ganz kurz was fragen. Also wir kennen zum Beispiel, was mit Samuel Paty passiert ist. Samuel Paty selber hat den Propheten Mohammed beleidigt. Er hat eine Karikatur von ihm gezeigt. Daraufhin wurde er getötet. Er wurde in wie vielen, wie vielen islamischen Ländern als Held gefeiert, als Löwe gefeiert. Ja, habe ich auch. Ja, eben. Und guck mal, das ist doch nicht in Ordnung. Das ist doch nicht in Ordnung, wenn jemand einen im Namen Allahs tötet. In der Hinsicht. Okay, erstens, pass auf, das ist die Versuchung, Gottes Versuchung. Jemand hat jemanden wütend auf seine Glaube und einfach auf jeden Fall mal ausgerüstet und hin und geht und tütet ihn. Das ist eine Versuchung für ihn. Er wird seine Strafe bekommen, weil er das auf eine eigene Faust gehandelt hat und nicht im Namen der Scharia. Aber von der anderen Seite wird das drüber gesehen. Also ich rede jetzt im Himmel und nicht jetzt hier. Im Himmel wird gefragt und gewusst, warum dieser Mann, der Mann, hat ihn getötet. Auf Neugierigkeit oder auf Sucht oder weil er den Islam liebt, warum er das getan hat. Aber jetzt kannst du nicht von mir jetzt traurig sein vor jemanden, der nur holt einen Kopfschwein und sitzt auf seinem Kopf und sagt, das ist Mohammed. Das ist Feigling. Ja, aber Mohammed, schau mal, wir haben doch in der Sunna, warte mal Mohammed, wir haben doch in der Sunna, haben wir wie viele Vergleiche? Es geht zum Beispiel, es gibt einen Hadith darüber, dass ein Sklave seine Mutter getötet hat, eine Jüdin, weil sie Mohammed beleidigt hat. Dann ging der Sklave zu Mohammed und er hat gefragt, ob es in Ordnung gewesen ist, dass er sie getötet hat. Mohammed hat gesagt, für ihr Blut ist keine Wiedervergeltung nötig. Das heißt, es wurde nicht bestraft, dass dieser Mann diese Frau getötet hatte, seine Mutter übrigens, weil diese Frau Mohammed beleidigt hat. Das heißt, in dem Moment hat Mohammed gebilligt, dass dieser Mann seine Mutter tötet, auch ohne den Befehl eines Imams oder so. Das heißt, wir haben schon Billigung von diesem Handeln direkt durch Mohammed, obwohl es nicht befohlen wurde. Gut, es gibt Einzelfälle. Also man kann nicht die ganzen Fehler, die es gab und wird nicht geben, die alle pauschalisieren und sagen so, pass auf, auf alle Zeiten, Ali, der ist Kusar von Mohammed und der Schwiegersohn. Was hat er gemacht? Der wollte einen Kafir, also einen ATS töten, weil er, ich weiß nicht, welcher Grund war das, wie auch immer. Und als er den Schwer nach oben hochgehobt, damit er ihn den Kopf wegnimmt, auf einmal spuckt ihm Ali. Derjenige, der Kafir, hat Ali gespuckt im Gesicht. Und was hat Ali gemacht? Es gestoppt, nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, Ali, wieso hast du ihn nicht mehr getötet? Der hat dich doch beleidigt. Er sagt, weißt du was, wenn ich ihn getötet habe, heißt das, dass die Leute verstehen, dass jeder Kafir und jeder Atheist, die uns als Muslime beleidigen, müssen wir ihn und kumpfen. Deswegen hat er nicht getan. Also er hat das nicht getan, extra, damit die Muslime wissen, aha, passt auf, nicht jeder, der eurer Nase nicht gefällt, muss er ihn tüten. Naja, Mohammed, wir haben doch im Pakt von Umar, wir haben doch im Pakt von Umar damals die Regel gehabt, dass wenn jemand so etwas getan hat, dass dieser dafür getötet wurde. Ja, es kommt auf den Fall. Du kannst nicht alle bauschalisieren. Es gibt Fehler, es gibt bestimmte Fehler, wo Mohammed selbst, der Prophet Mohammed hat niemals darauf verzichtet, nein, der muss getötet werden, sogar einen Kamil. Du kannst nicht alle bauschalisieren und sagen, alle Fehler sind eilig. Nein, das sind nicht die eilig und bei Russen im Islam, du kannst nicht einfach jemanden tüten aufgrund seiner Glaube. Aber du kannst nicht verwechseln. Darf ich auch mal kurz einschneiden? Und zwar, weil wir hier gerade über das Thema Ungläubige, auch Kaffirun genannt, reden und dass es anscheinend laut Scharia erlaubt sei, dass man ungläubige Menschen einfach so hinrichtet, die zum einen unschuldig sind, ist der komplette Schwachsinn. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wieso überhaupt so ein Scheiß? Das ist ja das, was du gerade die ganze Zeit sagst. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt. Ich sage wiederholt, im Scharia, du darfst niemanden, jemanden den Kopf wegnehmen und die Scharia. Gegenfrage, was ist denn die Scharia? Scharia ist jetzt ein Gesetz. Aber woraus besteht dieses Gesetz? Woher kommt dieses Gesetz? Das ist von Gott gekommen. Genau. Und was ist von Gott gekommen, laut dem Islam? Was ist von Gott gekommen? Der Scharia. Das ist wie man den anderen benommen. Nein, was ist die Scharia? Meine Frage, was ist die Scharia? Oh, schon wieder. Gesetz ist es ein Gesetz, wie wir jetzt leben. Nischar, wir haben nichts anderes als das, was im Koran drin steht. Es wurden keine Regeln einfach so aus dem Himmel gesucht. Und wo ist das euer Scharia? Was ist in der Bibel steht drauf? Was ist das? Was ist in der Bibel? Was ist in der Bibel? Warte mal, warte mal. Sie kommen jetzt, hat alles durcheinander gebracht. Ich bin halt einfach so eine Person, die sich mal nie gesetzt hat. Bei euch gibt es eine Bibel. Was in der Bibel steht drauf? Wie nennt sich das? Redest du jetzt über mich? Ja, mit dir. Ich bin selber Muslim, mein Lieber. Ja, aber du Muslim, wieso merkst du dann? Du weißt nur, was Scharia ist. Man guckt mal, Bro, weil man merkt, dass du dich offensichtlich nicht informiert hast. Du kriegst immer genug aus. Amina, der hat das studiert. Amina, der ist mehr Muslim. Der hat das studiert. Ich bin hier immer noch. Seit vier Jahren, jetzt kommst du als Frau, willst du nie meine Scharia nach vier Jahren Universität nicht mehr erklären. Also, sorry, was ist denn die Scharia? Dann erklär mir, was die Scharia ist. Hab ich dir gesagt, wiederholen, Scharia heißt, das ist die Migration, das ist die Gesetze von Gott, Allah, wie man die sich dann lieben. Warte, du hast gefragt, du hast gefragt, warte mal, du bist ja kein Muslim. Oh mein Gott, Salafisten sind der Grund, warum man uns Muslime in Deutschland nicht respektiert. Pass auf, lügt keiner an, lügt keiner an. Du bist Lügnerin, du bist kein Muslim. Und hier wüsstest du keine Muslim. Ich schwöre bei Allah, du bist kein Muslim und hat mit Islam nichts zu tun. Ihr lacht euch aus. Jeden Tag Tausende von Christen gehen in Muslime. Aber wenn es Klima geht raus, gibt es nicht, glaub mir. Dann lass mir dir etwas von der Scharia vorlesen. Aber, warte mal kurz, Mohammed. Mohammed, warte mal kurz. Das ist eine Muslima, die kein Kopftuch trägt. Das ist keine Muslime. Wer bist du, dass du sagst, dass ich kein Muslim bin? Bist du froh? Du bist ja kein Muslim. Du bist doch ein wahrer Muslim. Wer ist dann ein Studierender, ein Muslim? Ein Muslim, Allah sagt, Allah sagt, wer den Koran nicht erkennt, der ist kein Muslim. Du bist ja kein Muslim. Ich glaube an die Bücher Gottes und ich glaube auch an den Koran. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Hör mir mal einmal kurz zu. Ich bin Marokkanerin und ich bin Dachlanerin. Ich bin Marokkanerin. Dein Marokkaner ist ja König. Der König, der Marokkaner König. Der geht auf die Knie und jetzt rumsst du und sagst du mir, ich bin Marokkanerin. Moritz, tu mal die Amina raus. Das ist ein Euro-Muslimer. Das ist kein Muslim. Das ist ein bisschen Ruhe. Mohammed, darf ich auch mal was sagen? Wenn ruhig und kein Beledigung gerne, bitte. Nein, ich beleidige. Ich begrüße euch erst mal alle zusammen. Nein, Scheich, chill kurz. Schalom, Schalom, guten Tag. Mohammed, erstmal schönen guten Abend an alle. Guten Abend. Mohammed, ich habe jetzt mal eine Frage. Endlich. Ich habe mal eine Frage, Mohammed. Scheich, chill kurz. Evangelos war zuerst. Ja, Sekunde. Erstmal Evangelos und dann Schick. Alles gut. Ich bin chillig. Mohammed, du hast gesagt, es wird nicht... Gelünscht, also ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber ich bin zwar neu hier, aber man hat mir ja gesagt, wenn einer ungläubig ist, der muss halt Dings gemacht werden, also gelünscht. Oder, und du meintest auch, wenn die Frau kein Kopftuch trägt, ist sie auch... Lass uns bei einer Nacht, einer Nacht, kommen wir in München. München, was meinst du mit muslimischen Ländern, jetzigen muslimischen Ländern oder Scharia? Was meinst du damit? In einem islamischen Staat, wo die Scharia herrscht. Nein, wo Scharia ist, wo ist ein Kalifastadt, nicht der Assad und nicht der marokkanische Arschloch und nicht der saudische Külow. Ich rede jetzt von einem Scharia-Staat. Ein Scharia-Staat darf niemals auslöschen, darf niemals foltern, darf keiner dem weh tun. Wir sind ein gläubiger Muslim und wir müssen glauben, was derjenige sagt. Wenn er sagt, ich bin Muslim, dann ist er Muslim. Wenn er sagt, habe ich getan, dann glauben wir. Aber München, wer sagt dir in einem Scharia-Staat, der lügt, wir machen nicht. Aber jetzt in arabischer Welt, 22 Länder, kann da morgen früh oder morgen, ich glaube dir, alles, was du sagst, das ist aber kein Scharia. Du musst es unterscheiden zwischen einem Scharia-Staat, die sowas nicht erlauben, zum München, foltern und tuten ohne Ungerichtigkeit. Sowas gibt es nicht. Okay, was ist mit dem Kopftuch? Also laut Zuge 24, Vers 31 steht ja drin, verhüllt euch. Und wer sie nicht verhüllt, sündigt ja. Richtig. Was passiert, klär mich auf, ich weiß es nicht, was passiert mit einer Frau, so wie im Iran, die keinen Kopftuch kriegt, es gibt die Scharia-Polizei. Was passiert deiner Meinung nach mit dieser Frau? Also erst mal, Iran ist keine islamische Stadt. Da sind wir einig, auch wenn du nicht glaubst. Iran ist es pro Westen. Iran ist eine Stadt, die gegründet wurde von Frankreich damals, als die Koumeni, die vergottene Koumeni, nach Islam gegangen und die haben ihm gesagt, komm, lass uns wir dich machen als islamisches Land, damit wir die Muslime mit deiner Faust stören. Erstens. Zweitens. Die Scharia, eine Frau, die keinen Kopf trug, das ist eine Sünde und sie muss nicht hingerichtet. So weit ist es nicht. Nein, das ist eine Sünde. Sie hat eine Sünde begonnen und es gibt Sünde, die werden mit dem Knast bestraft, also kurzfristig oder mit Beicher auf dem Rücken, aber hinrichten. Nicht, dass ich wusste, ich habe, ich seit vier Jahren studiere, ich Universität, Internet, ich habe noch nie gehört und gesehen, dass jemand aufgrund, dass sie Schleier hat, muss hingerichtet. Das ist eine reine Lüge. Aber, wenn die Iraner jetzt die Iraner machen, die wollen nur sagen, Leute, pass auf, wir sind ja Muslime, vielleicht, die haben ja, das ist ja ein anderer Glaube. Du musst wechseln zwischen Zeniten und Schiiten. Schiiten glauben an Allah, der wäre Ali. Und wir glauben an Allah, der Allah. Und im Moment ist es kein Gott, sondern ein Prophet. Aber die glauben an das. Okay, nächste Frage, bitte. Ich habe auch eine kleine Frage. Nur nochmal schnell und dann bin ich auch wieder runter, mache ich Platz für andere. Ja, mach, Brudi. Also meinst du, Mohammed, dass eine Frau, die ein Kopftuch trägt, die kommt in den Knast oder Peitschenhebe, aber wird nicht gelünscht? Auf keinen Fall. Und die, die ungläubig sind, also ich bin Christ, wenn ich jetzt als Christ in einem Scharia-Land lebe, was passiert mit mir? Letzte Frage und dann gehe ich runter. Die Scharia, also wir lieben jetzt, also ich sage es wiederholt, ich bin 57 Jahre und seitdem ich geboren bin, ich habe keinen Scharia-Staat erlebt. Aber ich weiß nur, dass es in bestimmten Ländern gab, eigentlich am meisten Menschen in einem bestimmten... Japan, Pakistan, Saudi-Arabien, überall da war die Scharia. Afghanistan jetzt auch Scharia. Pass auf, pass auf. Saudi-Arabien hat mit Scharia nichts zu tun. Das ist eine Tradition, sagen wir. Meine Güte, Mohamed, lass mich bitte ausreden, bitte. Lass mich bitte ausreden, und dann kannst du reden, okay? Lass mich ihm antworten, und dann kann ich... Du redest, als ob du... Du lässt ihn nicht mal fragen, denn du redest wie ein Radio. Er hat doch gefragt und ich will antworten. Du antwortest nicht, du redest wie ein Radio, er stellt dir eine Frage... Ja, dann, 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 tschüss, dann, tschüss... Ihr habt mich geholt, dann, dann sollt ihr mich nicht fragen, ja? Tschüss. Hört doch erstmal die Frage an. Tschüss. Ich hab dir gefragt... Er hat gefragt, was ist mit der Frau, die unverschleiert in ein islamischer... Ich habe schon mal mit dem Typen geredet, das ist nicht normal. Mohammed, ich habe nicht gesprochen. Wer wird jetzt reden? Er denkt wirklich, wenn er über jemanden drüber schwätzt, gewinnt er eine Debatte. Wieso fragst du mich denn? Wieso fragst du mich? Wieso holst du mich hier auf dem Gas, wenn du ihn nicht in meiner Meinung hören willst? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von gar nichts. Dann habt ihr keine Ahnung. Also tschüss, wieso holt ihr mich denn? Schick mir keine Einladung bitte, ja? Du hast keinen Plan von gar nichts. Du hast von nichts einen Plan, wovon du redest, Mann. Du machst deinen eigenen Islam, du hast irgendwie deinen eigenen Islam gefunden, irgendwie eigene Regeln gemacht. Keine Ahnung, was du da überhaupt fantasierst. Aber hier, der soll doch weggehen. Wir haben doch die Antworten direkt von den islamischen Seiten. Hier, IslamQ. IslamQ und A. Wir kriegen die Antworten überall. Wir müssen nicht jemanden hier haben, der die ganzen Leute die ganze Zeit belügt und redet, als ob er ein Radio verschluckt hätte. Hier steht das klipp und klar. Ja, da. Punishment for not wearing hijab. Hier, dann klickst du drauf, dann kommst du auf die ganzen Punishments. Hier oben steht, Punishment for not wearing hijab. Strafe dafür, dass man keinen Hijab trägt. Wir brauchen keinen Mohammed, der uns hier die ganze Zeit belügt. Und selbst hier belügen die uns. Auf der Grundlage des oben Gesagten können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob eine Frau, die keinen Hijab trägt, in die Hölle kommen wird. Allein schon wie anmaßend, dass wir das hier in Deutschland überhaupt diskutieren müssen. Aber sie verdient die Strafe Allahs, weil sie seinen Befehlen gegenüber ihr missachtet hat. Was ihr konkretes Schicksal betrifft, weiß Allah am besten, wie es sein wird. Sie können nicht über Dinge sprechen, von denen wir kein Wissen haben. Und folge nicht den Menschen und bezeuge dem, wovon du Kenntnis hast wahrlich. Das gehörte Szenen eines Herzens, eines jeden von ihnen werden von Allah in Frage gestellt. Dann kannst du hier lesen und lesen und lesen und lesen und lesen. Und dann liest du auch, dass irgendwo steht, kann ich dir jetzt auch rausfinden, 80 Peitschniebe und was weiß ich was. Dann braucht er nicht hier zu kommen und die ganze Zeit zu lügen. Von wegen, es ist so schön, weder schlagen mit so kleinen Dingen, mit so kleinen Zahnstochen auf Hand. Nein, nein, er hat gesagt, Gefängnisstrafe oder Peitschniebe für eine Frau, die nicht den Hijab hat. Wie, sag mal bitte, guck mal, eine Frage an dein Herz. Wie kannst du es übers Herz bringen, eine Frau, die nur dieses Kopftuch nicht trägt, aufgrund dessen, wie kannst du es übers Herz bringen, sie in Knast zu werfen, Mann? Darum geht es doch gar nicht. Aber es muss, wir brauchen die Gegenstimme. Es kann nicht sein, dass die hier runtergeschmissen werden, nur weil sie was sagen, was uns nicht... Nein, es kann gar nicht sein, Bruder. Es kann Bruder hier oben sein. Guck mal, mein Bruder, es ist so, dass wir diese Diskussion hier in Deutschland gar nicht führen sollten. Wenn er das haben will, soll er gehen dorthin, wo er es haben kann und dort auch diskutieren. Aber nein, der Fakt, dass wir das hier in Deutschland diskutieren, ist so anmaßend. Die Leute müssen hören, dass solche Leute unter uns sind. Verstehst du das nicht? Die Leute müssen das hören. Ja, es ist anmaßend. Aber er war schon teilweise ehrlich, außer dass er gesagt hat, einem Atheisten passiert nichts im Gottesstaat. Da dachte ich mir nicht. Deswegen bin ich hier hochgekommen, von wegen einem Atheisten passiert nichts. Ey, Scheich, warum lügen die Muslime immer? Ich habe gestern mit Hardcore Salafisten geredet, die haben auch gesagt, dass mir als Atheisten nichts passieren wird. Die haben so einige Sachen, haben sie zugegeben, aber dann bei dem Atheist, da lügen sie irgendwie immer. Warum ist das so, Scheich? Und es wird sogar gelehrt, dass die lügen dürfen, um den Islam in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Das ist erlaubt und sogar gefordert. Es wird sogar gelehrt, dass die in Debatten, wenn sie eine Debatte verlieren, dass wenn sie den Gegner nicht überzeugen können, dass sie den Gegner verwirren sollen. Und solche verwirrt Taktiken. Und das steht alles unter dem Punkt des guten Verhaltens. Kannst du dir das vorstellen, wie ironisch das ist? Das ist doch schon Sarkasmus. Wie kannst du so eine Lehre unter dem Oberpunkt gutes Verhalten? Was ist das? So, warte mal, ich habe jetzt, warte mal, Bobby, ich hole die später wieder hoch. Ihr hattet das letzte Mal schon eine Diskussion angefangen. Ja, ich wollte dir gerade was rausholen, was ich dir jetzt kurz zeige. Pass auf. Und danach würde ich dir gerne noch mal was anderes zeigen, weil Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Pass auf. Da. Michaela reacts to Asim al-Hakim. Pass auf. Go and conquer the adjacent country. The prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them, Allah obliged upon you to pay taxation. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this, maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Just. Two good options. Two good options. You didn't go along with it. Yeah. I think people in the West believe it. Because no kurz, no kurz. Both Islam and human rights are in 100% agreement that women are accountable if they break the law. And that means Islam and human rights are in 100% agreement that women should be beaten. We only differ on who should do the beating. Hast du das gehört? That was good. That's it. I love how so many of these Islamophobes don't have the ability to represent a family by calling this child rape. How is it child rape when there is parental consent? Guck mal, da sagt ein Apologet, sagt, wie kann es eine Vergewaltigung sein von einem kleinen Kind, wenn die Eltern das doch zulassen? Und guck mal, was für Leute das sagen. Das sind keine No-Names, so wie unser Mohamed hier. Es sind Leute, die haben teilweise eine Million Follower. Eine Million Follower. Guck mal, da sagt ein. Also ich kenne sogar ein paar von diesen Gelehrten. Das eine, meine ich, war ein saudischer Rechtsgelehrter, ein Bekannter. Das andere, meine ich, Daniel Hakikatou, der hat gesagt, hier sogar mit Fünfjährigen und drunter darf man sogar Geschlechtsverkehr haben. Hast du diese Debatte gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sogar mit dem elfmonatiges Baby, wo aus Versehen. Es gibt ja so Leute, die haben so körperliche Konditionen, dass die manchmal sogar mit elf Monaten ihre Blutungen kriegen. Der Wahnsinnige hat sogar dort ja gesagt. Und das Allerlustigste ist, hast du seinen Laptop gesehen? Was für ein Market das ist. Predator. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Daniel Hakikatou, Ali Gawa und so, alles dieselbe Richtung. Vor allem das Geile ist, der hatte ja eine Diskussion, Mohammed Hijab hat gesagt, nein, Hamas ist keine Terrororganisation. Und der Daniel Hakikatou hatte ja gesagt, ja, jeder, der sagt, Hamas ist keine Terrororganisation. Der hat das Schlimmste über diese Leute gesagt. Ja. Ja. Das Problem ist, früher hatten wir das anders. Mit Leuten wie Ahmed Didat und seine Gelehrten. Der eine, wo er in Indien ist, wie war sein Name nochmal? Ahmed Didat, sein Lehrling, ist das doch der Inder. der wo so quatscht wie hieß denn der nochmal du weißt bestimmt, wen ich meine er hatte ein eiskaltes Following von 3 Millionen auf YouTube der Typ ist voller Hass voller Hass und die spreizen diesen Hass auf die ganze Welt in Indien, die sammeln Geld die tun Leute, die wohl kein Geld haben so mit 5 Dollar, okay komm, du bist jetzt Muslim die sammeln so Geld und tun die Muslim machen es gibt sogar ein Hadith von den Propheten, wo er sagt da gab es eine Jüdin, die wollte nicht zum Islam konvertieren, der Prophet hatte jeden Tag ein Schaf geschenkt bis die Frau irgendwann den Propheten geliebt hat und Muslim geworden ist ja da habe ich auch mal kurz noch abschließend, dann lass mir Femi mal zu Wort kommen, was ich auch noch gehört habe ist, dass sie zackart es gibt nur einen Fall, wo man die zackart an Ungläubige geben kann, nämlich in dem Fall, wenn sie zum Islam konvertieren wollen, in dem Sinn das ist meine ich die einzige Ausnahme es ist nur für die Dauer nur für die Dauer Hasim al-Hakim, der Schechter hat es doch gerade erklärt es ist nur für die Dauer für sonst nichts es geht nur um Dinge verbreiten, verbreiten, verbreiten den Islam verbreiten aber jetzt haben die ein anderes Problem weil Islam implodiert die haben ein Problem mit dem Internet und das Internet wird der Untergang vom Islam sein weil die ganzen Quellen jetzt offen sind wenn einer umkommen möchte und diskutieren möchte kommt hoch wir brauchen jetzt nicht die ganze Zeit nur eine Seite wir brauchen die Gegenstimme sonst funktioniert live wir haben die Gegenstimme wir haben die Gegenstimme ja deswegen hier habt ihr beide das studiert deswegen würde mich da jetzt gerne mal ein Gespräch für euch zwischen euch interessieren ich würde das jetzt folgendermaßen machen ich würde jedem von euch zwei Minuten geben warum das gibt aber keinen Sinn mein Freund wir können ganz normal reden wie Männer ohne diese Zeitlimits ich bin ein Mann er ist ein Mann wir können ganz normal miteinander sprechen wir können uns auch gegenseitig aussprechen lassen das einzige was ich verlange bevor ich mit jemandem spreche ist Ehrlichkeit Nummer eins Nummer zwei dass er seine eigenen Quellen nicht verdreht und nicht lügt ansonsten möchte ich gar nicht diskutieren guck mal wenn du sagst du möchtest eine Gegenstimme bringen welche Gegenstimme willst du dazu bringen das ist so als würde ich gegen dich eine Diskussion haben du sagst jemanden zu töten ist schlecht und ich sage das ist gut wie soll ich das verteidigen das kann man nicht verteidigen es ist eine Position die nicht zu verteidigen ist ja okay Chemie aber macht ihr das mal macht ihr mal alles gut macht ihr mal also ich setze voraus dass ich aussprechen darf und er kein einziges Wort währenddessen spricht während ich spreche ich meine klar Freedom of Speech du moderierst das Ganze aber ich würde gerne ganz einfach wenn ich ein paar Sachen sage er nicht mit seinen komischen schwarzen Rhetorik dazwischen peitscht wenn das okay ist ich spreche mir gar nicht dazwischen aber deformiere mich nicht okay ist das Konsens hier dass ich aussprechen darf klar und wenn das nicht klappen sollte gebe ich euch gerne zwei Minuten aber wir setzen voraus das klappt jetzt ja dann eine weitere Sache das ist eine private Sache ich passe gerade auf meine Tochter auch es kann sein dass ich zwischendurch mal kurz weg muss oder also nur das vorweg erstens es sind so viele Sachen gefallen dass ich jetzt nicht genau weiß welches Thema ich in Angriff nehmen soll was ich in Angriff versuchen machen wir einfach Bruder fangen wir einfach Bruder fangen wir einfach bei dem Thema an nehmen wir einfach zum Beispiel Kinder-Ehe ja verboten ja bitte leg da auf ja verboten natürlich sag mir warum weil das ein Konsens ist hier in Europa und ich rede hier aus Deutschland und bitte spreche mir nicht das Deutschsein ab ich bin Deutscher mit muslimischen Glauben fertig da gibt es keine Diskussion für ich habe für dieses Land mehr getan als du je in deinem ganzen Leben tun wirst so erst mal das danke guck mal genau das ich mach sowas nicht genau das meine ich hör auf hör auf in den Raum zu stellen dass du irgendwie irgendwas Besseres wärst ich würde gerne ich würde gerne sprechen spreche aber mach nicht sowas ich habe mir hier mehr für dieses Land getan als du woher wirst du wissen was ich bin du weißt doch gar nicht wer ich bin du hast mir gesagt du hast einen kriminellen Background in deiner islamischen Zeit wo habe ich das gesagt man das hattest du in einem anderen Gespräch gesagt guck mal jetzt wie er lügt genau sowas meine ich nein nein entschuldigt bitte dürfte ich kurz ausreden oder können wir diese zwei Minuten entschuldige mir ein Mann was für kriminelle Background guck mal mehr Wahrheit als dass ich mit meinem echten Namen hier bin gibt es gar nicht ich bin aufrichtig und ehrlich ja ja hey war mal kurz gibt es dir jetzt das Recht über mich zu lügen nein ich zitiere ich habe dich zitiert was zitierst du das habe ich niemals gesagt du hast irgendwie gesagt du hast die Erlösung im Christentum gefunden vorher ich glaube du verwechselst mich mit Amir dann bitte ich um Verzeihung entschuldige so aber ich möchte jetzt kurz nein eine Sache einen Punkt ich spreche mir nicht das Deutschsein ab erstens das ich bin selber kein Deutscher aber ich bin formal juristisch Deutscher nach dem Blut- und Bodenprinzip was hier nach dem nach dem ein oder anderen Mindset hier im Raum herrscht bin ich natürlich kein Deutscher aber formal juristisch bin ich Deutscher und fertig ich weiß was du meinst du meinst einfach nur dass du kein Bio-Deutscher bist aber bitte komm doch einfach zum Punkt warum ist deiner Meinung nach es islamisch verpönt oder nicht erlaubt Kinder zu heiraten sind mir deine Beweise ganz einfach das ist absolut wir befinden uns in einem Zeitalter der Aufklärung wir wissen was nicht gut ist für die Kinderpsychie wir wissen ne ne ich möchte bitte aussprechen so wir in dieser aufgeklärten Gesellschaft sind zu dieser Erkenntnis gekommen und daher sollte man das überall fördern und verbieten weißt du hier in Deutschland ergeht jedes Urteil im Namen des deutschen Volkes weder im Namen Jesu noch im Namen irgendeines anderen Propheten sage ich jetzt mal das heißt das deutsche Volk hier bestimmt wir haben hier er spricht dazwischen entschuldigt dann kann ich mich nicht konzentrieren ich habe meine Freundin ich habe meine Freundin nur was gesagt also okay sorry alles gut auf jeden Fall finde ich dass wir auch als Muslime Aufklärung bedürfen weil ein Christentum hat es auch hinbekommen ja früher ich sage jetzt mal gab es den Hexenhammer und was weiß ich was alles für ein Zeug mittlerweile sind wir auch aufgeklärt und wissen dass ein Wasserstuhl nicht unbedingt eine Beichte ist von einer Hexe also sorry wenn ich das jetzt hier so sage und wir haben halt diese Hürde hier aber wenn wir alle hier gemeinsam tatkräftig an dieses hier in Deutschland miteinander leben und auch tatkräftig die Gesellschaft mitgestalten und auch das Grundgesetz in Ehren halten spricht da absolut überhaupt gar nichts dagegen auch das Strafgesetzbuch das BGB oder was auch immer das kann man als Muslim kannst du mir bitte irgendwelche Quellen nicht bringen Femi kannst du mir bitte irgendwelche Quellen bringen die wo besagen dass der dass der Tafsir Femi beziehungsweise die islamische Erklärung von Femi relevanter ist als die von Ibn al-Kafir Al-Jalalain und etc kannst du mir irgendjemanden irgendeinen Gelehrten bringen der deine Punkte unterstützt darf ich einfach loslegen mach es mich mal bitte groß also ich mag es nicht einfach so zu plappern weil ich versichere dir ich kann sehr gut philosophieren ziemlich gut aber ich mag das nicht wenn ich über ein Thema spreche dann spreche ich über das Thema mit Fakten ohne Fakten macht es für mich keinen Sinn zu diskutieren ohne Fakten ist es für mich keine Diskussion sondern nur philosophieren warte ganz kurz ich muss das ganz kurz hier ein bisschen einstellen so dass man den Bildschirm gescheit sieht weißt du was ich mach das so ok tut mir leid es geht anders nicht besser bitteschön also wir haben hier viele Gebiete die wo im Islam einfach nicht kompatibel sind mit dem hiesigen Grundgeräten das Problem im Islam ist einfach nur dass der Koran sagt wer mit etwas anderen richtet außer dem was Allah herabgesandt hat der ist ein Frevler bereits ab diesem Punkt geht es los dass der Koran nicht kompatibel mit dem hiesigen Grundgesetz ist es wäre schön wenn Muslime vortreten würden und sagen würden hey wir sollten aus diesem Mittelalter rauskommen langsam und diese Schriften irgendwie der Gegenwart anpassen weil sie sind nicht kompatibel mit dem hiesigen Gesetz wenn wir von Kinderehen sprechen dann hast du jetzt komplett das Thema verfehlt meiner Meinung nach und hast nur philosophiert ehrlich gesagt weil hier steht klipp und klar und wenn ihr bei denjenigen von euren Frauen die keine Menstruation mehr erwarten irgendwelche Zweifel soll ihre Wartezeit im Fall der Ehescheidung drei Monate betragen das ist die sogenannte Idna die Wartezeit ebenso bei denen die ihres jugendlichen Alters wegen noch keine Menstruation gehabt haben ich glaube da brauchen wir nicht drumherum zu diskutieren dass damit keine Kinder gemeint sind und bei denen die schwanger sind ist der Termin maßgebend an dem sie zur Welt bringen was sie als Frucht ihres Leibes in sich tragen wenn einer gottesfürchtig ist schafft Allahim von sich aus Erleichterung das ist der Vers im Koran der wo die ganze Problematik vorruft dann kommen Gelehrte zum Vorschein wie Tafsir Ibn Abbas Ibn Abbas ist zum Beispiel der Cousin von Mohammed wenn wir jetzt hier ganz kurz rein ein kurzer Diskurs ich finde das radfatz immer alles was ich suche schaut was hier steht du hattest ja zum Beispiel gesagt hier steht jetzt zum Beispiel in Musnad Ahmad guck mal bitte ich finde ganz kurz ein paar Fakten guck mal hier steht in Musnad Ahmad 2873 Ibn Abbas berichtete der Gesandte Allahs Friede und Segen seien auf ihm legte seine Hand auf meine Schulter und sagte O Allah gib ihm Verständnis für die Religion und lehre ihm die Interpretation des Korans Sahih authentisch das ist der Cousin von Mohammed Ibn Abbas der sagt O Gesandte Allahs was ist mit der Wartezeit derer die keine Menstruation haben weil sie zu jung sind ihr seht es hier weil sie zu jung sind zusammen mit denen die es nicht haben wegen des jungen Alters beträgt ihre Wartezeit drei Monate hier wird das bestätigt was im Koran in 65 4 steht Tafsir Ibn Al Jalal das selbe gilt für die jungen Mädchen die das Alter der Menstruation noch nicht erreicht haben ihre Ida dauert drei Monate wie die in den Wechseljahren das ist die Bedeutung seines Wortes steht klipp und klar drinnen jetzt gibt es das Problem worauf ich habe jetzt zugehört jetzt meine Frage rüber ich gebe dir jetzt meine Frage rüber wir haben jetzt folgendes Problem wir haben diese gesamten Quellen die wo wir sagen dass es islamisch recht nicht korrekt ist du kannst sogar ein Baby verheiraten es gibt diese Ansichten im Islam was kannst du als Femi im Badek mit deiner muslimischen Gemeinschaft sage ich mal machen dass das hier relativiert wird oder bist du persönlich dafür dass dieser Text der die ganze Problematik hervorruft dieser hier dass man diesen hier quasi irgendwie schafft dass dieser keine Beachtung mehr findet so ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört und wenn du mir jetzt einmal dazwischen sprichst gehe ich raus fertig so ist die Regel so folgendes erstens du hast ja gesagt kannst du mir sagen was dagegen spricht so ein tralala und tralala und irgendwas ich sage dir folgendes der gesunde Menschenverstand und die derzeitige Kenntnisstand der Wissenschaft im Zusammenhang mit Kinderpsychologie im Zusammenhang mit Sozialverhalten in Sozial ja ja guck mal du sprichst mir dazwischen und deshalb möchte ich dir sagen du hast hier jetzt etwas zitiert aus dem Zeitgeiste von vor 1400 Jahren können wir auch hier hin beamen in dieses Jahrhundert und sagen pass mal auf wir sind jetzt schlauer als damals und wir wissen viele Sachen die damals schlecht waren sind heute gut schlecht und dementsprechend sage ich dir wir sind hinterher was dem ich sag jetzt mal die Aufklärung anbelangt aber wir sind auf einem guten Weg dort und deshalb das was du dort vorgelesen hast entspricht dem Zeitgeiste des Mittelalters und da wir ja hier in heutigen Jahr 2023 sind kannst du das absolut einfach wie soll ich das sagen hinterm Rücken du wirst dafür nicht in die Hölle landen wenn du du gehst null prozent auf meine Frage ich würde gerne mal doch ich gehe auf deine Frage ein wir haben heute als Menschen entschieden dass das strafbar ist fertig da bin ich dir jetzt auf deine Frage eingegangen oder das Problem ist du musst halt systematisch immer deine Keule rausziehen und dann ja 64% tralala hin und her du musst so sein du musst so sein erstens du bist nicht in der Lage einem Muslim zu sagen wie er sein soll weil das was du das ist das was ich meine es ist keine Diskussion möglich es ist so er tut meine Position disqualifizieren er tut mich quasi disqualifizieren dass ich da überhaupt mitreden ja natürlich aber du redest jeder Mensch darüber reden er ist ich bitte darum jeder Mensch kann darüber reden das qualifiziert mich dass ich nicht darüber reden könnte ja aber guck mal ich sage dir die Muslime sollen nicht auf dich hören es ist mir egal was du sagst was ist mit deinen Gelehrten was ist mit deinen Gelehrten Femi würdest du mir sagen dass das nicht stimmt was da steht doch das ist im Zeitgeiste des Mittelalters das ist so wie viele Millionen Muslime folgen genauso gerade daran also was hat sich da verändert da hat sich eine Menge verändern was hat sich da verändert Femi der Punkt ist du gehst nicht auf meine Frage Femi Femi darf ich nicht mal ganz kontrast werden und die sind halt größtenteils dumm fertig da braucht man Aufklärung naja aber Femi ist jetzt nicht der Punkt dass wenn Mohammed sagt warte Schick warte mal kurz warte mal kurz Femi ist aber jetzt nicht das Problem dass wenn Mohammed sagt wenn jemand etwas bringt was der Religion widerspricht wird es abgelehnt und die beste Gesellschaft damals ist die unter Mohammed gewesen die das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet schließt das nicht im Prinzip damit aus dass man sich an heute anpasst weil die beste Gesellschaft die jemals auf dieser Welt existieren würde die damalige ist das heißt selbst die heutige Gesellschaft ist aus diesem Sicht Punkt überhaupt nicht in Ordnung und eine Gesellschaft des Kufers Nein nein das ist von der Hinsicht falsch und das kann ich Gottes Heil und Segen auf ihn eine Empfehlung gegeben wurde die sich herausstellte dass die weniger Ernte gebracht hat deshalb hatte er also in diesem Zusammenhang keine Ahnung wie man quasi mit der Ernte umgeht und deshalb wenn wir heute Kenntnisse haben die ich sag jetzt mal vom gesunden Menschenverstand den wir heute haben und das heutige Mindset wo wir sagen in der Entwicklungspsychologie von Kindern dass das ein oder andere sehr schlecht ist für sie dann ist das absolut zu übernehmen und dann das andere auch aber Femi warte mal ich kenne den Vers ich kenne den Hadist tatsächlich aber das bezieht sich doch nicht auf religiöse oder politische Dinge nimmst mir nicht aber was vollkommen unpolitisches das ist etwas vollkommen unpolitisches aber wenn es um die religiösen Sachen geht beziehungsweise um die was Femi gerade präsentiert hat Femi hat den Argument Femi hat das Argument von Femi meine Güte eines Kunde antworten er hat mich antwortet und zwar Femi hat sein Argument von Femi war doch gut ich möchte auf den Kollegen ja guck schon wieder ein Quatsch über mich rüber du hast dein Argument von diesem Mann geklaut du hast dein Argument von diesem Mann geklaut ja genau ich war dann bei dem zu hause habt seine Zettel durch gelesen und seine Notizen gleiche Argument in der gleichen rhetorik hat er gebracht absolut falsch ich kenne diesen herrn nicht und der interessiert mich auch gar nicht und ich zeige jetzt das Argument in die der gleiche gesagt pass auf nein es interessiert mich nicht nein ich möchte erst mal darauf antworten was er gesagt hat der wer und zwar folgendes viele beschränken die ich sag jetzt mal die Kernbotschaft des Islams auf man muss Babys heiraten oder man muss Kopftuch anziehen dabei geht es darum Gott eins zu machen das ist die Kernbotschaft Gott eins zu machen und dass der Mohammed der letzte Gesandte ist alles andere ist dem unterzuordnen alles andere kann man darüber diskutieren kann man rausnehmen kann man machen was man will es gab schon Verträge und so weiter wo halt herausgenommen werden sollte dass er der Gesandte Gottes ist und man kann immer über alles diskutieren also wenn wir dann gäbe es doch gar keine Scharia als solches warte mal Fimi dann gäbe es doch kein Rechtssystem von damals ja aber wenn das alles flexibel und anpassbar ist dann gäbe es doch damals nicht vor allem das Gesetz von Allah ist doch klar es ist flexibel und anpassbar definitiv selbst wenn wir schau mal aber dann kommst du doch zu dem Punkt warte mal dann kommst du doch dauernd zu dem Punkt wenn jemand etwas sagt was nicht mit der Religion übereinstimmt wird es abgelehnt und das ist eine Blockade für all das was du doch gerade gesagt hast ja aber es geht um gottesdienstliche Handlungen wie zum Beispiel ich wasche meine rechte Hand als erstes und dann die linke und es geht darum dass die Gebetsrichtung die richtige ist und nicht irgendwie ja aber wenn das Hochheitsrecht der Seemännischen Tralala und Fischereinetz und keine Ahnung was kannst du nicht alles hier irgendwie in einem Topf werfen und dann also ich weiß nicht was ihr wollt entweder ihr wollt jemanden der aufklärt und sagt pass mal auf mit den und den Dingern sind wir hinterher liebe muslimische Community das und das könnt ihr nicht machen aber anscheinend ich sag jetzt mal so jemand wie ein Schäk der sagt nö du bist dann jetzt nicht Muslim katapultiert einen aus dem Islam raus es sei denn jemand rennt mit einem Säbel rum und macht irgendwelche Straftaten oh ja entschuldige mein Schatz guck mal es ist warte mal du kannst sofort aber als Chemie wenn ich eklatante Lücken in dieser Argumentation sehe dann kann ich doch darauf eingehen wie gesagt du kannst ja auch gerne sagen was du in dem Bezug sagen willst aber die Frage ist im Endeffekt wie realitätsnah ist das Ganze wir können uns das gerne wünschen und so aber wir müssen immer noch schauen wie ist denn die Realität die Realität ist die dass viele wissensresistent oder beratungsresistent sind von unserer muslimischen Gemeinde da kann ich nicht gegen sprechen das ist richtig aber durch ständige Aufklärungsarbeit wird das auch verbessert ja ok ich mach das jetzt gleich sorry ich bin gerade wie gesagt mit meiner Tochter auf jeden Fall bin ich dafür für Aufklärung für soziale Gerechtigkeit und das Ganze entnehme ich aus dem Islam aber nicht aus dieser Interpretation die uns der Schäf da vorgeht und selbst wenn er irgendwas zitiert was aus dem Mittelalter ist das ist wie als wenn jemand den Hexenhammer rausholt und sagt ey pass mal auf das hier sagt das Christentum und wir müssen den Wasserstuhl bei Frauen anwenden was haltet ihr davon was für ein Scheiß einfach nur ein Scheiß und abzulehnen also das ist abzulehnen sorry entschuldigt genau ich habe ja nicht gesagt was hat er noch gemacht er hat die ganze Zeit gefordert dass ich mich ins Wort spreche er spricht mir die ganze Zeit selber ins Wort und jetzt geht er runter und haut er ab weil er weiß ganz genau was ich mit ihm anstellen würde in einer Debatte das ist das was ich meine sie kommen mit Lügen direkt von Anfang an mit Lügen und über mich gelogen dass ich kriminell werde direkt ich ganz kurz ein Nebenfach was da gemacht zum Beispiel was Anas Islam mit Elia Nathan gemacht hat die haben eine Debatte vereinbart Elia Nathan ist auf seine Plattform gegangen was ist passiert Anas Islam hat ihn erstmal vorgestellt 20 Minuten lang hat er seinen Charakter kaputt gemacht 20 Minuten das ist die Vorstellung gewesen von seinem Gegner den er debattieren wird und jetzt sagen die Schäk Lügner geht hier auf Anas Islam und dann geht auf die Debatte schaut wie er 20 Minuten Elia Nathan schlecht macht es ist immer dasselbe immer dasselbe und das ist bei Muslimen wirklich ein probates Mittel die machen das Atominem ist ein Mittel das zum Zweck wirklich die Lügen über deine Vergangenheit die ziehen dich in den Dreck so dass die Leute die wo zuschauen denken ach komm dem muss man sowieso nicht zuhören er ist voll der Trottel ein Moment da haben wir zum Beispiel ein Amas da haben wir zum Beispiel ein Amas bester Bruder Nala richtig Gehirn gewaschen die Lügen sind auf dem Video warte mal bitte kurz kleinen Moment darf ich dir kurz was sagen kleinen Moment kannst du mal bitte kurz warten danke ein Wort kannst du mal bitte kurz warten ich bin sowieso gleich fertig Mensch meine Güte habt ihr so Geltungsdrang oder was die Nala ist jetzt zum Beispiel da und die sagt ich lüge Mann ich schwöre bei meiner Mutter gibt da oben Anas Islam Elia Nathan Debatte ein und die werdet sehen 20 Minuten wie ihr erstmal seinen Charakter kaputt macht so dass das Publikum denkt dem müssen wir nicht zuhören der lügt sowieso nur und der ist auf Hass aus genau das gleiche haben wir gerade gehabt er hat mich genannt deinen kriminellen Background und was weiß ich was obwohl es nicht stimmt er hat einfach mal behauptet einfach mal in den Raum geschmissen was ist das für eine Diskussion wie willst du so auf Augenhöhe diskutieren er kommt hoch erst lügt er dann geht er auf meine Fragen nicht ein und das was ich von Anfang an meinte wie wollt ihr mit so jemandem diskutieren Nummer 1 Ehrlichkeit Nummer 2 das Problem erstmal anerkennen wenn du das Problem nicht anerkennst wie willst du es dann überhaupt beheben wenn ich nicht erkenne dass es hier ein Problem gibt wie soll ich das überhaupt dann beheben meine Güte jeden Tag muss ich mich mit diesen Dingen mit diesen IQ 50 Dinge auseinander geben darf ich einmal kurz jetzt was sagen ja Energy du hast ja das Wort Entschuldigung nochmal für unterbrechen das war definitiv genhaftig das ist wirklich überhaupt nicht böswürdig gemeint aber deine Erzählung was du gerade erzählt hast ich kenne das auch von einigen so viele sind einige sind nicht so aber die meisten schon was du erzählt hast und das was du erzählt hast du gerade was was ich danach zeigen will die persönlichen Eigenschaften ich durfte musst du auch kleinen Moment die persönlichen Eigenschaften die du gerade erwähnt hast die treffen H1 zu 1 auf einer dynastistische Persönlichkeit zu richtig das wollte ich nur sagen ich kann so gerne weiter drauf eingehen weil vieles ist ja genetisch aber ich wollte nur zu Ende reden es tut mir leid alles gut das sind wie quitt wollen wir das so vereinbaren auf jeden Fall vieles ist auch genetisch bedingt viele haben auch Angst von Natur aus vor Hunden was halt bei den Moslems sehr häufig ist aber nicht bei allen das macht dich mal wieder groß genauso auch ich will gleich was zeigen wie bei den Deutschen sind da sehr viele gerne überpünktlich überfreundlich aber auch gerne gucken die alten Menschen aus dem Fenster wie gesagt sind nicht alle so aber die meisten und viele und das trifft bei vielen so dass wahrscheinlich gewisse genetische Beanlagerung von gewissen ich soll mal das nennen ohne gleich hier gleich beleidigt zu werden oder sonst was betitelt zu werden von vielen Nationen habe ich irgendwie das Gefühl dass sie gewisse persönliche Eigenschaften mit sich bringen positiv und negativ die können zum Beispiel sehr gut verhandeln muss man schon sagen die sind sehr gut dabei aber wiederum viele haben natürlich auch negative Charaktereigenschaften wie wir Deutsche auch Dr. Shake warum willst du Dialoge wenn du dir nur selbst zuhören willst das würde ich auch mal gerne wissen du redest seit einer halben Stunde Shake alles klar Takia oder okay ich rede seit einer halben Stunde gut das könnte man jetzt genauso gut auch auf den anderen vorwerfen ja es ist ja keiner da der diskutiert Leute wir kommen weißt du was ich mache ich tue Dinge Fakten droppen der andere tut nur Philosophie droppen wir kommen jetzt zurück zum Thema wer möchte hoch ich würde ganz kurz was zeigen gerne damit ihr versteht von wo das kommt wenn ihr Lust drauf habt wenn ihr Lust drauf habt das geht um die Takia so können wir das gerne machen bis noch ein Gast hochkommt kann man das ganz kurz machen wenn das jetzt lasst mir das einfach kurz laufen damit ihr alle wisst wie vorgegangen wird damit ihr einmal das gekriegt habt einmal diesen Input habt und dann damit auch zwischen den Zeilen lesen könnt es ist wichtig dieses Thema muss leider ich sag sogar leider in die Mitte der Gesellschaft gedrückt werden weil wir immer mehr solche Leute immer mehr Muslime auch in Deutschland haben also müssen wir uns auch mit diesen Themen auseinandersetzen weil sie werden unser tägliches Leben bestimmen beziehungsweise auch viel davon einnehmen es ist einfach so darf ich das kurz zeigen? ja komm zeig das gerade und dann kommen wir so wieder zum Thema ja das ist das Thema verehrte Zuschauer viele kennen bereits das Konzept der Takia als eine Erlaubnis zur zweckdienlichen Lüge es geht aber noch weiter mit dem Konzept Al-Marid oder auch Al-Tawriya genannt wurde im islamischen Recht eine unerschöpfliche Quelle erschlossen um mit ein wenig Geschick in jeder Situation richtig zu lügen in jedem Rechtswerk zur islamischen Rechtstheorie über die Jahrhunderte hinweg machen wir auf 1,5 Geschwindigkeit ein Kapitel mit der Überschrift bitte? bitte auf 1,5 Geschwindigkeit da versteht man auch alles es wird nicht gesperrt ich hab das komplett nicht gesperrt Geschwindigkeit Geschwindigkeit du sollst das Video auf 1,5 da versteht da versteht man trotzdem alles aber dann zieht sich das nicht so du hängst du hängst man hört dich nicht richtig das Video die Geschwindigkeit vom Video bei YouTube kannst du auf 1,5 stellen dann hört man trotzdem alles und es zieht sich nicht so das meine ich warte achso du willst schneller machen ja genau 1,5 warte da mach mal als Beispiel sei hier das Buch Al-Iqqar von dem schäferitischen schnell man da versteht kein Mensch ein Wort 1,25 ist besser hier es geht hier also nicht um spekulative Interpretationen von einzelnen Hadithen die aus dem Zusammenhang gerissen werden es handelt sich bei Al-Mahriq um eine Kunst der Lüge die fest verankert ist in der islamischen Rechtstheorie ironischerweise im Rechtsbereich des guten Charakters was habe ich euch gesagt im Bereich des guten Charakters auch noch ein genauer Weg macht darauf aufmerksam dass die glatte Lüge verboten ist und es daher wichtig sei Al-Mahriq zu wenden aber was genau ist Marit und wie kann man es alternativ zur Lüge nutzen Al-Mahriq betreibt man wenn man etwas bewusst so sagt dass der Hörer das Gesagte missversteht man nutzt also Mehrdeutlichkeiten der Sprache aus ein Beispiel ich werde gefragt ob ich Geld habe ich antworte ich habe keinen Cent in meiner Tasche ich meine hier eine Centmünze Euroscheine habe ich natürlich viele dabei der Fragende versteht durch meine Antwort dass ich gar kein Geld hätte oder ich hätte auch antworten können ich habe gar kein Geld in meiner Tasche während mein Portemonnaie aufgrund der Menge an Münzen und Scheinen fast platzt wie wird diese Kunst der Lüge wie ich sie nenne oder Alternativoption zur Lüge wie sie die islamischen Gelehrten nennen begründet im Koran wird dies unter anderem über eine Geschichte des Propheten Abraham in Sura 21 begründet Abraham zerstörte die Götzen seines Volkes und auf die Frage hin ob er dies tat log er oder besser gesagt er wendete Marit an in der Sammlung vertrauenswürdiger Hadith von Al-Bukhari gibt es ein eigenes Kapitel mit der Überschrift Al-Marit dort wird ein Beispiel für Marit ausgeführt der Sohn von Abu Talha starb dies wollte man Abu Talha aber nicht mitteilen man wollte aber auch nicht lügen so sagte Umzulaim zu ihm sein Atem hat sich beruhigt und ich bin in der Hoffnung dass er Ruhe gefunden hat Abu Talha verstand aus diesen Worten dass es seinem Sohn nun besser ginge Umzulaim meinte damit aber dass er gestorben ist Omar ibn al-Khattab der zweite Kalif sagte sinngemäß Marit macht die Lüge entbehrlich was er sagen will ist wenn Marit beherrscht braucht er ihn aber wie schon gesagt es geht hier nicht um das spekulative Interpretieren einzelner Koranverse und Kalife sondern um eine im islamischen Recht fest verankerte Lizenz zur Täuschung wenn die Situation es erlaubt meine Wortwahl Lizenz zur Täuschung ist nicht ironisch gemeint so heißt es wortwörtlich in der arabischen Fachterminologie Ruhfat al-Kharib was sagen die heutigen Gelehrten zur Anwendung von Marit die Marit Lüge darf nur verwenden wer eine Aussage nicht durch einen Eid bekräftigt auf einer Fatwa von Islamweb.net wird der Sachverhalt wie folgt erklärt befindet sich der Muslim in einer heiklen Lage und muss aus Sorge vor unangenehmen Folgen etwas leugnen so darf er Al-Marit Wahrheitsvermeidung oder At-Tauria Verheimlichung anwenden denn sie sind ein Lügenersatz wie der Kalif Omar ibn al-Khattab sagte in der Sprache der Marit ist genügend Raum um Lügen zu ersetzen Wer sich da weiter darüber informieren will kann sich gerne weiter darüber informieren ich weiß für manche von euch ist das wirklich sehr interessant und es entspricht auch der Wahrheit einfach hier diesen Kanal 211 Videos wenn ihr dort habt dann wisst ihr alles über den Islam dann macht die Leute wie Femi die sich ein Sheikh nennen zum Milchsheik Darf ich einmal kurz zu was sagen also ganz ehrlich wir hatten im ganzen Leben nicht noch nicht nur einmal was gelogen wie zum Beispiel wenn jemand einen fragt geht es dir gut und eigentlich ist beschissen und die Leute sollen nicht wissen dass es einem beschissen geht sagt man auch ey mir geht es gut das ist quasi auch eine Lüge klar was du gezeigt hast ist Kunst des Lügens und das gibt es in jeder Nation und das kann man klar steht wahrscheinlich da drin aber man kann es nicht direkt auf den Islam pochen das finde ich warum gerade nicht Warte mal Energy warte mal kurz darf ich mal kurz bitte weiterreden kleinen Moment ich persönlich ich habe auch meine Erfahrungen negativ und positiv aber jetzt persönlich jetzt direkt es auf den Islam zu machen klar die haben gewisse gegen was ich gesagt habe oder halt gewisse charakterliche Eigenschaften die wir ja auch gerade haben bitte weiterreden aber ich steht in deren Büchern nicht unterbrechen bitte ich habe ADHS das ist kacke dann verliere ich den Faden und dann fängt man von vorne an und dann sagt was anderes ich bitte dich ganz kleinen Moment zwei Sekunden noch du verlängerst es gerade meine Zeitmannschaft auf jeden Fall das schlürt gerade nur den Hass und Spalte gerade im Chat und ich kenne viele die können wirklich perfekt lügen ich kenne aber wiederum die sind komplett ehrlich und würden nicht mal lügen wenn es denen schlecht oder gut geht darf ich ganz kurz schau mal Energy ich habe das Video nicht weiterspielen lassen wenn ich das Video hätte weiterspielen lassen hast du gehört dass es genau einen Bezug zum Islam hat denn das ist anzuwenden wenn du den Islam in einem besseren Licht hinstellen möchtest musst du das anwenden ich habe das Video extra gestoppt wenn du willst und der Host es will kann ich es weiterspielen lassen und dann wirst du schon den Punkt raushören dass es auf den Islam zu beziehen ist und dass man Maurit und der Taurier anwendet um den Islam in einem besseren Licht hinzustellen es gehört einfach dazu es ist eine Lehre im Islam verstehst du das guck mal wir haben jetzt fünf Minuten schau mal wir haben jetzt schau mal Energy wir haben jetzt fünf Minuten der Mann hat nur aus islamischen Rechtsbüchern zitiert und du nennst das eine Spaltung und du nennst das eine Spaltung der Gesellschaft ich habe mitgelesen Energy guck mal Energy Energy du hast gebeten dass ich ruhig bin jetzt bitte lass mich auch aussprechen er hat fünf Minuten Bezug genommen auf islamische Schriften die wo Wert haben die wo Gewicht haben mehr deren Wort hat mehr Gewicht als jeder Muslim und du deren Wörter haben mehr Gewicht und der sagt klipp und klar fünf Minuten lang den Bezug auf Islam und dann sagst du ich spalte damit die Gesellschaft ich finde dein Verhalten sehr sehr gefährlich weil die Wahrheit auszusprechen warte bitte kurz weil die Wahrheit auszusprechen sollte nicht irgendwie die Spaltung sein sondern einfach nur die Wahrheit es ist auch die Wahrheit es mag zwar sein ich muss ehrlich gesagt ich informiere mich ich war schon kurz davor überlegen ob ich mir einen Koran in Deutsch hole weil ich mich auch schon sehr interessiert was drin steht ja ich möchte mich selber mal schlau drin lesen mal die Zeit finden du alles im Internet finden du brauchst es nicht zu kaufen warte mal aber ich muss auch kurz ich muss auch sagen ich meine ich verstehe deinen Punkt insofern weil ja wo du gesagt hast hier dieses leichte Lügen das gibt es in jeder Gesellschaft es geht aber um das Motiv was dahinter ist und wenn du ein politisches Motiv dahinter hast beziehungsweise eine Lehre um zu täuschen wie gesagt um es besser dastehen zu lassen dann hat das insofern einen anderen Kontext aber ich stimme dir zu klar natürlich jeder lügt am Tag ein paar Mal wahrscheinlich allein schon wenn man sagt wie geht es einem aber es geht darum das Ganze jetzt in einem politischen beziehungsweise in einem taktischen darzustellen es geht nur um die Invention okay dann habe ich das anders verstanden ich dachte jetzt direkt hier rein nein nein damit soll man nicht sagen jeder Muslim Lüthersohn Schwachsinn sondern es geht einfach nur darum zu sagen es geht um eine politische Ideologie die man damit besser darstellen lassen will darum geht es genau es soll nicht heißen es soll ja nicht heißen dass jeder Muslim lügt schau mal ich war selber Muslim 36 Jahre lang meine Familie sind immer noch alle Muslime ich hasse meine Familie nicht die sind immer noch alle Muslime ich liebe immer noch meine Familie aber es ist nun mal ein Bestandteil in der islamischen Lehre diese kleinen Lügen auf die du dir jetzt Bezug genommen hast die kennt jeder Mensch die kennt jeder Mensch Energy die kennt jeder Mensch aber diese ich kenne jeden Menschen im Gotteswillen mein Schatz nochmal ganz kurz diese zweckdienliche Lüge ist extra in islamischen Schriften verankert deswegen ist der Kollege auch abgehauen weil er mir keine Fakten bringen kann und der Anwar der in den Chat ist der ist sowas von ein Stalker er stalkt überall wo ich bin und tut die ganze Zeit nur aufmerksam machen höh Doktor schickt dies Doktor schickt das aber wenn er mit mir diskutiert ist er klein getut ich glaube ich kenne ich noch von Ralf von damals von meinen anderen Accounts 4.0 übrigens existiert auch bald nicht mehr weil ich einen Widerspruch gepostet habe das Tiktok man in der deutschen Hymne gesperrt hat in Hasrede und diesen Screenshot haben die jetzt gesagt ich bin für komplett Deutschland eingeschränkt keiner sieht mir meine Videos oder sonstigen also wir müssen wir können jetzt gerne wieder zum Thema kommen und das Thema war unter anderem was eben auch was eben auch ein sehr wichtiges ist unter anderem die Kinderehe die Kinderehe ist eine Sache die ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und das sind einer von sehr sehr vielen Punkten in der Scharia die überhaupt nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind und was man auch noch wissen muss wenn man auch nur Teile wenn man auch nur Teile Sekunde mal schickt wenn man auch nur Teile der Scharia zulassen sollte dann wird der ganze Arm genommen das ist leider diese Taktik wenn man da auch nur einen Finger zuletzt wird der ganze Arm genommen auch das ist eine Taktik aber Schick bevor du jetzt ein Video zeigst wir können das gerne ich will was zeigen ich will was zeigen was mir sehr sehr am Herzen liegt das liegt mir sehr sehr am Herzen ich erinnere dir ganz kurz vielleicht trifft das dich auch vielleicht bist du Mutter guck mal das trifft mich sehr sehr am Herzen schaut mal das ist von Save the Children schaut mal was hier steht tödliche Praxis täglich sterben 60 Kinder an den Folgen von Frühverheiratung Kinder eben verstoßen gegen die Rechte von Kindern dennoch werden weiterhin jedes Jahr Millionen von Kindern in eine Frühverheiratung gezwungen Gründe dafür dafür sind vor allem Armut und da ist jetzt ich erzähle jetzt keinen Quatsch muslimische Mütter verkaufen ihre Kinder aus Armut soziale Ungleichheit sowie mangelnde Aufklärung über verbreitete Traditionen für betroffene Mädchen enden Kinder ihnen oft tödlich einfach nur weil sie körperlich nicht dafür gemacht sind deswegen lesen wir auch hier in den Hadithen ich zeige euch mal ganz kurz einen Hadithen über Aisha was sie sagt schaut euch mal das an wie traurig das eigentlich ist schaut hier Aisha schau hier schau bitte les das ist ein Hadithen über Aisha schau mal das ist Aisha es wurde überliefert dass Aisha sagte meine Mutter versuchte mich zu mästen als sie mich zum Gesandten Allahs schickte Police be upon him als sie heiratete schicken wollte aber nichts funktionierte bis ich Gurken mit Datteln aß dann wurde ich prall wie die beste Art von Plump sie wurde dafür vorbereitet für den Sex den sie ja vielleicht nicht überleben könnte sie wurde gemästet wie ein Tier kannst du das über dein Herz bringen und dann haben wir Muslime Apologeten die das tatsächlich verteidigen jedes Jahr in dem Bericht stehen drin jedes Jahr sterben guck mal als 22.000 Mädchen Mädchen jedes Jahr durch frühe Schwangerschaften und Geburten infolge einer Frühverheiratung 22.000 Kinder sterben jedes Jahr 60 Kinder pro Tag ist ganz schlimm also wenn ich einmal so einen Typen treffen ich schwöre bei Gott ich sitze grenzen hinter schwedischen Gardinen ich würde ihnen das Teil abpacken und dass er den Hals daran ersticken soll ja und das ist alles islamisch begründet hier ja das ist schrecklich aber ich habe mich auch schon auch damals erschrocken dass eine elfjährige in Kolumbien so zweit mal Mutter wurde und da war ich gerade mit meinem Sohn schwanger vor 16,5 Jahren und ich bin schockiert und jetzt auch gerade die neuesten Überschrift das sechsjährige Mädel danach verstorben und habe dann ein Foto gesehen und ich konnte den ganzen Tag nichts essen ich verspüre so eine Demut und ich konnte niemals ich konnte niemals mein Kind vor allem nicht von Alten sagt oder allgemein ich bin dafür da mein Kind zu schützen zu lieben zu ehren und für mein Kind zu sterben aber doch nicht mein Kind zu verheiraten richtig 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 100% und Jesus Christus sagt wer einen dieser kleinen Leid zufügt für den wäre es besser wenn er mit einem Mühlenstein um den Hals im tiefsten Meer versenkt werden würde und das ist der Unterschied zwischen den beiden Ideologien der eine stirbt für Kinder der andere heiratet Kinder aber ich bin ATSner und ich glaube nur das was ich sehe aber ich respektiere jeden Glauben mir ging an was wir haben solange der Glaube nicht mein persönlichen Umfeld oder mich mal in einem angreift oder einen betrifft ist alles so genau wir sind aber christlich geprägt ich bin auch getauft worden als kleines Kind und mein Opa ein Texaner und der war auch sehr religiös eingestellt und meine Mutter wurde katholikisch mein Vater evangelisch aber ich glaube das und bin so wie ich mich selber gerne haben möchte es ist eine Sekte genau es ist eine Sekte schau mal ich habe heute ich habe 13 Videos ich habe hier 13 Konten auf TikTok 13 Konten ich habe heute ein Video gepusht es geht eine Minute schaut mal bitte Moritz lass mal das ganz kurz laufen es geht nur eine Minute das ist mein letztes Video was ich heute gepostet habe schaut euch mal das bitte an ich habe es auf jeden meiner jeden meiner Dinger habe ich gepostet schaut mal das bitte an Moritz kannst du bitte ganz kurz es geht nur eine Minute ja ja Sekunde ich muss hier mal gerade gucken weil du bist da ganz unten und das schaltet die ganze Zeit um schau hier schau hier ja da musst du auffassen dass das nicht gesperrt wird du weißt ja wie die bei so Bildern sind es geht nur es geht ganz kurz schau mal hört selber mit Quellen hör da hat sich jemand die Mühe derjenige der wo das Video gemacht hat ich danke dir von Herzen für deine gute Arbeit weil ich schau mal was für eine super Arbeit du gemacht hast es heiratete mich als ich sechs Jahre alt war und er hatte Verkehr mit mir als ich neun Jahre alt war und ich spielte noch mit Puppen der Prophet Mohammed sagte zu mir dass ich ihm in seinem Traum zweimal gezeigt wurde bevor er mich heiratete der sah den Engel der mich in einem seidenen Tuch trug dann sagte der Prophet wenn das von Allah ist dann muss es passieren mein Vater Abu Bak war schockiert als der Prophet um meine Hand anhebt er sagte aber ich bin dein Bruder der Prophet antwortete du bist mein Bruder in Allah ganz kurz lass mich das zeigen weil das ist keine religie das ist keine Lüge ich glaub was er sagt ich glaub was er sagt nee das sind ja alles das ist ja alles aus den Haddisen raus das ist ja alles das sind ja nichts gelogen es ist nichts gelogen ja jetzt kann ich das ist wirklich so ich glaub bitte der Prophet der Prophet der Prophet der Prophet bat Abu Bakr um Aishas Hand zu heiraten Abu Bakr sagte aber ich bin dein Bruder der Prophet sagte du bist mein Bruder in Allahs Religion und seinem Buch aber sie Aisha ist mir erlaubt zu heiraten deine Nichte ja es war weiter oh ja das ist ein Junge in seinem Buch aber sie Aisha ist mir erlaubt zu heiraten wir gingen dann nach Medina und ich hatte einen Monat lang einen Fieberanfall und Haarausfall als ich mit meinen Freunden zusammen auf der Schaukel saß kam meine Mutter um mich abzuholen sie ergriff meine Hand und führte mich zur Tür und ich sagte Ha Ha als ob ich nach Rüften schnappen würde sie brachte mich zu einem Haus wo sich die Frauen der Ansar versammelt hatten meine Mutter hat mich ihnen anvertraut sie erhutten meinen Kopf und verschönerten mich der Prophet kam am Morgen dorthin und ich wurde ihm überreicht als wir heirateten versuchte meine Mutter mich zu mästen bevor sie mich zum Gesandten Allahs schickte aber nicht halt bis ich Gurken mit Datteln aß dann wurde ich die Quie die allerbeste Sorte meine Mutter war sich also der körperlichen Risiken völlig bewusst seit 1400 Jahren leiden die Mädchen des Islams unter der Kinderehe welche im Koran Sura 65 hier fest verankert ist zudem lehrt der Islam dass der Prophet Mohammed das beste Beispiel für angemessenes ethisches und moralisches Verhalten der Menschheit ist an dem unser Verhalten gemessen werden muss mit anderen Worten wenn Mohammed es getan hat sollten alle Männer des Islam es auch tun der Prophet Mohammed heiratete bitte wenn ihr solche Videos seht teilt sie so oft ihr könnt da hat Elia ja auch mal so ein Video drüber gemacht aber alles was sie gesagt hat sind aus Hadithen das ist aus Hadithen was einfach nur übernommen wurde in den Mund von diesem Mädchen das sind alles zuverlässige Hadithe das ist wie gesagt ich hab die alle ich hab alles und das ist es halt und das ist es halt genau solche Sachen werden überliefert werden als wahrgenommen und werden praktiziert und das ist der Grund warum wir sagen nein der Islam gehört nicht zu Deutschland solche Gründe ja zumindest diese Dinger diese Gangarten sag ich mal sie gehören weg Mohammed Abdel Samad hat auch im Bildinterview einmal gesagt der Islam steckt in seinem Mittelalter fest und er muss aus seinem Mittelalter nicht rauskommen eben und das ist der genaue Punkt deswegen wäre eine Reformation komplett in die falsche Richtung weil eine Reformation wieder zurück zu diesem Vorbild gehen würde wenn wir das dann müsste es vorwärts gehen wir müssten keine Reformation machen sondern eine Evolution um es jetzt mal so zu nennen es müsste ganz klar gesagt werden diese Worte von Allah sind für die heutige Zeit nicht mehr gültig die Aussagen des Propheten sind nicht mehr für die heutige Zeit gültig und damit kann man arbeiten aber wenn das nicht passiert dann wird Europa handeln dann wird Europa sagen okay wir remigrieren jetzt wir verbieten den politischen Islam und wir werden die Moscheen Stück für Stück schließen weil das nicht mit unserem mit unseren Grundwerten vereinbar ist und das hat auch nichts mit Religionsfreiheit zu tun Kinder zu heiraten ist keine Religionsfreiheit nein das ist einfach nur wenn man das wenn man das Religionsfreiheit nennt dann schickt man Menschen kleine Kinder einfach nur in die Hölle mehr ist das nicht man tut das man tut die Psyche eines Menschen töten quasi es hat keinen Unterschied mehr ob dieses Mädchen noch lebt oder nicht ihr Leben ist zerstört ihr Leben ist zerstört eben nicht nur ihr Leben sondern je nachdem stirbt sie auch und was dann wie gesagt geistig alles passiert und ich finde es ekenhaft wenn so Leute jetzt zum Beispiel in den Kommentaren schreiben sie war 19 nein als Mohammed starb war sie 18 Jahre alt als er starb war sie 18 Jahre alt neun Jahre lang musste sie diese Qualen durchleiden mit ihm genau und es war auch noch Verbot guck mal wie Mohammed auch noch drauf war er hat den Leuten auch noch verboten seine Frauen wenn er stirbt zu heiraten so waren die Frauen gezwungen ihr Leben lang alleine zu bleiben eine Aisha mit 18 Jahren war verboten einen neuen Mann zu kriegen deswegen gibt es auch Hadife über Aisha wo sie sagt komm wir gehen auf die Jagd die gehen Männer obwohl sie nicht verheiratet waren haben sie Männer so wie heute die Mädels in Diskotheken Männer organisieren für Ramba Zamba so haben die das damals auch gemacht und es gibt Hadife darüber es gibt Hadife darüber wie Aisha fünf Männer stillt stillt weil Mohammed diese Tradition die Brustfütterung durch Mohammed beziehungsweise durch Aisha was da begründet worden ist das ist die nächste Geschichte guck schau ich zeig das euch ganz kurz guck mal wenn der wenn der Femi nochmal kommen will dann soll er gerne kommen aber Femi wird es niemals wagen hier überhaupt mit mir zu diskutieren ja genau warte mal da schreibt einer sie war verliebt ja genau eine neunjährige die mit Puppen spielt kann ihr was über Liebe erzählen ohne Scheiß ich schau das an neunjährige was wirklich ich habe viele hier gehe ich nur auf das Thema ich habe viele solche Sachen guck mal hier gehe ich nur auf das Thema Breastfeeding ein guck mal wie ekelhaft Sahi Muslim 1453 Aisha's Wohlgefallen auf ihr berichtete dass Salim der freigelassene Sklave von Abu Hadhaifah mit ihm und seiner Familie in ihrem Haus lebte also die haben zusammen gelebt daher die Tochter von Suhail kam zu Allahs Gesandten und sagte Salim hat die Reinheit erlangt also er ist in der Pubertät und kann geil werden weißt du so TikTok technisch die die Menschen erlangen und er versteht was sie verstehen und er betritt unser Haus ungehindert aber ich merke dass etwas im Herzen von Abu Hadhaifah brennt er ist geil woraufhin der Gesandte Allahs zu ihr sagte wenn du ihn säugst wirst du für ihn unrechtmäßig werden die Idee dahinter ist dass wenn man jemanden säugt dass man dann sowas wie die Mutter ist deswegen sagen ja auch die Araber zu den Aisha dass sie die Mutter der Muslimen ist oder auch bei Khadija machen die das auch Khadija die Mutter der Muslime alle Frauen von Mohammed Hafsa alles die Mütter der Muslime ganz kurz vielleicht chatt ihr das ich schreibe mal ganz kurz eine Sache der sagt hier einer im Chat sagt hier erstmal Gott Anwalt wahrscheinlich oder wieder da sagt einer dieser Anwalt sagt die hätte der Anwalt ist sowieso nicht mehr zu retten ja ne der sagt weißt du was der sagt der schreibt da die hätte ja keine Milch gehabt deswegen die Aisha deswegen könnte oder sie wäre nicht schwanger gewesen deswegen könnte die ja nicht still schreibt er da rein das ist das allerschlimpste das ist das allerschlimmste Muslime die wo vortreten und das ohne zu überlegen einfach verteidigen die verteidigen das einfach irgendwie aus Reflex als ob ihre Ehre angegriffen wird Muslime fühlen sich wenn man das kritisiert als ob man in ihren Herz reingeht und irgendwas von ihrer Identität rauszieht so aber das darf so nicht sein ihr müsst endlich in der Lage sein eure Schriften kritisch zu betrachten man sonst gehen wir unter mit diesen Schriften guck mal was hier steht wenn du ihn säugst wirst du ihn unrecht wirst du für ihn unrechtmäßig werden und das Gefühl das Abu Ghudaifa in seinem Herzen hat wird verschwinden sie kehrte zurück und sagte so ich habe ihn gesäugt und das was im Herzen von Abu Ghudaifa war ist verschwunden guck mal so viele gibt es es gibt viel mehr ich kann euch einen Haufen zeigen hier einen Haufen von verschiedenen Sachen schau euch das an schau euch mal nur das an schau euch mal nur was für Sorten von Radifa es gibt guck mal das an sogar mit Tieren sogar mit Broten dass man sogar mit Toten Sex hat ich glaube uns ein bisschen anders jetzt vor allem das kleine Mädchen mit der Brust und alles wenn wir ganz kurz das Thema wechseln ich habe auch sehr viele gewisse Smilies und Scherz gesehen und mir dreht sich auch gerade der Magen irgendwo wo Leute schon Menschen Probleme gab wo ich das mit den Mädeln gehört habe können wir einmal kurz zu dem Thema kommen mit den Verhüllungen der Frauen im politischen Islam bitte einmal kurz dann kannst du das Thema wir müssen weitermachen danke schön ich bin noch kurz ruhig weil ich muss noch kurz ein Thema also Kopftuch das Kopftuch ist nichts weiteres als ein Zeichen also als ein Schutz vor sexueller Belästigung das wird selber im Koran so beschrieben und selber die Frauen der Jailia also die Frauen der Zeit davor die haben sich selber verhüllt das war damals das Zeichen der Prostituierten ironischerweise gewesen Mohammed hat das Ganze übernommen und ausgetauscht das war früher und wie gesagt das ist ja diese ganze Ironie weil Sauda Sauda selber war jetzt sagen wir mal sie war jetzt nicht die jüngste und nicht die attraktivste ist abends rumgelaufen und du meinst Haftsa du meinst Haftsa aber du bist sehr sehr gut du bist sehr sehr gut gebildet im Islam muss ich zugeben danke ich meine warte mal ich meine wir reden doch auch von Sauda Sauda ist ja die älteste Frau gewesen die so unansehnlich gewesen ist schau mal was hier steht ja schau mal bitte was hier steht schau mal bitte was hier steht wer auch immer Geschlechtsverkehr mit einem Mahram Verwandten hat hüte ihn und wer ups so jetzt bin ich wieder da was war das jetzt okay wer auch immer Geschlechtsverkehr mit einem Mahram Verwandten hat töte ihn und wer Verkehr mit einem Tier hat der töte ihn und töte das Tier vielleicht habt ihr das schon mal gehört so Eseldinger so Esel papp 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 diesen Ausgaben da gibt es ja Ausnahmen da gibt es ja Ausnahmen meines Wissens also man darf mit einem Tier man darf mit einem Tier man darf mit einem Tier Geschlechtsverkehr haben wenn man verheiratet ist im Krieg ist oder so also es gibt Ausnahmen wann man mit einem Tier Geschlechtsverkehr haben darf Ayatollah Rumäni hat das sogar noch erweitert und hat gesagt ja man muss das Fleisch dann im nächsten Dorf verkaufen weil das nicht für die eigenen Leute gedacht ist also man darf es auch noch an die Ungläubigen verkaufen ich kenne auch die Beleidigung du bist der Sohn einer Eselin ist bei denen sehr sehr böse Beleidigungen wie ähm ähm ja wie du Tier oder du Hund zum Beispiel warte ich zeige euch noch schlimmere Sachen das verschwindende Eichel in einer der beiden Eingänge oder Ausgänge sei es im vorderen oder hinteren Bereich einer Frau eines Mannes oder eines Tieres annulliert das Fasten hier ist die Quelle es gibt sogar eine Fatur dazu denkt ihr es ist hier fertig von wegen es ist hier fertig hier Al-Kabi sagte der Geschlechtsverkehr mit einem Tier während des Fastens erfordert ebenso die Sühneopfer außerhalb des Fastens muss man nicht sühnen also sind schon wieder diese Formulierungen du musst einen Sklaven befreien etc schau mal das an das ist einer für den sie sich sehr sehr schämen schau mal das an unser Gefährte haben gesagt dass wenn der PINIS in a woman's anus oder a man's anus oder animals vagina oder its anus eingedrungen ist dann muss man waschen ob derjenige der durch gedrungen ist oder dead young or old ist es ob es absichtlich getan wurde unsere Gefährten ist ein in eine Person ob die Person die Person die Person die penetriert oder tot tot jung ob Mann oder Frau eine oder in die Vagina oder ein bla 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 ey meine Fresse so ja ja das ist perverse Zor um da die Brücke zu schlagen um da die Brücke zu schlagen wir wissen das im Kibbutz Amomin meine ich heißt der dass da Frauen von Hamas Kämpfern die Tod waren vergewaltigt wurden also vergewaltigen kann man es ja dann nicht mehr nennen aber die haben Sex mit deren Leichen praktiziert das ist in einem Kibbutz bei dem Angriff der Hamas ist das auch gerechtfertigt das ist richtig richtig übel so kommen wir zurück zum Thema Leute zeig mal die Gesetze von den Ländern zeig mal die Gesetze hey Heuchler zeig mal die Gesetze von den Ländern Joker Joker zeig mal die Gesetze von den Ländern Joker beruhig dich aber ganz schnell Jocker du bist ruhig zeig mal deine Quelle Jocker du bist ruhig Jocker halt's mal zeig die Quellen los Jocker du bist gleich unten schmeiß ihn raus zeig die Quelle du Heuchler es gibt kein es gibt kein Pakt zwischen Löwen und Clowns du Clown geh und such dir lieber die nächste Fingernagelfarbe raus anstatt mit mir zu diskutieren würdest du platt gemacht werden oder was meine Güte dass der auch noch Gott mit mir diskutieren will weißt du was ich mit dir anstelle du wahnsinniger schick mir lieber den der wo dich Ding trainiert schick mir lieber den der wo dich beibringt schick mir deinen Lehrer ja ja machen wir wir reden ja über Verhüllung im Islam wir reden ja gerade darüber was die Frauenrechte und so angeht reden wir alles drüber ach so du hast Thema gewechselt aha ok ach so warte mal du da meinst jetzt Palästina Israel ja das ist ja vielleicht ich hab das Bild jetzt ok ach so nö kein Thema wir können auch gerne mal kurz Palästina Israel machen und später dann wieder können wir gerne machen kein Problem ich hab die guck mal Jocker kannst du dich benehmen wieso lügt die Jocker kannst du dich benehmen ich hab dir den Jocker ich hab dir den Hadith ich mach dich runter ich mach dich runter ich mach dich runter Moritz Moritz mach mich ganz gut groß und danach sag mal bitte die Kelle los und dann will ich mal sehen was und dann will ich mal sehen was unser Clown dazu zu sagen hat sag die Kelle ja klar natürlich ich muss die Kelle mit toten Tieren bitte zum Beispiel zeig mal die Kelle was ist das keine Internetseite zeig die Kelle zeig mal die Kelle zeig mal die Kelle zeig mal die Kelle ja du bist ja ein Tier warte ich zeig dir ich zeig dir alle Quellen ich zeig dir alle Quellen ich zeig dir alle Quellen zeig die Quelle zu den Tieren ja du bist ja ein Tier warte ich zeig dir auch was zeig die Quelle darfst du beleidigen du kommst in die Hölle fürs beleidigen 1. Korinther 6 Vers 9 du kommst in die Hölle du kommst in die Hölle er weiß nicht runter du triggert mein ADHS Frauen dürfen nicht klüden Frauen sollen in der Stille sitzen und nicht lehren seid ruhig du unterbricht doch ganz selbst schreit mal nicht alle rum schreit mal nicht alle rum schreit mal nicht alle rum hallo schreit mal nicht alle rum Frauen dürfen nicht lehren und nicht reden wenn sie Fragen haben dürfen sie diese zu Hause ihren Männern stellen Moritz ich sage dir ganz ehrlich der Typ ist ein Clown du darfst hier nicht reden laut deiner Bibel der ist ein Clown bring jemanden der ernsthaft mit mir reden kann nicht so ein Clown er ist ein Clown er ist so ein Quoten-Clown 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 Joker zeig die Quelle hier kein Problem bitte wer hat den rausgeschmissen hier bitte wer hat den rausgeschmissen ja warte mal dann hole ich ihn nochmal hoch dann kannst du ihm das gerade zeigen da soll man schön hochkommen hier bitte hier bitte Joker wer auch immer Geschlechtsverkehr mit einem Mahran verwandt hat töte ihn und wer Verkehr mit einem Tier hat der töte ihn und das Tier wenn du willst Joker zeige ich dir noch mehr aber es gibt keinen Pakt zwischen Löwen und Clown Joker komm hoch die Quelle wo ist Geschlechtsverkehr mit Tieren erlaubt wo ist Geschlechtsverkehr mit Tieren erlaubt zeig die Quelle wo ist Geschlechtsverkehr mit Tieren erlaubt zeig die Quelle alter hast du Schminke in deinem Auge steht da das was erlaubt ist du Lappen kannst du lesen kannst du Deutsch steht da erlaubt steht da erlaubt du Lappen steht da erlaubt du Lappen komm hoch du Lappen kannst du kein Deutsch steht da das es erlaubt ist äh guck mal Joker nenn mich nicht Lappen äh stoppt da nicht wenn du bei mir ein Schienbeinkick machst richte deinen Kopf steht da das es erlaubt ist du Lappen guck mal vorsichtig Joker wenn du einen Kick ausholst dann richte deinen Bein steht dort das es erlaubt ist du Lappen wir lesen es nochmal du Schminkenkopf steht dort das es erlaubt ist du Lappen wir verstehen dich doch schreien nicht verkehr mit einem Tier ja aber steht dort die Strafe dort steht die Strafe ja das bedeutet es nicht erlaubt bedeutet es nicht erlaubt warum hör mal warum hast du Angst nein nichts Handy halt deine Friste klub der Lappen wo steht das es erlaubt zeig wo steht das es erlaubt ist wo steht das es erlaubt ist wo steht das es erlaubt wo steht das es erlaubt ist wo steht das es erlaubt ist wo steht das erlaubt ist nicht mal zwei Sätze kann ich reden haben wir zugegeben das Die haben nichts zugegeben, du Heuchler. Du sollst nicht lügen. Das neunte Gebot. Du sollst nicht lügen. Schäm dich. Moritz, hast du gegeben, was man gegen die hat? Warte mal kurz. Energy, was ist denn? Also heute noch. Wo steht, dass es erlaubt ist? Wird das noch was? Hallo. Oh, Polzmann. Wo steht das erlaubt ist? Hier, bitte. Kannst du bitte machen, dass sie dann nach und nach reden können? Wie oft muss ich fragen, wo steht, dass es erlaubt ist? Hallo, stopp jetzt. Hey, hey, hey. Ich versuche ruhig zu sein. Trotz Adria, es konnte nicht mehr zu sein. Wo steht, dass es erlaubt ist, mit Tieren zu verkehren? Danke schön, Leute. Er sagte nein. Hamdi, weißt du noch, was dein Prophet besoffen ist? Wo steht, dass es erlaubt ist? Wo steht, dass es erlaubt ist? So Hamdi, schweiß dich in die Kuppe, wenn du nicht bei der Banken zu verkehren. Weißt du noch, dein Prophet war besoffen, Hamdi? Wo steht es erlaubt? Nicht lügen, nicht lügen. Darfst du lügen? Darfst du lügen? Das neunte Gebot verbietet es dir zu lügen, du Heuchler. Wieso lügst du? Mach bitte die Funktion an, dass sie dann nach und nach reden kann. Der Rest ist gestummt, bitte. Alle Quellen. Guck mal, alle Quellen. Wieso lügst du? Wieso lügst du? Und jetzt schickt der mir hier so ein Clown? Zeig mir, wo es erlaubt ist, du Lappenzeig. Warte, komm, ich zeig dir noch mehr. Danke schön, stopp jetzt kurz. Moritz, mach die Funktion. Stopp jetzt kurz. Moritz, mach die Funktion. Moritz, mach die Funktion. Schickt der mir einen Clown. Warte mal, das war bitte zu reden. Es lässt mich da auch niemand reden. Ich schick dir einen Clown zu diskutieren. Klappt das heute noch? Ich habe sogar nur zu helfen. Heute noch, Mädels, könnt ihr mal schweigen. Ich will eine Quelle. Mädels, könnt ihr mal schweigen. Ich will eine Quelle. Mädels, könnt ihr mal schweigen. Hallo, Mädels. Hallo, ihr sollt schweigen. Ich will die Quelle. Hier, Quelle. Hier, Quelle. Du schweig doch mal, Mensch. Zeig die Quelle, wo erlaubt ist mit Tieren. Zeig. Hier, Quelle. Hier, Quelle. Was ist das in der Internetseite? Zeig mir die Quelle. Lass die jetzt mal reden. Mach dein Schminkauge auf. Zeig die Quelle. Komm. Zeig die Quelle, Junge. Guck mal, du Lappen. Da steht Fetwa. Was ist das für eine Quelle? Du Lappen. Ist das Kur'an oder Hadith? Da steht Fetwa. Du Lappen. Du Lappen, alle Lappen. Du weißt nicht mal, was eine Fetwa ist. Du Ampel, Mann. Hier steht Fetwa. Was ist das für eine Quelle? Das ist eine Fetwa. Du Lappen. Weißt du, was Fetwa bedeutet? Du kleiner Lappen. Das ist deine Quelle? Du Lappen. Das ist deine Quelle, du Lappen. Schau mal bitte. Ich bin Vater. Ja, ich bin Kelp. Du kleiner Heuchler. Hey, Leute. Schickt ihm euer ganzes Bürgergeld von mir aus. Du kleiner Heuchler. Du. Du Sohn eines Heuchlers. Du Lügner. Du darfst laut Bibel nicht lügen. Was aus deinem Mund rauskommt, Joker. Was aus deinem Mund rauskommt, Joker. Du Sohn eines kleinen Heuchlers. Joker, pass auf, was aus deinem Mund rauskommt. Du Sohn eines freudigen Heuchlers, du kleiner Lügner, du. Joker. Pass auf, was aus deinem Mund rauskommt. Ich wahrne dich. Pass auf, was aus deinem Mund rauskommt. Du Sohn eines freudigen Heuchlers, du. Pass auf, was du sagst. Du kleiner Lappen. Wo ist die Quelle? Das ist deine Quelle. Eine Fatwa, du Lappen. Schämst du dich nicht zu lügen? Schämst du dich nicht zu lügen? Soll ich dir mal was über Tier-Sex erzählen, was in deiner Bibel steht? Jetzt erzähl ich dir mal über Tier-Sex in deiner Bibel. Wenn du Tier-Sex in der Bibel hast, wenn dich ein Rind stößt, dann muss das Rind getötet werden. Du Lappen. Das steht in deiner Bibel. Und der Besitzer muss auch getötet werden. Erklär mal, warum. Erklär mal, warum laut Bibel, wenn ein Rind dich fickt, getötet werden muss. Jetzt kommt so ein LGBTQ-Klaus. Erzähl mal, warum das Rind getötet werden muss laut Bibel. Joker. Hier. Warum muss ein Rind und dessen Besitzer getötet werden? Das steht in deiner Bibel. Erzähl mal. Joker, kannst du bitte mal nicht schreien? Tu mal bitte einen Gefallen. In Medina. In Medina. Joker, bist du größer als die in Medina? Du bist einfach nur ein Vogel. Leute, könnt ihr bitte aufhören zu beleidigen. Dornrissen macht die Funktion rein, dass sie dann nach und nach reden kann. Der Rest bleibt gestanden. Es steht, dass man getötet werden muss, wenn ein Rind einen stößt. Du und der Besitzer. Warum? Wir haben es doch verstanden. Was willst du denn sagen? Ja, warum? Er soll mal erklären. Erklär mal, warum. Aber Joker, hör mal zu. Hör mal bitte zu. Rede bitte. Schrei bitte. Erklär mal, warum muss das Rind getötet werden und dessen Besitzer? Er ist gestummt. Er weiß das nicht mal. Ähm, Hamdi möchte hoch. Ähm, Hamdi möchte hoch. Er kennt seine Bibel nicht. Warum muss Rind und Besitzer getötet werden laut Bibel? Erzähl mal. Joker, kannst du bitte nicht schreien? Kannst du bitte ruhig sein? Du darfst gar nicht reden laut Bibel. Nein, schmeiß dich sonst runter, Jugge. Halt den Sabbel. Du darfst nicht reden laut Bibel. Halt dich an die Bibel. So. Und jetzt bist du unten, Joker. So funktioniert das hier. Wenn du dich nicht benehmen kannst, bleibst du unten. Hallo Hamdi. So Hamdi, wenn du rumschreist, bist du der Nächste, der fliegt. Hör mal. Ja, ich sag's dir warum. Weil das ist... Wenn du dich nicht... Ja, dann warum ladest du mich ein? Junge. Ja okay, ich unterhalte nur mal. Schrei nicht. Weil die Lüge lügt. Ich rede so, ich bin so alt. Ja, aber bitte. Was soll das? Es tut dir nicht ordentlich weh. Okay? Okay, pass. Weil das Problem... Weil das Problem... Weil die Lügen... In seiner Bibel... Exogesie sogar von den Christen... Dass Adam... Ewa erschaffen vom Penis von Adam. Er muss halt den Penis um zu schwören. Steht in seiner Bibel. Okay? Ein Esel muss umgebracht... Sein Genick... Musst du dein Genick brechen. In seiner Bibel. Was redest du für Blödsinn? Steht dort... Muslim darf mit Tieren? Nein, du Lügner. Steht dort... Es ist verboten und dafür eine Strafe. Tötung und Strafe. Du musst getötet, wenn du das tust. Haben die... Nein, nein, nein. Ja, Madame, Madame. Ich spreche gerade nicht über die Bibel. Ich verstehe nicht, warum du jetzt mit der Bibel bist. Okay, okay. Ja, weil es steht bei ihnen. Trägt mir. Aber Bibel ist nicht unser Thema. Sie ist nicht gegen die Bibel immer. Aber sie ist auch nicht gegen die Bibel. Steht dort. Hör mal leise. Wenn du etwas über die Bibel erzählen möchtest... Steht dort darfst du mit Tieren. Schalom zusammen. Beruhig dich. Beruhig dich an dich. Oh, Käfer, dein Herz ab dich! Deine Frau sitzt bei mir und schämen sich für euch. Punkt, da sind eure Frauen fertig. Hopp, was sagst du zu meinem Namen, ja? Was soll ich dir sagen? Leute, was ist mit dem Lob? Keine Ahnung, und Schiek, du bist die ganze Zeit gestumpt, das merkst du nicht. Das ist schrecklich. Und wenn ich hochkomme, trete gerade durch. Und Schiek, Doktor, du bist die ganze Zeit gestumpt, das merkst du nicht, ne? Leute, können wir bitte zum Thema zurückkommen? Oder ich gehe hier raus und kann sagen, dass wir hier über die Ruden, über den Islam komplett da reingehen? Also meine Frau ist bei mir, nur zur Information, ne? Ich weiß nicht, was ich für Probleme habe. Also ehrlich, Mann. Wie krank diese Menschen sind. Ich wundere, dass mein ADHS gerade nicht so krass getriggert hat. Ich fühle mich immer noch eklig um die Themen, die gegangen sind. Also das ist, also ehrlich, jeder hat gesehen hier, wie es diese Menschen sind. Also der Hamdis hat sowieso irgendein Problem. Er soll dringend Medikamente nehmen. Also ehrlich, so etwas hier zu schreien. Mein Gott, Mann. Für hasserfüllte Menschen. Und meine Frau ist bei mir. Darf ich mal meine zwei Sätze endlich zu Ende bringen? Darf ich meine zwei Sätze endlich zu Ende bringen? Immerhin sind die Wege mir hochgekommen, oder? Leute, einer redet. Einer redet. Ey, der letzte redet ab, bist du. Geh runter, ey. Also lass mich kurz antworten. Man soll dich runterkicken, schnell runterkicken. Ihr seid wegen mir hochgekommen, darf ich kurz antworten? Ihr heult so sind. Du heult auch, Mann. Das ist kein Problem. Ich hab dich extra hochgeholt, und dann nimm dich auf, okay? Ey, darf ich mal endlich meine... Darf ich mal endlich reden? Oder die ganze Zeit über mich wegreden? Wir sind doch nur wegen mir hochgekommen. 300 Mal hab ich dich widerlegt. 300 Mal. Du hast null widerlegt, wen hast du widerlegt? Genau, ich hab dich widerlegt. 300 Mal. Wen hast du widerlegt? Wen hast du widerlegt? Ich hab dich zusammen mit deinem Freund 2 in 1 zusammen in Mühe gespielt. So ganz leicht. Du kickt der King raus, Islam. Der kick ihn raus. Darf ich mal bitte hier zu Ende reden? Ey, du machst Filme. Ganz ehrlich, ich hab langsam keinen Bock mehr frei. Ich sag ganz offen ehrlich, die sind nur wegen mir hochgekommen. Ich will meine zwei Sätze endlich spüren. Kannst du noch mal zeigen? Ich habe alle meine Quellen gebracht. Ihr habt alle die Quellen gesehen. Sei mal leise bitte, wenn ich spreng, endlich meine Güte. Mach die Quelle auf, wenn du ein Mann bist. Mach die Quelle jetzt hier auf, Groß. Wenn du ein Mann bist. Wie oft soll ich noch aufmachen? Hast du Tomaten auf deine Augen oder was? Übersetz das Wort mit Wort. Bitte. Ich bitte dich. Wort mit Wort. Jammer. Jammer. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Ich frage mich echt, was stimmt nicht mit diesen Leuten? Guck mal, ich bin seit halb einer Stunde hier drin. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist das Problem. Ey, Moritz. Ruf mich bitte, wenn dieser Kindergarten zu Ende ist. Das hätte ich nicht erwartet, dass Doros sein Kindergarten ist. Warte mal, ich kann nicht mal zwei Sätze sprechen. Ich kann nicht mal zwei Sätze sprechen. Ja, Schick. Schau mal, wenn so Leute hochkommen, die da einfach nur zusammenbrüllen oder so. Ich meine, es ist ein emotionales Thema. Aber gar nichts zusammenbrüllen. Einer nach der Reihe. Moritz, du hast gesehen, die sind wegen mir hochgekommen oder etwa nicht. Ja, also, dann lass mich kurz zwei Minuten oder zwei Sätze sprechen dazu. Das gebührt sich so. Das geziemt sich so. Sind rausgekommen, haben mich von A bis Z beleidigt, weil ihre Dämonen und Diensten natürlich tanzen, wenn ich hier die ganzen Quellen offenlege. Also, jetzt klipp und klar. Wenn das hier so eine Sache werden soll, wie so eine, keine Ahnung, diese Quoten-Joker da. Ganz ehrlich, ein Löwe tut sich nicht mit irgendwelchen Clowns an Freunden. Der Hamdi hat mir in eine Debatte zugegeben, dass sein Prophet besoffen war. Hat mich in eine Debatte eingeladen, wo er komplett gelogen hat, mich rausgeschmissen hat, bevor ich überhaupt mein Argument bringen konnte. Jetzt haben wir hier einen Islam, der behauptet, der hätte mich belegt. Dabei hat er meine Eier belegt. Nicht mehr. Guck mal. Hört auf zu lügen. Ihr seht die ganze Zeit alle Quellen, die ich aufmache. Die ganze Zeit. Hört auf, dauernd alles niederzureden. Ich habe hier so viele Quellen, dass ihr da drinnen schwimmen könnt. Okay? Also, hört auf zu lügen. Ihr seht hier alles, was ich habe. Okay? Ich habe alles. Von A bis Z. Von A bis Zink, wie man so schön sagt. Macht mit mir. Oh, endlich bin ich mal dran. Danke, dass du diese Funktion eingestellt hast. Ich bin echt froh drum. Ich glaube, ich genieße gerade nur kurze Ruhe. Ich bin diese paar Sekunden still und lasst euch die Ruhe genießen. Das tue ich euch mal als Wiedergutmachen für mein ADHS an. Ja, also die Zeit schon. Also, sorry. Also, wir würden die Diskussion dann gerne weiter machen. Also, auf jeden Fall, diese Diskussion gerade, das war echt ein bisschen heftig. Klar, Emotionen kochen hoch. Jeder fühlt es anders. Jeder, wenn wieder derjenige denkt, ach, wirkt mir nicht. Der andere fühlt sich persönlich angegriffen. Und dann haben wir ja gesehen, was dann halt passieren kann, wenn jemand zum Beispiel was falsch auffasst oder sich persönlich, ja, quasi beleidigt gefühlt hat. Und sowas passiert auch täglich auf den Straßen, ohne dieser Abstand mit den Handys in der Hand. Kurzer Prozess an Dr. Scheich Lügner. Lesen wir Koran, Vers 23, 5-7. Und ihre Schamteile bewahren außer gegenüber ihren Gattinnen von denen, die von Rechts wegen besitzen. Denn dazu sind sie nicht zu taten diejenigen, aber die daraus hinaus etwas begehend sind, Übertreter. Heißt, ihn konnte auch lesen in Sura 70, 29-31, Tefessir. Die Verse erklären alle sexuellen Interaktionen zwischen allen Dingen außer zwischen Männern als verboten. Du kleiner Lügner. Machen wir weiter. Zura 7, Vers 33. Sprich, mein Herr hat nur Schändlichkeiten verboten. Seien sie offenkundig und verborgen. Lesen wir weiter. Von El-Fafarish. In Schändlichkeiten. Wurde hier in Schändlichkeiten übersetzt. Und komplett rechtswidriger Geschlechtsverkehr zwischen Tieren wurde komplett verboten. Du kleiner Lügner. Warum lügst du so viel? Warum lügst du eigentlich so viel mit irgendwelchen Fatwa? Wo ist die Hutja zu der Fatwa? Wo ist deine Fatwa, Arne? Du bist so ein Lügner. Ja, das ist geisteskrank, ja. Arne, wie kann man so viel lügen? Moritz, du kannst reden. Ich wollte gerade auch dieselbe Quelle bringen, ich habe das auch vor mir stehen. Aber Dr. Sheik, bitte dein Gott, dein allmächtiger Gott, der hat einfach Windeln getragen. Und du sagst hier, wir haben Satane und so. Bitte. Pass auf, was du sagst. Deine nächste Liebe sollst du behalten. Laut deiner Bibel. Und bitte, bitte. Du bist der größte Heulsurte hier auf TikTok. Der größte, der größte. Du sagst, haben die und so haben dich nicht auseinandergenommen. Ich habe dich genau letztens auseinandergenommen, wo du mit der Issa Sache kamst, angeblich da sollte ich stehen, der ist gestorben. Und wir haben die Quelle nochmal wiederholt. Du hast aus deinem Islam, hast an Webseiten irgendwelche Texte rausgenommen, wo du verändert wurden. Und hast gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das stimmt so, der wurde getötet. Und ich habe gesagt, der wurde hervorgerufen. Und du, auf jeden Fall, bitte rede nicht über Islam schlecht, deine 99% der Quellen sind falsch. Allahumma amin. Ja, also erst einmal Gottes Segen euch und eure Familie. Also ich weiß nicht, was Hamdi für Probleme hat. Oder dieser Islam ist die Wahrheit. Mehrfach habe ich auseinandergenommen. Aber es geht nicht um das. Also ich finde es sehr krass, dass man reinkommt und er schreit. Sofort trete er durch und schreit über meine Frau. Also meiner Frau, geht es gut? Gott ist bei mir. Also ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Und wenn ihr um eine Ex-Frau geht, kümmert euch um eure Frauen. Weißt du mal? Kümmert euch Hamdi, geht nach Hause, schaut, wo deine Frau ist Hamdi. Und eben, also Gottes Segen euch alle. Also ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Und der Islam ist die Wahrheit. Du bist ein kleines Kind. Wie alt darfst du überhaupt das sein, Mann? Du bist vielleicht 14 oder so. Geh deine Religion lernen, ey. Was machst du hier? Du wurdest tausendmal auseinandergenommen, ey. Tausendfach. Du lügst nur wie alle anderen hier. Hamdi, Joker, alle täuschen wie Allah. Ich grüße euch erstmal an diesem hier Schiat Abu Bakr, der Herz von Khalid, seine Blogseite. Und ich hatte damals vor zwei Jahren, ne vor vier Jahren sogar eine Debatte gehabt. Genau dasselbe Thema. Und er hat selber zugegeben, dass es eine Widersprüchlichkeit gibt. Gebt einfach ein auf YouTube. Ilja versus Khalid. Ja. Dann werdet ihr das sehen, dass er selber zugegeben hat. Ich habe ihm das bewiesen, das was der Doktor mit Scheich. Ich kenne diese Quellen. Ich habe diese Quellen. Das habe ich schon vor vier Jahren eingeblendet gehabt. Und wir haben uns auch die Erklärung von Imam al-Kurtubi, von Ebene Abbas gehabt. Und die bestätigen das. Ja. Und deswegen hat er am Ende zugegeben, ja, ich weiß jetzt nicht. Es scheint mir ein bisschen komischer sein, sagt er. So führt man eine Debatte. Du bist ein Schier und benutzt sunnitische Quellen. Von Khalid seine Seite. Du peinlicher. Meinst du wir kennen nicht seine Auslegung? Zeig uns mal nochmal die Quelle ganz oben. Khalid steht da. Zeig mal. Ich wollte von Ihnen sagen, dass ich hier bin. Was heißt denn Schiha, du Djiahil? Was heißt Schiha? Nochmal die Schiha. Nochmal, nochmal Show. Er benutzt Quellen von irgendwelchen Blogern. Ey, zeig uns mal, er benutzt Quellen von irgendwelchen Blogern. Ey, Elijan. Er benutzt Quellen von irgendwelchen Blogern. Zeig uns mal, bitte. Zeig uns mal die Quelle. Elijan, was heißt Schiha? Zeig uns mal die Seite. Elijan, was heißt Schiha? Zeig uns mal die Quellen bitte noch mal. Zeig uns die Seite, Schiha. Zeig die Seite. Zeig uns die Seite noch einmal. Ich mach, ich mach, ich mach. Zeig die Seite. Ich zeig die Seite. Verwirrte deinen Blogger. Ich mach, ok, ok. Sahi, blokat, mach mal die neuebitat. Ok, darfst reden? Was heißt Schiha? Sahi, blokat? Elijan, was heißt Schiha? Elijan, was heißt Schiha? Elijan, was heißt Schiha? Ist die Sahi-Blogger-Seite? Du Djiahil. Du Djiahil, Elijan. Du Djiahil. Er bringt die Seite von mir. Er bringt die Seite von mir wegen Blauern. Gehen wir zurück, bitte. Gehen wir zurück. Gehen wir zum Thema zurück. Schiatt, Thema nicht wechselnd, Schiatt. Keine Ahnung, Schiatt. Ganz kurz, bitte. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Mach deine Kamera an. Was heißt Schiatt, Elia? Elia, was heißt Schiatt? Mach die Kamera an und zeig die Quelle. Ich mach die Kamera an. Ich mach die Kamera an. Ich mach die Kamera an. Mach die Kamera an, zeig die Quelle. Was heißt Schiatt, Elia? Mach die Kamera an und zeig die Quelle. Los, ich mach die Kamera an. Ich mach die Kamera an. Hallo, ich mach die Kamera an. Marad, Marad, Marad. Schnell, schnell. Marad, Marad. Geht raus, er ist ein kleines Kind. Ich will nicht mal aufzeigen aus der Wahrheit. Schmeiß es, glaube ich, die Wahrheit raus. Ey, die ist nicht einmal 18. Zeige schnell. Ey, er tut gerade Lügen. Er soll mich schnell anmachen. Er soll schnell anmachen. Das heißt, er hat mich doch hochgenommen. Mach die Seite an. Mach die Seite an. Ich mach doch die Seite auf. Ja, dann mach endlich, man. Seit 10 Minuten, du tust... Darf ich reden? Du sprichst zu manipulieren. Mach auf. Nicht zu reden. Mach die Seite auf. Darf ich reden? Hallo, darf ich reden? Mach die Seite auf, du Heuchler. Warum lässt du mich nicht reden? Mach die Seite auf, du Heuchler. Elia, komm, rück nicht googeln, Elia. Der sucht gerade neue Quelle. Mach schnell die Seite auf, du Heuchler. Elia, komm, rück nicht googeln, was Fiat heißt. Jetzt haben diese Quelle euch alle auseinandergenommen. Er sucht gerade Seite, ey. Er hat euch auseinandergenommen. Er hat euch auseinandergenommen. Trotzdem. Elia, komm, rück. Rück. Schmeiß, schmeiß, Islam ist die Wahrheit, raus. Er ist nicht, doch. Zehn. Ich hab wieder loker, du alter. Elia, eine Frage, was ist der Islam ist der Reich? Moritz, schmeiß mich. Elia, was heißt Fiat? Schmeiß, er ist nicht 18. Elia, was heißt Schiatt? Elia, ich warte. Ich bitte nicht, dass du mir jetzt zeigst. Mach endlich die Seite auf. Elia, was wartest du? Zeig deine Quelle. Das will ich erst klären. Zeig deine Quelle los, ich schau die Seite. Ich kenn die auch, komm, zeig. Mach die Kamera auf. Islam ist die Wahrheit, ich nicht 18. Bitt ihn rauswerfen. Ich bin 22 Jahre alt. Elia, nennt mich Schiatt. Moritz, er macht die Kamera nicht auf, weil er lügt. Moritz, er macht die Kamera nicht auf, weil er lügt. Was, ich guck mal, wie lange er hat, ich gebe dir die Möglichkeit, ne? Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du die Kamera aufmachen kannst. Ich gebe dir die Möglichkeit. Ich habe eine Frage an der, Luca. Oder Elia, egal. Er macht die Kamera nicht auf. Lack, rede nicht, du der Hill. Mit dir redet doch keiner. Mach die Kamera auf, Mann, seit 10 Minuten. Bitt, oder was? Schiatt. Hast du Angst? Mach 10 Minuten, mach auf jetzt. 2 Minuten auf der Nahe genommen, bitte. Hör auf, schieb mir hin. Mach auf hier. Nicht, wir haben mehr das ESA eingeben, mein Lüge. Ich habe dich gefragt. Mach die Seite von Mussol mit auf, ihr. Hab keine Angst. Komm, wir nehmen dich nur ein bisschen auseinander. Mach die Sura. Okay, alles gut. Ich gebe dir zu kein Problem. Jetzt mach die Seite auf. Wir nehmen dich nur ein bisschen auseinander. Hey, mach auf. Okay, das ist so ein bisschen. Mach auf, hey, mach auf, mach auf. Mach auf, wir haben die geschickt. Mach auf, dein Freund, sag mach auf. Ich habe gesagt, guck mal ganz kurz, ich habe gesagt, ich mach die Kamera an. Ich habe noch eine Frage an Elia gehabt. Du hast vorhin Eier gehabt. Jetzt komm, Eier hoch, Eier, komm. Elia, was heißt Schiatt? Ich komm mal, ich zeig die Kamera auf. Zeig die Quelle. Elia, was heißt Schiatt? Zeig die Quelle. Schiatt, du wartet, wartet mal kurz, wartet mal kurz. Also Schiatt, du hast jetzt die Möglichkeit, du hast eine Behauptung. Elia, warte mal als Gesprächspartner ernst. Er ist seit 5 Minuten da, er zeigt mir, weil er Angst hat. Geh mal auf. Ruhst dich, Soros, gib ihm 2 Minuten ab jetzt, weil er häugelt hier, zeig keine Quellen. Was beleidigst du jetzt? Was, kleine Kind, geh raus, du bist nicht am 18. Moritz, 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 Moritz. Moritz, 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 die beschweren sich über meine Quellen. Die beschweren sich über meine Quellen und bringen selber Fake Quellen. Zeig nicht. Zeig nicht. Zeig nicht. Da, hier, warte, ich zeig euch, wie ich jemandem zerfetzt habe. Hier. Is this camera on? Yeah, we're live. Oh, oh, no, I ain't see nothing. No, I ain't see nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye and 43% blind in my right eye. I don't see much of nothing. Matter of fact, I can't even see you, sir. Ich verstehe gar nicht, wieso er auch sein, über den Wald, da im Himmel, da drauf eingehen soll, wenn der Vers es nicht mal sagt. Hier sagt es bereits im Englischen upon the water, upon the water. Hier sagt es auf dem Deutschen, war auf dem Wasser, auf dem Wasser. Er ist rausgegangen, er ist rausgegangen, deswegen ansonsten wäre jetzt dran gewesen. Alles klar, guck mal, er behauptet, dass ich nicht mal weiß, was ein Shi'at bedeutet. Gib mal bitte im Google sein Name bitte ein. Gib mal genau 1 zu 1 Shi'at ein, dann werdet ihr sehen, dass Shi'at damit gemeint sind. Und das, sein Name ist schon eine Widersprüchlichkeit in sich selber. Er gibt Shi'at Abu Bakr ein, obwohl die Shi'aten gegen Abu Bakr sind. Erstmal, das ist schon mal peinlich für dich. Zweitens, du hast Khalid Ibn Walid, also Khalid, seine Seite ist eine Blogseite. Er hat die gleichen Quellen verwendet. Vor 4 Jahren hatten wir dasselbe Debatte gehabt. Und der hat am Ende zugegeben, dass er darauf keine Antwort hat. Und das ist Punkt aus. Warum hat er da keine Antwort? Weil es Widersprüchlichkeit hervorhebt. Weil es gibt Hadithen, was der Sheikh das eingebrennt hat. Und die sind Sahih. Das wurden von mehreren Gelehrten, eure Gelehrten bestätigt. Und das sind Widersprüchlichkeit. Ich danke dir, dass du dein Islam in weniger als eine Minute zerstört. Ich danke dir. Ich danke dir. So, Gottes Segen um alle, die neu dazu gekommen sind. Wir sehen, wie die Muslime schnell wegrennen, wenn es darum geht, die Quellen zu zeigen. Hamdi wegrennt, Joker wegrennt, diese Typen, die da wegrennt. Und jetzt rennt diese islamische Wahrheit auch noch weg. Weil er hat Angst, er ist ja jetzt ganz alleine. Er sagt, ich bin alleine, hilf mir. Und er ist wahrscheinlich nicht mal 18. Eigentlich sollte man ihn wegkicken. Weil die können nur sagen, wir haben euch zerstört, wir haben euch zerstört. Wir sehen hier, alle rennen weg. Joker, Hamdi, diese Typen, die da waren. Jetzt rennt diese islamische Wahrheit auch noch weg. Weil wenn es hart auf hart kommt, sie können rauskicken, lügen, betrügen, täuschen. Wie jede angebliche Konvertierung bei diesen Leuten ein reines Täuschung ist. Niemand dort ist richtig konvertiert. Und wenn, sind die Jahils keine Ahnung vom Christentum. Assalamu alaikum erstmal. Jahil hier, Jahil da. Du, Vidaloka, du bist der größte Drama-Maker. Du bist der letzte, der reden darf. Du sagst, ich bin ein Junge. Obwohl du selber alt bist. Aber ist kein Problem. Aber bitte. Das Ding ist, ich fordere dich, genau dich wieder locker zu einer Debatte raus. Genau dich. Nimm das an. Wenn du ein Mann bist, nimm das an. Wir reden über deine Bibel. Was deine Bibel so hier alles sagt. Und ich bitte dich, nimm einfach die Debatte an. Und ich werde jetzt auch hier die Quelle sagen. Mach mal, das war die Koran. Achso. Wir haben gesehen. Ich bin seine Freunde angerufen. Geh schnell da raus. Ich hab dir doch die Quelle gefordert. 733. Hey, bitte. M-Walid. 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 Und er war dort mit seinem Freund Islam verstanden. Ich hab beide Islam verstanden gemacht. Dann sind die beide weggerannt. Und jetzt erzählt er, dass er mich zerstört hat. Hey, bitte. Wenn du komm. Ich fordere dich genau für eine Debatte raus. Genau dich. Dannach ist er gekommen. Dannach ist er gekommen. Dannach ist er gekommen. Dannach ist er gekommen. Bruder, Bruder. Warte kurz. Warte kurz. Warte. 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 Danach ist er gekommen wie ein Fan. Und hat um eine Debatte gebeten. Ich hab gesagt, bring mir deinen Lehrer. Wer bist du denn? Ich? Ich hab... Hä? Was laberst du? Ich bin heute für Rechmarie. Bring mir dein Lehrer. Der muss zu jemandem, das Mohammed besoffen war. Bring mir dein Lehrer. Bring mir dein Lehrer. Bring mir dein Lehrer. Der muss zu jemandem, das Mohammed besoffen war. Bring mir dein Lehrer. Dein Bibel erlaubt dir zu lügen. So. Ich nehme dich gleich wieder hoch. Wir brauchen einen Gleitsgewicht-Check. Wir kommen gleich auf. Guck mal, Vidalog. Ich hab meine Brüder gerufen. Ich hab niemanden bis jetzt gerufen. Oh, du verstehst. Vidalog. Jetzt. Wir können hier eine Stunde. Gib mir eine schöne Zeit ein. Oh, Herr Alfon. Herr Alfon. Jetzt kommt Xenat. Xenat hat meine Ahnung. Geh runter, ey. Jemand soll rein kommen, die Wissen hat. Xenat hat Wissen. Du hast gar kein Wissen, Mann. Geh runter wieder, ey. Blamiere dich nicht hier. Mitläufer hier vor. Drei andere, die mitläufer hier vor. Drei andere, die mitläufer. Wo hast du Kommentare ausgemacht? Leute. Aber wieso wieder locker deine Bibel, ne? Die sagt einfach, man soll die Städte verbrennen. Die Menschen, die ihm da. Mohammed hat auch das gesagt. Die Städte. Die Städte. Die Städte. Die Städte. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich hab Ahnung. Ich fordere dich zu einer Debatte raus. Wenn du das annimmst, dann probier. Mohammed. Jetzt nimm mal klein hoch. Jetzt lass mal erst mal so. Nicht so viele hoch. Nein, nein, lass mal jetzt genau so. Oh, Moment. Familie. Beleidige weiter. Meine Frau kann mir leid tun. Du alt bist alt kannst. Deine Frau kann dir leid tun. Du hast nicht einmal eine, Mann. Was laberst du? Was ist das für ein Buch, dass ihr euch jetzt hier alle beleidigt? Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Warum beleidigt ihr euch alle jetzt gerade? Ja, guck mal, wo seine nächste Liebe ist. Nein, Islam. Du, ich weiß gar nicht, ob du 18 bist. Du hast hier gar nichts Geld. Ich bin 22. Ja, 22. Nee, 22 im Kopf bist du ganz bestimmt. Du bist bei 16. Du bist im Städte. Ich bin jung. Was soll ich machen, wenn ihr alt seid? Also jetzt nicht gegen dich. Ich spreche mit Senat. Du hast keine Ahnung. Shalom, Senat. Sag mir bitte, was in Ruhr, 10, 11 steht. Kannst du dir das sagen, bitte? Geh raus, Mann. Geh raus, Mann. Geh raus. Hä, warum? Warum? Ich weiß nicht, was da steht. Wie mit Senat sprechen. Du hast kein Wissen. Du hast keine Wissen. Natürlich hab Wissen. Hey, komm, Mann. Du bist ein Mann. Ich bin doch 22. Warum hast du Angst? Ich bin doch 22. Ich spreche mit der Frau von Andres. Wir wollen ja nicht über das Thema rumreden, sondern wir wollen über das Thema an sich reden. Und ich würde jetzt gerne unter anderem über die Legitimation der Hamas für ihren Krieg sprechen. Weil das Problem ist halt, die Hamas selber leitet ihren Anspruch daraus, dass sie gegen Israel kämpft, aus dem politischen Islam, beziehungsweise aus Koran und Sunnah ab. Und das ist nämlich der Hauptgrund. Und da würde ich gerne jetzt mit euch drüber reden. Darf ich kurz anfangen? Ja, bitte. Warum kickt ihr denn Islam ist die Wahrheit runter? Warum kickt ihr den runter? Ich will ein bisschen dem Klima kritisieren. Es gehört sich nicht, dass man wirklich hochkommt und einfach anfängt zu schreien. Weil das ist auch nicht so. Das ist ganz schlecht. Versteht man mich jetzt? Ein bisschen besser, ja. Ich meine, es gehört sich nicht, dass auch Muslime oben kommen und anfangen zu beleidigen und schreien, weil der Prophet selber sagte, der Beste von euch ist derjenige, der gutes Benehmen hat. Deswegen würde ich sagen, nicht alle Muslime sind so. Wirklich nicht alle sollten in einen Topf werfen. Ich finde es auch schade. Wirklich. Weil Allah sagt selber im Koran, debattiert mit einer guten Art und Weise. Das finde ich ein bisschen auch. Beide Seiten ein bisschen schwach. Wie zum Beispiel der Dr. Schick, der provoziert auch gerne. Und wenn man sieht, dass er provoziert, sollte man den auch ein bisschen stummen. Weil zwei Leute, die sich nicht verstehen, da muss sich einer beruhigen. Wenn beide schreien, dann gibt es noch mehr Streit. Genau. Und das Zweite ist zu den Hamas und so. Ich bin eigentlich kein Fan. Ich rede nicht gerne so über Israel und über die Palästina und so weiter und so fort. Jetzt meine Frage ist so. Was wäre jetzt mal eine Frage an Moritz. Was wäre, wenn die Hamas sich tatsächlich in Israel verstecken? Und die Israeliten bekommen das mit. What about ism? What about ism? Das ist ganz einfach. What about ism? Meine Frage ist so. Wenn jetzt die Israeliten wissen, okay, die Hamas sind in Tel Aviv. Würden die genau so von oben einfach so Bombe runterlassen, ganze Stadt zerstören? Oder gezielt diese Leute suchen? Jawohl, soll ich denn das wissen? Bin ich die israelische Militärführung? Wäge ich die Entscheidung von der Militärführung ab? Nein. Ich kann mich nur auf die Fakten berufen, die sind, was verlässlich ist, weil mit den ganzen Spekulationen oder so. Damit habe ich nichts am Hut. Und wieso machen die das bei den Muslimen? Ich habe einfach Verloben. Einfach Verloben. Ich muss hier kurz schneiden und nicht vorsichtig. Ich muss das jetzt tun. Weil es sind jetzt ein paar Sachen gefallen, die einfach nicht stimmen, die über meine Person herumfliegen. Das kann ich nicht zulassen. Das geht nämlich um meinen Ruf und ich verteidige meinen Ruf mit allem, was ich habe. Hier wurden ein paar Sachen gesagt, die einfach nicht hierher gehören, die einfach nur wieder gelogen sind. Vorhin, bevor ich mit dem anderen diskutiert habe, habe ich dir schon gesagt, welche meine Voraussetzungen sind, dass ich mit jemandem diskutiere, dass er ehrlich ist. Jetzt haben wir mit Senat wieder jemanden, mit dem ich diskutiert habe, der ein Video über mich spürt in die Stadt. Darf ich mal kurz bitte ausreden, ohne dass jedes Mal reingesprochen wird? Danke. Jetzt haben wir mit Senat jemanden, der ein Video über mich hochgeladen hat, in dem er mich lächerlich macht, in dem ich angeblich die Suraal Verlag nicht sprechen kann. Also ich kann sie nicht rezitieren. Erstens, welchen Sinn hat das? Wenn ich es nicht rezitieren kann, dann kann ich es halt nicht. Eins, zwei, ich habe das extra Fall gemacht. Drei, Senat war mit mir zusammen. Nein, bitte warte kurz. Bitte warte kurz. Nein, nein, er war gerade dran und du redest auch die ganze Zeit. Du redest seit einer Stunde ohne Unterbrochen. Ich habe den Stream aufgenommen. Senat, hör auf. Senat, hör auf, weil ich habe den Stream aufgenommen. Drei, Senat hat mit mir einen Stream gemacht. Wenn ich das bei uns schaffe, dann fliegt die gleich beide runter. Wenn ihr nicht vernünftig reden könnt, fliegt die beide runter. Und meine zwei Sätze dauert noch eine Minute. Wenn keiner dazwischen redet, brauche ich nur eine Minute. Also. Was ist jetzt passiert? Ja, ey, du willst reden. Wir warten die ganze Zeit, du trotzst noch reden. Hörst du mich? Alle hören dich. Hört ihr mich? Das ist komisch, weil bei mir zeigt das andere irgendwie schwarze Bild. Aber wenn ihr mich hört, okay. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, Bruder. Wir hören dich, sonst geht rum. Guck mal, wir brauchen nur eine Minute, nicht mehr. Drei ist, wir haben gemeinsam wie ein Mann gesagt, er ist bei mir ins Stream reingekommen. Ich habe es nochmal gesagt, ohne Fehler. Daraufhin haben wir sogar nochmal eine Wette gemacht. Wer die Suda al-Fatia schneller macht, hat er auch verloren. Er hat trotzdem nicht hochgeladen und hat hinterher noch Lügen über mich verbreitet. Ich will damit nur eins sagen. Das sind die Methoden, mit denen die arbeiten. Jetzt haben wir unten einen KalimaTV in den Kommentaren, der schon einige Male bei mir im Stream war, wo ich gesagt habe, Kalima, komm, komm hoch. Ich will dich nicht provozieren. Und da hat gerade jemand gesagt, dass der Sheikh ja gerne provoziert. Jesus, Maria, Josef, mit was provoziere ich? Indem ich dir deine Quellen zeige? Heul dich rum, wenn ich dir deine Quellen zeige. Was wir provozieren. Jetzt provoziierst du mich, weil du sagst, ich provoziere. Du provozierst gerade mich. Ich bin jetzt einfach nur deine Quellen und du heulst rum. Was kann ich dafür? Punkt. Okay, das war jetzt eine Minute. Ja, das war eine Minute. Ich tu niemanden provozieren. Ihr heult nur rum, weil ich eure Quellen zitiere. Punkt. Okay, guck mal. Wir haben jetzt 291 Zuschauer. Jeder von euch muss hier unten. Seid ihr bereit, mit mir eine Debatte zu führen auf YouTube eins gegen eins mit festen Regeln? Wer sich traut? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, Elia. Wer sich traut? Wer sich traut? Eins gegen eins. Ich bin dabei. Wer? Ich bin auch da. Mal sehen, was passiert. Ich bin dabei. Wer spricht da gerade? Wer? Ich im Kusama. Ich im Kusama. Alles klar. Möchtest du eins gegen eins mit mir führen? Können wir machen, aber Elia unter der Bedingung. Am Samstag. Okay? Jetzt diesen Samstag auf YouTube. Ja, ganz kurz. Darf ich bitte ausreden? Jetzt kommt ihn noch jemand anderes hoch. Du hast jetzt Stellung bezogen. Ja, darf ich bitte ausreden, Elia? Ja, hier 301 Zuschauer. Elia, darf ich jetzt bitte ausreden? Dankeschön. Unter der Bedingung. Oh, Elia, Digga, du bist immer noch so anstrengend, Digga. Immer wieder. Guck mal. Unter der Bedingung, dass du nicht die Heucheleien wie damals anwendest, dass du dann jemanden stummst, kickst oder beendest oder abhaust, wenn du nicht mehr weiter weißt. Was? Richtig, Elia. Ich kenn dich nicht seit gestern, Elia. Alles klar. Von wem bin ich? Elia, ich kenn dich nicht seit gestern. Ich kenn dich schon vom Clubhaus aus. Zeig mein Video. Okay, zeig mein Video. Da hast du mir sogar schon gedroht gehabt, dass du vorbeikommen möchtest und bist nicht gekommen. Ach du, du kleine Monafik bist das. Warte mal, warte mal. Wie bitte? Wie bitte? Du kleine Monafik, hör mir bitte genau zu. Wer bin ich denn? Du bist derjenige gewesen, der meine tote Mutter beleidigt hat. Kannst du noch reden? Nein, das bin ich eben nicht gewesen. Du bist dieser Typ aus Hannover. Natürlich. Du hast 100 Leuten gedroht. Du hast nicht nur mir gedroht. Nein, 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 nein. Du bist derjenige gewesen, der meine tote Mutter beleidigt hat. Dann packen wir die Chats aus. Packen wir die Chats aus. Packen wir die Chats aus. Packen wir die Chats aus und holen wir fest in mir rein. Schalt die mal bitte stumm. Schalt die mal bitte stumm. Ich geh von selbst stumm. Kein Problem. Ich habe noch Aufnahmen. Ich habe nur zitiert. Du bist hochgekommen und hast du mir gesagt, du Hurensohn. Du kleine Worte, ja? Du bist doch derjenige, ja ich komme aus Hannover, kommt da noch Hannover und so weiter. Ich habe nur die Quellen einfach aufgezeigt. Ich von euch kam nur Beleidigungen. Ganz kurz, was ist das eigentlich für eine Gesprächskultur? Immer ich komme dahin, komme dahin. Sag mal, sind wir im Kindergarten? Sag mal, habt ihr nichts zu tun? Sag das doch dem Elia. Er hat mir doch gedroht. Er hat mir doch gedroht. Schämst du dich nicht, dass du sowas sagst über seine Mutter? Bitte? Schämst du dich nicht? Ich sage es dir noch einmal. Er hat hunderten Leuten gedroht. Schämst du dich nicht? Also ganz ehrlich, ich kenne Elia und Elia droht nicht einfach irgendwelchen Leuten ohne Grund. Entweder wurde er beleidigt oder selbst bedroht. Von sich aus droht er niemand. Das war, weil ich ihn gezwigert habe. Aber warte mal, du Großmaul. Willst du eins gegen eins? Du Großmaul, du Lügner. Willst du eins gegen eins? Du bist ein Lügner. Ja, dann komm. Dann komm. Lass ihn oben. Lass ihn oben. Lass ihn oben. Dann stell dir eine Debatte. Wann möchtest du? Sag. Machen wir am Samstag unter der Bedingung, dass du nicht abhaust. Ich hau nicht ab. Guck mal, wir haben 320 Schuhe. Bitte nehmt das einer auf. Ja, bitte nehmt das einer auf. Samstag um 20 Uhr. Am Samstag geht ja, ne? 20 Uhr auf YouTube-Kanal. Ich sende dir den Link. Und dann gehen wir eins gegen eins. Und dann sehen wir, wer am Ende wegrennt wird. Ich bin von niemandem gekommen. Ich hab euch alle zerlegt. Ja, Elia. Boah, ja, Elia. Du krasser Debateur. Wenn du mich jetzt zerlegst, am Samstag sehen wir, okay? Am Samstag sehen wir, wer abhauen wir. Du oder ich? Elia, guck mal. Du hast gar kein Wissen. Du redest aus deinem Internet raus. Wir machen das am Samstag und fertig. Du oder nicht? Okay, steht das jetzt oder nicht? Samstag um 20 Uhr. Aber warum sagst du, er redet aus dem Internet raus? Wir reden alle aus dem Internet raus. Wir sind auf einer Internet-Plattform. Wir reden auf dem Internet. Wir müssen zum Arsch heraus und aus dem Internet quälen. Mehr nicht. Guck mal, Elia. Am Samstag machen wir das. Guck mal, ich geh jetzt auch gar nicht weiter darauf ein. Du hast ja gesagt, das Angebot steht. Samstag fang mal, ne? Ja. Guck mal, ich folg dir jetzt sogar. Ich folg dir jetzt sogar. Und ich erwarte von dir am Samstag, ohne dass ich dich erinnern muss. Punkt 20 Uhr den Link. Send ich dir. Okay. Ohne dass ich dich erinnern muss dran, ne? 20 Uhr. YouTube. Er ist auf YouTube. Geh einfach dort Ding. Nicht, dass du nachher sagst, ich habe den Link nicht bekommen. Geh einfach dort Ding. YouTube. Fertig. Schlimmer drückt, Mutter, Vater, Kind. Wir haben die Munde hier. Und dann wenn wir unsere Munde aufmachen. Ich habe beleidigt. Ich wollte kämpfen. Und Papa habe gerufen. Wie viele Mal habe ich hier schon erlebt? Gedroht. Mord. Alles mögliche. Mutter, Vater, Frau, Kind. Alles. Die ganze Familie beleidigen. Wir machen einmal den Mund auf. Nehmen die auf. Und sagen, schau mal, wie die Christen sind. Herr Aufmann so zu tun, dass man da gerufen hätte. Guck mal, wieder kratz ich mir keine Kante ans Bein. Das hat er nämlich gemacht. Er hat hier genug geschickt. 20 Uhr werde ich dich zermalmen. Okay? Oh, ja. Und dann sehen wir, wer abkommt. Du oder ich. Bitte nicht, Ilja. Du krasser Debateur. Um 20 Uhr. Wenn du nicht kommst, ich nehme auf. Live-Aufnahme. Ich gehe auf TikTok. Und ich sende ihm den Link. Wenn du das nicht annimmst, gar kein Problem. Aber das wird deine Vernichtung sein. Ich werde dir den Mund voll stoppen. Das verspreche ich dir. 1 gegen 1. Ich freue mich schon darauf, wie mir der Mund gestopft wird. Dankeschön. So, wir haben einen neuen Gast. Otto kann jetzt auch mal was sagen. Otto hat jetzt die ganze Zeit geduldig gewartet. Ja. Grüß Gott euch allem. Also Leute, ich weiß überhaupt nicht, was das schon seit einem Jahr so Debatte kommen oder sowas. Ich wollte nur, jeder Mensch soll mich jetzt hören. In jeder Mensch seine Gewissheit. Weil ich höre immer wieder, wenn die Christen was sagen über die Muslime und die lesen von dem Heiligen Buch, also von dem Koran. Die lesen vom Koran. Und dann sagen die Leute, warum beleidigst du meine Glaube? Wenn das steht in einem Koran. Und guck mal, wenn ein Muslim etwas vom Bibel lest, dann sagt der Christ, ja okay, da steht ich nach. Warum das so? Aber da lese ich zwei, dreimal. Und da lese ich eine Seite, eine Seite vor, eine Seite nach. Ach so, dass Gott wollte sein Volk nur verteidigen. Da hat gesagt, auch auf Ingervo Sodoma und Gomorra, da sollte also Feuer werden. Und da sind auch die Muslime sofort sagen, aber da waren auch Kinder. Aber Gott hat das gemacht. Und die Kinder sind sofort bei ihm. Also die verstehen das nicht. Wenn Gott Ingervo wollte eine Stadt, also total, also von der Erde nehmen, da sind auch ganz neu. Ich nehme mich sofort wieder hoch, wieder locker. Ich nehme mich sofort wieder hoch, wieder locker. No. Also Leute, ihr müsst das verstehen. Ganz kurz, ich werde mich jetzt verabschieden. 20 Uhr bin ich live und ich werde dir live den Link zeigen. Okay? So, Mahlzeit, ihr. No. Darum, Leute, ich sag euch. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Otto, warte mal kurz. Ilya, 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 der da oben, der jetzt reingekommen ist, mit der Grünen und Antifa-Plagat gesagt, wir sind alles Heuchler. Mahlzeit. Ach du Scheiße. Bruder, ich habe nur gesagt, sei peinlich. Ich habe gar keine Zeit, der Peinliche bist du da. Nee, ihr seid peinlich. Ihr diskutiert hier wegen der Religion, wegen Gott. Ihr wollt ihr streichen. Ihr wollt euch hier einen Streit anfangen, nur wegen Gott. Alles klar, dann sehen wir uns. Ihr versteht das Glauben komplett falsch. Wenigstens, da muss man gar nichts gesagt. Ist die ganze Stille, aber ihr seid die ganze Zeit am Bellen. Sorry, das muss doch raus. Alles klar. Um 20 Uhr, dann lieber Muslim, okay? Ja, ja, deine Jesus kann nicht ganz irgendwo reinschieben. Da verbrennt ich das Bibel mit artistischer Flagge. Ich rede doch gar nicht mit dir. Ja, aber ich verbrenne was in deinem Bibel mit artistischer Flagge. Wer redet mich? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich rede doch mit dem Muslim. Das ist so peinlich, dass ihr euch wegen Religion sprecht. Warte mal, Ilja, Ilja. Du bist peinlich. Sag mal jetzt da oben ganz leise. So, 20 Uhr. Guck mal. 20 Uhr. Der mit der... Ganz kurz, ganz kurz, Ilja, Tamar haben wir verstanden. Ilja, warte mal. Der mit der Homo... Der mit der Homo... Der mit der Homo-Fahne da. Warte mal, ganz kurz, bitte. Der mit der Homo-Fahne da. Der mit der Homo... Ganz kurz, der mit der Homo-Fahne da oben. Was hast du gerade über Jesus gesagt? Ich hab gesagt, Jesus ist peinlich. Halt die Schnauze, du kleines Opfer. Ja, ja, jetzt kommst du noch dazu. Halt dein Maul, du hässlicher Köter, Alter. Hä, warum? Ey, du kriegst schon so strunzen-dumm, wie du auch wirklich bist, Alter. Verpiss dich mal runter, du schwule Affe. Ja, ja, dann wichst ich mich ein auf Gott. Robert, lass ihn oben, lass ihn oben, lass ihn oben. Wieder locker hast du gehört, was über Jesus gesagt hat? Ja, aber genau. Gott segne dich und deine Familie. Okay, ich bin nicht so. Gott segne dich und deine Familie, Mutter deiner Familie. Und dann... Jeder, den du kennst, soll Gott segnen. Aber trotzdem, aber trotzdem, es gibt dir nicht recht, Jesus zu beleidigen. Also, mir stört's nicht, weißt du? Mir stört's nicht, weil schlussendlich, wir denken nicht, sich beugen und du wirst bekennen, dass er Gott ist. Aber was willst du erreichen jetzt hier? Was willst du? Das fuckt mich so ab, dass du streichst wegen Gott. Wie wegen Gott? Warum? Ich dachte, Gott ist Liebe. Ja, dann geh doch raus, Junge. Dann geh doch raus. Es geht um Religionen. Es geht um Religionen und radikale Bestandteile. Das betrifft unsere Gesellschaft. Du verstehst das nicht. Es betrifft direkt unsere Gesellschaft. Aber ich dachte, Gott ist Liebe. Dann geh doch raus, wenn es dir nicht passt. Ja, aber ich dachte, Gott ist Liebe. Nee, was du denkst, ist ein bisschen langer. Dann lass dir das von deinen Antifa-Brüdern erklären. Dann lass dir das von deinen Antifa-Brüdern erklären. Bilde dich mal weiter. Das würde der Antifa im Generellen sehr gut tun. Geh mal raus, Alter. Wie kann man die Grünen wählen, Junge? Wir sprechen hier über Religion. Aber was bist du? Antifascist? Oder was ist das für eine Flagge? Ja, das ist die Flagge, mit der sich jeder den Arsch abwischt. Von zwei Gründen ist das die Schlagge. Von zweiigen kleinen Runden. Ja, oder, Mann. Das war's. Singt mal dein Kreuz. Kick den runter, Mann. Wie bitte? Ja, lass ihn doch runter. Nein, ich geh selber runter. Nein, aber... Ich will schon. Direkt, dass du einen das, was er gesagt hat, nicht geht. Das... Hopp, hopp, hopp. Geh runter, verpiss dich. Genau. Familie, geh wieder runter. Ja, Mann. Du kannst das bis erst, du kannst dich bei ihm einschleimen, aber er scheißt auch auf dich. Ja, Mann. Wir werden wirklich Ehren, Mann. Sehst du, ich rede mit diesem Boss. Das liegt übrigens auch im Iran so. Im Iran hatten wir dieselbe Situation. Da hat auch die Tude-Partei, hat den Ayatollah Rumänien die Macht geholfen. Was ist passiert? Rumänien hat sie aufgehangen. Geh dann. Ciao, ciao. Ich glaube, er ist einfach frustriert, dass die grüne Ampelregierung leider vor ihm aus steht. Junge, da ist der übelste Linke. Das ist... Ja. Ganz kurz bevor wir jetzt anfangen, Leute, ihr habt jetzt... Eben, du darfst jetzt. Eben, du darfst sofort. Eben, du darfst sofort. Leute, ihr habt jetzt gehört, jetzt ist einer von der Antifa hochgekommen, da hört ihr, wie weit ihre Intelligenz reicht, wie weit intelligent diese Menschen sind. Da ist nichts zu holen. Da kannst du geistig und intellektuell kannst du nicht hin. Und Shake, nein, du kommst jetzt nicht hoch. Ich sag das, ich hab die runtergeschmissen. Du hast jetzt anderthalb Stunden Shake-Show gemacht. Irgendwann ist es jetzt auch gut. Jetzt sind auch mal andere Leute dran. Man muss sie durch wechseln. So. Jamal. Ja, bitte. Löwenherz. Immer wenn ich denke, dass die von der Antifa nicht dümmer werden können, werde ich wieder überrascht aufs Neue. Ja, das ist so. Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Auch von Kundgebungen und so weiter, die sind tatsächlich manchmal... Ach so, ich muss aber dieser Antifa wenig Recht geben. Wir sprechen hier über Religion. Wir sollten wirklich nicht beleidigen. Ich meine, weisst du, Mutter, Vater und keiner... Aber er hat beleidigt. Ja, ich weiss, ich weiss. Ich weiss, er hat beleidigt. Ich weiss, er hat beleidigt. Aber... Ja, der hat sich niemand beleidigt. Er hat gerade... Ja, ich weiss. Aber trotzdem, wir haben... Also, ich habe lange gehört. Haben die Mutter... Also, die Frau und die andere erzählt so und die andere so. Wir sollten wirklich aufpassen. Die Leute schauen uns zu. Schauen wir 270 Leute. Wir sprechen über Religion. Und... Eben... Wir sollten wirklich trotzdem aufpassen und überlegen, was wir hier... Und wie wir sprechen. Also, ich bin nicht besser als irgendjemand. Und wie gesagt, ich... Es gilt auch für mich. So, ganz kurz. Ich muss mal kurz darauf eingehen. Shake, ich habe dir gesagt, als ich dich vorhin runtergenommen habe... Ich nehme dich jetzt kurz runter. Du hast sehr lange geredet. Keiner hat gegen dein Wissen gesprochen. Und keiner sagt, dass du kein Wissen hast. Nur, es sind Leute, die wollen auch hoch. Wir können nicht anderthalb Stunden einem die Bühne geben, der anderthalb Stunden durchredet. 30 Videos zeigt, was auch vielleicht alles richtig ist. Aber wir müssen auch andere Leute zu Wort kommen. Wenn du das nicht verstehst, dann tut mir das leid. Dann musst du einen eigenen Live aufmachen, wo nur du redest und kein anderer zu Wort kommt. So, weiter. Kickenherz. Kick mich einfach runter, Digga. Kick mich runter, dann hat er Platz. Nein! Du kannst doch oben bleiben. Er war doch die ganze Zeit oben. Hier sind doch genug Leute, mit denen du reden kannst. Guck mal. Nicht, dass es jetzt unnötig Streit wegen so einer Kleinigkeit gibt. Kick mich einfach runter. Es gibt keinen Streit. Es gibt keinen Streit. Ich habe ihm das gesagt. Das habe ich gemacht. Nicht Moritz. Er muss nicht sauer auf Moritz sein. Kann er sauer auf mich sein. Und fertig. Aber so funktioniert keine Diskussion. Wir füllen hier keinen Monolog, dass einer die ganze Zeit... Ja, Streit ist schon. Für ihn vielleicht ist mir egal. Aber wir füllen hier keinen Monolog, dass einer die ganze Zeit redet. Dann sagt er, man soll ihn ausreden lassen. Aber er lässt selber keinen ausreden. Er redet immer dazwischen, wenn einer eine andere Meinung hat. Immer. Weißt du, was mich gerade richtig wundert hat? Weißt du, was mich gerade richtig schockiert, Löwenherz? Bitte. Die ach so tolle, möchtige, linke Antifa, die doch so liberal ist und so weltoffen und so sehr sich für alle einsetzt, kommt hier gerade hoch und beleidigt, ein beleidigt Jesus. Er beleidigt einen Menschen, der nicht nur für zwei Milliarden Christen nur wichtig ist, sondern auch für 1,8 Milliarden Muslime. Er hat gerade die halbe Weltbevölkerung damit beleidigt. Ja, aber der Antifa hat doch Religion so oder so egal. Die Antifa scheißt auf Religion. Die Antifa scheißt auf Religion. Der ist Religion vollkommen egal. Da ist genau die Gefahr bei der Antifa. Auf links und wir sind doch voll die Moral... Für die spielt Religion eine Rolle, wenn es ihrer Sache nutzt. Wenn die Religion beispielsweise irgendwie die armen Muslime und gegen Nazis und so auf die Straße, dann sind die auch auf einmal religiös. Aber sonst ist den Religionen komplett scheißegal. Weißt du, was mich einfach noch... Ja, das weiß ich, dass das nicht noch scheißegal ist. Ich komme ja auch aus der linken Szene. Ich war ja davor Atheist. Ich war ja nicht immer Muslim oder religiös. Du musst dir mal vorstellen, also ganz ehrlich, ich habe dir eine Doppelmoral schon immer bemerkt in dieser Hinsicht. Einer auf, jeder Mensch soll so frei leben, wie er möchte. Wir setzen uns für alle ein, aber beleidigen dann die Moralwerte von einem Menschen. Also ganz ehrlich, wenn ich sage, ich bin religiös und ich glaube, dann glaube ich zu 100 Prozent und dann bin ich überzeugt. Dann ist das mein Lebensweg und meine Einstellung und mein Leben überhaupt. Und wenn er dann kommt und meine Moralwerte beleidigt, also dann verstehe ich nicht, was dieses doppelmoralische Linksgelaber dann soll. Ja, wobei Atheist ja nicht direkt Linke heißt, aber wenn du sagst, du warst in der linken Szene, dann... Nee, ich war allgemein Atheist. Atheistisch war ich, ich habe nicht an Gott geglaubt, gar nicht. Das hat ja keinen Zusammenhang mit der linken Szene. Die linken sind die größten Heuchler. So, ich wünsche euch allen Gottes Segen, euch und eurer Familie gehe herunter. Möge Gott euch segnen und eurer Familie. Shalom. Danke, schönen Abend noch. Tschau. Danke, tschüss. Dass die Linken die größten Flachpfeifen und Heuchler sind, das habe ich schon früh gemerkt. Deswegen habe ich mich auch ganz schnell davon distanziert wieder. Ja. Ja, aber jetzt eine andere Frage. Wie können wir auf einen Nenner kommen, wenn es auch beispielsweise um das Thema Israel und in den Gazastreifen geht, ohne dass Judenhass geschürt wird oder Hass auf Palästinenser? Wie soll man das schaffen? Sag es mir. Sag es mir ganz kurz. Ich sage dir selber, guck mal, ich werde niemals, guck mal, niemals werde ich sagen, Juden so und so, das werde ich nicht machen. Werde ich nicht machen. Warum sollte ich das Judentum an sich angreifen? Mir geht es doch gar nicht um das Judentum oder um den Islam. Das geht hier doch gar nicht mehr darum. Es geht doch schon deutlich weit um etwas anderes. Da brauchen wir uns auch alle nichts vorgaukeln und gegenseitig forscheln. Was geht es denn? Ganz kurz. Ja, aber die haben einen Islam-Hass, aber die haben ja einen Juden-Hass. Das ist Schwachsinn. Da geht es um tausende andere Dinge. Und was geht es denn? Das wird sich schon herausstellen, aber um Religion geht es da längst nicht mehr. Bleib mir doch mal realistisch. Ja, erzähl doch mal. Als ob die israelische Regierung, ja, die israelische Regierung ist bestimmt der Maßstab des Judentums und Gazastreifen ist bestimmt der Maßstab des Islams. Ganz bestimmt. Ja, aber was will denn die Hamas? Auf was beruft sich denn die Hamas? Es interessiert mich nicht, was irgendeine dahergepopelte Drecksorganisation möchte. Also, die hergepopelte Drecksorganisation beruft sich auf Koran und Sunnah. Ja, aber ich finde das gut, dass er die so nennt. Wie sagt er das? Ich war ein Moslem, was gehst du da? Nein, nein, ganz kurz. Guck mal. Ja, aber man sollte die Hamas jetzt nicht verhaben. Ich habe nichts gemacht. Ich habe auch nichts gemacht. Wo ist er hin? Ich habe den nicht gekickt, aber die Hamas jetzt irgendwie runter zu reduzieren, als der Hegepopelte Drecksorganisation. Ist er gesperrt worden? Kann sein. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn nicht gekickt. Moritz hat seine Verwarnung bekommen? Nö, nö. Der ist einfach runter. Also, ich habe den auch nicht runtergekickt. Ja, also, wie gesagt, das ist halt einfach... Es ist schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was er da am Ende gesagt hat, aber auf jeden Fall... Die Hamas sagt, das sind die wahren Moslems. Genau, nur weil die das sagen, heißt ja nicht, aber das heißt ja nicht, dass es stimmt. Dass die keine wahren Moslems sind? Die anderen sagen auch, sie sind die wahren Moslems und sie sind die Scheiße. Ja, aber wer sind denn die wahren Moslems? Gibt es hier... Ja, aber wer bist du darüber zu urteilen, wer von den beiden jetzt die Wahrheit sagt? Ja, also, wir können ganz klar... Man kann ja ganz klar, man kann ja nach den Blütern gehen und nach neben uns zu handeln. Erik, warte mal. Wir können uns darauf gucken, okay, wer handelt denn näher nach Koran und Sunna? Und die Hamas selber bezieht sich auf die Kriegsverse von Mohammed selber und insofern handelt sie auch zu einem gewissen Teil danach. Und das ist halt das Problem, dass diese Möglichkeit halt gegeben ist, dass die Hamas sich überhaupt darauf berufen kann. Die Hamas macht doch genau das, was im Koran und in den Versen steht. Eins zu eins. Tja, das ist der wahre Islam. Ja, die machen doch das und dann sind die doch die wahren, oder nicht? Das, was Koran sagt, ja, das ist so Taliban, das ist ISIS, die andere sagt, der andere auslöscht, aber umso näher du bist bei Islam, umso mehr bekämpfst du Israel, Christen, klar, das ist das. Ich kenne den, aber keiner von euch kennt den Koran ausreichend, um das zu sagen. Was hat das damit zu tun? Du siehst die Versen, die Leute machen genau das, was in den Versen steht. Was willst du da nicht kennen? Ja, und wer hat das, wenn drumherum was ganz anderes steht? Und in einem anderen Vers vielleicht auch gesagt wird, dass das nur in der und der Situation gemacht werden darf. Warte mal, wie willst du das Wort töten? Bitte schön reden. Gibt es? Ich rede nicht darüber, ich kenne den Koran nicht genug, aber du kannst ihn auch nicht. Ja, aber es gibt Leute, die kennen den Koran und haben das gelesen und die haben das übersetzt. Also gestern war ich mit sehr, sehr vielen Hodjas hier live, habe die gewisse Dinge gefragt. Und wenn die Scharia eintritt, dann haben vor allem Atheisten und Ex-Muslime an allererster Stelle drei Tage Zeit, um dem Islam beizutreten oder die Region zu verlassen. Sollten die selbst das nicht tun, ist es die Aufgabe der Muslime, in der Scharia diese Menschen umzubringen. An zweiter Stelle stehen Andersgläubige. Wenn die innerhalb von drei Tagen dem Islam nicht beitreten, müssen die nochmals die Region verlassen oder sie werden umgebracht. Dann habe ich die Hodjas gefragt, was ist denn, wenn in der Scharia die ganze Welt eingenommen wird und diese Menschen dem Islam nicht beitreten wollen? Dann hat er mir geantwortet, diese Menschen werden alle umgebracht, wenn die dem Islam nicht beitreten. Wo ist bitte jetzt Frieden oder Gerechtigkeit oder die Nettigkeit mit dabei? Das ist purer Rassismus. Das ist pures... Ja, Religionen sind keine Rasse, aber ich weiß was du meinst. Aber guck mal, wir müssen noch nicht mal den Koran lesen oder die Versen. Wir können doch nur gucken, was passiert, wenn die Scharia kommt. Und das ist nicht... Aber zeig mir mal die Länder, zeig mir mal die Länder. Nein, aber guck mal. Ich kenne nur Afghanistan und Iran, wo das gut ist. Aber Mosle, Pakistan, Oman, Jemen, daher ist die Scharia, wird angewandt und wird umgesetzt. In Pakistan, Oman und Jemen zum Beispiel. Vor ein paar Jahren noch in Saudi-Arabien, in Afghanistan wird es praktiziert. Ägypten herrscht zwar nicht die Scharia, aber da wird die Scharia auch für die dort lebenden Muslime als gläubige Grundlage genutzt und wird vom Recht anerkannt. Das heißt, sie darf da parallel herrschen in den muslimischen Bezirken und darf auch als Rechtsprechung gelten. Also es gibt einige Länder, wo die Scharia herrscht, umgesetzt wird und rechtlich und auch in der Regierung anerkannt ist und mit als Gesetz gelten darf. Ja, natürlich, das habe ich ja nicht gesagt, aber diese Extreme... Die sagen, dass die Mosle wollen es doch. Die wollen doch die Scharia. Es gibt nur zwei Länder, wo wirklich zu 100% die Scharia herrscht. Aber auch wenn die Scharia noch nicht da wäre, die wollen es doch. Die sagen doch, der Islam wird siegen, die Scharia wird kommen. Die wollen, die müssen die Scharia wollen. Es gibt, keiner fragt die. Die müssen die Scharia wollen. Und die wollen es auch. Und wir wissen alle, was passiert, wenn die Scharia kommt. Also muss ich mir nicht mal den Koran lesen oder irgendwelche Versen, weil das reicht schon, wenn die Scharia da ist. Ja, weil auch die Muslime, die wollen eben jetzt in Deutschland, die wissen überhaupt nicht, die wollen die Scharia kommen. Aber die wissen überhaupt nicht, die Leute wirklich, das ist so, als wäre ich Christ und Inger, wo wären die Inger, wo so Sachen kommen. Ich komme gleich wieder. Wenn du den hochholst oder der über mich redet, kannst du mich holen. Ciao. Alles okay. Dann kommen so Leute wie Nala, Islam wird herrschen. Nala, geh mal bitte schlafen. Dann kriege ich das Gefühl, dass ihr doch recht habt. Aber ich werde uns nicht sagen, dass ihr recht habt. Wenn du mit einem Muslim redest, dann wird er dir am Ende, er muss es sagen, er darf das nicht ablehnen. Aber von den sechs Millionen Muslimen, die in Deutschland leben, also ohne sie jetzt zu verurteilen, leben doch viele Muslime nicht streng nach dem Koran. Ja, aber das Problem ist, Hope, lass mich das mal ganz kurz erklären. Das Problem ist daran, dass der politische Islam eben im Koran verankert ist über die Scharia. Wir haben hier in Deutschland sehr, sehr viele Muslime, die wollen hier leben, weil sie eben unsere Freiheiten hier auch gerne genießen, weil sie sagen, ja, wir wollen auch nach eurer demokratischen Regel leben, wir passen uns an. Aber dann gibt es noch den Teil, die sagen, ja, nein, wir wollen hier aber nicht nach dem Grundgesetz leben. Wir warten einfach nur, wir bilden unsere Parallel- und Gegengesellschaften und warten, bis wir die Mehrheit sind. Währenddessen leben wir nicht nach euren Regeln, wir nutzen euren Staat nur aus. Wir nutzen alle Regeln, die auch nur ein bisschen zu unserem Vorteil sind, euch gegenüber aus. Aber wir akzeptieren weder eure Gesellschaft noch eure Werte. Wir wollen nur unsere haben und das ist für uns wichtig. Und gegen diese Leute sprechen wir. Ja, die gibt es. Aber die Frage ist, wie viele das sind. Aber das ist radikale hier im Land. Tatsächlich nicht wenige. Ich kann dir das auch beweisen. Unter anderem die DITIB oder Miligöros. Das ist der verlängerte Arm von Erdogan in der Türkei. Und Erdogan selber will die Scharia. Er will einen islamischen Staat haben. Erdogan selber ist, was das angeht, schon ein sehr radikaler Muslim. Und die Predigten, die an die DITIB geliefert werden, die kommen aus Ankara unten über die Dianet. Das heißt, die Predigten, die da unten genehmigt werden, haben einen islamistischen Inhalt unter anderem. Deswegen werden auch so viele Moscheen vom Verfassungsschutz beobachtet. Erdogan selber sagt unter anderem, die Hamas ist eine Befreiungsorganisation. Das sagt Erdogan. Und danach wird, und sowas wird leider auch gepredigt. Und das ist leider auch von nicht wenigen in diesen DITIB-Gemeinden vertreten. Aber seit wann ist denn Erdogan an der Macht? Ist er nicht. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann muss... Nein, ich meine, wie lange ist er schon in der Türkei Präsident und warum hat er noch nicht die Scharia umgesetzt? Schau mal, Erdogan selber muss erstmal gegen den Kemalismus von Kemal Pasha Atatürk vorgehen. So, das Problem ist halt dadurch, du hast halt unten den Laizismus und dagegen geht Erdogan vor. Stück für Stück schafft er die Sachen ab und versucht, Sachen von der Scharia mit zu implementieren. Unter anderem ist er letztens aus der Frauenkonvention rausgegangen. Also Erdogan selber an sich, und das hat er selber gesagt, Gott sei Dank sind wir Anhänger der Scharia. Unser Ziel ist der islamische Staat. Selber hat Erdogan selber gesagt. Und mit so jemandem, ganz ehrlich, der hier auch zu Geburten-Dschihad und so aufruft. Viele seiner Anhänger rufen dazu auch nicht Unbekannte. Wir haben zum... Wir haben... Kann ich hier gleich mal die Quelle nehmen. Wir haben einige Zitate von türkischen Politikern, die auch hier in Deutschland mit Einfluss haben, über den Zentralrat der Muslime, die sowas hier fordern. Äh, sorry, Wural Öger, jetzt ist mir der Name eingefallen. Wural Öger hat zum Geburten-Dschihad ausgerufen, dass hier in Deutschland, dass man Kinder machen soll, dass man mehrheitlich hier in Deutschland muslimisch dann ist. Nicht nur, dass sie einen Staat wollen, die wollen, dass die ganze Welt islamisiert wird. Eben, und das ist nämlich das Ziel von Mohammed selber, was er gesagt hat. Mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, lai, 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 lai. Erst dann ist ihr Eigentum vor mir sicher. Aussage von Mohammed. Das heißt, Frieden im politischen Islam gibt es erst dann, wenn die komplette Welt islamisch ist. Das ist leider so. Und das hat Mohammed gelebt. Und das kann man auch belegen, dass es so ist. Was passiert dann? Was machen wir dann? Dann haben wir ein großes Problem. Haben wir ja jetzt schon. Wir hatten den Straftat... Jetzt haben wir schon ein Problem, aber danach. Ja, dann erst recht natürlich. Ich meine, wir hatten den Straftatbestand der Gruppenvergewaltigung, hatten wir so nicht. Und es gibt auch nicht wenige muslimische Rechtsgelehrte, die sagen, dass wenn Frauen unverhüllt sind, dass sie dann sogar bestraft werden müssen, dass sie sich nicht verhüllt haben. Und nicht dafür, dass sie da vergewaltigt wurden. Das ist eine richtig heftige Aussage. Ja, aber ich gucke immer auf die Realität, wie es jetzt gerade in Deutschland ist. Und das sehe ich jetzt hier noch nicht. Ja, das ist doch die Realität. Wir haben zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag. Ja, aber das ist nicht... Das ist meiner Meinung nach hat keinen religiösen Hintergrund, sondern einfach gesellschaftlich, wo die Leute herkommen, was sie für Probleme gehabt haben. Doch, es ist Unterwerfung. Es ist Unterwerfung. Vergewaltigungen sind Unterwerfung. Aber warum machen das dann die... Also ich habe dazu keine Zahl, aber soweit ich weiß, die wirkt schon länger in Deutschland, die in Deutschland geboren sind und trotzdem Muslime sind, machen so etwas nicht. Ja, schau mal, das habe ich noch gerade erklärt. Wir haben eine Zahl, unter anderem von Afghanen. Afghanen sind da 13-fach an ihrem Anteil überrepräsentiert. Das kommt unter anderem darunter, weil in den Ländern, wo sowas besonders weit verbreitet ist, leider, dass da wir einen sehr hohen Zuspruch zu der Scharia haben. Und diese Leute geben ihr Päckchen leider nicht ab, zumindest diejenigen, die das machen, die hier hinkommen, sondern die behalten ihr Päckchen, nämlich die Scharia, dass die diese Ideologie mit hier hinnehmen und wollen das hier auch dann daran ausleben. Und wenn du dich mal mit der Geschichte vom politischen Islam beschäftigst, nämlich was die Sklaven anging, dass man Genozide, Genozide über Kastration von Sklaven gemacht hat, das ist im politischen Islam leider mit verankert. Auch Vergewaltigung ist im politischen Islam mit verankert über die Politik, die gemacht wurde, um halt Völker zu unterwerfen. Hallo, grüß euch zusammen. Hi. Also zum ersten Mal nicht verwechseln, mein Name ist Hamza, aber ich habe nichts mit der Hamas zu tun. Hat ja auch keiner vorgeworfen. Das haben wir jetzt nicht gedacht. Das ist ein Verdeutlichen, weil in einigen Lives ist das so erwähnt worden. Okay. Ja, die Leute denken auch bei mir steht Free Israel, aber da steht Free Israel von Bibi. Okay. Also ich wollte Ihnen gerne wissen, für was das genau hier ist, dieser Stream. Ich habe jetzt ein bisschen zugehört, paar interessante Sachen, politischer Islam etc. Also guck dir mal bitte das Bild an. Mhm. Dankeschön. Deutlich genug. Ja, wir können es dir nochmal erklären. Kein Problem. Falls du es nicht verstehst. Ja, aber eigentlich ist verständlich. Also Solidarität mit Israel jetzt in dem Fall ab 7. Oktober oder auch schon länger? Also generell, dass Israel ein Existenzrecht hat im Allgemeinen. Okay. Und Zwei-Staaten-Lösung, ist das auch was? Zwei-Staaten-Lösung sehen wir insofern als positiv an. Aber man muss natürlich schauen, ein Großteil der Leute da unten sagt, komplett Israel ist die Besetzung. Das heißt, wie willst du mit jemandem eine Zwei-Staaten-Lösung verhandeln, der generell dein Existenzrecht gar nicht anerkennt? Unverständlich. Und ich habe eine Frage zum Westjordanland. Da ist ja die Hamas nicht vertreten, stimmt's? Doch, die Hamas ist auch da. Im Westjordanland? Ja. Okay, das wäre jetzt nur, also ich habe jetzt laut meinen Recherchen, da gibt es wohl im Untergrund einige Leute, die sie befürworten, aber hauptsächlich ist da ja eine autonome, in Klammern, palästinensische Regierung. Weißt du, was die gesagt hat? Also hat einzelne Leute auch oder Organisationen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die auch im Westjordanland, sie ist da nicht, überhaupt nicht vertreten, sondern sie hat da auch schon keinen Einfluss. Okay, sie hat keinen Einfluss, das ist doch schon mal gut. Und dann frage ich, warum werden dann diese Leute unterdrückt? Da ist doch die Hamas gar nicht da. Und das sind ja Leute, die geben auch Israel das Existenzrecht. Also, warte mal, das stimmt auch so insofern nicht, weil selber die Fatah unter Mahmoud Abbas selber, es gab jetzt, das kam nach dem 7. Oktober eine Predigt raus, mit dem Stempel der dortigen Regierung, wo auch ganz klar, derselbe Hadith genannt worden ist, wie bei der Hamas, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten und ein Stein sagt, um Osnabdin Alas hinter mir ist, ein Jude kommt und töte ihn. Ich muss mich kurz unterbrechen, hast du eine Quelle dafür? Dann habe ich nirgendwo, also ich habe jetzt... Doch, du hast so ein Bild, oder Moritz? Ja, ja, das kann ich dir gerne schicken. Da kann ich... Ich habe ganz anderes gehört, der Mahmoud Abbas, der wird ja von arabischer Seite kritisiert, weil er eben so pro-Israel ist. Deswegen finde ich das sehr seltsam. Also, inwiefern kannst du pro-Israel sein, wenn gesagt wird von Mahmoud Abbas selber, dass die Israelis an den Palästinensern einen dutzendfachen Genozid, sorry, nicht Genozid, ist, die falsche dutzendfachen Holocaust verüben. Das heißt, er selber sagt ja, Abbas sagt ja auch, dass da angeblich ein Holocaust an den Palästinensern stattfindet. Ja, was heißt angeblich? Also, du kannst ja die Bilder nicht leugnen. Warte mal, ist das ein Genozid? Kann man so sehen, ja. Also, ich tue mich auch mit der Definition schwer. Das kann man nicht so sehen. Wie kann man das denn bitte sehen? Es gibt Punkte, die, also Sachen eingehalten werden müssen, dass es ein Genozid ist und die werden nicht eingehalten. Und welche Sachen wären das? Warte, das ist unter anderem der Fakt, dass in Israel selber 1,8 Millionen arabische Muslime leben und auf die wird nicht losgegangen. Das heißt, wenn es sich um einen Genozid handeln würde... Das allein schießt aber kein Genozid aus. Nein, lass mich doch mal ausreden, ich war doch noch nicht fertig. Allein, also, wir haben einmal, wenn Israel das wollen würde, wenn sie es wollen würde, könnten die den kompletten Gaza-Streifen innerhalb von 30 Minuten zu einem Parkplatz machen. Das wäre dann insofern ein Genozid. Weil die ja, das wissen wir. Aber, was würde dann auf der Welt passieren? Das würde keiner akzeptieren. Okay, und warum wird es jetzt akzeptiert? Nein, nein, die Frage ist jetzt, also meine Frage... Ein Genozid? Ja oder nein, Hamas, ja oder nein? Und ihr habt gesagt, teilweise ja, teilweise nein. Teilweise ja. Aber gerade... Also ich sehe nichts davon. Aber die Westbank hat doch gerade eben, die haben was rausgebracht, die haben gesagt, die wollen auch... Das habe ich ja zum ersten Mal von euch gehört. Ja, Moritz, blätt es doch mal bitte ein. Ja, ich bin da dabei. Ich bin da, ja oder nein. Warte mal, warte, Punkt nach Punkt, Leute. Wir müssen ja mit Quellen arbeiten, Leute. Genau, deswegen bitte ich jetzt Moritz zu zeigen. Pustet das mal, dass die Leute auch sehen, dass das stimmt. Nein, gerne. Ich warte mal, Hamza. Ich mache jetzt einen sauberen Screenshot davon. Ich hole das hoch und dann können wir gerne darüber diskutieren. Genau. Okay. Und weil ihr habt ja auch das mit dem vermeintlichen Hamas-Stützpunkt etc. Also es ist echt so, dass Israel sich politisch immer mehr ins Abseits schießt, weil sie leider keine Beweise einfach hervorheben. Welche Beweise? Zum Beispiel das mit dem Schifahrkrankenhaus. Ihr habt eine visuelle... Aber warte, was hat das gerade damit zu tun, dass die Hamas gerade in Gaza ist und die ausgelöscht werden müssen? Was hat es jetzt gerade damit zu tun? Es hat Folgendes dazu. Du verlierst die Glaubwürdigkeit nach einer Zeit. Am Anfang, am 7. Oktober, waren alle mit Israel. Ist ja verständlich. Nein. Aber nach der Zeit... Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Toten. Wie bitte? Es gibt Leute, die sagen, Hamas sind... Okay, aber das mit den 40 Toten-Babys, dass das eine Lüge war, das gibt ihr schon zu, oder? Wie bitte? Das mit den 40 geköpften Babys, dass das eine Lüge war, das gibt ihr schon zu. Ich muss es nicht zugeben, weil ich nie darüber geredet habe. Also der Biden hat es ja gesagt, dann hat er es wieder zurückgezogen. Das kann man doch in den Fokus... Okay, warte mal, auch wenn es jetzt nicht so wäre, ja? Ist jetzt auch egal. Was ist mit den anderen... Was sind mit den anderen Toten? Jeder tote Zivilist ist ein Verlust. Das verstehe ich. Ja, aber warum... Warte mal, warum... In einer Meinung. Jetzt mal ganz ehrlich, Hamza. Du kommst hierher, du gehst direkt zu der Westbank. Warum reden wir nicht mal über die Hamas? Oder sind die auch Freiheitskämpfer? Weil ihr sagt ja, es liegt an der Hamas. Aber die Westbank, da ist keine Hamas. Und die leben auch nicht in Frieden. Gib mir darüber eine Antwort. Ja, aber warte, was hat das gerade mit dem Thema zu tun? Wir können gerne über die Siedler reden, aber das hat doch gerade nichts mit dem Thema zu tun. Es geht ja darum, du die da richtig zu tun hast. Aber die Westbank... Die Siedlerpolitik zeigt aber doch die Einstellung Israels auch teilweise. Die Siedlerpolitik zeigt die Einstellung von Israel? Ja, aber es gibt im Westjordanland eine radikale Siedlerpolitik. Gerne einfach eine Arte-Doku dazu anschauen. Und die sind auch nicht gegen Muslime oder so. Die sind einfach hauptsächlich gegen andere, Andersgläubige. Wer? Auch gegen Christen. Was? Die sind nicht hauptsächlich gegen Muslime, diese Siedler. Die sind auch gegen Christen oder überhaupt anders. Wer sagt das, dass die gegen Christen sind? Ich kenne deren religiösen Ansichten nicht von den Siedlern, aber ich weiß, dass sie sich da so ansiedeln und dafür radikale Maßnahmen haben. Ja, die haben doch damit gar nichts zu tun. Die haben auch ein Problem mit den Juden. Was denkst du, wenn ich an denen vorbeikomme mit meinen Klamotten? Denkst du, die werden mich nicht anspucken oder so? Wo? Wer hat da ein Problem mit den Juden? Diese Ultra-Orthodoxen. Du hast bestimmt diese Videos gesehen, wie alle, wo die da die Christen anspucken. Genau. Und die haben auch selber mit uns ein Problem. Das ist so wie eine Sekte dort. Die haben ein Problem mit den normalen Juden, die da ganz normal leben. Warum lässt Israel das dann zu? Warum verhindert Israel nicht diesen Siedlungsglocken? Was sollen wir denn mit denen machen? Sollen wir die einfach wegsperren oder was? Auch, aber das macht ja mit den Hallestinensern. Es gibt da Leute, die sind so. Und dann, was soll man damit machen? Also ich habe tatsächlich in dieser Doku auch gesehen, dass Israel diese Lager der Siedler versucht zu räumen. Aber die haben den eben immer wieder nach ein paar Stunden wieder aufgebaut. Wie bitte? Aber wo ich zu einem einen Punkt muss, ich glaube, etwas zugestehen. Das habe ich auch in der Doku gesehen, wie die israelische Regierung diese Lager halt, oder die Stellungen halt, ja, kaputt macht. Aber die sind halt direkt wieder aufgebaut. Ja eben, das ist halt einfach so, wenn man da nicht so stark durchgleicht wie bei den Palästinensern. Aber habt ihr mal gesehen, wie die Palästinenser oder die Araber oder wer auch immer da lebt, wie die sich benehmen? Was heißt benehmen? Was die so machen? Ist das eine Sittenpolizei jetzt? Hast du mal gesehen, wie die sich benehmen in Jerusalem, wenn die da rumlaufen? Die leben dort, das ist ihr natürlicher Lebensraum seit vor. Aber hast du mal gesehen, wie die sich benehmen? Willst du mir sagen, die sind nicht aggressiv? Willst du mir sagen, die gehen nicht und versuchen da... Ich meine, ich habe ein Video gesehen. Doch, aber der Nervboden dafür hat auch Israel leider gesetzt. Ich brauche kein Video zu sehen, wenn ich vor Ort war und habe gesehen, wie die sich benehmen. Okay, das hast du jetzt rausgeholt. Das kannst du noch mal zeigen, bitte. So, ich muss jetzt meinen Bildschirm aufräumen. Mir ist viel Action, ich sehe schon die Leute. Fried Palästin, gute Idee. Es gibt ja Palästina, du meinst wohl Israel. Sekunde mal, der Teil unten, der bedenklich ist. Sekunde mal, wartet mal kurz. Das ist der Teil unten, da bist du, glaube ich, jetzt an der Seite drauf. Das ist dieser gelb markierte Teil, wo das drinsteht. Also jetzt als... Wie kann man das denn? Das ist wirklich undeutlich. Ich würde es gerne auf Arabisch laut vorlesen und dann versuchen zu übersetzen. Da war das für das 10 Jahre alt. Und das... Ansonsten, ich habe das Bild mal an Hope geschickt. Die kann dir das auch gerade rüberleiten. Wie? Das wäre super, dann schaue ich mir später. Wie soll ich ihm das rüberleiten? Achso, stimmt. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das noch in der besseren Quali hinkriege. Weil das Problem ist halt hier bei TikTok ist es so, da kriegst du die Bilder leider... Versuch mal ein Bild zu machen, Versuch mal ein Screenshot zu machen, nur von unten, was so wichtig ist. Oder teilweise... Ja, vielleicht nur den Abschluss. Nee, habe ich... Anerkannten. Ja, aber wo gibt es denn Palästina? Anerkanter Staat Palästina. Überzeug mich vom Gegenteil. Ich denke, du bist ja nicht vor 48 geboren. Natürlich gibt es einen Staat Israel. Wo fliege ich denn dahin? Es gibt keinen anerkannten Staat Israel. Es gibt keinen anerkannten Staat Israel. Es gibt keinen anerkannten Staat Israel. Nur ihr Araber... Naja, aber den Punkt muss ich ein bisschen widerlegen. Und zwar, wie viele Länder auf der Welt erkennen Israel nicht als Staat an? Und wie viele erkennen Israel nicht als Staat an? Sehr viele erkennen Israel nicht als Staat an. Die muslimischen zählen nicht. Ach, nur nenn mir doch die Zahlen. Nenn mir die Zahlen. Die muslimischen zählen nicht. Warum zählen die muslimischen nicht? Guck mal, wenn du schon anfängst, dass du eine bessere Rasse bist, dann brauche ich ja gar nicht hier reinzukommen. Das hat nichts mit Rassenideologie oder hier was zu tun. Ja, aber wenn er sagt, die muslimischen zählen nicht. Es hat nichts mit Rassenideologie zu tun oder Religionsideologie. Jo, das hat er doch gerade gesagt. Nein, dann wechsel doch nicht den Morgen mit dem Abendmahl. 16 Staaten erkennt Israel an. Leute, achten wir... Und es gibt ja allein 52, also es erkennt auch arabische Israel an. Also der Staat Israel wurde 1948 ergründet. Also ich habe einen Goodidecken in Palästina gesehen, als ich dort war, in Klammern Israel. Da stand Palästina. Nein, aber Hamza vertauscht nicht des Lams Palästina mit dem Staat. Den Staat gibt es seit 1900 irgendwas, der wurde von der PLO gegründet. Nein. Okay, es wurde kein Staat in Palästina gegründet, bevor das mit dem Holocaust passiert ist. Leute, zeig mir mal bitte, okay, weißt du was, zeig mir bitte eine Quelle, wo steht, es gibt einen Staat Palästina. Bitte. Wir reden doch hier mit der Quelle. Der Staat Palästina gab es doch vorher, vor Israel. Anerkannter Staat nicht. Ich möchte schwarz auf weiß. Es war kein Staat. Irgendwo steht, es wurde anerkannt. Also man kann es historisch... Nicht historisch, anerkannter Staat. Dann googelt es doch mal. Ich brauche es nicht zu googeln, du kommst hierher. Nein, 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 Mist. Wenn du reinschreibst und lautest, hast du nicht recht. Also Fakt ist... Aber du behauptest das. Wir sind doch hier auch... Wartet mal kurz. Kurze Frage. Kann man das so lesen, weil das Problem ist, wenn ich das als Screenshot so mache und hier hochlade, dann muss ich das immer so ein bisschen anpassen. Kann man das von der Seite jetzt ein bisschen besser lesen? Ja. Also hier sind so viele Leute, die wirklich fehlinformative... Ja, aber dann zeigt uns... Nein, warte. Aber ich sag dir was dazu. Es gibt immer einen Unterschied zwischen dem Staat Palästina und der Region oder Land Palästina. Das ist nicht böse gemeint. Aber Staat Palästina gab es nicht vor 1948. Und der wurde 1988, ich weiß es nicht, in den genauen Tagen... Das ist Quatsch. Von der PLU. Lass mich bitte aussprechen. Aber dann zeigt dir doch... Aber warum hat die PLU doch dann sogar 1988 den Staat gegründet? Aber zeigt doch mal bitte, wo dieser anerkante Staat steht. Eine Quelle, Leute. Ihr kennt doch die Golda Meir, oder? Ja. Ja. Sie hat in einem Interview... Das ist aber trotzdem... Ich kann auch was sagen. Bitte lasst mich ausreden. Alle, die das hier googeln, bitte gebt da ein. Golda Meir, Palästinien Passport. Bevor Israel gegründet war. Nur weil es ein Passport gibt, heißt es nicht, dass es ein anerkennender Staat ist. Ach so. Es gibt ein Passport? Es gibt ein Land, was du... Hamza, warte. Ich würde es wirklich gerne verstehen. Weil ich bin auch pro Palästina. Aber meiner Meinung nach konnte mir noch niemand die Frage beantworten, wirklich mit dem Staat. Wann wurde der Staat gegründet? Und welche... Oder von wann bis wann gab es diesen Staat? Was war die Regierungsform? Und wer war der Regierungspräsident? Kann ich kurz ausreden und du kannst alles, was ich jetzt sage, könnt ihr alle, auch die 150 Zuschauer, googeln. Aber dann zeig uns doch deine Quelle. Antwort auf diese Fragen, bitte, weil ich will den Punkt wirklich verstehen. Du kannst einfach bei Google eingeben. Dann gib bitte bei Google ein, mach ein Foto, mach ein Foto. Ey, diese Hope, was ist los mit dir? Nein, aber zeig uns doch eine Quelle. Du bist so eine typische ARD-ZDF-Mainstream-Zuschauer. Und du bist ein muslimischer Gehirn-Gewaschener. Ach so, was kann ich auch nicht haben, weil du kommen zu mir von irgendwelchen anderen Medien, die sind auch nicht unabhängig. Gehirn-Akrupa. Wer ist ein muslimischer Gehirn-Wescher? Was redest du da? Ihr werdet komplett Gehirn-Gewaschen in den Moscheen, wird euch eingesichtert, dass jetzt hier... Nein, was für eine Moschee in der Moschee? Hört mir mal zu, hör mir mal zu, wenn ich einmal rede. Euch wird eine Heidenangst eingejagt in den Moscheen von den Hodgers. Was? Jetzt passiert das mit den Muslimen, was mit Juden damals passiert ist. Ihr seid komplett durchgedreht. Ihr seid fernab von Realität und ihr glaubt den Züge der Hamas. Zeig mir doch bitte eine Quelle, Leute. Wir reden doch hier über Quelle. Ich möchte diesen Punkt wirklich verstehen. Kannst du bitte jetzt darauf eingehen, wann es den Staat gab, von wann bis wann und welche Regierungsform? Ich will es wirklich verstehen, den Punkt. Das wäre echt nett von dir. Der Staat Israel wurde 1948 von den Kolonialmächten Großbritanniens gegründet. Das ist die Wahrheit. Jetzt hast du aber nicht meine Frage beantwortet. Nein, deine Frage kann ich jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht beantworten. Was? Deine Frage kann ich jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht beantworten. Ja, okay, schade, weil die konnte mir noch nie jemand beantworten. Ich bin sogar pro-Palästina, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es davor kein Staat war. Das konnte leider noch niemand widerlegen. Es gab doch dann auch keinen Staat. Warte mal kurz, warte mal kurz. Free Israel, man kann auch normal mit dir debattieren, oder? Nein. Super. Hau, sag mal bitte leise jetzt. So, vor 1948, vor dem Holocaust, der es definitiv gab und schrecklich war. Jedes Menschenleben ist unabhängig von der Religion. Vor dem Holocaust gab es Staat oder was auch immer, was eine Region ist, Palästina. Es gab es in jeder Karte, wo das als Palästina deklariert. Das leugne ich nicht, aber ich habe gefragt, wann es ein Staat war, nicht wann es ein Land oder eine Region war. Okay, wahrscheinlich nach 1948, höchstwahrscheinlich. Ja, dann check doch mal deine Fakten und deine Quellen. Ja, genau, das ist nämlich das Ding, den Staat Palästina gibt es seit 1988, wurde von der PLO gegründet, ist aber leider nicht von vielen Ländern anerkannt. Zeig mir, ich will jetzt einfach eine Quelle sehen, Leute. Ich will eine Quelle sehen, wo es gegründet wurde. Es ist mir scheißegal, was für ein Jahr. Guck mal, du bist voll radikal. Du bist einfach nur laut und schreiß einfach. Nein, aber zeig mir doch, wenn du vielleicht kennst, warum könnt ihr mir keine Quellen zeigen? Was ist denn für dich eine Quelle? Du, es muss doch irgendwo stehen. Hamza, kann man mit dir mal nochmal kurz reden? Ja, bitte. Du sowieso mit Islam hast. Okay. Wer hat den Namen Palästina Palästina überhaupt gegeben? Wer war das? Also historisch gesehen oder jetzt wer als Ärzte das gegeben hat? Historisch gesehen Palästina, also diesen Raum, den hat England besetzt vor Israel. Ne, ich meine den Namen Palästina, wer den überhaupt verteilt hat. Weil vorher hieß es ja anders, weißt du? Wer hat den Namen Palästina Palästina gegeben? Warte, der muss googeln, warte. Egal, ich kann es dir sagen. Es waren die Römer. Und warum haben das die Römer gemacht? Die wollten die Juden damals komplett enteignen und wollten sie quasi vertreiben aus dem Land, weil die hatten damals Krieg mitgekommen. Zum Widerlegen deiner Aussage. Und deswegen kamen die Juden aus dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina, um dort zu leben. Auf Schutz von den Nazis. Das war da unten schon immer jüdisch. Die Entscheidung, dass die Juden dort hinkommen, war ja nicht mal die Entscheidung der Juden, sondern der Briten, weil die damals, wie du da auch gerade schon richtig gesagt hast, dort ein britisches Mandatsgebiet hatten. Ganz einfach, so ist es. Und dann haben die Juden entschieden, oder die UN damals, 47, wir teilen, 57 Prozent gehören Israel, also dem jüdischen Volk, und 43 Prozent gehören dem arabischen Volk. Richtig, genau. Ja. Und mit dem waren einige nicht einverstanden. Und jede Menge war nicht einverstanden. Wer war denn nicht damit einverstanden? Natürlich die Herren des Landes. Was ist denn in derselben Nacht passiert? Ich sage dir genau, was passiert ist. In derselben Nacht? Ja, ein Krieg. Okay, von wem? Von allen. Also Israel hatte sogar diesen Krieg gewonnen. Ja, wer hat Israel angegriffen? Oder hat Israel irgendjemand angegriffen? Eine Allianz aus sechs arabischen Ländern. Warte mal, hat Israel jemand angegriffen, oder wurde Israel angegriffen? Israel wurde über Nacht gegründet, wenn jetzt hier alle Muslime zufluchten von Deutschland. Nein, 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 nicht wenn jetzt. Wir reden von da, von dieser Zeit. Auf einmal gehört 57 Prozent von Deutschland zu Muslimen. Warte mal, wer hat... Da ist ja euer Plan. Das ist ja euer Plan. Das ist ja unser Plan, siehst du? Ja, okay, Bobby Race. Aber wer hat die denn angegriffen in der zweiten Nacht? Wenn mein Urvater und mein Vater nicht aufgebaut hätte, hätte dein Vater hier heute nichts mehr zu essen. Wenn denn... Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Deine Großvater haben gar nichts aufgebaut. Lasst doch mal Deutschland. Die Trommafrauen haben Deutschland aufgebaut. Hallo. Mosleme zu. Die Trommafrauen haben damals Deutschland aufgebaut. Die ersten Türken kamen 1961. Das ist wieder ein anderes Thema, aber das Wirtschaftswander war wunderbar vor den Gastarbeiter. Das ist richtig. Trotzdem haben natürlich auch die Gastarbeiter einen wichtigen Anteil an unserer jetzigen Situation. Je mehr Muslime man in eine Gesellschaft pumpt, desto mehr religiöse Barbaren hat man und desto... Also Bobby Race, das ist das Problem mit dem Islam haben, das hat man jetzt eingelogt. Ja, aber wieder über Politik und Islam und Deutschlandpolitik. Je mehr Muslime, desto mehr Probleme. Also hat man auf jeden Fall ein Problem mit dem Islam, das merkt man jetzt. Leute, was ist los mit euch? Ja? Wollen wir jetzt reden über Israel und Hamas und Kaläse? Ich möchte, dass du deine erste Präsidentin ihr Interview hörst, wie sie sagt, ich bin ein Palästinier. Aber das ist doch scheißegal, was sie sagt. Es ist scheißegal, warum ist das scheißegal? Ich kann auch genug was sagen. Ja, jeder kann was sagen. Ich scheiß drauf, was sie sagt. Ich hatte einen palästinensischen Passport. Was interessiert... Das heißt noch immer nicht, dass es einen Staat gab. Punkt. Wenn du mir eine Quelle... Ach so, okay, gut. Okay, es gab keinen Staat, deshalb... Okay, gut. Aber du hast aber keinen Staat. Du hast aber keinen Staat. Du hast immer auch Quellen. Wenn du keine Quellen hast, dann hast du gar nichts. Und du hast... Ja, ich bin zu Scharmutin. Ich hör doch mal zu. So, jetzt bist du draußen. Ganz einfach. Wenn du denkst, du kannst mich hier beleidigen, dann bist du ganz schnell unten. Wer hat dich denn beleidigt? Er hat Scharmutin gesagt. Ich hab dich mal gehört. Aber gut, gut. Schau hier, Nala schreibt zum Beispiel. Aber bitte lass Hamza ausreden. Er führt eine faire Diskussion. Nala schreibt deine Glaubensschwester. Du kannst den Islam nicht aufhalten. Das schreibt Nala, deine Glaubensschwester. Du kannst den Islam nicht aufhalten. Hört auf, sowas zu schreiben. Denn, erstens, guck mal, diese Leute, die möchten sowas von uns hören. Die möchten provokation hören. Besonders der Bobby Race, der hat ja sehr viel Interesse an dem Islam. Deswegen hat er auch so viel Hass wahrscheinlich. Ich weiß zu viel über den Islam. Das ist das Problem. Du weißt zu viel? Mach daraus nicht für ein Religionsdinger. Hamza, Hamza, ist denn der Islam... Wollen wir beim Thema bleiben oder wollen wir wieder über Religion? Nein, nein, nein. Willst du mir gerade sagen, dass der Islam friedlich ist? Leute, ich bin hier ein bisschen Dorn um Auge, ich weiß. Aber ich werde einen Satz machen zu Bobby Race und dann komme ich direkt zu dir wieder, Hope und antworte alle deine Fragen. Bobby Race, wenn du das, was du gesagt hast, beweisen kannst, dass in deutschen Moscheen gegen Juden gepredigt wird, ich gebe dir eine Woche Zeit. Hier habt ihr alle, 250 Leute, eine Woche Zeit. Ja, aber das steht doch in euren Schriften. In welchen Schriften? Das steht doch in euren Schriften. In euren Schriften, was willst du denn mehr? Guck mal, in der Tora steht so einiges über andersläubiges... Aber warte, Junge, Junge, warum springst du jetzt auf die Tora? Sollen wir dir das gerade beweisen? Sollen wir es dir gerade beweisen? In deutschen Moscheen, hier in Deutschland... Ja, soll ich dir auch sagen, warum? Soll ich dir auch sagen, warum das so ist? Ja, erzähl. Das hat damit zu tun, also du weißt ja, es gibt sehr viele DITIB-Moscheen hier in Deutschland. Ja. Die DITIB ist der lange Arm von Erdogan über die Dianet. Die bekommen ihre Predigten, kommen die aus Ankara geschickt. So, und wenn Erdogan sagt, die haben, warte mal, stopp, wenn Erdogan sagt, die Hamas ist eine Befreiungsorganisation. Das sind Befreiungskämpfer, da muss man sich nicht wundern, dass sowas auch in den DITIB-Moscheen landet. Also wir können doch jetzt, warte mal, stopp, wir können doch nicht so tun, als wenn nicht wie viele hundert Moscheen vom Verfassungsschutz einfach so beobachtet würden. Das hat schon seinen Grund. Guck mal, ich sag dir jetzt mal was, Bobby Reyes. Okay, das Problem mit den Juden... Ich bin der Host. Okay, achso, ich weiß ja, ich spreche halt zusammen. Also der, der das Problem mit Juden hat, das waren nicht die Moslems, weil die sind zu uns geflohen. Vor euch. Nur zu ihm vor in Marokko. Okay, Hamza, warte mal, dann spielen wir das Spiel weiter. Warte mal, Hamza. Wer hat den ersten Holocaust verübt? Es gab's zwei? Ja, ja, wer hat den ersten verübt? Es gab's zwei Holocaust. Es gab's zwei. Ja, und ich kann dir auch sagen, genau wer das war. Mohammed selber hat alle Juden und Christen von der arabischen Halbinsel entweder vertrieben oder getötet. Das ist in der Sunna-Nachweisung. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Soll ich dir beweisen, dass es sogar drinsteht? Soll ich dir beweisen, wo alle... Es gab's Friedensverträge zwischen Juden und... Es gab's. Wir klären dich jetzt auf, euer Muslim. Ja, aber alle Friedensverträge wurden, sind mit Suche 9, Vers 5 aufgehoben. Das ist... Jetzt reden wir über den... Nein, schau dir, nein, schau dir den Tafsir an. Warte mal, stopp, warte mal. Schau dir mal, warte mal, Hamza. Schau dir mal den Tafsir von Ibn Kavir zu Suche 9, Vers 5 an. Da steht ganz klar drin, dass das alle Friedensverträge aufhebt. Das sind knapp 200 Verse, die der aufhebt. Die Juden sind... Soll ich Ibn Kavir vor... Warte mal, Hamza. Akzeptierst du Ibn Kavir? Warte mal, Hamza. Akzeptierst du Ibn Kavir? Akzeptierst du Ibn Kavir? Akzeptierst du Ibn Kavir, Hamza? Was? Akzeptierst du Ibn Kavir? Was redest du da von der islamischen Debatte mit Ibn Kavir? Ibn Kavir war ein Deutsch, ein Koran interpretiert. Es gibt viele andere, die sind anders interpretiert. Warte mal, also warte mal. Lehnst du Ibn Kavir ab oder akzeptierst du seine Tafsire? Ja oder nein? Ich akzeptiere das, was der Koran sagt. Ja, also warte mal. Also nach den Tafsieren von Ibn Kavir werden heute Fatwin verabschiedet. Akzeptierst du die Tafsire von Ibn Kavir, ja oder nein? Diese Thematik ist unwichtig. Warum weißt du aus? Warum weißt du aus? Du weißt doch genau, was drin steht. Dann weißt du auch genau, dass Suche 9, Vers 5, Hamza. Suche 9, Vers 5. Gebt diese Friedensverträge auf. Und das war auch der Grund gewesen, warum damals die Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben wurden. Es gibt sogar zuverlässige Haddise dazu, wo Mohammed selber sagt, er hat die Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben. Wann wurden sie vertrieben? Welches Jahr? Soll ich dir den Haddise geben? Nein, du gehst wieder immer zurück zum gleichen Thema. Im 17. Jahrhundert. Ich habe verschiedene Glauben gehabt. Das kannst du ja mit den Kreuzzügen am besten bestätigen, stimmt's? Wann kam der erste Kreuzzug? Wann kam der erste Kreuzzug? Keine Ahnung, welches Jahr? Also 95. 95? Eben. Eben. 500 Jahre, 500 Jahre, nachdem der politische Islam von der arabischen Halbinsel aus bis vor kurz Europa grausam die Länder erobert hat, mit dem Schwert übrigens Sklaven genommen hat, christliche Städten zerstört hat, Christen versklavt hat. Der Kreuzzug war eine Verteidigungsmaßnahme gegen die Islamisierung von der arabischen Halbinsel. Schau dir das Video von Bill Warner an. Der erklärt das sehr genau, was da passiert ist. Das ist ein Beispiel, wer ein Islamhasser ist und deswegen schön solche, ja. Warum Islamhasser, das sind Fakten. Das sind Fakten oder wie sagst du, die arabische Expansion hat sich, warte mal, die arabische Expansion, denkst du, die hat sich mit Missionierung ohne Gewalt verbreitet? Hunde mal ganz genau zu. Ihr. Ja oder nein, hat die arabische Expansion sich nicht mit dem Schwert verbreitet? Bevor wir mit dem Schwert, frag mal, wer in Algerien Menschen enthauptet hat. Hat die arabische Expansion sich mit dem Schwert verbreitet, ja oder nein? Engländer oder Italiener? Geh doch mal auf den Punkt ein. Hat die arabische Expansion sich mit dem Schwert verbreitet, ja oder nein, Hamza? Komm doch hierher, wir bleiben im 19. Jahrhundert. Das hat er in der Moschee hingelernt, immer ablenken. Warum weißt du aus, Hamza? Hamza, warum weißt du aus? Ich weiß gar nicht aus. Hat die arabische Expansion... Ich will den... Natürlich, dann entweder Hamza, ja oder nein, Hamza, ja oder nein. Hat die arabische Expansion sich mit dem Schwert verbreitet? Was? Ist die arabische Expansion mit dem Schwert vollzogen worden, ja oder nein? Wie ist Indonesien in den Islam gekommen? 200 Millionen Muslime. Wie ist der Islam nach Indonesien gekommen? Antworten. Mit Schwert? Warte mal. Mit Schwert? Warte mal. Schau mal, der Hindukusch. Weißt du was... 200 Millionen Indonesien. Weißt du was Hindukusch... Warte mal, weißt du was Hindukusch heißt? Wie ist der Islam dahin gekommen? Erzähl. Ich erkläre es dir gerne. Weißt du was der Hindukusch ist? Ja? Der Hindukusch heißt das Grab der Hindus, grausam islamisiert mit 80 Millionen Toten. Was für ein Quatsch. Ich kann dir jetzt... Ist das dein Ernst? Willst du das... Ich kann das nachweisen. Hindukusch ist Grab der Hindus, grausam islamisiert. Hamza, du bist ein Faschist. Du leugnest einen Völkermord. Schäm dich. Aber die paar tausend Fotos sollen den Völkermord darstellen. Also ich schau mal, was das hier beim Live ist. Dieses Live dient nur dazu, den Islam schlecht zu machen. Nein, nein, nein. Der Islam macht sich schon von ganz alleine schlecht. Nein, nein. Der Islam macht sich schon von ganz alleine schlecht. Eure Vorfahren waren Faschisten. Eure Vorfahren haben Juden geschlachtet. Und eure waren dabei. Hamza, ganz dünnes Eis. Weißt du wer dabei war? Hamza, ganz dünnes Eis. Weißt du wer dabei war? Weißt du wer dabei war, Hamza? Weißt du wer damals mit den Nationalsozialisten Juden umgebracht hat? Weißt du's? Das war der Großmubi von Palästina, Armin al-Husseini. Der selber 3000 jüdische Kinder ins Gas geschickt hat und diese Lager auch unten bei sich haben wollte. Richtig, das will er nicht hören und deswegen ist er rausgegangen. Er weiß es doch ganz genau. Die meisten Muslime wissen es sogar. Man, 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 ey. Ja, die Muslime sind nicht wahrnehmen und wir bekämpfen sich heutzutage über Livestream. Ja, mit Muslimen. Ja. Wir klären auf. Ja, das ist ja auch ganz gute Frage. Welche Lösung gibt es denn für den Frieden? In Israel. Oder generell. Worauf beziehst du dich jetzt? Ja, du bist doch für Israel, ne? Ähm, ja, ich bin für die israelische Zivilbevölkerung, aber ich stehe nicht, warte mal, stopp, aber ich stehe nicht hinter vielen Entscheidungen von Netanjahu. Also ich habe Netanjahu zu keiner Zeit einen Persilschein für das gegeben, was er macht. Also muss der weg. Also Netanjahu wäre ich dafür, dass das Volk Neuwahlen da unten durchführt, wäre ich definitiv dafür und dass da die Leute dann halt auch unten an die Macht kommen, die auch von den Leuten gewollt werden. Klar. Also da gibt es doch Proteste in Israel. Aber der Punkt an der ganzen Sache ist, Frieden wäre, wenn die Hamas selber, wird sie zwar nicht machen, aber wenn sie ihre Waffen niederlegt und die Zivilbevölkerung von Gaza endlich als Geisel freilässt. Aber vor dem 10. Oktober war er auch kein Frieden. Er hat an einem Chat sogar geschrieben, wie heißt der Türkei, Kemalist, Frieden gibt es nur ohne Hamas. Also auch ein Türker hat es sogar dazu gesagt. Also scheint wirklich die Hamas der Knackpunkt zu sein. An der ganzen Problematik. Das gibt es sehr, sehr wenige. Der Knackpunkt geht tatsächlich noch ein bisschen tiefer, weil die Hamas selber ist ja nur eine Zweigstelle der Muslimbrüder. Also die Hamas selber, die lebt ja den politischen Islam insofern da unten ja aus. Das Existenzrecht von Israel ist allein schon die Provokation für die Hamas selber, beziehungsweise für den politischen Islam. Was auch der Grund gewesen ist, warum sechs Länder Israel am Tag der Gründung angegriffen haben. Ja, das stimmt. Ja, und die Isbola, die unterstützt ja auch die Hamas oder zumindest sind wir dann vereint. Ja, also ganz ehrlich, ich bin dafür, dass kein weiterer Zivilist da unten stirbt. Ganz ehrlich, ich bin dafür, dass kein Zivilist da unten stirbt. Ich will, dass die Hamas da unten entweder die Waffen niederlegt oder dass die Hamas da unten neutralisiert wird. Und dass so wenig weitere Zivilisten sterben müssen, wie es nur geht. Weil die sind an der ganzen Sache am unschuldigsten. Aber wie wird das denn erreichen, indem man da die ganze Zeit teilweise wirklich ganze Viertel zerbombt? Ja, das stimmt. Das wird dann echt schwierig. Vor allem das Problem ist, die Hamas, die sind so gut in ihren Löchern drin, die kriegst du da nicht so einfach raus. Und du hast wirklich die einzige Möglichkeit, das ganze Ding platt zu bomben. Und das kann es doch nicht sein. Du machst ja alle möglichen Familien, Kinder und Sonstiges, bringst du da mit um. Informiert euch einfach mal über Gaza 2, die Stadt unter der Stadt. Israel ist gerade in einer extrem komplizierten Konfliktsituation. Aber es geht Israel bei Israel gerade um die Existenzkrise. Und Israel hat einfach keine andere Möglichkeit. Sie müssen das tun. Wenn Israel fällt, dann haben wir da unten in der islamischen Welt ein riesiges islamisches Reich. Wir haben da unten dann ein Hardcore-Islam. Palästina, da wird es dann so eine Palästina-Bewegung wahrscheinlich geben, die dann koordiniert, so wie die islamische Welt eben koordiniert ist, Anschläge plant und die Muslime wollen sich für alles rächen. Für die Kolonisierung vom Westen, für die angebliche Unterdrückung, für den Ölraub und so weiter. Die Muslime haben für jede Sache eine Entschuldigung. Und alles, was wir gerade in Deutschland sehen, alles, was wir gerade in Deutschland sehen, die ganzen Proteste, denen geht es nicht, also den Organisatoren, denen geht es nicht um die Menschenleben dieser paar tausend Kinder. Das ist alles, das kann ich jetzt nicht unterstellen. Und wird sich ja auch nicht alle Muslime über einen Kamm? Nee, nee, das ist nett, aber er hat schon recht. Ich denke, die würden das organisieren, die würden das organisieren, denen ist wirklich egal, weil sonst würden sie jetzt versuchen, da Frieden zu stiften. Sie könnten ja wirklich sich freiwillig ergeben, aber sie bleiben ja weiterhin in ihren Verstecken. Und einer hat da reingeschrieben, 500 Kilometer Tunnelsystem, das ist also schon heftig. Anil, du bist, glaube ich, Türke, oder was bist du? Ja, Türke, Bruder. Wäre es nicht schlecht, wenn du vielleicht auch mal was dazu sagst? Ja, genau. Also ich wollte dazu halt sagen, also nach meinem Wissensstand wäre das halt nicht so weit gekommen, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung dazu gekommen wäre, womit die Palästinenser auch mit zufrieden wären, gewesen wären auch in der Vergangenheit. Nur leider hat das aus bestimmten Gründen halt nicht funktioniert, dass die halt sich, also Israel sich nicht drauf eingelassen hat. So, und dementsprechend ist das dann auch alles weiter eskaliert. Und das geht ja jetzt seit 70 Jahren so, oder länger jetzt sogar. Aber die Ersten, die die Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptiert haben, war aber ja nicht Israel, sondern die, die dort gelät haben. Ja, das waren die Muslime selber, also die Palästinenser selber, wo sie manchmal nicht wollten. Und auch einige arabische Staaten. Das ist ja das, was ich ja interessant finde. Es ist schon jetzt so, dass jetzt natürlich gern diese Zwei-Staaten-Wunsch wäre, von Palästina aus oder von den Palästinensern selber aus. Da hast du völlig recht. Das befürwortet auch Ägypten und sowas. Aber ganz am Anfang, und das war das Paradoxe, am Anfang wurde Israel tatsächlich von sich aus die Zwei-Staaten-Entscheidung. Das hat aber Westjordanland, Ägypten und, glaube ich, noch mal vier weitere arabische Länder nicht akzeptiert. Und deswegen kam es auch zum Krieg. Ja, da hatten die ja noch keine Macht. Das war ja noch ganz am Anfang. Die müssen ja kompromissbereit sein, dass die da... Ja, aber jetzt ist es genau andersrum. Jetzt hat Israel Macht und die anderen haben dort wenig Macht. Und deshalb wollen die jetzt teilweise die Zwei-Staaten-Lösung. Also ich bin der Meinung, dass geschichtlich hat jedes Land schon mal die Zwei-Staaten-Lösung gewollt und die Gegenseite dort nicht. Ja, schon mal blöd. Aber die Hamas selber hat es aber auch nie ernst gemeint. Also die Hamas selber hat Friedensverhandlungen niemals ernst gemeint. Die Hamas jetzt nicht. Ich rede jetzt auch noch vor allem über die PLO. Da gab es ja, glaube ich, soweit ich weiß, noch das letzte Mal so wirklich, wo man nah dran war. Aber wie gesagt, selbst die PLO, selbst Abbas, also beziehungsweise die Regierung unter Abbas lehnt das Existenzrecht von Israel ab. Es kam jetzt, ich glaube, am 8. Oktober war das, meine ich, wurde eine Predigt gehalten, 8. oder 9. Oktober war das, wurde eine Predigt gehalten mit dem Stempel der Regierung drauf. Und da wurde auch ganz klar gesagt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Und ein Stein sagt, oh, Moslem, die in Allah sind der Ministerin Jude, komm und töt ihn. Also mit der PLO wird das auch nicht einfach werden. Diese harte Worte jetzt, also jetzt muss man gucken. Ja, das ist aus der Sunna, das ist aus der Sunna. Das Problem ist halt auch, dass wir Europäer halt wirklich uns immer schlecht in den Nahen Osten reinversetzen können. Dazu, Kirscher, du, Anil, denke ich auch zu den Europäern als Kurde oder als Türke. Und ich glaube, das merke ich auch, wenn ich mit Türken so rede. Klar, als Moslem ist man ein bisschen verbunden mit den Mosleme. Aber man merkt halt, wir Europäer allgemein, also die Türken mit, wir sind da wirklich oft keine Ahnung vom Nahen Osten. Und das merkt man auch. Genauso wie umgekehrt, die natürlich von uns Europäern keine Ahnung haben. Aber trotzdem, wir denken uns das immer so einfach. Wir stellen uns das so und die Verstrickungen sind schon so lange. Und natürlich hat das auch ein Stück weit damit zu tun, dass die Briten und die Amerikaner auch dort waren. Aber nicht nur. Es gibt nämlich auch diese, Anil, du weißt wahrscheinlich auch, das kennst du als Kurde wahrscheinlich auch, diese Stämme, diese Stämmeverbindung. Und die existiert ja auch schon ewig. Die ist sogar vorislamische Zeit. Und da sind auch schon die Wurzeln für viele, viele Fäden untereinander. Also das ist extrem, wie sich das zieht. Und ich denke mal deswegen, ob es sich wirklich lösen lässt mit Vernunft. Und Deutschland hätte ja mal die Möglichkeit gehabt, wären sie diplomatisch, aber die mussten sich ja auf eine Seite stellen. Und damit ist die Diplomatie vorbei. Ja, Deutschland hatte sowieso die Chance. Deutschland musste sich erst mal zu sich selbst bekennen. Da könnte man weiter über Israel. Ja, das wäre mal eine ganz gute Idee. Da hast du völlig recht. Dass man Deutschland mal nach sich guckt erst mal und die Klappe hält und sich nicht woanders einmischt. Und dann können sie nämlich mal wieder diplomatisch arbeiten, was nämlich Deutschland eine Zeit lang sehr gut gemacht hat. Und Diplomatie zu arbeiten ist schon schwer genug. Ja, da hat man genug zu tun. Ich finde es super, dass Deutschland... Klar, bei der Ukraine bin ich da auch kritisch. Aber gerade Israel ist so wichtig, dass es wirklich weiterhin existiert und dass wir da alles daran setzen, dass es weiter existiert. Weil wenn der einzige demokratische Staat im Nahen Osten fällt, dann haben wir, wie gesagt, ein riesiges islamisches Reich. Und dann werden die Muslime sich für alle Sachen rächen im Westen und werden koordiniert, Terroranschläge planen. Und der Traum eines Weltkalifats ist nicht eine Utopie. Die Muslime träumen von einem Weltkalifat. Ja gut, aber es gibt auch genug Muslime, die es nicht wollen. Also es sind immer die Leute, die am Schalthebel sind, die wo sich das nicht machen. Ich muss mich in jedem Satz differenzieren. Ich rede von den Muslimen da unten. Du machst die Halt-Diveau-Würdig sind die Ebel sind. Ich habe es jetzt gerade mit Absicht weggelassen. Ich muss mich nach jedem Satz erklären. Nicht alle Muslime, nicht hier, nicht das. Ich rede von den Muslimen im Nahen Osten, wo da was zu sagen haben. Von denen rede ich. Die Koordinierten, die Muslimbruderschaft, die ganzen Organisationen und so weiter. Das stimmt, die mische ich auch teilweise hier ein. Das ist sogar richtig. Die ganzen Märsche hier, die sind geplant. Die sind alles koordiniert. Denkt nicht, da sind irgendwelche betroffenen Palästinenser, die auf die Straße gehen und sich versammeln. Das ist alles koordiniert. Das ist alles wirklich geplant. Die haben ganz andere Ziele. Ja gut, aber das ist halt eben das, Bobby, siehst du, das Gleiche wie bei uns Deutschen, wie wir manchmal auch zum Spielzeug werden. So werden halt manche Muslime, die es vielleicht gar nicht unbedingt wollen, diese Eskalation, werden dann auch teilweise zum Spielball für bestimmte Gruppierungen. Weil da muss bloß der Richtige das aufrufen oder irgendwas ansagen und schon geht's los. Ja, ich will mich da nicht weit aus dem Fenster lehnen oder irgendwie bestimmte Gruppen jetzt angreifen. Ich sag mal so, das heutzutage dominierende Islamverständnis basierte auf das Sunnitentum und Schiitentum. Das sind zwei Religionen, die eigentlich nichts mit dem Koran-Islam zu tun haben. Die auf Gelehrten, die nach der Offenbarung erst noch 100, 200 Jahre später erst erfunden worden sind, auch einfach deswegen damit bestimmte Machtpersonen für deren Interesse Aussprüche erfunden lassen haben, damit sie ihre Ziele damit erfüllen können und den Koran dann umgehen können, dadurch, dass die dann Aussprüche erfinden und das in deren Namen dann so darstellen, als ob das von Gott offenbart ist. Anil, Anil, du kannst jetzt deine Zunge rausholen. Anil, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Warte mal kurz. Das Problem ist halt, diese Hadithe, die Schahada selber steht ja nicht im Koran. Das steht da. Ja, aber die Schahada. Ja, die Schahada ist La-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila. Nein, das Glaubensbekenntnis, das ist ja noch mehr als La-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila-Ila. Also das ist ja noch mehr. Und es ist jetzt nicht so... Das steht aber nicht im Koran. Danach hört das auf. Ja, schau mal, das für ein Muslimwürst, der muss ja die Schahada aussprechen. Und das ist ja jetzt nicht nur dieses La-i-la-la-i-la-la. Und das steht ja nicht im Koran. Das heißt, die Hadithen haben schon eine elementare Bedeutung für den Koran, beziehungsweise für die Erklärung, wie überhaupt was gekommen ist. Weil die Hadithen geben dem Ganzen auch einen zeitlichen Kontext, wann wie was passiert ist, wann was erlaubt wurde, beziehungsweise wann was abrogiert wurde. Also die Hadithen sind schon elementar, um den Islam zu verstehen. Nicht Mohammed hat den Glauben gelehrt, sondern Allah steht im Koran. Und der Koran lehnt diese aus. Ja, wie soll Allah den Glauben gelehrt haben? Der war doch niemals auf der Erde. Mohammed hat es gelehrt. Nein, nein. Mohammed wusste weder, was die Religion ist, weder, was die Rechtfertigung ist. Allah hat ihn rechtfertigt. Ah, nein. Also ich bin ja auch ein Muslim. Aber du redest Schwachsinn. Hör mir da auf. Ich rede kein Schwachsinn. Unnötig. Das ist unnötig, was du machst. Keiner glaubt dir. Er glaubt halt das. Dann lassen halt das Glauben. Aber wenn du auch ein Islam bist, was ist deine Meinung dazu? Zu was? Wer hat es dann sonst, wenn er Schwachsinn redet, wer hat es dann sonst auf die Erde gebracht? Das war Chief Riel über Mohammed. Das ist dieser Kollege, der gerade hier war. Das sind Koraniten. Das sind sogenannte Sekten, die nur sich auf Koran berufen und den Propheten seine Aussagen ablehnen. Deswegen sind sie schon mal aus dem Islam raus. Die Mehrheit der Muslime, das betrifft sowohl Schiiten als auch Sunniten, die berufen sich auf Koran und Sunna des Propheten. Ganz normal. Also so, wie ihr das auch schon wisst. Ja, das wäre so, ob ich hätte ihm zu Gott den Vater bekennt, aber nicht dazu Aussage zu unserer Jeschua. Also quasi nach Alten Testament lieben sie. Wie quasi, so kann man sich das vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Sie beglaubigen, was Allah sagt, aber nicht, was Mohammed bezeugt. Na gut, wir wissen ja nicht, was jetzt Anil gelernt hat und deswegen ist es immer schwierig, da zu urteilen. Und er war ja respektvoll und da sollte man auch respektvoll mit ihm weiterreden. Das ist ja kein Thema. Da gibt es zum Beispiel auch einen, der meint, Stefan, die friedlichen Muslime kämpfen aber auch selten aktiv für die Freiheit. Ja, die friedlichen Muslime, das muss man halt natürlich aussehen, die wollen natürlich auch nicht ins Schussfeld kommen, weil es ist halt nun mal so, dass eben, das wurde ja vorher schon oft genug gesagt, auch von manchen Muslimen hier selber, dass halt bestimmte Leute die Schaltkrebel haben und die bestimmen, wo der Weg geht. Und da will natürlich ein friedlicher Muslim jetzt nicht unter die Räder kommen. Also eine Sache, wenn erlaubt, eine Sache kann ich schon mal beruhigern. In Deutschland will keiner Scharia implementieren. Das könnte ich auch sagen. Das ist absoluter Schwachsinn. Du kannst ja nicht sagen, dass es keiner will, wenn es Leute gibt, die das sagen. Du kannst ja auch erklären, dass es keiner will, wenn es Leute gibt, die das sagen. Ich will ja auch erklären, warum, aus islamischen Quellen. Und zwar, bevor irgendwo Scharia implementiert wird, bedarf es an Zustimmung der hiesigen Bevölkerung. Ja, wenn ihr in der Mehrheit seid. Beispielsweise Afghanistan. In Afghanistan haben die Taliban nur Scharia implementieren können mit der Erlaubnis der Bevölkerung. Das heißt, wenn die Bevölkerung das nicht will, wird auch da nichts passieren. Es wird auch keine Anstrengung angenommen. Sprechen, dass sie die Scharia wollen, wenn sie es sagen. Weißt du, ich meine, du kannst sagen, okay, eine Minderheit will das und die sind vielleicht im Unrecht nach dem Koran. Aber, also welche Gruppe wollen in Deutschland Scharia implementieren? Welche Gruppe ist das? Verstehe ich nicht. Ich kann dir gerne Videos zeigen, wo das Menschen gesagt haben. Muslimbrüder, Muslimbrüder. Und das weiß ich ja schon, da kannst du nicht sagen, keiner will das sehen. Meinst du, das ist in der Demo vor kurzem in Hamburg? Warte mal, du meinst du, warte mal, du meinst du, mit den mehreren tausenden Leuten, oder was? Nein, einfach im Interviews, wo du gefragt werden, willst du die Scharia in Deutschland und die Antworten darauf mit ja. Das meine ich. Wer wurde denn interviewt? Von gelehrten interviewt? Nein, das habe ich ja aber gar nicht behauptet. Ich habe gesagt, es gibt Menschen in Deutschland, die die Scharia wollen. Ist das Fakt oder nicht? Ja, aber Leute, wenn wir... Nicht die Scharia, auch überall auf der ganzen Welt willst. Für den Islam sprechen nur islamische Gelehrte, da spricht keiner dahergekommener. Green Rebel. Ich habe gesagt, dass sie für den Islam sprechen, die sprechen für sich selbst, richtig. Aber da kannst du ja nicht sagen, es gibt keiner, die die Scharia will, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, ich will aber die Scharia. Und du machst Taker. Du weißt ganz genau, jeder aufrichtige Muslim muss die Scharia überall auf der ganzen Welt. Es gibt ja auch Deutsche, die sagen, wir wollen alle Ausländer ausrotten. Ja, gibt es. Und deshalb leugne ich auch nicht, dass es die gibt. Dann sage ich nicht, keiner ein Deutscher... Und man sagt ja auch nicht, dass Deutschland das machen will. Weißt du, was ich meine? Ja, aber warte mal, Green, wartet mal kurz, wartet mal. Da gibt es einen elementaren Unterschied zwischendrin. Du hast im politischen Islam, hast du in den Quellen den Koran, was das angeht, also womit man das auch belegen kann. Aber bei den, wie du es jetzt so genannt hast, Deutschen gibt es keine Grundlage dafür, dass man sowas machen sollte. Nirgendwo in der Verfassung steht, dass man sowas machen soll. Und das ist eben der Unterschied dazu. Du hast im Koran und in der Sunna sehr, sehr viele menschenfeindliche Sachen gegen Ungläubige drinstehen. Gegen Juden, gegen Christen in vielen Punkten. Also es ist nicht so, als wenn man das da vergleichen kann. Was denn zum Beispiel? Jetzt im Koran oder... Ja, ja, im Koran, warte mal, du meinst die 27 Stötungsbefehle oder wie man Ungläubige behandeln soll, beziehungsweise, dass man die sich weder zu Freunden nehmen darf, noch denen Zuneigung geben darf, noch was da über Frauenrechte drinsteht, noch was da über Sklavenbesitz drinsteht, dass man Sklaven besitzen darf. Also wir können da ein sehr, sehr breites Thema aufmachen. Auf welches willst du davon eingehen? Ich habe jetzt nicht jeden Bereich studiert, aber ich kann jetzt sagen, was sich halt weiß. Was zum Beispiel das Thema mit den Sklaven ist, dass man die halt freikauft, sozusagen. Also wenn die schon versklavt sind und du die sonst... Okay, andere Frage. Ist das Halten von Sklaven im politischen Islam erlaubt, ja oder nein? Ist nicht erlaubt, weil du dich ja als Gott erhebst dann. Gut, das stimmt schon mal nicht. Das kann ich ja auch über den Koran beweisen. Im Koran steht an vielen, vielen Stellen, dass Sklavenhalten erlaubt ist. Es ist sogar erlaubt, mit verheirateten Sklaven Sex zu haben, ohne gegen deren Willen. Das ist auch erlaubt. Über Tafsire, klar, natürlich. Die Tafsire ist falsch dann. Das ist falsch. Du musst den Koran anhaben... Also Ibn Kaffir ist falsch. Ibn Kaffir ist falsch. Ibn Kaffir? Das kann man auch nicht übersetzen. Ja, Ibn Kaffir ist dann falsch. Du meinst Osasuna jetzt? Nein, also wegen dem Tafsire. Du hast gesagt, Tafsire ist dann falsch. Und dann habe ich dich gefragt, ja, ist dann ein Tafsire von Ibn Kaffir falsch? Ich muss mir die Sura... Okay, warte mal. Gehen wir erstmal auf Sklaven in einen. Gehen wir erstmal auf Sklaven in einen. In der Bibel wird auch über Sklaverei gesprochen und auch auf eine üble Weise. Das wird doch... Wir sind keine Christen, wir reden nicht über das Christentum. Das Christentum ist keine aktuelle Gefahr für unsere Demokratie. Ja, ich wollte... Nee, 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 Sonnenschein. Nicht Takiyah-Alarm. Der Anil, da ist einfach unwissend. Das merke ich. Na ja. Wir hatten vorher einen Salafisten drin, der hat alles zugegeben. Der wusste Bescheid, der hat Islam studiert. Ja, das Ding ist, dass die Übersetzung anhand des Sunnah gedeutet wird. Und nicht, was die tatsächliche Bedeutung innerhalb des Korans... Also aus dem Koran... Du kannst bestimmte Sachen herausleiten. Du guckst, welche Wörter werden woanders auch in welchem Kontext verwendet. Zum Beispiel... Das ist doch keine Realität. Sklaverreich ist doch keine Realität im Islam. Das sind doch Hezze. Die wollen doch nur Hezze. Natürlich ist das eine Realität. Natürlich ist das eine Realität. Das wird sich widersprechen, weil Pharao hatte auch Sklaven. Das hat Moses, hat die Menschen da befreit und Sklavensysteme werden verurteilt im Koran. Das kann nicht sein, dass das erlaubt ist. Der Prophet Mohammed selber hat alle gelobt und gesagt, Sklaven müssen befreit werden. Also jeder kriegt Belohnung, wenn er die Sklaven befreit. Die Befreiung der Sklaven ging mit Islam los. Im Gegenteil, im Gegenteil. Die Länder, die erobert wurden durch Mohammed und seine Nachfolger, Green, wurden Sklaven genommen. Sklaven sind Beute. Green, Sklaven, Beute. Du kannst Frauen und Kinder als Sklaven im politischen Islam nehmen. Das ist vollkommen legitimiert. Das wurde wie vielfach von Mohammed und seinen Sahaba praktiziert. Verschlebt nach Amerika. Waren das nicht die Christen? Mohammed hatte sogar sechs Sklaven. Sechs Sklaven. Das ist Verleumdung einfach. Nein, das sind die Fakten. Null, sollen wir das jetzt durchgehen? Sollen wir das jetzt gerne durchgehen? Morris, eine andere Frage. Morris, eine andere Frage. Was fürchtest du? Was ist deine Furcht? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Ich kann nachts sogar sehr gut schlafen. Das Problem ist halt, ich sehe den politischen Islam als Gefahr für unsere Demokratie, als Gefahr für unsere Demokratie, die wir gearbeitet haben. Okay, das habt ihr damals auch über Weltjudentum gesagt. Habt ihr damals über Weltjudentum gesagt? Warum ihr? Ich weiß gar nicht, was du mit Weltjudentum oder so meinst. Ganz ehrlich, ich habe kein Problem mit Juden. Ich habe kein Problem mit Juden. Ja, aber damals, eure Hetze ging gegen Weltjudentum. Gegen die Juden im Allgemeinen. Heute hetzt ihr immer im Allgemeinen. Warte mal, wer eure erstmal? Du redest wahrscheinlich von den Nationalsozialisten. Ich rede über Deutschen. Nationalsozialisten haben mit uns nichts zu tun. Ich rede über Deutschen. Nein, es sind keine Deutschen gewesen, es sind Nationalsozialisten gewesen. Die Nationalsozialisten. Die waren keine Deutschen oder was? Schau mal, du kannst nicht sagen, pauschalieren die Deutschen an sich. Weil sehr, sehr viele hatten damals ein Problem mit dem, was der Österreicher gemacht hat. Ihr redet ja auf denen Fußstapfen. Green Rebel, die Nazis, die hatten eine totalitäre Ideologie, genauso wie der Islam eine totalitäre Ideologie ist. Und der Nazi-Islam-Pakt, hast du davon schon gehört? Nazi-Islam-Pakt? Was war der Methodik über Juden? Wie sind sie gegen Juden vorgegangen? In ihrer Hetze? Genau wie ihr, AfD-Anhänger. Genau wie ihr. Oh, ey, jetzt ohne Scheiß absoluter Schwachsinn. Also nein, erst mal, wir, warte mal, Green Rebel, wir pauschalisieren nicht. Erst mal, wir pauschalisieren nicht, wir differenzieren immer. So, und wie gesagt, in Sure 33, Vers 50 steht, Prophet, wir haben dir zu Ehe erlaubt, deine bisherigen Gattinnen, warte mal, ich rede jetzt erst mal aus, dann kannst du, deine bisherigen Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, was du an Sklavinnen besitzt. Einen Besitz, der dir von Allah als Beute zugewiesen worden ist. So, Sklavinnen durften als Beute genommen werden und das wurde auch damals so gehandhabt. Safiya selber wurde erst mal als Sklavin rumgereicht, bis sie irgendwann später zu Mohammed wieder zurückkamen. Die wurde zuerst an Dichia al-Kalbi gegeben. Und Dichia al-Kalbi hatte sie dann später an Mohammed wiedergegeben und Mohammed hat sie dann erst freigelassen. Also, darf ich? Hier schreibt gerade im Muslim rein, wie Valeha. Im Judentum, im Judentum, Christentum, Sklaverei genauso erlaubt und ihr habt damals... Absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Du hast im Christentum durch Jesus keinerlei Sklaverei belegt, keinerlei. Okay, aber damals habt ihr Deutsche gegen die Juden gehetzt, auch sie ihre Bibel zitiert. Aber warum betreibst du Wort about Thism? Ja, das habt ihr damals über die Juden gemacht, ihr habt Bibel zitiert, ihr habt das alte Testament... Hast du Angst, was passiert, was damals mit den Juden passiert ist? Habt ihr nicht aus deren Büchern zitiert damals, als ihr gehetzt habt gegen die? Nein, haben wir nicht. Natürlich, guck dir eure Propaganda an. Warum hier ist keiner von nun fast ausgemacht, wir haben da halt noch nicht gelungen zu kriegen. Ihr seid doch, ihr nennt euch doch Deutsche oder nicht? Du kannst mit dem, kannst du das denn nicht vorhalten, weil die sehnen sich nicht als gläubige Christen. Und deswegen klappt das nicht so, was du davon stellst. So jetzt, liebe Leute, ich wollte mich verabschieden. War nicht bei euch hier. Und bis das nächste Mal. Wien darf ich dazu was sagen? Hitler hat genauso gegen den Christentum gehetzt. In Fonelich gerne darüber. Hitler war kein Christ. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Free Israel, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Hitler hätte viel lieber gehabt, und das hat er auch gesagt, dass die Deutschen Muslime gewesen wären. Weil damit wäre es viel einfacher gewesen, kämpferisch sich weiter zu verbreiten, hat er selber gesagt. Darüber weiß ich nichts, dass man hier gehört kann. Aber eure Hetze, eure Hetze, wie ihr das betreibt, ist eins zu eins das gleiche, was die NS-Regime damals gegen die Juden gemacht hat. Absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn, wir haben niemals gesagt, wir haben niemals gesagt, dass wir das irgendwie allen Muslimen oder so wünschen, oder dass wir irgendwas mit den Muslimen in irgendeiner gewalttätigen Art machen wollen. Das haben wir niemals gesagt, das würde auch niemand pauschalisierend sagen. Wir haben über die Juden gesprochen, die haben über das Weltjudentum damals gesprochen, hauptsächlich, und die Juden waren diejenigen, die das Weltjudentum vertreten haben. So macht ihr das genauso. Ihr redet über Islam, und dann sind die Muslime diejenigen, die für Islam gerade stehen. Ihr macht das gleiche. Natürlich, also die Christen stehen auch auf das Christentum gerade, das ist doch so in der Religion. Wenn du an was glaubst, dann verstehst du für deinen Glauben gerade, ist doch logisch. Auch wenn ihr nicht so viel wissen, ist es ganz schneller und besser. Guck mal, hier schreibt zum Beispiel ein Juden, ich empfinde AfD wie damals, also das... Das ist ja nicht zu übersehen, was... Oh, warte mal, Green, dann können wir gerne drüber reden. Warum haben Juden aktuell heute Angst, auf die Straße zu gehen? Das ist ein sehr gutes Thema. Weil ihr habt sie vertrieben damals. Warum haben sie Angst, auf die Straße zu gehen? Ihr habt sie vertrieben damals. Nein, die Juden haben aktuell Angst, auf die Straße zu gehen, weil gerade sehr, sehr viele Muslime Juden einschüchtern, beziehungsweise die unter Todesdrohung sind. Nein, 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 nein. Ihr habt... Natürlich, schau dir die Pro-Palästina-Demos an, was da alles für Genozip hat. Wer ist denn hier? Wir haben da alle nicht gelebt. Absoluter Schwachsinn. Auf den Straßen werden Genozid-Fantasien gegenüber Juden geäußert. Reiber, Reiber, oi, Juden ist eine davon. From the River to the Sea ist die nächste. In Bayern ist das schon mit dem Hakenkreuz gleichgestellt. Also tu nicht so, als wenn auf den Straßen kein Juden-Hass von Muslimen ausgehen würde. Gibt's bestimmt. Das ist ein Thema, Frau Liggen. Das will ich auch gar nicht bestreiten, aber der Hauptgrund, warum die Juden verfolgt wurden, warum sie vertrieben wurden, wart ja ihr Deutsche. Ihr waren die Nationalsozialisten, äh, Nationalisten, nicht wir Deutschen, ja. Tu das nicht bitte immer vermischen. Die Nationalsozialisten waren das. Zusammen mit den Nazis. Das sind das Gebiet, das Land und das Volk und das war es hier. Die haben paktiert mit dem Islam, mit dem Großmufti von Palästina. Ja, Armin al-Hosseini, das war ein Freund von Adolf Hitler. Ist ja okay, politisch kann ja sein, dass es da Verbindungen gab, aber es geht ja um, heute gibt's ja auch, Deutschland ist ja auch mit Amerika verbunden. Schau mal, es gab theologische Überzeugungen vom Großmufti von Palästina mit Adolf Hitler. Theologische Überzeugungen, guck mal, du redest da so, als, wenn du nur ein Land nimmst, Albanien oder was auch immer, wo war dann die ganze andere islamische Welt? Ja, gute Idee, Albanien, SS-Division Hanscha. Muss man nachschauen, das waren alles Muslime in der SS-Division. Du nimmst ein Land oder zwei Länder, was auch immer, und stellst das gegenüber 50, 60 weiteren Ländern. Was ist das, wo waren dann die ganzen Muslime? Warum hat dann die ganze arabische Länder die aufgenommen später, die Juden, wenn es so war? Haben sie nicht mal. Da wurden die Juden nicht massakriert damals in Palästina, alle. Warum nicht? Das war unter britischer Kontrolle. Nee, nee, als sie reinkamen, als sie reinkamen, da gab's noch. Weil dort hatte, war das britisches Mandatsgebiet, ja oder nein? Aber haben davor schon Juden? Wer war das britisches Mandatsgebiet, ja oder nein? Mandat, gut, gab's aber. Und wer hatte dann da die Kontrolle? Genau, die Briten. Warte, gab's da Juden oder nicht damals, bevor die Briten da waren? Osmanische Reich damals. Richtig, gab's da Juden? Natürlich gab's da Juden. Das heißt, es ist gar nicht von der Religion. Wir haben da unterdrückt gelegt. Es ist nicht von der Religion. Ihr könnt das euch so drehen, wie ihr wollt. Es ist nicht von der Religion. Ja, wir sind aus dem Christentum verfolgt. Hingepflüchtet. Green Rebel, wusstest du, dass der Islam die Welten in zwei Hälften aufteilt? Das habt ihr über Weltjudentum damals auch gesagt. Hör mir doch bitte mal zu. Haus des Krieges und Haus des Islams. Wir, die am besten sind gerade im Haus des Krieges, weil alles, was unislamisch ist, alles, wo keine Scharia gilt, ist im Haus des Krieges. Haus des Islams ist zum Beispiel Afghanistan, Irak, Iran und so weiter, alle islamischen Länder. Guck mal, das habt ihr über Weltjudentum damals auch gesagt, dass das Judentum die Welt erobern will. Wir haben gar nichts gesagt. Die Nazis. Wenn du es noch einmal sagst, ich sag auch nicht, ihr müsst ihr nicht mehr ab, das und dann da gesagt. Es war einfach, dass ihr euch einfach distanziert sagt, ja, das waren die, das waren die. Nein, machen wir nicht. Jeder hier in Deutschland sagt, dass sie Hitler hasst und was sie ihn verurteilen. Wir haben da nicht gelebt. Ich sag auch nicht, ihr müsst ihm ab, das und das gemacht. Doch, das gemacht. Du machst genau das, was die hier in diesem Team auch teilweise machen. Du hast gerade irgendwelche albanische Dings zitiert sogar. Aber schau mal, eure Väter haben sie abgeschlachtet, vergaßt und jetzt kommst du zu... Mein Vater ist 55, Junge, meine Gruppe, meine, alter Leute, meine Oma war damals 5, jetzt, äh, mein Vater hat da welche abgestattet, wenn ich sowas noch einmal höre, das ist ja krank. So, warte mal, das lasse ich jetzt auch nicht zu, dass da irgendwie pauschalisiert wird, dass gesagt wird, hier, äh, das war, da waren damals alle Deutschen so. Es waren die Nationalsozialisten. Es war eine bestimmt, ein bestimmter Teil hier, der hier gelebt hat und die das auch so angewendet haben. Aber man kann nicht pauschalisieren und sagen, es war alle Deutschen und sagen, ja, eure Väter. Diese Schuldkeule lasse ich mir nicht aufdrücken. Sowas wie früher darf nie wieder passieren. Aber leider passiert es gerade und das leider von muslimischer Seite hier in Deutschland aus. Hallo, erstmal schönen guten Abend. Darf ich kurz mal reden? Das ist ein Dank, dass du ihn rausgeworfen hast, Alter. Er sagt, mein Vater hat damals irgendwelche abgeschlachtet. Wenn ich sowas noch einmal höre, Junge. Kontom, wenn du nicht beleidigst, können wir darüber reden. Aber leider haben wir auch schon mitbekommen, wie du sehr viel beleidigt hast. Also wenn du ruhig redest, kannst du gerne reden. Ich beleidige nicht, wenn jemand sich nicht gegenüber zu mir sachlich fällt. Warum soll ich denn beleidigen so grundlos? Habe ich doch keinen Grund dazu. Es gibt Leute hier drin, die ziehen so viele abscheuliche Sachen über den Islam. Dann muss man automatisch auch gegenüber ein bisschen standhaft zeigen. Wenn du mit mir respektvoll redest. Also was du alles an Beleidigungen bei Löwenherz rausgehauen hast, das war von dem strafrechtlichen Rahmen. Der Löwenherz hat auch so richtig krasse Sachen gesagt über den Islam. Okay? Also ich würde mich gucken. Ja, was denn? Ja, zum Beispiel, wie er so schamlos abscheuliche Sachen, zum Beispiel, wie er über den Propheten Mohammed geredet hat. Ja, was denn genau? Ja, dass angeblich der Propheten Mohammed ein Kinderschänder wäre und die Eiche mit sechs Jahren... Naja, wie willst du denn Sex mit neun Jahren von einem über 50-Jährigen bezeichnen ansonsten? Daher weißt du das? Hast du das mit deinen eigenen Augen gesehen? Warte mal, warum muss ich das mit eigenen Augen gesehen haben? Das ist verlässlich aus islamischen Quellen dokumentiert. Ach, das ist eine Quelle, wo ihr euch das so schön macht. Bist du Sunni? Ich bin Muslim. Es ist egal, ob ich Sunni bin oder nicht. Ich bin Muslim. Man kann ausrechnen, wie alt die war ungefähr. Warum darf ich nicht reden? Ihr sagt doch auch so viele Sachen über den Islam. Wir brauchen uns das nicht mehr ausrechnen. Es steht ganz klar drin, sie war neun Jahre alt, Mohammed mit dem Geschlechtsverkehr gab. Das wissen wir. Weil euch die Wahrheit nicht schmeckt. Das kann nicht stimmen. Weil euch die Wahrheit nicht schmeckt. Ganz klar drin, sie war neun Jahre alt, Mohammed mit dem Geschlechtsverkehr gab. Das kann nicht stimmen. Weil euch die Wahrheit nicht schmeckt. Ihr zieht einfach irgendwelche Lügen über den Propheten. Wann hast du mal gehört, dass ein Muslim sich da hingestellt hat und hat gesagt, der Jesus ist schwul, der ist pädophän. Hast du das mal von einem Muslim gehört? Nein, wirst du auch nicht. Weil diesen Charaktereinschaft besitzen nur die Christen, nicht die Muslime. Absolut. Wie viele Morddrohungen und Beleidigungen ich schon von Muslimen bekommen habe, da will ich gar nicht mehr erzählen, wie viele das inzwischen schon sind. Guck mal, wenn wir beide, guck mal, ich kenn dich nicht, du kennst mich nicht. Wenn wir beide mit Respekt reden, dann können wir über uns alles unterhalten. Weil wenn ich mich nicht beleidige, beleidigst du mich nicht, dann können wir über alles reden. Ich finde das nur schamlos, mit so einer größten Lüge von zwei Milliarden Menschen den Propheten als Kinderschänder zu beleidigen. Okay? Warte mal, Pantum. Soll ich es dir vorlesen? Soll ich es dir vorlesen? Ich würde mal den Moritz bitten, mal den passenden Hand. Okay, weil das eine Lüge ist. Das ist eine Lüge. Das ist eine der größten Lüge, wo Christen sich das... Ich habe den Koran auch hier in der Hand und ich lese das auch taktisch. Da steht nirgendwo, dass Mohammed eine sechsjährige bis neun Jahre da irgendwie geschändigt hat. Was ist das für eine Unterstellung? Stell dir vor, ich würde sagen, du hast Sex mit deiner Mutter. Beispiel. Als Beispiel nur. Würde es dir das gefallen? Nein, das würde dir nicht gefallen. Wie könnt ihr Christen dann ständig über den Propheten, ständig über so eine Scheiße herziehen? Als ob du dabei gestanden hast mit Kamera und hast das aufgenommen, wie Prophet Mohammed. Schau mal, schau mal, schau mal, wenn, schau mal, wenn, schau mal, wir belegen ja hier alles. Und schau mal, Pantum, schau mal. Wenn etwas über eine zuverlässige Quelle, die von Rechtsschulen auch verwendet wird, von sehr zuverlässigen Rechtsschulen, dann kann man doch nicht sagen, das ist einfach beiseite zu wischen. Wie gesagt, wenn das aus irgendwie Quellen kommen würde, die nicht nachvollziehbar sind, meinetwegen. Aber wenn es aus islamischen Rechtsbüchern rauskommt, wenn es aus Sahih-Hadisen kommt, dann hat das leider ein gewisses Gewicht und darüber müssen wir dann reden. Ja, natürlich. Ich rede ja auch mit dir ganz normal darüber. Aber Fakt ist es ja, guck mal, wir reden hier von einer Sache, was knapp 1500 Jahre alt ist. Diese Zeitelemente, die man heute in dieser Zeit betrachtet, waren nicht genau die Zeitelemente wie vor 1500 Jahren. Okay, dann gehen wir mal darauf ein. Warte mal, dann habe ich nur eine kurze Frage. Aus deiner Sicht, der Islam ist doch eine, Allahs Wort ist doch ewig gültig. Der Koran ist für alle Zeiten gültig. Der Koran ist für ewig gültig. Ja, das stimmt. Ich kenne den Islam anhand des Korans und von Eltern, wenn ich Moschee gehe, dann lerne ich halt den Islam richtig. Aber am meisten habe ich den Islam durch Koran kennengelernt. Okay, gut. Also halten wir fest. Koran, ewig gültiges Wort Allah und Mohammed, der beste Mensch, der jemals auf der Welt gelebt hat. Nein, das stimmt nicht. Da steht auch selber im Islam drin, dass Mohammed der beste Mensch war, der jemals auf der Welt gelebt hat. Allah hat, guck mal, Allah hat die Menschheit erschaffen, den ersten Menschen, Adam. Den ersten Menschen. Und Allah hat gesagt, ich unterscheide keinen Menschen von dem anderen Menschen. Für mich ist, jeder Mensch gleich hat Allah gesagt. Nur den Propheten Mohammed hat Allah als den höchsten Menschen gestuft, weil er im Islam eine Funktion hat. Er hat nur den Propheten Mohammed als den schönsten Menschen erwählt im Islam, weil er den Islam verbreitet hat. So, und darauf hat sich der Islam fokussiert mit diesem Satz, er ist der schönste Mensch. Wir lieben Jesus. Dann frage ich dich mal bitte, ja, nur eine ganz respektvolle Frage. Okay? Wir Muslime, wir Muslime lieben Jesus. Aber ihr Christen... Aber ihr islamischen Jesus... Ihr lebt Isa, ihr lebt, warte mal, nein, ihr lebt nicht, ihr liebt nicht Jesus, ihr lebt Isa. Das ist ein vollkommener Unterschied. Das ist doch nur eine Abänderung von dem Namen. Nein, nein, das ist eine komplette Charakterabänderung. Phantom, das ist eine komplette Charakterabänderung. Das ist ein Riesenunterschied. Isa ist nicht Jesus, ganz klar. Kann ich dir auch ganz einfach belegen, ist Jesus Christus der Sohn Gottes? Ich sag mal so. Ja oder nein? Ist er der Sohn Gottes, ja oder nein? Für mich gibt es keinen Menschen, der zu einem Falsch- und zu einem Sterblichen ist. Ein Gott ist nicht Sterblich. Ja, aber ist, warte mal, andersrum gefragt. Ist er laut Islam der Sohn Gottes? Jeder ist der Sohn Gottes. Nein, nein. Ja, eben, nein, er ist es nicht eben. Und das ist der Punkt. Dadurch allein schon ist er nicht gleich Isa. Wir haben im Islam nur einen Verstand und das führt dann zu Allah. Wir sagen, guck mal, ich erkläre das damit, dass du das so ein bisschen verstehst. Im Islam gibt es keine Statur, die man anbetet. Wir haben ja kein Problem damit, wenn die Christen sagen, wir glauben... Was ist mit der Kaaba und der eminitischen Ecke? Wir sagen, guck mal, wenn ein Christ sagt, ich glaube an Gott, wenn der Christ sagt, ich glaube an Gott, aber unser Gott ist einmal der Jesus und direkt auch der Gott persönlich. Drei Personen, Genesis, sagt ihr doch, so wie ich das kenne. Wir sagen gar nichts, wir sind Atheisten. So, dann frage ich mich, guck mal, ich habe viele auch aramäische Freunde, Orthodoxen, die sagen zum Beispiel auch Isa zu Jesus. Ja, dann frage ich dich, was ist denn da jetzt? Die Katholiken sagen, so... Tani, kann ich dir sofort widerlegen, ist absoluter Schwachsinn. Wir haben einen Aramäer, der ist auch öfter mit drin, der sagt, niemals, niemals würde der sagen, dass Isa und Jesus dasselbe ist, niemals. Ich habe hier einen, ich schwöss dir, der ist Christ, der ist Aramäer, der kommt aus Türkei, der kommt aus Mardin, ist ein aramäischer Christ, Orthodox, der sagt sogar Allah zu Gott. Ja, und der trägt Kreuz. Ja, aber dann ist er kein Christ, dann ist er niemals ein Christ. Nein, natürlich, weil Allah der Name ist. Ila ist Gott, nicht Allah. So, warte mal, wir kommen jetzt zum Thema zurück. Du hast ja gesagt, ich soll vorlesen. Du kennst ja Abu Dawood. Ja. Und in Abu Dawood 2021 steht, überliefert von Aisha, der gesamte Allah heiratete mich, als ich sieben Jahre alt war. Die Erzählung Suleyman sagt sechs Jahre. Er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, als ich neun Jahre alt war. So, was machen wir jetzt mit dieser Quelle? Guck mal, diese Quelle ist rein, rein nur von, ich sag jetzt mal von diesen Büchern, die da drinstehen, ist nicht mit dem Buch identisch, so wie wir das aus dem Koran kennen. Okay? Der Prophet Mohammed, der hat niemals mit einer sechsjährigen so eine abscheulichen Tat begonnen. Das ist das, was die Christen den Muslimen vorwerben. Das behauptest du, aber wo ist der Beleg? Wo ist der Beleg aus der islamischen Geschichte? Kannst du mir, warte mal, stopp, kannst du mir einen Hadith zeigen, wo drinsteht, dass Aisha älter war? Guck mal, ich hab dir vorhin gerade versucht zu erklären, dass diese Zeitelement, die in diesen Zeiten entstanden hat, wir reden hier von einem Zeit vor 1500 Jahren. Wusstest du denn überhaupt, dass vor 1500 Jahren die Menschen einen ganz anderen Zeitelement hatten, als wir jetzt? Okay, wenn du auf dem Universum fliegst, ein Jahr vergeht da acht Jahre zwischen der Erde und der Atmosphäre, dann kannst du mir nicht erzählen, dass vor 1500 Jahren eine ganz andere Zeit nicht vergleichbar ist jetzt mit der Zeit. Hast du irgendeine Aussage von einem Rechtsgelehrten, der dir das bestätigen würde? Guck mal, dann frag, okay, du hast mich das gefragt, dann frage ich dich mal an eine Stelle. Okay, ihr seid ja jetzt auf einmal... Nein, nein, ich möchte nur eine Antwort haben. Hast du eine Aussage von einem Rechtsgelehrten, die das bestätigt, was du gesagt hast? Ich habe das, ich habe das, also persönlich mit einem Hodja darüber damals geredet, ich habe auch einige Leute, Islamgelehrte, die haben gesagt, das stimmt nicht. Ja, aber nimm es mir nicht übel, ein Hodja bringt mir nichts. Ich brauche eine Fatwa, ich brauche eine islamische Rechtsschrift dazu, die das besagt, was du gesagt hast. Ansonsten bringt mir das nichts. Ich kann dir, ich kann dir jetzt, weil ich bin nicht so stark mit dem Koran involviert. Ich kenne den Koran jetzt nicht so 100 Prozent, weil wenn ich mit einem Christen ständig rede, dann kommen die mit irgendwelchen Suchen immer an. Dann frage ich dich mal jetzt so, warum habt ihr in euren Kirchen so viele Pädophäne dann? Dann frage ich dich mal. Also ich kann dir gerne darauf antworten, erstmal ich bin kein Christ, warte mal, erstmal ich bin kein Christ, ich bin Atheist, aber ich kann dir gerne darauf antworten. Das Problem, was in der katholischen Kirche ist, ist das Zölibat, dass die Priester keine Frau heiraten dürfen. Das ist aber mit der Bibel so nicht belegbar. Die Kirche selber handelt in sehr, sehr vielen Sachen nicht nach der Bibel, sage ich dir auch ganz ehrlich. Für mich ist die Kirche nicht repräsentativ für das Christentum. Und was auch noch dazu kommt, Jesus selber hat gesagt, wer ein Kind zur Sünde verführt, und das ist in der Hinsicht Sex, so sei es, als wäre er mit einem Mühlenstein um den Hals ins Wasser geworfen worden. Das wird zur Pädophilie gesagt. Das heißt, du kannst die Pädophilie in der Kirche nicht damit rechtfertigen von den Pfarrern aus. Das kannst du mit dem Zölibat rechtfertigen. Bei Mohammed aber kannst du es durch diesen Hadith rechtfertigen. Was auch angewendet wird, es wird praktiziert. Woher weißt du denn aber, dass diese Hadithe, auch dem originalen Koran, diese Hadithe, die da entstanden sind, dem ähnlichen Koran, der vor 2000 Jahren zu Mohammed kam, dass diese Hadithe in diesen gleichen Texten zusammen, also gleich ist. Wie kannst du mir das beweisen? Wie? Wie kannst du mir das beweisen? Ich grüße euch. Darf ich ein bisschen mitmischen, Leute? Ich bin ein Arameer, ich bin auch etwas über 50 und kenne mich sowohl im Christentum auch ein bisschen mit dem Islam aus. Darf ich da ein bisschen mitmischen, Leute? Respektvoll bleiben, nicht beleidigen. Wenn man etwas aus den Schriften zitieren sollte, und wenn man es belegen kann, dann kann derjenige nichts dafür. Phantom, ist das okay? Also ich sag mal, damals hat man... Ganz kurz, Korinther, bitte. Ich würde dem lieben Phantom, Murat, eine Frage stellen. Warte, Herr Stumm, aber ich kann nicht... Er hatte behauptet, dass die aramäischen Christen selbst zu Gott Allah sagen würden. Nein, wir sagen Aloho, Aloho, Haloko, Morio, Elishadai, Haloko, Aloho, Aloho, Aloho. Eben, und das ist nämlich der Unterschied. Und selber, wie gesagt, für die Christen, ist Allah nicht Gott, ganz klar. Also das Wort Gott, das Wort Allah gab es vorher auch. Das ist ja nicht unbedingt, was mit dem Islam zu tun hat. Das ist ja eine arabische Sprache einfach. Das muss man ja auch bedenken. Also die arabische Sprache ist aus dem Aramäischen entstanden, liebe Leute. Auf jeden Fall. Also da gibt es kein Anwendung da. Ich meine, ich habe nie Arabisch gelernt, aber wenn ich so richtig hinhöre, verstehe ich so viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann werde ich euch mal was fragen. Ich habe eine ganz kleine Frage an euch. Phantom Murat, warte bitte, warte. Du hast doch gerade den Koran bei dir. Ja. Kannst du bitte Surah 65 Vers 4 aufmachen? Ja, habe ich. Kannst du uns da rauslesen? Wieso stimmt das? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Lass doch mal bitte den nicht stummen. Tu dich in stummen Phantom und lies bitte da raus. Phantom? Bitte da rauslesen. Du kannst doch gleich die Surah aufmachen. Das wurde ich gestern auch gefragt, die Surah. Warum liest du nicht vor, Phantom? Der ist auf schmatter... Danke dir. Gott segne dich. Aber liebe Leute, ich bin nicht hier um Rose zu sammeln oder so. Vielen, vielen lieben Dank. Phantom Murat? Was ist los? Also ich würde schon gerne haben wollen, dass du gleich aufmachst und uns vorlesen tust, weißt du? Ich habe den jetzt vorliegen, aber natürlich wäre es gut. Ja, jetzt ist er runter. Jetzt ist er raus, ja klar. Kein Wunder, bei dem Inhalt, der da drin steht, das ist schon heftig. Anil, hast du vielleicht bitte deinen Koran bei dir? Rauch mal da. Nein, das ist mein Scheißauto. Ehrlich gesagt, jetzt tut der Kleine das abstellen. Das ist immer... Schau mal her. Der da, genau. Braucht sich jetzt keiner. Anil? Anil? Liebe Leute, ich bin jetzt ganz kurz hoch. Ich würde schon gerne einen, der ein bisschen belesen ist, in dieser Hinsicht. Das wäre mir lieber, dass man nicht gleich einfach flüchtet, weil das gehört sich nicht. Und wie gesagt, immer sachlich bleiben Leute, freundlich und respektvoll, weil was anderes brauchen wir hier definitiv nicht. Ich wollte nicht die Wahrheit. Okay. Anil, lies bitte vor. 65,4. Ansonsten will irgendein Muslim ihm diese Frage beantworten. Ja, ich... Gerne eine Anfrage stellen. Ich kann darauf antworten. Da steht ja Frauen, da würde ja sonst Kinder stehen. Also, wenn ihr jetzt darauf ausseit. Und es mit ja... Lies doch mal vor, lies sie noch mal vor. Lies vor, wir begleiten dich. So hören wir dich nicht. Wenn du rausgehst, dann können wir dich nicht hören. Ach so. Lieber Moritz, kannst du mich groß machen? Ich kann das auch gerade vorlesen. Ich habe das auch hier vorliegen. Und dann zeigt es, weißt du? Ja, ja, klar. Ich kann mich auch gerade groß machen, das kannst du auch gerne machen, wenn du willst. Bist groß. Gut. Gut. Jetzt pass auf. Schau mal, mein Lieber. Schau mal, mein Lieber. Sode 65, Vers 4. Anil. Ja. Bist du da? Okay. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate. Und ebenso die derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem Niederkommen, was sie in ihrem Leib ertragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er an seiner Angelegenheit Erleichterung. Also, Anil, was verstehst du hier darunter? Genau, ich verstehe darunter, dass Frauen damit gemeint sind. Und Frauen sind halt, wie du weißt, ab einem gewissen Alter und keine, das ist nicht auf Kinder bezogen. Weil es gibt auch Frauen, die generell keine Monatsblutung bekommen. Bestimmt, weil die Schwanger von Leib ertragen sind. Gut, wir gehen das langsam zusammen durch. Ich meine, wir verstehen ja alle Gott sei Dank gut Deutsch. Und von daher wird es ja kein Problem sein. Schau mal her, und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, das heißt, das sind ältere Frauen, die nicht mehr demonstrieren. Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Wer sind denn diese hier, derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben? Ich meine, welche Frauen können denn das sein, die noch keine Monatsblutungen haben? Ja, Frauen, die durch eine Krankheit oder durch bestimmte Sachen, wenn man zum Beispiel Leute, die viel Sport machen, die bekommen ja auch keine Monatsblutung. Das kann sein, oder durch bestimmte Krankheiten. Anil, Anil, bitte jetzt. Es befindet sich auf Frauen. Da wird der Kino stehen. Jetzt lassen wir aber ein bisschen die Kirche im Dorf, bitte. Komm, vor 1400 Jahren, dass die ja jetzt im Fitness, im Gym waren und so. Nein, nein, nein. Da steht doch Frauen. Du kannst doch lesen. In anderen, ah, jetzt steht Kinder oder so. Also, wenn damit gemeint wäre, dann... Okay, Anil, alles gut, alles gut. Wie bekommen wir jetzt das raus, was da wirklich tatsächlich gemeint ist? Ich meine, wir haben ja neben dem Koran, was haben wir neben dem Koran? Gelehrten. Und jeder, der den Koran, die Sonne und die Gelehrten ablehnt, ist ein Karpel. Hier sagt man im Koran. Richtig? Ja, der Koran lehnt aber Quellen aushalb des Korans ab. Nein, nein, das stimmt nicht. Ganz, ganz, ganz viel. Doch. Das stimmt nicht. Alles, was da heik ist. Schau mal, mein lieber Anil. Wir brauchen hier jetzt nichts zu leugnen. Das sind eure Schriften. Und ohne eure Gelehrten kommt sie nicht voran. Aram, Bruder, der Typ ist ein Koranite. Der ist ein Koranite. Der glaubt nur an den Koran. Der gehört einer ganz kleinen Untersenkte an. Okay, alles gut. Also, bist du ein Koranite? Anil, bist du ein Koranite? Ich kann dir auch jetzt rauslesen. Dann sag mir, was das bedeutet. Bist du ein Koranite, ja oder nein? Was heißt Koranite? Das gibt es nicht. Steht das im Koran? Das ist eine Stigmatisierung. Du musst sie fragen, ob sie nur an den Koran glauben. Sie glauben nur an den Koran. Fragen, ob die Sonne für sie ungültig ist. Ja, die Sonne ist laut Koran ungültig. Also, glaubst du nur an den Koran. Ja. Okay, genau. Also, das heißt, Koran ist das Wort Allah, ist richtig? Ja. Okay. Kann Allah Fehler machen? Nein. Bist du dir ganz sicher? Ja, worauf willst du hin aus? Sag einfach. Kann er Fehler machen in seinem Koran? Nein, natürlich nicht. Okay. Und was ist, wenn ich dir jetzt hier einen gravierenden Fehler zeige in deinem Koran? Nur im Koran? Was sagst du dann? Ja, zeig. Ganz kurz. Ich muss kurz sagen, Leute. Ganz kurz. Entschuldigung. Ja, ja. Leute, ich bin erst mal raus. Das ist nicht so mein Thema. Ja. Bleib trotzdem friedlich auf beiden Seiten. Du bist voll abgedriftet hier. Und genau, außerdem sind wir wieder von dem Thema abgedriftet, das wir vorhin eigentlich besprechen wollten. Aber danach bin ich erst mal raus. Das ist nicht so mein Ding. Aber trotzdem, schönen Abend noch an alle. Schönen Abend. Anil, weißt du, was das Traurige ist? Da du ja nur den Koran annimmst, ist es halt so, dass die meisten Muslime dich gar nicht als Muslim sehen. Ja, wir müssen gucken, was der Koran dazu sagt. Der Koran sagt ja, dass die meisten der Muslime denken, dass sie im Recht werden und dass die auch getestet werden. Und dass die auch getestet werden. Der Koran sagt auch, dass die Muslime getestet werden. Ja, aber der Koran sagt aber auch genau. Das wäre die Worte des Propheten nicht. Schau mal, der Koran sagt aber auch ganz genau, dass du die Sunnah beachten musst. Der Koran sagt sehr genau, dass du die Sunnah beachten musst. Der Sunnah Tullah, also die Sunnah von Allah innerhalb des Korans. Und der Prophet Mohammed hat den Koran gepredigt. Und das bezieht sich darauf und nicht, dass wir es aus eigenen Gelüsten oder... Ja, natürlich bezieht sich das auf die Hadise. Alles gut, ich meine, ich bin auch für die Koraniten gewappnet. Das Wort Padis? Anil gestellt fest, dass der Allah keinen Fehler machen darf. Richtig? Ja, aber du gibst mir bestimmt jetzt irgendeine Übersetzung, was von einem Testament ist. Nein, 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 nein. Ja, frag einfach. Absolut aus dem Koran. Guck mal, ich sage jetzt auch nicht, dass ich jetzt alles ganz genau weiß, aber frag mich, vielleicht kann ich darauf antworten. Das musst du ja nicht, Daniel, das musst du doch nicht. Ja, zeig einfach. Ich will nur wissen, ob Allah perfekt ist oder ob er Fehler macht. Und wenn er Fehler macht, dann kann er auch nicht Gott sein. Ja, klar, also Gott macht keinen Fehler. Sind wir uns einig da? Ja. Okay, dann machen wir Sura Mariam auf. Das ist die Sura 19. Sura 19, Vers 28. Ja, Vers 28 müsste das sein. Kannst du mich bitte nochmal groß machen? Das ist Sura Mariam. Ja. Vers 28, kannst du mir das lesen, bitte? Geh mal weiter raus. O Schwester Harron. O Schwester Harron, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Ja, das haben die Juden gesagt. Nein, 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 Moment. Wer spricht hier? Ja, richtig. Und wer spricht hier im Koran? Ein Jude oder Allah? Wer spricht hier? Nein, warte mal, dann kamen sie mit ihrem Volk. Ja, da sprechen, also Allah zitiert in dem Koran, also das, was die damals zu der Zeit Mariam gesagt haben, als Beispiel, also was sie bezichtigt haben. Ja, ja, aber hier steht doch, O Schwester Harron, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Wer ist denn die Schwester Harron hier? Wer ist das? Maria, oder? Richtig? Oder nicht? Ja, mit Schwester kann jetzt vom Nachkommen oder direkt vom Nachkommen oder mit Schwester. Worauf willst du dich jetzt genau beziehen? Auf das Wort Schwester oder den Text generell? Wer ist Harron? Wer wird da gemeint? Wer ist Harron? Harron, Aaron. Richtig. Wer ist Harron? Ja. Harron ist der Bruder von wem? Der Bruder von? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Der Bruder von Moses, richtig? Ja, ja, genau. Wer ist der Bruder von Mariam hier? Wer ist der Bruder von Mariam hier? Weiß ich jetzt nicht. Imran? Imran. Und weißt du, wie der Bruder von Moses geheißen hat? Nee, weiß ich nicht. Imran. Und Moses hat auch einen Bruder gehabt. Hat auch einen Bruder gehabt. Weißt du, wie der geheißen hat? Von Moses? Ja. Aaron. Er hat auch eine Schwester gehabt. Weißt du, wie die geheißen hat? Nee, das weiß ich nicht. Maria. Mariam. Okay. Jetzt pass auf. Weißt du, wie weit entfernt diese Maria und Moses und Aaron auseinanderliegen? Die Mutter von Jesus Christus. Weißt du, wie weit die auseinanderliegen? Weißt du das? Fast 600 Jahre, glaube ich. 1500 Jahre. Also so Moses Zeit und Christus. Bis zum Christus circa 1500 Jahre. So. Also, wie passt das zusammen, mein Lieber Anil? Das kann nie und nimmer passen. Das heißt, dieser Isa hier, hier im Koran und unser Jesus sind nicht eine und dieselbe Person. Ja, das mit den 1500 Jahren, das muss man gucken, aus welcher Quelle das jetzt... Aus welcher Quelle soll es sonst sein? Ich meine, das lesen wir hier im Koran. Ich meine, wenn wir natürlich jetzt die Tafsire und die Sonne dazu noch nehmen, die Hadithi, dann... Das sind die meisten, die sind alle Brüder und Schwestern. Das ist egal, welche, ja, und so. Ach so. Ja, das ist Gott, Schwester, das ist es. Ja, das ist einfach, das ist dann Wurscht, ne? Das ist unsere Schwestern sind alle, wir stammen alle von Adam und Eva. Ja, man sagt so, Erko, 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 zeig mir das aus deinen Schriften, dann werde ich es annehmen. Aber er sagt ja auch, Herr. Zum Beispiel eine Frau mit Kopftuch, eine Mädchen, ich sage, das ist meine Schwester. Erko, Erko, Na, nein, 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 nein. Nein, 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 doch, doch, dass ist doch... Zeig mir aus deinen Schriften, dass das so drin steht. Das ist logisch. Das ist nicht logisch. das ist nicht logisch zeigt mir das aus deinen schriften dass das so gemeint wird hast du nicht mal dann hast du eine schwester wer sagt wer zu dir gesagt musst du hast du hast du hast in deiner schrift stehen wo 1500 jahre auseinander liegen dass es so gemeint wird philosophieren das ist nicht okay also wir können alles schriftlich belegen nachkommen jakobs söhne jakobs heißt ja auch nicht dass die eine richtige fehler im koran wir können wir alle glauben aber wenn das hier kein fehler ist da weiß ich auch nicht das werden die ehren zu geben oder soll ich keine fehler sagen im bibel wir wollen wir sind hier auf diese zure gestoßen und diesem eier aber das sagt ja nicht wie das sagt jetzt ich habe mir schon erklärt was das bedeutet was erklärt dass wir sind alle kinder von adam und er war und wir sind alle brüder und schwester also das heißt das heißt gemeint das heißt jetzt wir machen es ganz einfach das heißt erko du bist nicht der soll man nennt sich nicht den sohn von deinem vater ebrahim man nennt sich den sohn von schick und hammer wird das ok ich glaube an die bibel ja aber ich muss dem vorredner recht geben hier werden ja andere zitiert gesteckt er steht ja sie sagten im vers 27 immer da steht ja sie sagt denn das sagt also nicht allah sondern das sagen irgendwelche leute daher ja ja aber philosoph wir haben hier ein problem hier hier spricht hier spricht allah und allah da sagt ja sie sagten ja er verständnis dass sie sagten ist ja nicht allah oder der zitiert doch jemanden aus dem volk israel wahrscheinlich also dann hat er dann hat er wahrscheinlich schriften genommen von menschen wo besser waren wie er oder was dann tut dieser allah dann tut dieser allah von menschen schriften entnehmen weil diese menschen wahrscheinlich besser waren wie er und tut gleich die fehler mit interpretieren der allah also bitte hallo hallo ich interpretiere definitiv nicht so wie es mir passt ich sagt allah interpretiert hier nimmt aus irgendwelchen schriften und zitiert daraus dann nimmt er auch wahrscheinlich die fehler noch mit also dann ist dieser allah doch nicht ein allwissender allah weil dann 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 braucht er menschen menschen umschriften da also da steht doch wie können wir mit jemandem sprechen der noch ein kind in der riebe wieder legt dass die leute da was falsches aram bruder darf ich den kurz was fragen den erko er kommt jetzt interessieren ist jemand ein muslim der die sonne ablehnt der nur an den koran glaubt aber die sonne ablehnt ich denke schon hundertprozentig kann ich das nicht sagen jetzt aber da spielt das eine rolle wenn er koran ist der nimmt auch die sonne dann auch wenn er die sonne ablehnt die hat diese die ja diese sind für ihn nicht gültig schon mal ist sondern ist sondern bedeutet man kann man muss nicht und im koran steht alles was man muss fast und so nah bedeutet das hat unser prophet uns empfohlen man kann das machen dann bekommt gut aber war aber hatte warte mal kurz warte mal das heißt der islam ist keine gerade lebensschrift sondern man kann interpretieren wie und was man wo rein will das ist alles nicht verbindlich und ja eben das ist auch der punkt aber das hast du gerade gesagt das hast du doch gerade gesagt so hinter das wieder an der wir beim christentum sind aber wirklich auch nicht besser also da weißt du wie ich mein ganz kurz ganz kurz die haben hier gerade ein thema das möchte ich das möchte ich oder möchten wir zuerst einmal durchgehen analysieren fertig machen dann kann man so etwas anderem übergehen nicht durcheinander bringen ich würde darauf folgendes antworten auch wenn ich kein moslem bin sowie in anderen religionen haben wie auch angefangen zu interpretieren aber das ist kein muslimisches merkmal das haben die definitiv gemacht mit den auf jeden fall mit neuem testament und alte hat ja schon angefangen zu interpretieren oder ja nicht mit dem neuen testament sondern die kirche hier wird behauptet das ist das wort allah also quasi das dass das der gott ist und dieser gott hat fehler hier hallo diese keine fehler wirklich wo also wenn das hier kein fehler ist also bitte noch einmal mehr sagen noch mal noch mal mehr sagen wenn dein vater ibrahim heißt dann sagt man aber zu dir du bist der sohn von schermann hat wie soll das funktionieren willst du das akzeptieren du kannst noch 100 mal wiederholen ich habe schön erklärt was damit gemeint ist ob du verstehst du hast gar nichts erklärt du hast nur philosophiert du hast nur philosophiert bringt es mir aus deinen schritten dann glaube ich ist die leute aber ich glaube das bringt warte warte mal darum ich weiß jetzt nicht inwiefern das was bringt weil ganz ehrlich die fliegen drumherum die leugnen was auch immer da steht ganz ehrlich ich weiß nicht wir kommen da nicht zu einem ergebnis was sagen guten abend ich bin muslim okay ich bin gläubig und so ich weiß nicht was ist der ziel von dieser live ich habe so ein bisschen geguckt aber ich glaube der sucht sich so fehler beim koran und so schön nur was sagen bevor vielleicht so was was ich sage ich halte der koran muss man wirklich auf arabisch lesen und verstehen auf anderen sprachen kann sein wird irgendwie falsch verstehen oder also warte mal weißt du wie viele überhaupt arabisch sprechen der muslime sehr viel und sehr viel auch fünf prozent fünf prozent sprechen arabisch ja warum ist das so wichtig warte mal deswegen wichtig es ist deswegen wichtig weil ansonsten die restlichen 95 prozent dauernd ihren hodger anrufen müssten ihren imam und dauernd fragen müssten du musst das irgendwie verstehen und behaupte mir warum sollte allah eine religion gemacht haben die 95 prozent der anhänger nicht verstanden wird das ist doch auch unlogisch welche sprache hat die katholischen kirche was sind deutsch oder oder hat hier eine andere sprache als haupt sprache oder haben die 100 verschiedenen sprachen hat irgendjemand behauptet die bibel kann man nicht übersetzen nein nein zeige dich was die ja eben also also haben wir das problem noch gar nicht die bibel kann man übersetzen die bibel ist übersetzt wir haben das problem nicht und selbst arabisch kannst du übersetzen und warte mal erko du hast es hier mit einem aramea zu tun der hier gerade groß ist der kann dir sagen woher die woher das arabische kommt und aber es ist doch übersetzbar absolut absolut ja siehst du erko hier hast du deine antwort also keine takia zu machen sondern entweder du bist ehrlich ehrlich oder du bist entweder du bist ehrlich erko oder es bringt mit dir nichts ganz ehrlich ist wie sagen wir ganz ehrlich da steht kein einziger fehler ob es mir passt oder nicht ich finde erko ein erko mal erko weiß mir wenigstens schon mal hier belegen wenigstens ja laut einer laut den hadisen oder von mir aus auch von dem trafzieren dieser nämlich ist man daran aber wenn so viel produzieren philosophieren vergisst es da kommst du nicht hier voran was geht und man sieht das ist gottes wort weil vor 1000 von 600 jahre wie viel das selbst wo das geschrieben wurde kein mensch war in lage sollte weiseite da reinzuschreiben gerade hast du gesagt allah hier hat allah hat hier von anderen abgeschrieben was redest du jetzt das ist gerade hast du gesagt allah hat hier zitiert von andere und jetzt sagst du hat niemand so weise sprüche schreiben können was ist los mit dir aber das ist ja nicht der ganze koran zitiert das ist ein satz das interessiert mich nicht selbst ein satz wäre zu viel warte mal erko warte mal kurz selbst wenn der koran sagt doch selber bringt uns deine eine aya wie diese so und damit hast du schon damit widersprich zu dir selber am erko guck mal das hat sie doch nicht falsch weil er das passiert hat er hat einfach zitiert dass die leute falls wir gesagt haben ich wieder lege ja nicht das was das stimmt ja was dann ach so und also können dann dann weiß dein alarm nicht dass das ein fehler war oder was was ist das für ein allergleicher aller guck mal nur weil du deinen intelligenz nicht so hoch und das ist einmal vorsichtig sei wirklich vorsichtig was das angeht man soll ohne scheiß mit einem glas haus sitzt sollte nicht mit stein werfen das war und war ein sehr guter glas weil wir muslimen sind oder gibt es ein anderer gut nein erko weil du entweder keinen wirklich hohen intelligenz quotienten hast oder hier einfach takia betreiben eins von beiden ich sag dir ehrlich du mit mir mit eurer bibel in der hand sieht in glas aus im vergleich mit koran weil bei euch hunderte und tausende fehler und bei uns wirklich kein einziger und ihr sucht da irgendein hat was auch kein fehler natürlich nicht weil es gibt keine fehler okay ich sehe hier du willst nicht weiter weiter damit vorankommen kommst du auch nicht einmal deine ganz groß gelehrten werden damit klarkommen erstens jetzt pass auf dann werde ich dir noch etwas anderes zeigen mein lieber und dann schauen mal wie klar du damit kommen wirst okay das sind nur ich schau mal her es sind so viele fehler im koran das kannst du dir gar nicht vorstellen jetzt pass auf zure 33 vers 56 wer spricht hier allah gewiss allah und seine engel sprechen den segen über den propheten wo die ihr glaubt sprecht den segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem bruch wir sehen hier sogar allah und seine engel beten für den propheten zu wem beteten wer allah hier zu wem kannst wieder sagen das ist ganz ganz falsch entschuldigung aber du redest gerade was ganz falsches wirklich du verstehst das irgendwie falsch oder bei dir ist mein ganzes respekt bitte ich würde sagen bevor ich weiß weil ich habe paar sachen sorry entschuldigung ich kann nicht mal deutsch nur ein bisschen respekt ich kann dazu gut deutsch deswegen unterbreche mich nicht ja okay sonst komme ich so durcheinander verstehe mit aller liebe guck mal wo ich respektiere wirklich ich bin muslim aber als muslim meine pflicht dass ich glaube an alle religionen christus oder juden oder also moses jesus alle ich glaube an alle weil das mein pflicht als muslim glaubst du dass jesus der sohn gottes ist wie bitte glaubst du dass jesus der sohn gottes ist nein ich glaube ja eben also dann glaubst du nicht an alle religion erzählt doch nichts und warte mal was noch kommt darf ich noch eine sache fragen warte mal wenn der koran perfekt ist warte mal warte mal gerade wenn der koran perfekt ist wenn der koran perfekt ist dann beantworte mir bitte eine frage muss allahs wort geändert werden wie bitte muss allahs wort geändert werden natürlich nicht ja also aber warum haben wir dann das abrogationsprinzip im koran was alte verse ersetzt warum müssen alte verse ersetzt werden wenn die worte perfekt sind und für alle zeiten gültig warum muss man mit ersetzungsprinzipien arbeiten moritz der koran es wurde gar nicht geändert es gibt in muslim natürlich das ist das abrogationsprinzip warte mal schau mal warum warte mal du hattest in mecca andere regeln als in medina klären du kannst mich nicht immer unterbrechen lass mich hier lass mir da ganz kurz klären warum konnte ich kann das ich will nur meine argumente sagen dann kannst du reden ok weil der koran wurde von leute auswendig gelernt das heißt von marokko bis saudi arabien bis andonesien es gibt millionen von menschen die koran von anfang vorne von islam die koran auswendig gelernt und nicht geschrieben der koran wurde von anfang nicht geschrieben danach der koran wurde geschrieben aber am als am anfang wurde der koran auswendig gelernt also sieben millionen von menschen die dieselbe version kennen und sagen die dieselbe version von koran deswegen wir glauben ich werde nicht sagen 100 prozent aber ich glaube und das finde ich eine logische argument weil die leute das auswendig gelernt im herz sage ich mal und im kopf gespeichert werden deswegen wurde nicht geändert und in islam es gibt drei sachen es gibt der koran es gibt sonne und es gibt hadith sie sind ganz verschiedene sachen sie sind weil du hast vorhin gesagt hadith und sonne du hast alles zusammen gemischt sie sind drei verschiedene sachen natürlich die hängen zusammen aber die sind drei verschiedene sachen koran ist von gott gekommen durch unser prophet wie jesus hat durch den gott der bibel gesagt und ich kenne warte mal ich kenne die grundlagen ich kenne die grundlagen aber schon mal der koran selber das müssen warte mal du willst mir das doch sicher zustimmen der koran selber wurde nach dem tod von mohammed gesammelt der wurde erst mal mehr der wurde erst mal gesammelt und dann zusammengestellt richtig nicht direkt nach dem tod bei dem bei dem entschuldigen abu bakter omar bei der dritte kalifat hat angefangen die zur zusammen zusammen geschrieben beim osmen eben nur kalifat osmen eben nur abwehren in dieser zeit haben sie das angefangen moritz darf ich ganz kurz wasser ich habe ich habe ich habe die sekunde philosoph kann jetzt gerade was sagen danach würde ich gerne was dazu anfügen wäre ich oder ja ja du kannst gerade was sagen also ich glaube definitiv nicht an den koran dass der von gott ist aber entschuldigung in dem vers der den du da jetzt aufgerufen hast da steht nicht drin dass ala mohammed anbetet das steht doch da gar nicht drin da steht er spricht den segen er sprecht den segen über den propheten wo steht denn da was mit anbeten das ist doch ein anderes thema das ist doch das was du sagst er sagt da steht das ala mohammed anbetet aber wo das steht doch gar nicht in diesem chat vielleicht verstehen wir keine richtigen ich weiß nicht ja ja pass auf ich wollte das arabische warte weil da steht doch segen wo steht da was von gebet warte mal er holt gerade die warte mal er holt kratz die arabische übersetzung das ding ist ja halt also die zweite überlieferung nach utman dem dritten kalibben wurde um 652 nach christus fertiggestellt und alle vorherigen koranfassungen wurden verbrannt so jetzt ist aber die frage warum wurden alle vorherigen koranfassungen verbrannt und ja gut aber das weicht jetzt wieder vom thema ab du hast gesagt nein 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 schau mal das ist ja das holt er doch gerade ich wollte ich war aber eben gerade bei dem thema dran ich habe eben gefragt warte mal also sekunde mal sorry erko ich mach dich mal gerade raus irgendwie bei dir du hast einen echt lauten hintergrund also das ding ist ja selber warum warum sollte ein gott ein abrogationsprinzip haben hat mich gefreut ich würde mich verabschieden bis dann die tage ja okay ja also das ding ist halt warum warum arbeitet der koran mit dem zieht der prinzip der abrogation wenn der koran doch von vornherein eigentlich die perfekte gesellschaft beschreibt warum musste es gesetze für verschiedene zeiten unter mohammed geben warum gab es nicht ein perfektes gesetz und warum musste mit der abrogation dann dann überhaupt gearbeitet werden da da kenne ich mich jetzt nicht aus wora wo ziehst du das raus wo steht es mit der 2 vers 106 2 vers 106 ist das prinzip der abrogation festgehalten weil du hast im koran mehrere verse mit einer ähnlichen bedeutung und da muss man sich ja fragen okay welches gilt denn jetzt im allgemeinen und da greift das prinzip der abrogation ich kann jetzt auch gerade vorlesen den genauen die ach ja hier suche 2 vers 106 ich zitiere wenn wir einen vers aus dem wortlaut der offenbarung tilgen oder in vergessenheit geraten lassen bringen dafür bringen wir dafür einen besseren oder einen der ihm gleich ist so das heißt es wird altes in vergessenheit geraten lassen und neues also und neues herauf aber warum wenn das wort von allah doch perfekt sein soll warum muss der überhaupt zu so einer methode greifen dass er alte verse abrogiert das war jetzt nicht ja eben das ist nämlich der entscheidende punkt verstehe mich nicht falsch kannst du mir vielleicht einfacher deutsch sprechen dass ich kann verstehen dass es mir zu hoch dieses deutsch verstehe bitte da kann ich nichts für ich rede ganz normales deutsch da kann ich nichts für ich rede ganz normales deutsch okay dann habe ich leider nicht so richtig gut verstanden kann ich mal kurz diesen seiten muslimen mal was fragen also sei ich habe nur eine frage ich werde einfaches deutsch reden ich wollte nur fragen was ist eure beweis dass der koran von gott kommt bitteschön weiß dass der bibel ist von jesus gekommen und was ist der beweis dass der torat von moses gekommen nein ich habe dir eine frage gestellt weil du redest ja von islam immer also ich wollte ich rede nicht von islam immer ich bin erstes mal hier reingekommen ich habe ein thema gehört dass man habe dir eine frage gestellt was ist der beweis das koran von gott kommt von allah rede nicht von bibel antworte meine frage was ist dein beweis das koran von bibel kommt das ist einfache frage ich warte naja es ist lange sachen jetzt ich kann nicht jetzt auf einmal sagen welche beweise sind drin verstehe ich nicht warum lachst du jetzt erwarte eine antwort aber du hast keine hast du entschieden dass ich keine antwort habe ja du hast gesagt das ist eine lange sache ich habe noch zeit ich habe eine stunde vor mir ich höre zu okay ich habe keinen beweis koran ist nicht von allah ist es eine antwort was du hören willst nein ich wollte dann will ich schon vielleicht will ich vielleicht will ich kreer zum christ umhalte als christ konvertieren dann sag ich mir was ist der beweis dass der bibel von gott kommt obwohl ich war ich glaube dass die bibel von gott kommt und nein was auch die deutsche sprache heißt gegen frage aber ich akzeptiere nichts gegen frage ich warten frage auf meine frage ich habe gesagt ich habe keine frage ich habe keine beweise also du hast keine beweise aber du glaubst du glaubst du glaubst du glaubst du glaubst doch an gott kannst du gott sehen ich glaube an jesus christus ich kann jesus christus nicht sehen aber ich kann ihn erleben ja wir glauben auch an muhammed und weißt du weißt du warum ich habe eine frage an den wahren und ich habe eine frage ich habe eine frage ich habe ich glaube an jesus jetzt sind wir komplett vom thema abgekommen und weißt du warum du stehst nicht leute er redet alle miteinander also hier ist keine also das problem ist ich stelle eine frage was ist beweist dass der koran vom gott kommt und eurer einzige beweis ist muhammad und muhammad hat wie viele jahre gebraucht damit die leute anfangen islam zu glauben sagt mir dass wenn ihr eure geschichte kennt wie lange hat muhammad gebraucht und wie ist islam überhaupt in europa gekommen und in anderen länder hat jahrelang gedauert ja genau weil niemand in mecca in mecca in mecca hat jahre gedauert und wir lesen jetzt die surah 33 56 das ist ein arabischer kollege von mir der wird es jetzt vorlesen jetzt kommen oh salam aleikum guten abel aleikum salam elhamdul jesus ja ja das habe ich gestern glaube ich gesagt habe ich den titel gesagt gestern als er gesagt wo habe ich einen gesehen einen gott der sich das betet und ich habe ihn dann gegeben in allah und seine äh 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 beten äh für muhammad und ihr gläubige redet aufschieben und segnet ihn diese frau safe hat eben gesprochen ist dass die frau ne ja das ist diese ja für du weißt doch arabisch ganz kurz der liebe der kann den ganzen koran auswendig auf arabisch der hat gesagt er betet auf ihn es ist nur falsch und wenn der ist aber sofort geflüchtet ich habe eine herausforderung damit ihr eine chance bekommt dem ganze islam zu zerstören haben wir doch schon längst getan jetzt hört ihr ganz genau zu ich bin der erste der bereit ist ich gebe eine woche zeit eine woche zeit die alle in der surah wie im koran zu schreiben eine surah der kleinste surah hat drei eier und wenn er das nicht schafft und nicht bringen kann dann seid ihr lügner eure buch ist lüge wer ist denn die jüri wer ist denn die jüri ihr seid lügner wer ist denn die jüri dem islam zu widerlegen sagt eure diese gelehrte der so wie aber ich kann mir ich konnte mir dieses gesülschen nicht mehr anhören das ist so unmöglich die katastrophe leute darf ich nur was sagen weil die schwester vorhin hat gesagt wie kannst du an was glauben die keine beweise gibt ich möchte noch mal sagen meine schwester im islam musst du mir nackentherapie verpassen weil nein 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 dann islam islam ist nicht so lakum dina kumweli dini ihr habt die schwester ich sag zum alle schwester und brüder guckmann ich sag's dir weil ich respektiere alle religion das ist mein kopf okay ich weiß nicht an was du glaubst oder was du über islam oder du hast vielleicht koran sagt du musst christin nicht salam alikum sagen nicht nur dass man darf noch nicht mal mit juden oder christen befreundet sein geschweige denen denn denen zuneigung zeigen wenn man das tut dann ist man einer der ungläubigen also sorry erzähl uns hier keinen scheiß ja genau du musst den anfangen mit koran lesen dann kommen du hoch und reden über deine religion aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht lust auf irgend so ein gesülze ich will dass man ehrlich über das thema redet und ganz ehrlich mit takia sich den ganzen abend zu vertreiben da habe ich ehrlich gesagt besseres zu tun dann lass uns doch über die quellen offen reden leute die wirklich ahnung davon haben mit dem man darüber reden kann und nicht irgendwie so takia leute die leugnen was im koran drin steht ganz ehrlich wir haben selber noch nicht koran gelesen und kommen hier und wollen uns zeigen was das drinnen steht ja und dann kommt auch noch hier ihr habt eure religion ich habe meine das ist eine lossagung von allen anderen und wir wissen was passiert ist was das angeht also kann ich auch mal gerne gerade vorlesen aus dem koran das ist eine klare lossagung an alle andersgläubigen ja bitteschön märchengeschichte ich liebe so suche 9 sorry suche 109 sagt ihr ungläubigen ich verehre nicht was ihr fährt und ihr fährt nicht was ich verehre und ich verehre nicht was ihr bisher immer verehrt habt und ihr fährt nicht was ich verehre ihr habt eure religion und ich meine das ist eine lossagung das ist eine lossagung ganz klar wir sind nicht gleich ich verehre nicht was ihr verehrt ihr fährt nicht was ich verehre und ihr ungläubigen ganz klar das ist eine lossagung von den ungläubigen ja aber zu wem hat er gesagt es hatte das zum juden gesagt oder zum liefsten gläubigen sind alle anderen gemeint die neue muslime sind diese sura diese eier ist gekommen für die leute in mecca da mal die zum steiner und andere sachen gebetet außer gott die mehrere götter gehabt so können wir ganz leicht prüfen schauen wir uns mal den tafs hier dazu an sogar 1 bis 6 so ungläubig bist du ungläubig also ich bin aus sicht des islams ungläubig ja nein wer sagt es wir hatte einmal das gesagt der koran steht in koan das christ ist ungläubig ist ja der ein jude ist ungläubig ist ungläubig ist jemand der der an nichts glaubt nein sei es stimmt nicht sei ich habe eine frage als christin glaube dass jesus gott ist was bin ich in allahs augen erzähl mir du glaubst an gott oder ich glaube an jesus christus dass das jesus das heißt glaubst du nur an jesus oder glaubst du auch an gott nein ist jesus was bin ich in den augen im allahs augen werden ja aber du glaubst dass das der gott ist der vater von dieses also du glaubst dass es gibt eine größere gott als jesus oder mein vater ist jesus und gott ist gleiche das hast du nichts kapieren warte warte mal c varte mal so du hast gesagt es ist nur gegen die wer ist götzendiener gewesen so die erklärung der unschuld vom schirk diese sure ist die sura von abkehr von den taten des götzendieners sie gebietet eine vollständige abkehr davon die aussage allahs sprich sprich o ihr ungläubigen schließt jeden ungläubigen auf dem angesicht der erde ein jedoch richtet sich die aussage besonders an die ungläubigen der kureich es heißt dass sie ihre unwissenheit dem gesamten allahs aufforderten einlang ihre götzen anzubeten worauf sie im gegenzug ein jahr lang seine götzen anbieten würden so das heißt es schließt jeden ungläubigen auf dem angesicht der erde ein ibn kafir richtig sei du sagst die christen und juden sind nicht ungläubig somit werden sie von den moslems nicht oder vom islam verfolgt richtig natürlich nicht was auch ihr seid gläubig ihr seid gläubig jetzt pass auf schau mal hier sure 5 vers 64 nur eine sache weil sonst gehe ich wirklich runter weil ich rede jetzt ganz ernst und dann die männer die warum sie lacht was für ein respektvoll ich rede nicht respektlos oder irgendwas ich lache weil du deine eigene schrift nicht kennen deswegen nicht lachen dann gehe ich runter dann gehe ich runter warum bleibe ich hier wenn ich meine schrift kenne nein nein sei gar kein problem wieso denn wer hat dich hier beleidigt niemanden nein ich finde es nicht schön wenn sie sagt so du kennst deine eigene schrift nicht kennst du mich ich bin keine ich bin keine ist ich bin keine islam oder ich verstehe ich verstehe ich wir sind ja auch respektvoll absolut schon mal her sure 5 vers 64 und die juden sagen ala sand ist gefesselt ihre eigene ihre eigene hände sein gefesselt und sie seien verflucht für das was sie sagen nein vielmehr sind seine hände weit ausgestreckt er gibt aus wie er will was zu dir als offenbarung von deinem herrn herab gesandt worden ist wird sicherlich bei vielen von ihnen die auflehnung und den unglauben noch mehren und wir haben unter ihnen feindschaft und hass erregt bis zum tag der auferstehung jedes mal wenn sie ein feuer zum krieg anzünden löscht allah es aus und sie bemühen sich auf der erde unheil zu stiften aber aller lieb nicht die unheilsstifter das ist moritz das ist der konzept von der koan der koan es ist keine buch guck mal da hat erzählt auf da mal was ist mit benny israel passiert und was ist und gott was hat mit dieser leute die juden selber erzählen in ihrer bücher auch in israeli jährten ihrer bücher erzählt wie gott hat sich selbst die juden geschäft und so dass ich nicht ich sehe du willst wirklich verstehen dass es etwas ganz besonderes sei eine frage ich nur eine frage nur kleine stellen kannst du weiter reden der islam der will uns zeigen guck mal dieser volk hat das so und so falsch gemacht also mach nicht wie dieser volk sei anders verstehst du ok sei es bitte ist mohammed ein profit natürlich glaube ich dass mohammed ist ein profit und muss ich auf geht und er bleibt alles alles gut alles gut alles gut alles gut was ist wenn ich die hier zeige dass der dass der mohammed kein profit ist was macht man damit ist profit warte mal kurz aber warte mal kurz sie verweist du sagst das aus dir aus oder sagst du das weil du den tafsir dazu kennst weil ich habe dir eben den tafsir gegeben und er hat genau das gegenteil von dem gesagt was du gesagt hast also woher wissen wir jetzt dass das was du gesagt hast nicht in dem tafsir anders steht oder guck mal ich habe koan auf arabisch gelesen ok also ich habe nie nie koan auf deutsch gelesen deswegen also gibt es mir der koan zeigt mir das surat auf arabisch dann lese ich es auf arabisch und ich kann es dir gerne antworten das auf deutsch ich habe auch koan auf deutsch mal mal aber du hast gesagt du willst mir zeigen dass mohammed kein prophetisch oder ja 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 was glaubst du an den haditen die von hadith von mohammed ja es gibt es gibt natürlich ja ich glaube aber es gibt natürlich in hadith es gibt hadith der zum beispiel 100 prozent richtig es gibt manchmal manche hadith die nicht schwach sind und es gibt hadith zum beispiel die viele imam und von uns sagen nein das ist falsch glaubst du da nicht natürlich buchhari also laut unser imam sonst soll und wenn in den sachen buchhari steht das 6 war als sie mit mohammed geheiratet hat und sie war neun als sie mohammed bunga bunga gemacht hat was denkst du davon von deinen profeten das ich finde ich kann nicht dein namen richtig auslesen sogar melo sogar melo guck mal ich bin hier nicht zu verurteilen was weiß ich nicht ich kann dir auch die geschichte von von moses wieder hat ein war mit einem anderen dinge zum kleinkind guck mal ich bin ich bin wir sind nicht hier guck mal wir sind nicht hier sachen zuvor ja aber schau mal sef warte mal kurz weich doch nicht aus warte mal weich nicht aus relativieren nicht sondern warte warte mal sugar mann sef guck mal du sagst doch es ist sahih es wird anerkannt was machen wir jetzt mit einem sahih vers der etwas sagt was überhaupt nicht überhaupt nicht mit den werten übereinstimmt die wir hier heute haben was machen wir damit leute ich habe so viele hier das kannst du euch gar nicht vorstellen da wird jetzt hier aus keine ahnung was weiß ich von welchen dächer runterfliegen also sehen wir sind ja genau wir reden von sahih al-bukhari da steht das ich habe neun jahre alt war als mohammed mit ihr gesagt sechs jahre jetzt ist ihr neun gesagt ich habe gesagt hörgut nein 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 ich fasse es kurz kurz sie hat gesagt dass sie sechs jahre alt war als sie verheiratet wurde aber der geschlechtsakt wurde mit neun jahren ausgeführt richtig also mit neun wurde aisha von mohammed flachgelegt auf deutsch gesagt und was hältst du davon und nur kurze frage mohammed war übrigens über 50 zu diesem zeitpunkt ja genau er war 53 das steht in sahih al-bukhari und du hast gesagt du glaubst daran ich hätte jetzt nur eine frage du redest von moses aber moses war nicht der prophet von christentum moses nicht wie jesus bei uns aber mohammed so glaubst du nicht an moses glaubst du nicht an uns hör mal zu sein wieso weichst du immer aus ich habe nicht ich habe dir nur gefragt glaubst du wenn ich rede wenn ich rede mit jemand ich muss doch wissen an was er glaubt ist moses hat nie und nimmer ein kind angefasst das ist eine lüge das kannst du nicht belegen habe ich jetzt dass du moses hat ein kind angefasst ja was was du was dann ich habe nicht gesagt dass moses hat ein kind moses ist ein prophet gottes wir glauben an den wir glauben dann da an seine schriften ja eure probleme nur eure probleme glaubt nicht nur an mohammed nicht nein mohammed war nie ein prophet warte ganz kurze gemellen ganz kurz von wem stammt mohammed ab stammt davon isaq ab oder von ismail von ismail bist du dir ganz sicher bin ich ganz sicher natürlich jetzt schauen wir mal zur 29 vers 27 an was in koan steht dass mohammed nicht von ismail oder was nein 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 du hast schon richtig gesagt jetzt pass auf 27 jetzt was auch wenn mohammed kommt von ismail ja was machen wir jetzt das heißt in koan jetzt siehst du denn das ist das problem du gehst zum einer sohre springst du zum eier zum eier zum sohre so in koan würde das heißt in koan würde ismail gar nicht erwähnt doch der wird erwähnt irgendwo irgendwo aber das problem nein aber schon mal hier was wir schenken du willst sagen dass ismail ismail kein prophet war nicht heilig schau mal hier steht geschrieben und wir schenken ihm es hat und ja und richteten unter seinen nachkommenschaft unser seiner nachkommenschaft das profitentum und die schrift ein und gaben ihm einen lohn in die zeit ja aber das ist genau zeigt wie der koan glaubt an alle propheten oder nicht gut hier hier kann ich dich verstehen weil wahrscheinlich verstehst du wirklich hier doch doch die deutsche sprache in diese ich kenne diese eier ich weiß was du rätst genau aber ich habe gemeint dass es genau und das zeigt genau wie der koan glaubt und zeigt uns und beweist dass jakob und ishaq und was und nach jakob und ishaq sind propheten und das ist aber es aber es ist das nein 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 nicht nur ishaq und jahob und er sagt seine nachkommen seine kinder und genau ishaq und jahob und alle die nach ihm kommen von denen kommen die propheten genau josef josef musik ja 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 aber aber muhammed kommt nicht von da muhammed kommt von ismail du kennst die geschichte oder nicht die erkenne ich dass er ebrahim zwei frauen gehabt ich weiß es sehr gut und seine frau die zwei ich weiß sehr gut es ist hagar aber trotzdem wird der wird wie ein wie ein wilder esel sein und und immer gewalt gewalt veranstalten 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 so wie du es haben wir sie ebrahim zweite frau sie ist gegangen agar die ägypterin ich weiß es ja da hat sie da hat sie nach mecke aber von ismail gibt es keine propheten das sagt wo steht es hier steht schau mal hier hier steht allah wir schenken und wir schenken im schimpfel dir dass du mehr liest und guckst du dass ismail auch kommt von dem propheten und ist mein prophet wird so ja sein vater sein vater war ibrahim der prophet war trotz jaja aber trotzdem sagt nicht der koran dass aus den söhnen ismaels propheten werden hier steht klipp und klar ishaq und jahob von denen kommen die propheten das prophetentum versteht sie das nicht und wer hat das jetzt abgelehnt ich habe dir gesagt ja das ist richtig das ist richtig moritz 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 guckmann du willst einfach unbedingt weil nur das in deinem kopf ist und das ist deine ideologie also einmal wie gesagt ich bin also er ist nicht moritz ich bin moritz das ist aram ich habe nur groß gemacht weil er die ganze zeit quellen zeigt ja entschuldigung weil ich weiß ich habe gerade nicht richtig geguckt aber ich meine du hast vielleicht das in deinem kopf ist schwer dir was zu ändern du glaubst halt an mohammed ist kein prophet ist und ismail aber er hat auch eine gruppe team gemacht er hat auch keine profetien gemacht der mohammed hat nichts gemacht ja da hat man gemacht gar nicht dass da jetzt milliarden von menschen sind muslime das gar nicht mit dem schwert könnte ich das auch machen das ist stimmt nicht was du sagst stimmt ich bin ich bin ich komme aus tunesien also ich bin kein richtiger araber so zu sagen also wir werden wir werden nach viel jahre muslime werden nach nach mohammed und wir werden nicht mit der mit der schwert gehöre also tunesien werde nicht damit schwert geöffnet also nordafrika das sagst du ich sage ich bin weil ich kenne viele marokkaner ich kenne ich kenne marokkaner diesen studierte ich bin auch ein studierter und gebildeter mensch und die haben die haben den islam verlassen die sagen genau das umgekehrte ja das kann sein dass er halt glaubt an der der hat dort diese so aber bärischer nationalismus deswegen gesagt ich bin keine kann schon mal bitte dem 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 lehrer im hochnehmen lehrer hatte ich kenne ich schon aber ich muss ehrlich gesagt sagen bei dem der geht auf gar nichts sein ihr habt ihr seid unterstützte bei israel oder nein ich unterstütze niemanden na ihr habt israel also ich halte mich aus kompletten ja natürlich ich unterstütze die israelische zivilbevölkerung und finde dass es gerechtfertigt ist was nach dem 7 oktober passiert ist was die hamass da gemacht hat dass israel sich jetzt um jamass kümmert klar natürlich ist es nicht in ordnung dass da so viele zivile opfer sind man muss halt sehen die hamass selber das sind feiglinge die verstecken sich hinter kindern die verstecken sich hinter ziviler infrastruktur und die benutzen die als menschlichen schutzschild ich habe heißen was soll man sogar eure eigene kirche weißt du man muss ja ein bisschen nachdenken anstatt dieser israel zu unterstützen mit aller liebe das bleibt jedem jedem selber in letzter halten was ihr für richtig ich bin an die mich daraus sollten dass man alle gleich behandeln soll sonst werden sonst sind wenn die alle schon tot dort die alle yahoodis in den letzten zwei wochen wurde die dritte elster kirche in gaza bombardiert mal ein bisschen nachdenken also schau mal die tunnelnetzwerk unter komplett gaza gebaut so und die macht raketenstellung macht die in schulen in krankenhäuser rein also die hamass selber baut raketenstellung in schulen rein in krankenhäuser schießt von dort raketen wartet auf die antwort von israel und hält dann die toten babys hoch und dann sagen die kindermörder israel die hamass selber das sind terroristin der allerschlimmsten art die hamass selber deren ziel ist die auslöschung von israel das ist deren einziges ziel eine frage du bist deutsch der der gerade redet ja ja ist deutsch ok verstehe ich alles klar du kannst so natürlich du kannst nur so reden weil natürlich ihr habt viel zu schulden weil wir damals bei den nationalsozialisten dabei war der große mufti von palästina der selber auch 3000 jüdische kinder ins gas geschickt hat der österreicher selber hat sich gewünscht dass die deutschen damals muslime gewesen wären wer hat sie vertreten die deutschland und den moritz kannst du sag ich albukhari 65 24 aufschlagen klar also dann habe ich auch was zu was zu sagen hallo zusammen also ich habe eine frage an den jungen mann der gesagt hat islam ist also der ist jetzt weg nicht ohne schwert gekommen deswegen wollte ich meine meine groß dazu sagen ja ich bin noch da ok also islam ist sehr brutal hat islamische ideologie wurde auch verbreitet allein in persien da wurden nicht nur ganze kultur und religionen zerstören millionen menschen umgebracht frauen zu sklaven genommen da steht alles in islamische bücher drin von saibukhari bis al-resali und so was weiß ich und die haben sogar 80 million hindus getötet um islam zu verbreiten deswegen gibt es diese hindu kusch hindu kusch heißt also wohin das ist vermordet worden sind und mit islam ist definitiv nicht friedlich gekommen und leute islam angenommen von tunesien bis nach afghanistan persian hinter pakistan heute alle diese länder wurden mit schwert und brutale ermordung und zerstörung und kulturen religion wurden alle verboten vernichtet dann ist es ist klar klar dann sind irgendwie nach generationen menschen und islam angenommen das sind große lüge und das ist auch bekannt also du kennst das auch als araber vielleicht renne mert kennst du ja das heißt also die islamische soldaten egal wo welche land erobert haben da haben wir auch alles genommen frau kind alles als besitz genommen und das ist auch erlaubt zu sein islam ja genau das ist aber ich bin auch selber aus afghanistan mussten ex muslima und das ist gibt geschichten und bücher darüber und das weißt du auch als tunesier und ich finde es unverschämter dass er dachte ja der tunesier ist raus ich bin der adam der islam ist mit dem schwert gekommen ich habe gemeint du hast nicht genau genau deswegen bin ich hochgekommen und das wissen auch viele araber ich glaube halid im liewalit war der der dieser brutale kann jeder lieb mir genau genau der hat kein krieg verloren genau genau das sind geschichten nur nicht nur er sondern von omar ali und alles andere auch tausende geschichten die alle abgekürzt wurden die nicht islam angenommen haben das ist quatsch was der junge man sagt mein lieber gott segne dich dass du wenigstens den islam verlassen hast das ist schon mal sehr sehr gut auf jeden fall liebe leute der islam ist definitiv absolut nur mit dem schwer gekommen und wenn man die ganzen kalifen und deren ihre geschichten betrachtet die halt diese nur mit schwer und mord und tod durch die geschichte eingegangen also und das ist ja nicht aus den ärmeln her gezogen dass wir sagen die ganze menschheitsgeschichte bis zur jüngsten geschichte haben sie es gemacht und jetzt sogar auch jemand wenn wir die moslemischen länder anschauen wie können da die anders denkenden oder die andersgläubigen dort leben gar nicht sie werden nur unterdrückt misshandelt geschlagen keine kleine kleine sache noch dazu wenn wir jetzt sehen gerade in persien diese große alte persische religion sardascht oder auf deutsch sagt man was sagt man sardascht auf deutsch ja genau das ist alles die alle diese menschen und vertrieben ja und es existiert nur glaube ich 100.000 menschen die er diese glauben noch glauben in persian ja das wurde das sind keine sunniten nein beschieden ist auch in islam was ist das ist doch islamisch jetzt ist also sicherlich auch die schäden sind muslims da gibt es nicht muslims aber davor die religion von sardas das war also schierbar nicht schüler muslims schulier ist der er also die schienen glauben an aber ali ali also ali ist auch der prophet und sogar der schwager von mohammed der doch davon wo ammat und ali sind verheiratet fatma glaube ich und ali die 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 schitten sind auch muslimen und die lehnen dieses sunnitischen islam ab und die denken ali wäre der wahrer nachfolger von mahammad deswegen gibt es krieg zwischen schieden das ist aber die iraner oder perler die hatten davor an andere religionen und vorher war es zum beispiel auch ein teil davon und das wurde auch nicht nur verboten sondern auch vernichtet sag mal so eine millionen menschen muss in das land verlassen oder umgebracht werden und das ist in ägypten in alter ägyptische kultur in existiert nicht mehr oder in syrien heute die syrer waren auch nicht araber das war mehr wie viel davon ist übrig geblieben das waren alles aber mehr genau wie viel davon ist übrig übrig geblieben das heißt sie wurden einfach vernichtet einfach vermuten 0,1 prozent oder so oder ein prozent so ist jetzt so ist es genau und ich glaube wenn wir die aramische geschichte ein bisschen kennen würden die aramäer waren zu jeder zeit intelligent gebildet die waren auch die besten händler und und handwerker also von dem her sind die ganzen leute nicht umsonst von der vertrieben und ausgelöscht worden und wir sind die letzten die wo dort abgehauen sind naja ich meine wir können absolut sehr viele geschichten davon erzählen wo es unsere vorfahren väter großväter oder großväter zu jeder zeit erlebt haben also von dem her kann man das nicht verleugnen also wir haben alles durchgemacht und wir kennen das wir kennen syrien irak türkei iran palästina libanon auch nordafrika die aramäer waren auch bis nordafrika überall also von dem sogar in afghanistan waren wir mein lieber mutter weißt du das ja ja klar weiß ich ja ja auch in saudi arabien wie man sieht da ist auch kein einziger jude als wo man eine macht hat da war alles jüdisch drumherum die wurden alle vertrieben richtig und ich glaube heute lebt noch nicht noch immer eine jude da oder gibt es ein jüdisch zentrum da bin ich überfragt glaube ich nicht oder ich weiß es nicht ich bin mir nicht sicher aber auf jeden fall ich glaube es wurde in den letzten fünf sechs jahren eine kirche dort gebaut und das nur auf drängen von von trams sonst hat es nicht einmal eine kirche dort gegeben nehmen dann gibt es auch noch faschismus da zum beispiel im meckar darf keine nicht muslimer da rein weißt du ein christ oder ein ungläubiger sowieso nicht ein buddhist darf nicht diese markt mecker auch betreten ja keine chance genau und das ist auch kein toleranz das ist ja das heißt alle anderen sind auf arabisch sagt glaubt man sagt man glauben er ist ja das unrein und rein so gerne sagen kann ich dir mal eine frage stellen ja gerne kann ich mal fragen woher du kommst also aus welchem land du kommst okay also bist du jetzt du bist kein muslim oder ich bin nicht mehr muslim richtig okay also du hast den islam verlassen kannst du uns ganz ehrlich und kurz erzählen wie der islam also gekommen ist auf dieser welt also wie welche technik hat eigentlich mohammed benutzt um den islam ja breiten was zum beispiel also brutalität brutalität erobern zum beispiel im islam gibt es diese satz reinnehmen hat wenn arabisch kämpft mehr nimmer das heißt die islamische armee haben diese privileg bekommen wenn ein land eroberst dann gehören gehören die frauen die güte eines erobert des landes alle alle du kannst alles haben damals oder die islamische armee haben landländer erobert und dann haben die frauen zu sklaven genommen männer haben die güte unter sich verteilt das war diese trick und taktik ja so haben ein land nach andern erobert und mit brutalität und irgendwann haben die menschen so aufgegeben und es lang anerkannt weil es keine andere chance mehr hatten es gibt auch sogar in islamischer bücher tausende geschichten wie die zum beispiel irak oder persien erobert haben wie viel blut oder blutbäder gab es da man glaubt er hat und geschichte geschrieben aber das ist das wichtigste wer das geschichte ist zum beispiel taurigel taveri das ist ein bekanntes islamische geschichte authentischer da steht auch diese geschichten wie länder da erobert haben und wie viele menschen die umgebracht haben frauen zu sklaven genommen haben also das sind geschichten das ist krass wie man das lieb es gibt auch islamische quellen ihr könnt einfach sage ich halbukhari lesen und da steht was man alles gemacht hat mit den leuten damit sie islam annehmen aber daher sicher eure muslime seid habt ihr davon keine ahnung weil ihr habt nie so was gelesen aber ich sag's euch und einfach sage ich halbukhari und liest mal was der mohammed alles gemacht hat damit leute muslim werden und eigentlich sollte eine religion davon kommen in dem man gott liebt und man glaubt an gott weil man halt liebt wisst ihr was ich meine aber bei euch ist das nicht so mohammed hat einfach gesagt ihr müsst jetzt an den islam sonst verpassen wir euch einfach nackentherapie und das war's und das steht in den sahir al-bukhari und das ist nicht von sugermellen erfunden oder von mujib oder irgend so was das kommt von euren eigenen quellen ihr müsst nur den buch aufschlagen und lesen zum beispiel wurde halt auch verbreitet auf der ganzen welt also afrika amerika es ist genau dasselbe wie viele leute sind halt an den leuten gestorben im endeffekt geht so macht nicht um verbreitung von religion das wird halt oft so als vorwand verwendet ja natürlich und es gibt ja auch hier richtig viele ich wollte nur mal darüber reden es gibt hier so falsch so viele falsche albaner also mir liegt das im herzen darüber zu reden weil ich selber albanerin bin und es gibt so viele die sagen alhamdulillah muslim aber ich werde euch mal ein bisschen eure eigene geschichte beibringen wisst ihr dass albanien eigentlich christlich war und türken sind einfach zu uns gekommen und haben unsere uhr großvater und uhr großmütter nackentherapie verpasst und wisst ihr schon was gemacht haben mit den frauen nur damit leute einfach heute muslim werden und der albanische adler was ihr auf mein profil das sieht das steht wie das steht für widerstand gegen den islam und ihr zeigt heute denn die flagge richtig mit stolz und sagt dass ihr stolze muslime seid ja ihr könnt ihr könnt eure eigenen moment der zweite gekommen ist also zu istanbul wo er konstantinopul erobern wollte hat look so tschuldigung irgendwie ist der stream kurz weg gewesen nochmal hochkommen was ist da passiert keine ahnung irgendwie war der stream weg wahrscheinlich ist tik tok abgeschmiert aber besonders albanien da unten das ist schon heftig gewesen vor allem ja die wollen ja auch zwangs islamisiert und dass da heute so das stockholm syndrom immer noch ist das ist wirklich heftig ja natürlich und weißt du wie viele leute aus albana die sagen heute nein das stimmt nicht was erzählt zu finden scheiß keine ahnung was aber es gibt doch geschichte und ich habe geschichte in der schule gelernt hat sich kind war ich war doch in albanien und die haben uns halt darüber erzählt und es gibt ja diesen kastrioti der ist besser gekannt als skanderberg hat ja gegen den türken gekämpft und gegen den islam und es gibt heute leute also bezüglich zum beispiel albaner die sagen ja ich bin stolzer muslim wie kannst du eigentlich stolzer muslim sein wenn du deine eigene geschichte kennst das ist doch unmöglich man ja und das alles nur wegen dieser grausamen eroberung und ja wie gesagt es geht hier um eine politische ideologie es geht hier nicht um menschen es geht hier meine politische ideologie und ganz klar wir differenzieren zwischen anhängern des politischen islams also radikalen muslimen und denjenigen muslimen die hier spirituell leben der hier die auch in unserer gesellschaft leben die letztere sind nicht damit angesprochen bei dem was wir machen es geht rein um die radikalen aber das ist doch der großteil der leute die gerade in den dekrepieren in palästina sind einfach spirituelle muslime das sind nicht hammers anhänger das sind einfach irgendwelche random familien irgendwelche kinder die halt jetzt getötet werden einfach weil israel eine kolonialmacht ist die vom westen unterstützt wird das hat auch nichts mit religion zu tun gar nichts das ist einfach nur politik des westens die halt darüber geschickt wird so und das ist ein vorwand jetzt dort alles platt zu machen so damit aber das stimmt das stimmt überhaupt nicht hast du dir die karte der jamaß mal durchgelesen nein aber ja dann wundert dich nicht die hama ist eine organisation der muslimbrüder die hama selber ist eine organisation der muslimbrüder und die berufen sich eindeutig auf koran und sunnah natürlich das hat sehr sehr viel mit dem islam zu tun was dort passiert ja also die hamas hat wahrscheinlich schon was mit dem islam zu tun es ist halt die religion die dort vollständig ist aber es ist halt es geht ja nicht nur darum dass es halt jetzt darum geht eine besondere religion zu verbreiten oder so irgendwas sondern darum dass die halt gewaltvoll verdrängt wurden von israel einfach einer kolonialmacht das hat auch nichts mit judentum zu tun sondern es ist einfach kolonialisierung wie es halt schon überall passiert wird auf der welt und es ist immer wieder dasselbe so blödsinn sie hatten die chance auf eine zwei staatenlösung sie haben sie abgelehnt sie wollten es nicht jetzt haben sie nur noch dieses kleine stück selbst schuld ich wollte so was wollen die irgendwie sich organisieren so palästina auch nie existiert hat deswegen haben wir auch kein status warum richtig was hat palästina also israel wurde literally erst erschaffen vor 45 45 jahren litsche die reden wir jetzt hier wie zwölfjährige oder wie erwachsene so müssen wir uns jetzt überlegen wie wir das gespräch jetzt hier führen stehe ich jetzt nicht also du hast vielleicht mit teilen recht dass du sagst israel hier dies das ananas aber das was israel jetzt gerade da macht das einfach nur eine reaktion darauf was sehen wir erfahren ist die werden auch seit 70 jahren bekämpft von der radikalen islamisten rundherum guckt mal die ganzen länder um israel herum sind alles islamische länder die israel auslöschen wollen extrem radikale orthodoxe amerikanische jüdische personen hingehen und leuten aus ihren häusern werfen so in der westbank gibt es keine hammers wieso wird trotzdem in der westbank bombardiert ja wegen die zivilisten ja aber ich meine dass er mich erschreckt dass er eher dass ihr schon auf andere leute hinweist also was denkt ihr denn selber was denkt ihr denn selber wie ist es für euch am besten also meine persönliche meinung zu der ganzen sache in der idealen welt gebe es eine einstaatenlösung wo kein apartheid system existiert in dem arabische menschen die in israel leben es gibt ja auch mehr als genug araber und palästinenser warte mal ali warte mal kurze frage wer leitet den staat warte mal ali warte mal wer leitet den staat wer leitet den staat israel nein aber wer würde die diese einstaatenlösung leiten wer würde diese einstaatenlösung leiten aus jüdischen und islamischen leuten bilden das ist ja keine warte mal dann warte mal ali dann hast du tut mir leid aber dann hast du keine ahnung von dem was da unten passiert das hauptproblem ist die ex die existenz jüdischen lebens da unten dass sie dort einen staat gegründet haben das ist der hauptgrund für den konflikt ja also es hat nichts damit zu tun also ganz ehrlich was denkst du würde passieren wenn israel seine grenzen aufmachen würde ich habe von einem idealen staat von einer idealen welt geredet mir ist bewusst dass das realistisch nicht greifbar ist und dass die realistischste lösung in der jetzigen situation auf jeden fall in der welt schon mal näher wenn alle radikalen muslime weg sind und der islam sich entfernt dann kommen wir in einer heilen welt schon mal sehr viel mehr was erwartest du von diesem land von israel von uns von deutschland ich bin nicht in deutschland aber von deutschland ich würde sagen was auch schon eine jüdische sprecherin ich glaube das war marcus lans gesagt hat ein guter freund würde was ja auch deutschland mit dem israelischen staat ist würde besseren rat geben als macht einfach weiter so und würde irgendwie für ein ceasefire beziehungsweise einen feuer stopp stimmen so dass dann hast du dich mit dem konflikt offensichtlich nicht beschäftigt wenn du wüsstest was eine feuerpause heißen würde eine feuerpause würde die hamas ausnutzen die hamas würde weiter terror begehen sie hat selber gesagt dass sie es immer und immer und immer und immer wieder machen wird was am 7 oktober passiert ist das heißt eine feuerpause wäre da leider genau das falsche weil die hamas alles ich betone alles dafür nutzt und die hamas selber diese feuerpause begrüßt nicht weil die etwa meint ja sie wollen jetzt mal sich um ihre verwundeten oder so kümmern die sind der hamas scheiß egal da geht es nur darum dass sie größtmögliches unheil weiter anrichten können das ist das ziel der hamas die hamas selber hat die auslöschung alles jüdischen lebens da unten als ziel aber du kannst doch nicht das als vorwand aussitzen um halt das jetzt irgendwie keine ahnung zu berechtigen dass irgendwie extrem viele zivilisten dass fast alle palästinenser einfach gerade umgebracht werden so wo macht das sinn also nein erstens es werden weit weit weitaus nicht alle getötet das ist erst mal ein schwachzeug ja es gibt zwei millionen palästinenser da unten sind schon mal 1,8 millionen schon mal geflohen also das werden schon mal nicht alle umgebracht ich weiß nicht wo du mathe gehabt hast dass du nicht angreifen dass du über palästinenser redest so ein bullshit ey wir leben hier in deutschland das ist für mich schon fraglich dass wir uns überhaupt über so eine religion überhalten unterhalten also entschuldige entweder ich bin falsch oder alle anderen sind falsch ich kann nicht annehmen bitte nee schluss reicht wie ekelhaft kann man als mensch eigentlich sein mal ganz ehrlich es betrifft halt auch deutschland weil deutschland israel finanziell unterstützt das ist doch ganz toll dass es die unterstützung hier gibt das ist doch super eine kolonial macht mit noch mehr was mit noch mehr waffen zu unterstützen wie ekelhaft kann man als mensch eigentlich ich habe eine kleine frage ich habe eine kleine frage ich habe einen deutschen politikern wie ähm israel ist auch der einzige staat in dem man irgendwie im mittleren osten schwul sein kann ja auch nur in tel aviv außerhalb davon ist auch extrem recht politische Lage und zu welchen politikern du hast du willst dass man israel jetzt irgendwie als das perfekte land und die einzige demokratie im mittleren osten darstellt ist halt auch irgendwie nicht das wahre so ja und zu welchen gehört warte mal Sandra welche demokratien gibt es denn noch da unten welche demokratien gibt es denn noch da unten keine aber ich meine die sache ist auch die in israel läuft es auch nicht so geil demokratisch ab da demonstrieren doch gerade leute da demonstrieren doch gerade leute man sagt eine die hier ist dann ist ja auch ein ganz ganz falschen fuß in palästina haben auch extrem viele leute seit 75 jahren demonstriert friedlich und wurden erschossen von militärfunktionen nicht nur das die wollen ja auch neuerdings ein neues gesetz auf den weg bringen ja wo die meisten juden sogar auf die straße gehen deswegen und dass dieses gesetz auch antidemokratisches ja natürlich das ist der punkt so die israel drehen weit rechts und ich meine solche dinge wie flechtssegregation von bussen und so etwas ist gang und gäbe in israel ich weiß nicht ob man das irgendwie trotzdem ist israel die einzig westliche demokratische form im nahen osten jeder der was anderes sagt hat keine ahnung ja aber wir gehen jetzt auf die straße was heißt es muss alles westlich sein es ist legitim demokratie zu wollen es ist legitim nein lieber steinigung lieber steinigung lieber hand abschlagen beim klauen das ist schöner das wissen wir doch ja aber verwechselt bitte nicht ihr seid so dünn ihr könnt euch nicht rein das ist ja so krass ey entschuldige bitte aber mir reicht langsam ich kann es nicht mehr ertragen krass ey ja aber was haltet ihr jetzt davon russland ist kein muslimisches land ne und die sind die nächsten dann geh doch dort hin und lass uns mit dem scheiß ich bin keine araberin also bitte hab ein bisschen respekt ich bin mit respekt reingekommen und möchte auch gern respekt haben Sandra bitte beruhig dich mal was geht kann ich nicht also ich lass mich jetzt nicht in eine schublade stecken wo ich nicht hingehöre ne ich komme aus der schweiz und will auch respekt so wie ich euch respekt entgegen bringe ja und es wäre auch mal gut dass immer einer spricht einer spricht bis zu ende und dann ist der nächste dran weil immer ein durcheinander dann hört man auch nichts nein mir geht es einfach darum dass das mit palästina erstens um menschenleben geht generell und so wie es nach der politik geredet wird ist russland von israel der nächste und ich finde nicht dass israel das recht hat jetzt hier also in europa zu kommen und gegen russland oder sonst russland von israel der nächstes verstehe ich jetzt ich erklärs mir mal bitte was hat russland warte mal warte mal russland ist heute abend kein diskussionsthema warte mal der erste satz kam russland ist doch jetzt egal mit russland was russland jetzt weg wir wollen heute abend nicht über russland reden das ist nicht das thema wir reden über den politischen islam wir reden über hamas wir reden über den palästina israel konflikt aber russland oder ukrainien über den politischen islam ohne dass die wirtschaft bedroht so ich wollte nur mal kurz ich habe was schönes gegoogelt seid ihr alles christen mann nein ah ok ihr seid ja alles naja ok dann sprich dich aus du orthodoxer wir sind ja für dich auch schlimme menschen wieso wieso schlimme menschen ja aber du wolltest schon gerade sagen ach ihr seid ja alles was sind wir denn alles hab ich denn nicht gesagt ich hab gegoogelt hat er gesagt weißt du das oder hast du es gegoogelt also ich bin katholik ich bin katholik und die die wiedergeborenen christen nehmen ja auch für sich in anspruch dass das die wahren christen sind sind für mich aber missionarisch spinner so ist mir egal ob ich jetzt viele hier gegen kopf schlage aber ist mir egal für mich ist katholisch glaubt oder so wie es gelebt wird finde ich schon tatsächlich am besten aber dann hätte ich aber noch eine frage wieso bist du denn für israel nicht für israel ich bin für die israel wer ist denn hier für israel wir sind hier in deutschland wer ist denn für israel ich bin für juden für juden dass juden nicht verfolgt werden dass wir hier friedlich zusammen leben können und im nahen osten bin ich für die israel ich bin neu aber hier kann man nicht aussprechen kann das sein ja ich sag das nix war kann ja nicht aussprechen einer darf reden oder er ist so ein deutschland er ist deutschland und er kämpft für sein land das ist ein rechtfertigen wofür rechtfertigt ihr euch erstmal warum ihr überhaupt hier seid das ist erstmal der punkt ganz ehrlich und hört auf andere menschen in die ecke zu drängen das geht gar nicht so darf ich auch was dazu sagen das geht auch man wenn ich durch also wir haben hier zum beispiel wenn es um jerusalem geht und wir uns zurechtweisen ehrlich darf man also ich hoffe einer ist jetzt hier am reden wer ist jetzt dran fn alle machen sich jetzt stumm einer ist jetzt dran ja und der hat jetzt den redebedarf genau also warte mal erstmal ich bin hier der host und wenn ich wie gesagt wir können hier gerne diskutieren aber das ist eine belebte diskussion ja und das ist eine belebte diskussion das heißt wenn hier mal zwei durcheinander reden und diskutieren dann ist das auch in ordnung wie gesagt wir machen hier die regeln wir stellen die diskussionsregeln auf wir können gerne abwechselnd miteinander reden aber wenn mal zwei miteinander diskutieren ist es auch nicht schlimm das ist eine belebte diskussion ok wer war also ferdi war jetzt nee eigentlich war Kiri Eliason dran ja ok ich lasse euch ausreden und ich hör zu gut guck mal es geht um jerusalem ja da gibt es einen bericht ähm kirchen in jerusalem beklagen übergriffe von zionistischen juden ja und wenn man diesen bericht durchliest ja sieht man dass diese zionistischen juden nicht nur ähm sie angreifen ja sondern auch wir christen werden angegriffen ja und wir müssen da vielen dank dankeschön danke endlich sagt seiner fertig okay deshalb muss ich das zweimal überlegen deshalb muss ich das zweimal überlegen ob ich für israel bin oder für palästin so und an sich bin ich für das palästinensische volk nicht für hamas sondern für das palästinensische volk warum weil dieses palästinensische volk auch ein recht hat da zu leben ja in würde ob christ oder moslem oder jude jeder hat da das anrecht zu leben ich habe auch das recht wenn ich lust habe nach 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 polen zu ziehen dann ziehe ich nach polen ja jeder mensch kann überall hingehen wo er will ja und er kann wo er will ja und wenn wir zum beispiel wie christen in jerusalem angegriffen werden und sogar in gaza unsere kirchen bombardiert werden da kann ich nicht für israel stehen ja aber nicht nur das es werden es werden christen werden angespuckt ja also das hat man ja auch mehrmals gesehen ganz kurz das was er gerade angesprochen hat ist völlig in ordnung ja man kann sich da schützen man kann sich da schützen ja vielleicht passt man sich auch irgendwo an das tun halt gerade aktuell die wenigsten und mit denen habe ich jeden tag zu tun also entschuldige wenn ich nicht deiner geschichte konform bin ja man kann halt jeden akzeptieren ich akzeptiere ausländer ich akzeptiere meine menschen wenn sie cool sind aber nicht wenn es ekelhaft wird und dazu bin ich nicht verpflichtet du kannst mir nicht sagen aber was ist ekelhaft für dich? äh äh ungehrlichkeit ungehrlichkeit wenn man mich ausnimmt wenn man mich ausnimmt wenn man mich ausnimmt ne anscheinend habt ihr keine menschlichkeit kennengelernt weil dann würdet ihr gar nicht nachfragen das ist ja schlimm eigentlich ganz im gegenteil ich bin sehr menschlich auferzogen worden ja aber dann frag mich doch nicht was ist für dich menschlich ja gut aber es gibt ja leider ansichten es gibt ja verschiedene meinungen oder? dann hättest du das von anfang an verstanden was ich gesagt habe ich habe es ja schon nur dreimal erwähnt was mir menschlich ist und du fragst noch ein viertes mal nach was ich bin gerade seit ein zwei minuten hier ich habe das vorher nicht gehört entschuldige aber mir steht das oberkante wirklich also ich habe menschen die beklauen mich was das zeug hält und ich habe ausländer die sind so liebevoll wer hat dich denn beklaut inwiefern hat man dich beklaut also der letzte der letzte der mitbeklaut hat das war neu vergeben das muss ich mit euch nicht ausdiskutieren nein na gut wenn du das ansprichst dann musst du es auch nicht ausdiskutieren aber du kommst mit irgendeinem Thema ran und dann sagst du ich muss mit euch nicht ausdiskutieren ist doch lächerlich es gibt ganz viele menschen die sich hier einzecken und die meinen es gar nicht ehrlich und ich finde das ekelhaft dass diese menschen die ehrliche menschen quasi ausradieren die es wirklich ernst meinen und du die gar nicht mehr vollnimmst weißt du aber wir haben es halt erkannt und diese menschen haben bei uns halt ich erstens weil er eine sehr sehr störende hintergrundgeräusche hatte aber der etwas interessantes im chat geschrieben ich hätte ihn gerne oben gehabt ach so ja dann sagt er angegriffen deswegen hätte ich ihn gerne oben gehabt okay dann holt ihn hoch ich bin raus nein Sandra bleib doch hier drin Mann warte mal Sandra du kannst gerne drin bleiben das passt schon ach jesus Sandra Mann ja gut Sandra hat keine Antwort von wem sie angeblich was weiß ich meine Frage war eigentlich ich wollte gar nicht irgendwas zu Sandra sagen wie gesagt ich bin seit ein zwei Minuten hier äh seit diesem Konflikt von 7. Oktober bis jetzt warum wird immer wieder immer wieder lass mich mal ausreden bitte warum wird immer wieder gehört Islam äh zu Deutschland ist Grundgesetz mit dem Islam vereinbar was hat es jetzt mit diesem Konflikt zu tun erstens und zweitens äh Hamas ich weiß nicht einigermaßen gebildete Menschen wissen dass Hamas Taliban und was auch immer von den von den Westen gegründet wurden und dann die Länder angreifen um irgendeinen Grund zu suchen Mann trotzdem rufen wir auf die Religion hör auf mir ist Hamas scheißegal ich distanziere mich von jedem Terroristen ob es ein Christ ist ein Moslem ist ein Jude das ist mir egal ganz egal und wenn der Papst die alle gegründet hat trotzdem haben sie keine Berechtigung ganz genau scheißegal wer was gegründet hat aber da kommt äh heute also ihr vorhin hat einer gesagt ja also Feuerpause und Waffenstillstand geht gar nicht weil äh dann würde Hamas noch mehr äh reinhauen ihr seht ihr diese Kinder seht ihr diese äh kleinen Säuglinge seht ihr diese Frauen die da leiden und das ist euer Ernst dass ihr so herzlos seid wie kann man so reden natürlich hat Hamas gar kein Recht was auch immer egal von dem Hamas gegründet wurde ja hallo zusammen du kannst aufhören mit herzlos sein du kannst aufhören damit fühlst du dich so wichtig dass du dich jetzt hier an den Rand drängen musst und oh wir sind so arm wir sind so erbärmlich um Gottes Willen ich bin nicht arm du bist vielleicht die Arme um Gottes Willen um Gottes Willen um Gottes Willen hör auf so erbärmlich zu sein hör auf so zu tun ich bin nicht erbärmlich ich bin ganz genau im Grundgesetz in Deutschland genau so viel wert wie du kämpfe für dich alleine das so wie wir das auch tun wir müssen auch für uns alleine da sein da seid ihr auch nicht da also tu das für dich guck mal ihr habt ihr habt was Recht zu fertigen wegen dem zweiten Weltkrieg wir Muslime haben das nicht wir Muslime müssen das nicht machen deine Rechtfertigung zu Israel ist einfach nur nein deine Rechtfertigung zu Israel ist einfach nur weil ihr euer schlechten Gewiss nicht los werdet meine Einstellung zu Israel ist wenn du diese Einstellung hast dann geh dorthin und leb sie dort aus aber nicht bei uns dieser Spruch ist so langweilig ich bin ja ne Deutsche ich bin hier geboren wo soll ich denn hingehen wo soll ich hin wo soll ich hin ja dann geh du auch dahin wo du her kommst ich bin hier geboren dann tu das doch in deinem Land was hast du hier zu suchen das ist mein Land das ist mein Land das ist mein Land das ist mein Land Sandra was hast du für Probleme machen warum versuchst du es hier warum versuchst du es uns aufzutreiben oh Sandra was ich dring euch nicht auf ich habe eine Frage gestellt ich habe einfach Fragen gestellt aber Sandra sich scheint sehr aggressiv zu sein ja ich bin aggressiv das gebe ich ganz offen herrlich zu ja dann beruhig dich mal und red was normales ich bin auch ein Deutsche ich kämpfe für mein Land dein Land was hat jetzt Israel mit deinem Land zu tun was hat Israel mit dir zu tun wenn ihr hier so unzufrieden seid und ihr nicht damit zufrieden seid wie auch ich bin zufrieden um Gottes Willen ich liebe Deutschland ich liebe Deutschland das ist auch mein Land Sandra Sandra braucht deutsche Hilfe Sandra ich bin genau so viel wert wie du ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen in welchem Land soll ich gehen in welchem Land soll ich gehen du häckst gegen uns weißt du und verschwindet euch ich hasse euch nicht ich habe einfach nur gesagt ihr ihr habt ein schlechtes Gewissen dem Juden gegenüber wir nicht wir Muslime haben kein schlechtes Gewissen ich sage das was ich denke und ich sage ja ich sage auch was ich denke ich muss auch andere Meinungen akzeptieren oder was was lautet Shalom Aleichem und sich damit Deutschland nicht so gut ist Österreicher zum Beispiel was wissen was kann ich gerade verschwindet ganz schnell ey wir sind nicht in Deutschland wohin sollen wir verschwinden wirklich so hä ja wir sind ja in Deutschland und ich habe wir sind hier wir sind in Österreich Geh nach Mekka warte einer hat geschrieben Geh nach Mekka Nein Ich geh ich geh nach Mekka wenn ihr mein mein Land meine Wurzeln Afghanistan wieder so herstellt wie es in den 70er Jahren waren ihr und ein Amerikaner ja macht unser Land so wie es war Ja ich weiß ich weiß Warte mal Warte mal kurz kommst du ernsthaft aus Afghanistan kommst du ernsthaft aus Afghanistan also ich bin hier geboren aber ja meine Wurzeln sind afghanisch ja aber du weißt doch was die Taliban aus Afghanistan gemacht hat mit der Scharia was da passiert ist aber du weißt auch wer Taliban gegründet hat oder? Oh mein Warte Darf ich auch noch mal kurz kommen so genau das ist es bei euch ja bla 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 ok wer hat Taliban gegründet wer ja USA im Kampf gegen die Sowjetunion trotzdem haben wir wieder bla 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 aber was gehts aus wir probiert von den USA und nach Deutschland überhaupt dann die Deutschen haben wir wieder zu groß ja die Taliban sind das ist dein du kriegst du gegenwehr und die kriegst du ganz gewaltig und wenn du bla 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 nicht hörst dann verschwindet in dein Land und ich spür das durch aber ja verschwindet in dein Land guck mal euer Rassismus hat kein Ende ne euer Rassismus erst waren sie Juden jetzt sind es mehr Muslime ne es ist kein Rassismus Antisemitismus habt ihr erfunden ihr habt es erfunden nicht wir Sandra ich als Jude fühle mich gelästigt ich als Jude distanziere mich von Sandra Sandra ist einfach nur ein kranker Mensch ich als Jude distanziere mich von Sandra ihr seid so dünn Sandra ist doch ekelhaft oder guck mal ich ehre Juden, Buddhisten, Tristen, Muslime ja mir ist egal ich würde dir aufpassen was du sagst es muss befreundlich sein ich will keine hinter mir haben ich als Jude will keine Gesamte haben an meiner Seite krass ich will als Jude ich will keinen Gesamte an meiner Seite haben ich bin ein Jude ja ich bin Juden aber nicht so ein Gesamte ich bin ein Jude ich bin autodokser Jude ich habe sehr sehr viel Respekt vor dir ja denk nicht dass wir Muslime euch hassen es ist politisch stopp ich unterstütze auch keine Muslime ich bin kein Christen das ist leider so das steht da drin du weißt wir sind nicht so wie wir dargestellt werden wir sind keine Antisemitisten ganz ehrlich du hast mich gerade gefragt ob ich Jude bin ganz ehrlich antworte ich dir gerne drauf ich habe Ben gesagt ich sage dir ganz ehrlich ich habe Freunde die sind religiös das akzeptiere ich also ich akzeptiere ihren Stand aber die sind auch auf meinem Stand ganz ehrlich und ich sage dir ganz ehrlich ich haue was das Zeug hält auf die Kacke ich lasse mich nicht mundtot machen es kann jeder religiös sein wie er will aber es darf sich niemand sagen lassen was er zu denken hat ganz ehrlich du sagst du auch deine Meinung du sagst du auch deine Meinung du sagst du auch deine Meinung ja ihr wollt nicht dass ich euch vorschreibe wer ist ihr beschreiben beschreiben was ihr wer ist ihr ihr wollt nicht und ihr wollt mir aber vorschreiben was ich zu denken habe aber wer ist ihr ja ich habe doch aber mein eigenes bild und das darf ich haben und es war ja ich habe doch auch noch mal ganz genau und ich darf doch noch meine meinung sagen ich möchte einfach nur Sandra sei bitte kurz leise ich möchte einfach den Juden sagen wir haben gar kein Problem mit euch ja wir ehren euch aber Zionismus oder Antisemitismus kam nicht von uns das kam von den Westen schäme mich nicht dass wir uns in diesem Jahrhundert überhaupt nicht über Juden unterhalten und über normale Menschen wir sind alle gleich schäm dich dafür dass du auf einmal sind wir alle gleich vorher waren wir und ihr wir gehen wir gehen wenn sie mit Juden und das zusammenhängt was dir nicht passen aber was geht wo hast du Wurzeln du hast wahrscheinlich tessische wir sind nicht mit den Juden wir ehren Juden, Christen, Buddhisten, Hindus egal wer was ist ihr Muslime das muss man gar nicht mehr erfragen jeder darf doch sein was er will das muss man doch gar nicht mehr erfragen du fragst die ganze Zeit und sagst sie sollen zum Glück in ihre Länder du bist die einzige Person die Respekt und muss andere Leute gegenüber hör auf damit zu hetzen du hetzt nur du hetzt du hetzt gegen Muslime merkst du das nicht? merkst du das nicht? wie kann man so drauf sein du hetzt gegen Muslime und dann sagst du zu mir ich würde hetzen so jetzt mal hier ganz kurz mal locker bleiben also wer war jetzt dran wer wollte was sagen Shalom Aleichem ich lass Sandra vor was ist denn Shalom Aleichem 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 achso ok beide Religionen zusammen funktioniert nicht die vertragen sich nicht so gut also ich habe keinen Streit mit keiner Religion nein natürlich nicht aber deine aber die andere Religion hat Streit mit deiner Religion die hassen nämlich deine Religion wer? wenn du Jude bist nein die hassen nicht meine Religion nein natürlich nicht manche sind unwissend sie müssen eigentlich Jionismus hassen also frage mich mal als Mensch aber draußen mach mal aus dass ich Juden liebe das sind ganz normale Menschen bitte zeig uns bitte zeig uns dass der Islam die Juden liebt wenn du mir das zeigen kannst dann kommst du auf die 1 erzähl kein Quatsch also was wir lieben also ich liebe auch keine Juden bitte zeig mir dass 1939 bis 40 die Juden geliebt wurden von Deutschland zeig mal er sagt als Jude dass der Islam die Juden dass sie kein Problem miteinander haben du hast ja einen Vorknall also die im Islam und in jeder anderen Religion steht eigentlich dass man Respekt vor allen anderen Religionen hat der seine Religion bestand hölliger Quatsch Mann was denn Mohammed hat den allerersten Holocaust doch damals begangen der hat doch damals alle Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben oder getötet ähm nein doch lese doch mal deine Quellen das steht doch da drin dann Prophet Mohammed hat gesagt jeder der einen nicht Muslimen tötet tötet die ganze Menschheit also kommt mir nicht mit den Scheinen warte mal warte mal das ist interessant warte mal wie viel hast du deine Quellen gerade verfälscht du hast gerade drei Sachen mindestens an diesem Vers verfälscht die hat keine Ahnung Moritz Mann ja aber sie hat drei Sachen verfälscht einmal ich würde es nicht sagen klar habe ich Ahnung ja natürlich die hat drei Sachen gerade verfälscht drei Sachen hat sie da drin gerade verfälscht einmal es wurde einmal dieser Vers gilt an die Kinder Israels zweitens es wird nicht doch natürlich lesen dir doch mal vor das ist 5 Vers 32 ich suche 5 Vers 32 und so haben wir den Kindern Israels befohlen das wäre wenn einen Menschen tötet ohne dass er Unheil begangen hat so sei es als hätte er die ganze Menschheit getötet diejenigen aber die gegen Allah und seinen Gesandten Unheil anstiften so sollen sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig abgeschlagen werden sorry aber du kannst noch nicht mehr richtig ein Vers zitieren ich würde gerne auch mal was dazu sagen brauchst auch dich nicht anschalten SN weil du wurdest gerade schachmatt gesetzt ja Ferit du bist dran also ich möchte erstmal sagen dass der Islam auf jeden Fall nicht Juden oder so verabscheut ja das ist ganz falsche Interpretation was hat dein Prophet gesagt aber du lässt mich da nicht mal ausreden wenn wir erwachsen sind guck mal ich bin 41 und ich habe jetzt ca. 10 Minuten zugehört wenn wir erwachsen sind sorry aber ich kann mir sowas nicht anhören wenn der Prophet Mohammed selber gesagt hat die Zeit wird nicht anbrechen bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie tun wenn du dich beteiligen willst dann musst du erstmal guck mal ich bin erwachsen genug ja ich kann zuhören und so der Prophet sagt bei seinem Abschiedsgerede für alle Menschen das wird mein letztes Wort an euch sein der Schwarze ist nicht besser als der Weiße sowohl der Weiße nicht besser als der Schwarze ist und das Reichtum ist auch nicht über dem Anderen der Arm ist ok jetzt sage ich dir ganz ehrlich ich will jetzt mal was erzählen nein ich bin noch nicht fertig es zählt nur eins bei dem Schöpfer wer zu dem Schöpfer am nähesten ist sowohl gemeint mit guten Taten und Gehorchen der Befehle also du sollst keinen Menschen töten du sollst nicht klauen du sollst nicht stehlen wer sagt bitte das ist ja ganz toll das stimmt nicht aber ihr vergesst dass ihr euch gerade in unsere Religion in unsere Religion einseckt vom Feinsten wir sollen alles akzeptieren wir sollen alles akzeptieren was hier ankommt alles alles wirklich alles jeder hat hier mitzunehmen das ist unser Land warte mal Sanska warte mal Ferdi hat gerade den größten Schwasten warte mal Ferdi hat gerade den größten Schwasten von sich gegeben erstmal es gibt kein Todesverbot zweitens wo ist deine Quelle was ist die Quelle weil ganz ehrlich was ist die Quelle ich bin meine eigene Quelle mein Gehirn ist meine eigene Quelle warte mal Sandra ich habe nicht mit dir gesprochen ich habe mit Ferdi gesprochen oh Gott ey Sandra warte mal Sandra ich habe nicht mit warte mal Sandra ich habe über die Quelle von Ferdi gesprochen weil Ferdi nenn mir mal bitte die Quelle die du genannt hast weil ganz ehrlich das klingt nicht nach dem was Mohammed gesagt hat weil Mohammed im Gegenteil kurz vor seinem Tod hat er den Jihad gegen alle anderen entfesselt er hat selber gesagt mir wurde befohlen gegen die Menschen zu bekämpfen bis sie sagen la ilala ilala erst dann ist ihr gut und ihr Eigentum komisch sicher mit sowas muss ich mich gar nicht auseinandersetzen weil ich bin Deutsche mit sowas muss ich mich doch nicht auseinandersetzen Sandra wie peinlich bist du dass du dich lustig über sowas machst du hast keinen Respekt nur Respekt und erwartest dass wir das alles akzeptieren wie peinlich bist du denn weißt du was wir scheißen auf dich denkst du wir wollen irgendeine Akzeptanz von dir wer bist du überhaupt wer bist du dass du über unsere Religion sowas lachst ich bin einer der Menschen die sich dagegen wehren was ihr hier abzieht also ich liebe Sandra ich find Sandra top Sandra ist top also ich mag Sandra natürlich zündest du die top weil du genauso denkst wie die ihr fängt euch hier ein ihr habt euch hier zu suchen ihr habt hier nichts zu suchen wer hier was zu suchen hat sind die Menschen die Hilfe brauchen und die die nicht rummeckern und noch anspringen meine Eltern sind gekommen als die Russen Afghanistan angetrissen das ist über 45 Jahre her ja genau westliche Werte die 6 Millionen Menschen umgebracht haben genau das ist eure westliche Werte und es gibt Menschen wie mich die dafür kämpfen und da wirst du ganz westliche Werte 6 Millionen Juden umgebracht westliche Werte mit dem 6 Millionen Juden auf dem auf dem Trichter und dann noch reden da kannst du dein Leben ausleben wenn du hier so unzufrieden bist mit unserer Meinung dann verschwinde doch ganz arg das stimme definitiv nicht weil du wirst auch meine Meinung zu akzeptieren Meinungsfreiheit Menschenrechte das unterschreibt dir doch so du akzeptierst meine Meinung Sander das ist deine Meinung wenn Ausländer hier raus wären wird die Platz bleite du akzeptierst meine Meinung auch nicht also warum soll ich denn deine Meinung akzeptieren mit welchem Grund mir scheißegal ob du meine Meinung akzeptierst wer bist du wer bist du überhaupt verstehst du das verstehst du das und ich halte ich bin halt ein Mensch der akzeptiert das und der macht seine Fresse groß ich lass mich nicht unterkriegen von so kleinen Pissern wie ihr verstehst du ganz genau so bin ich ich lass mich nicht von so eine kleine Rassistin runter machen verschwinde und da kannst du dich ganz ausleben wie du willst nach unseren Regeln zu spielen und nicht anders Sandra was sind das ich hab noch nie gegen eure Regeln gespielt noch nie ich hab jeden Grund gesetzt egal was war immer ich hab noch gar keine Sachen gemacht die in Deutschland nicht akzeptabel sind also laber mich nicht voll mit deinem Rassismus ja du bist eine kleine Rassistin mehr nicht was kannst du sagen du hast ja wohl einer an der Meise Rassismus das ist geil das ist geil das ist geil wo ist das kein Rassismus wenn sie sagen wenn sie nicht wenn sie nicht wenn sie nicht wenn sie nicht wie man einen selber akzeptieren ist man gleich Rassist immer Rassist immer Rassist weil sie auch bisschen als wenn man Leuten in Deutschland das kannst du verlassen wo ist das denn rassistisch dann ist das ja auf mehreren Ebenen ihr seid so dünn ihr seid so dünn unterwegs ey ihr seid so dünn du bist in der Schweiz du musst dich neutral halten du hast hier gar nichts zu melden ruhig bleiben die Schweiz ist neutral Ruhe wer ist in der Schweiz? wer ist in der Schweiz? ich kann sagen du bist in der Schweiz ich bin in Österreich ich bin in Österreich achso ja ist genau die gleiche Mist in Österreich in Österreich sind genau so viele Leute alle wie Sandra wir haben so viele Sandras hier in Österreich und das sind Leute die Leute ausgrenzen aktiv die Leute beleidigen auf der Straße kleine Kinder sagen sie sollen zurück in ihr Land gehen rassistisch nicht verhalten ja Blödsinn erzähl keinen privatisch was erzählst du da? man hast zu viele Märchenbücher gelesen hör auf man Leute auf der Straße die kleinen Kinder sagen ich soll zurück in euer Land hab ich noch nie gehört ey das hab ich noch nie irgendwie gesehen erzähl keinen Scheiß man ach komm hör auf hört auf zu schnurbeln lass die Sandra in Ruhe lass die Sandra in Ruhe die ist immer andere in Ruhe so in Österreich ist es genauso wie in Deutschland das Menschen weißt du was? weißt du was? das ist ja auch alle ernst für die Menschen die hinter mir stehen aber ich bin ganz hart im Leben weil ich hab ganz viel Dünnes wie euch kennengelernt und ich hab ganz viel erlebt was mit der Anlegung die ganze Meinung anderer Leute absprechen macht das nicht stärker oder deine Meinung besser ich hab die ersten Menschen ich hab die ersten Ausländer kennengelernt die noch fertig gemacht werden die auf unserer Seite stehen die werden von euch noch fertig gemacht also ihr Pisser was wollt ich hab das nicht mehr das nicht mehr wenn ihr so ungefrieden wenn ihr so ungefrieden das nicht mehr es geht doch ich hab das nicht mehr es geht doch aber nicht bei uns weil wir spielen da nicht mit ihr könnt eure Geschichte so eine Dünne also ich möchte zum Abschluss noch was sagen ja wie gesagt ich bin die gewohnt aufgewachsen warte mal voll mal leise sagen du bist ja extrem adressiv du musst die Gebrauchshilfe ich habe nie gesagt ich aktiviere dass du machen kannst, was du willst, oder was? Vergiss es. Also als meine professionelle Meinung, als psychologische Faktor... Also Sandra braucht eindeutig Hilfe. Und meine Sandra eine Furze hat. Bullshit, ey. Sandra braucht keine Hilfe. Ich hör dir zu, Sandra, weil ich verstehe deine Krankheit. Ja, aber Sandra lässt mich auch nicht in Ruhe. Weil du hier nichts zu suchen hast. Oh, das ist nicht assistive. Wieso habe ich hier nichts zu suchen? Sag mal. Weil du Afghanen bist. Du bist doch so stolz auf dein Land. Afghanistan ist nur ein tolles Land. Ich bin Deutsche. Ich habe Deutschen. Wer hat das gerade gesagt? Wer hat das gerade gesagt? Ali, was? Was? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, die Kaliban wurden von Amerikanern bekommen. Das ist falsch. Schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Naja, egal. Rassisten bleiben. Rassisten und Antisemitismus habt ihr erfunden. 39,5 bis jetzt niemals vergessen. 6 Millionen Juden. Ich bin auch nicht so froh. Mal ganz ehrlich. Wenn es euch so schlecht geht. Jetzt möchte ich mal ganz kurz für zwei Minuten. Ihr dürft mich danach ganz gerne ankreiden. Ihr dürft mich dafür verurteilen. Das ist völlig in Ordnung. Ihr kackt mich hier gerade bei TikTok an. So schlecht kann es euch ja nicht gehen, wenn ihr auf so einer Plattform unterwegs seid. Weil ich habe hier was ganz anderes kennengelernt. Ich kenne hier wirklich dieses Elend, die dankbar für sind, für diese ganzen Spenden, die ich denen gegeben habe. Und ihr kackt hier rum. Ihr kackt hier rum, weil man euch nicht so ernst macht. Also ich muss heute auf jeden Fall noch kacken. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also später muss ich noch. Na also, nee, du weißt, was ich meine. Das ist so erbärmlich, dieses, denen geht es viel zu gut. Weil die haben ja die gleichen Rechte wie wir. Die sind nicht mal dankbar dafür, dass sie hier vorankommen. Nee, im Gegenteil. Die Schippen wollen auch wieder unterladen. Die müssen so reagieren. Und die Sandra ist ja so scheiße unterwegs. Ekelhaft. Ja, da habt ihr mal jemanden erwischt, der euch nicht nach der Nase tanzt. Es tut mir leid. Aber den habt ihr jetzt erwischt. Und mich habt ihr jetzt am Zapfen. Und ich werde euch beobachten. Und ich werde euch an der Prangerhänge, verstehst du? Und ich werde euch ganz genau beobachten. Ja, die österreichische Staatsbürger hat normale Rechte. In Österreich. Das werden wir äußern, in der Prangerhänge. Das ist eine gegebenenheit. Das ist so. Oh, du schöner Westerwald. Oh, Entschuldigung. Die denken, oh, wir sind bescheuert, ey. Ganz ehrlich. Ihr seid doch nicht ganz dicht, ey. Ich bin... Und ihr habt die großen Hilfe brauchen, unter anderem. Euer Geld steht ganz locker am... Weißt du, das ist wirklich so, das merkt man. Euch geht es super gut. Ihr braucht uns gar nicht. Ihr nutzt es aber gerne. Und ihr nutzt es gerne aus. Ich habe gar keine Ressourcen von Deutschland, da ich nicht Deutsche bin. Ich bin in Österreich. Ich finde euch. Ich finde euch. Ich habe mal zu Deutschland gehört. Ich wollte es nur einmal kurz anmerken. Ja, alles auch mal zu allem gehört. Ja, während der Nazi-Zeit, als wir vernommen wurden. So, die Geschichte Europas, darüber müssen wir nicht reden. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich finde euch. Ich bin mal auf Deutsch. Ich wollte es nur einmal kurz anmerken. So was wie euch. Ihr seid nicht die Ersten, die hier auffliegen lassen. So was wie euch habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Ich finde euch. Ich kriege euch euren Namen raus. Sandra, mein Name steht hier. Ich kann gerne schauen, ich schaue euch noch Facebook an. Schreibt mir eine Freundschaft zum Freikirchen. Sandra, wir wollen hier niemanden finden. Hallo Sandra, wir wollen hier niemanden finden. Sandra, wir wollen hier keine Leute finden. Wir sind hier ganz friedlich. Wir wollen hier keine Leute finden, Sandra. Wir bleiben alle zu Hause, da wo wir sind. Löwenherzeln sind zu uns auch nicht möglich. Sandra auf Kreuz zu. Ja, aber wir wollen jetzt hier niemanden, keine Leute finden. Es ist alles gut. Sandra, wir müssen da drüber stehen. Wir suchen jetzt hier keine Leute. Du weißt, dass die Menschen froh sein können, dass sie nicht vor mir stehen. Weil die würde ich... Ah, ich würde die Gegend immer andrücken. Die können froh sein, dass ich die nicht persönlich kenne. Dann hätten sie nicht mehr so die Gruppe. Das ist wirklich nicht echt so. Ich bin froh, keine solchen Menschen... Also ich würde mal sagen, Sandra muss einfach Türsteher sein. Bester Türsteher. Sandra auf die Eins vor die Tür. Sandra breit den Kasten. Keine Klammer. Sandra hat nie ihren Ausländer irgendwo reingelassen. Nee, nee, nee. Ich habe richtig geile Ausländer als Freunde. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die sind ehrlich. Und die sagen, Sandra, ja. Du hast recht. Das ist so. Das ist wirklich so. Und ihr kämpft da so gegen an. Und ihr seid so angeheizt. Und denkt, ihr seid die Besten. Und wegen sowas habe ich einen Hass. Weil ich möchte wirklich die Menschen beschützen, die es wirklich brauchen. Und nicht so eine arrogante Menschen wie ihr. Weil euch... Sowas wie euch... Sowas wie euch finde ich. Und sowas wie euch fresse ich. Ganz schnell. Und das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen. Fühlt euch nicht zu sicher. Das ist ein Versprechen. Ich wollte es dir nur kurz sagen. Also, ich wollte es nur kurz sagen. Was? Was denn? Für solche Worte wird man gesperrt. Du musst vorsichtig sein, wie du das sagst. Ja, sollen sie machen. Wenn sie damit nicht klarkommen und denken, sie müssen mich sperren und können damit nicht umgehen, dann weiß ich, ich hatte recht damit. Ich melde niemanden. Find mich, wenn du willst. Es wird ein bisschen schwer. Aber nee, das ist ganz leicht. Und wenn die Leute immer andere Leute finden, und wenn ihr dann gefunden habt... Das ist so, dass ich die ganze Zeit umfinde. Sie sagt, sie finden es nicht. Das ist nein. Das dachte ich auch nicht. Ich wollte auch noch alle finden, aber ich verstehe da nicht. Dann wollen die mit mir Kaffee trinken oder was? Warum will mich jeder finden? Ich bin in Hongkong, in China. Das ist ein Handschnipp. Das ist ganz leicht. Okay. Ich stehe jetzt in China. Jeder kann wissen, wo ich bin. Ich bin in Hongkong. Ihr könnt vorbeikommen. Ja. Machen wir jetzt gehen. So, Hermann. Ja, schönen guten Abend erstmal an die Runde. Und du hast ja das Thema aufgemacht. Scharia im Islam ist das Grundgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar. Also ich bin der Meinung, dass es nicht mit dem Grundgesetz vereinbar war. Weil in der Scharia gibt es diese Todesstrafe. Todesstrafe über Ehebruch. Das ist mit dem Grundgesetz überhaupt nicht vereinbar. Dann gibt es noch die Todesstrafe für Apostaten. Das sind halt, Apostaten sind halt Gläubige, die vom Glauben abgefallen sind. Und Hände abhacken und sowas, das hat mit dem Grundgesetz überhaupt nichts vereinbar. Deswegen hat die Scharia hier in Deutschland oder in Europa nichts zu suchen. Aber Scharia und Islam ist nicht dasselbe. Es ist extrem gefährlich, das zu vergleichen. Also die Scharia ist ja das islamische Gesetz. Und die Scharia wurde genauso herabgesandt wie der Koran. Weil Mohammed hat ja auch die Scharia zum Teil, die Gesetzgebung auch im Koran. Stehst du auch drin, Hände abhacken. Und das ist ja von, dieses Gesetz ist ja von Allah zum Mohammed runtergekommen. Und das ist ja jetzt das Gesetz, Hände abhacken, das ist die Scharia. Und das sind ja Gesetze, die fortan auch immer bleiben. Es verändert sich da ja nichts. Und deswegen hat das mit dem Grundgesetzchen... Hallo? Ja. Ja, nee, gute Einstellung. Aber Ali, warum heißt du eigentlich Ali, wenn du eine Frau bist? Das würde mich ja gerne interessieren. Ist das irgendwie ein anderer Account oder? Das ist ja ein Spitzname. Ja, aber wie heißt du denn? Ali, Alisha oder? Alina. Ah, stark. Wunderbar. Alles klar, Ali. Ja, wie gesagt... Mit welchem Grundgesetz ist eigentlich genau gemeint? Mit dem deutschen Grundgesetz? Natürlich ist Scharia nicht mit dem deutschen Grundgesetz. Nee, das ist chinesischer Grundgesetz. Das wird jetzt mit keinem normalen Gesetz vereinbart. Nein, das ist sowieso nicht. Außer mit dem idiotischen Gesetz aus dem Mittelalter. Das sagt ja auch keiner. Aber ich meine, wenn man sich alleine anschaut, es leben... Es sind ja nicht alle Moslems für Scharia, die wirklich durchgesetzt wird. Und wenn man alleine auf den Text geht, dann steht in der Bibel auch genug. Da steht original im Koran. Die Bibel in Ruhe, Mann. Die Bibel ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist ein Gesetz von Allah und übergeben an Mohammed. Das ist ein Gesetz, was von Herr Kassel sanft kommt, genauso wie der Koran. Und das ist für immer gültig. Und deswegen hat das hier in Deutschland auch nichts zu suchen. Aber darüber reden wir auch keiner. Es möchte ja keiner Scharia... Sehr gut. Sehr gut. Wer hat das gerade gesagt? Ja, wie gesagt, das Modell würde hier nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, das ist mit dem Grundgesetz überhaupt nicht vereinbar so. Bullshit, ey. Das sagt ja auch keiner. Aber gegen Moslem... Also ich unterstelle jetzt niemandem Hetze. Aber automatisch sagen alle Moslems... Ihr unterstellt allen deutschen Hetze. Es wird wirklich jedem Hetze unterstellt. Egal, welcher... Das war ja meine persönliche Meinung, ja, zu der Scharia. Das Thema ist ja aufgemacht worden. Passt das Scharia zum Grundgesetz? Und meine persönliche Meinung ist nein. Und wenn das meine persönliche Meinung ist, dann ist das nicht immer gleich Hetze. Das sagt ja auch niemand. Das war nicht mein Punkt. Mein Punkt ist der, dass man nicht ein religiöses Buch zu einem anderen Standard halten kann als ein anderes. Weil in der Tora und in der Bibel stehen auch genug Dinge, die absolut nicht vertretbar sind. Genauso wie im Koran drinnen stehen. Denn das Problem mit Religiosität ist ja auch nicht normale religiöse Menschen, die eine normale Einstellung zu entwickeln haben. Wer weiß, dass es mit Koran käme, was mit Koran käme. Das ist der Grund. Eben das ist der Grund. Auch Frauenrechte sind im politischen Islam sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist eben das Problem. Und das ist auch der Grund, warum die Scharia, nämlich auch die Kopftuchpflicht, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Ja, ganz kurz. Mit dem Koran kämen wir uns hier in Deutschland nicht aus, weil wir sind ja Deutsche und haben mit dem Koran nicht zu tun. Und nicht mit dem Koran aus, weil wir sind ja sehr leid. Aber bei uns ist vielleicht aktuell die Bibel, wenn jemand damit was zu tun hat. Wir sind aber auch nicht alle Leute. Jeder hat Ansicht, hat auch nichts mit dem Grund. Wir sind hier ganz locker unterwegs, weißt du. Aber sowas wie mit Koran oder irgendeinem anderen Scheiß brauchst du uns hier gar nicht kommen. Das hat keiner von uns gelesen. Also das brauchst du hier nicht umsetzen. Und wenn du das irgendwo umsetzen willst, dann vielleicht... Ja, wenn du vielleicht ganz ruhig unterwegs bist, wenn du ruhig unterwegs bist, dann hört dir vielleicht jemand zu und denkt, ja, das ist eine ganz gute Person, ich interessiere mich dafür. Der kannst du das vielleicht erzählen. Aber vergiss nicht, du bist in Deutschland. Wir sind in der Diskussion über das Thema. Ihr seid in Deutschland und nicht in eurem Land. Also vergesst nicht, vergesst nicht, dass du in Deutschland auch bist. Aber sie ist immer noch in Österreich. Also du meintest ja vorhin, dass das mit der Tora, also wir Christen leben ja nicht nach der Tora. Wir leben halt nach Neuem Testament, das ist uns Christen gegeben worden. Und natürlich stehen da auch in der Tora, also nicht in dem Neuen Testament. In der Tora stehen halt so Gesetze, wie du meintest, wie du angesprochen hast. Aber in dem Neuen Testament. Des Weiteren sind wir seit dem 18. Jahrhundert, sind wir ein säkularer Staat. Ja, das habe ich auch gesagt. Wir sind ein säkularer Staat. Wir haben Kirche und Staat getrennt. Ja, das ist halt das, was auch nicht blutig vonstattengegangen ist. Wir hatten ja auch die religiösen Kriege im 18. Jahrhundert. Davon haben wir es getrennt. Wir sind halt fortschrittlicher. Also meine Meinung halt, weil wir das Kirche und Staat getrennt haben. Das ist auch richtig und gut so. Deswegen leben wir hier in Freiheit. Und wir wollen halt keine Scharia nach dem Glaubensmodell mehr haben, weil das hatten wir schon alles gehabt. Und das ist echt. Ich finde, dass säkulare Staaten eine sehr wichtige Sache sind, weil es sollte nicht eine religiöse Gesetzgebung geben. Ich bin auch persönlich Atheistin. Und natürlich ist Scharia nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Aber ich finde den expliziten Fokus auf Moslems, Islamisten sind so, also so Extremisten sind sowieso zu verurteilen in jeder Religion. Und ich finde... Weißt du, was ich hier finde? Es kann jeder selber denken, was er möchte, aber man sollte dem anderen das nicht aufdrängen. Weißt du? Das sage ich nicht. Wenn jetzt jemand neben mir mit einem Kopftuch rumrennen möchte, dann soll er das tun. Aber er soll es nicht von mir verlangen. Wenn jetzt jemand denkt, okay, ich muss jetzt das, das durchziehen und das durchziehen, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Es verlangt keiner von dir. Vor allem nicht in deinem sektulären Staat Deutschland. Aber zum Beispiel hier in Österreich ist es zum Beispiel ein Gesetz, dass wenn über 50 Prozent der Klasse Katholiken oder Christen sind, muss ein Kreuz in der Klasse hängen. Das ist auch Gesetz. Das ist mir scheißegal, was ein Gesetz in Österreich oder in Deutschland ist. Das, was ich denke, ist mein Gesetz. Dankeschön. Richtig gut mit dir zu diskutieren. Vor allem richtig kohärente Argumentation. Es kommt die ganze Zeit, wir sind hier in Deutschland. Sind wir nicht, aber auch in Deutschland. Ich kenne mich oft genug mit Deutschland aus. Ich bin hier in Deutschland. Ja, entschuldige bitte. Dann wird gesagt, dann reden wir über Gesetzgebung in Österreich. Das ist ja die einzige Person, die ich gerade normal unterhalten konnte. Mit dir konnte ich mich ja gerade gar nicht unterhalten. Das ist ja die einzige Person. Ja, aber das ist doch mir. Wir sind schuld. Du hast recht. Wir sind schuld. Das ist nicht die Burka-Verbote. Warte, warte, warte. Entschuldige. Ja, Hermann. In Österreich ist doch Burka-Verbot, oder? Ja, es gibt ein Vermummungsverbot. Und wir haben auch... Perfekt. Da hat Österreich mal was richtig gemacht. Mit sehr rassistischer Polizei. Gute Polizei. Österreich, beste Polizei. Sehr gut. Sie haben es erkannt, wie es richtig geht. Also, ich finde, wenn es schon um Frauen läuft. Die kümmern sich wenigstens um Österreich. Sehr gut. Gute Polizei. Und das Vermummungsverbot wird auch gegen verschiedenste Menschen, die halt irgendwie der Polizei nicht passend verwendet. Es gibt Leute, die haben auf linken Demos Probleme deswegen bekommen. Es gibt muslimische Frauen, die haben deswegen Probleme bekommen. Es gibt Fahrradfahrer an dem kalten Tag, die in einem Schal im Gesicht haben, die deswegen Probleme bekommen haben. Und deswegen ist es einfach kein vertretbares Gesetz, weil es persönliche Freiheit einschränkt. Lieber Gewalt auf den Straßen. Lieber radikale Muslime, die das ganze Land in Schutt und Asche legen. Habt ihr recht. Besser. Nirgendwo ist Schutt ohne Öffel. Ich lebe in einem Schalke, der hoch vor allem. Guck mal nach Frankreich. Guck mal nach Frankreich in den Bordeaux. Guck mal die Vorstädte. Die ganzen, ganz Paris hat gebrannt. Wo lebtest du eigentlich? Und ich meine, hör mal noch, also, das, was die denken, dass sie durchsetzen können, die denken ja immer noch, die haben die Rechte dazu. Und die denken immer noch, wir sind die Doofen, die alles zurückstecken müssen. Warum müssen wir so gerade über dich selber sagen? Wir sind die Deutschen, die plant. Und warum müssen wir so gerade über dich selber sagen? Was für Dinge denken wir denn, dass wir durchsetzen? Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Ich kann auch nicht mehr wollen. Ich muss auch nicht mehr. Ich würde ganz gerne der Österreich, ich würde Österreich gerne die ganze deutsche Polizei geben und die austauschen, dass die österreichische Polizei hier arbeitet. Mal gucken, wie dann euer Land aussieht, nach ein paar Monaten. Ja, würden wir auch gerne haben. Weil unsere Polizei ist nämlich, das ist eigentlich nicht so toll. Danke, danke, danke. Wirklich, ehrlich. So doof scheine ich ja gar nicht zu sein, wenn das jemand anders sagt. Macht gerne ein Austauschprogramm. Die Sache ist halt, die Wiener Polizei steht seit Jahren auf einer Amnesty Watch. Sie müssen Menschenrechtsverletzungen. Sie richtig handeln, weil sie vernünftig handeln. Das ist das Problem. Und das seht ihr einfach nicht. Ihr müsst eurer Polizei dankbar sein, dass sie eure Städte sicherer machen. Ja, ich bin der Polizei nicht dankbar, dass sie persönlich Freunde von mir aus absolut unnötigen Gründen geschlagen haben. Warum unnötigen Gründen? Du bist ja auch nicht in deiner Heimat. Dann geh doch raus zurück. Da schlagen sie dich bestimmt nicht, oder? Schlagen sie dich da in deiner Heimat? Schlagen die dich da? Mich nicht, aber persönlich Freunde von mir, ja. Ach so. Und was hast du jetzt hier zu bemängeln? Da muss man vielleicht auch sagen, es gibt da mehrere Demonstrationen auch in Deutschland und man sieht ja, wenn Demonstrationen vorhanden sind, die Polizei... Nee, sie macht mir nicht den Eindruck, als hätten die Angst vor uns. Nein, es ist alles gut. Nein. Die ist kein Opfer. Also die Polizisten hier sind ja oft in Demonstrationen... Lass mich doch nicht auf so eine Scheiße ein jetzt, ist aber gut. Das ist ja auch bei Demonstrationen bei den Polizisten. Die Polizisten werden beleidigt, aber es passiert einfach nichts. Und soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, dass meine Polizisten, die für mich zuständig sind, die ich jeden Tag rufen muss, dass die für mich jeden beschissenen Tag da sind, dass sie für mich kämpfen, dass das die geilsten Polizisten überhaupt sind. Und ich lasse mit euren Kommentaren über die Polizei gar nichts kommen. Ihr könnt mich mal kreuzweise, was es angeht, mal ganz ehrlich... Die Polizei hat ja auch nichts mit der Wiener Polizei zu tun. Ich habe doch mit Wien gar nichts zu tun. Was kommt ihr mit Wien? Dann geht nach Wien. Wir reden darüber. Wenn ihr von Wien geht, dann kommt da her. Dann geht da nichts zurück. Ist doch mir scheißegal. Ich habe ja mit nichts zu tun. Ich lebe in dem Hier und Jetzt. Ich lebe mit meinen Menschen und nicht mit dem, was es mal gewesen ist. Bullshit, ey. Ehrlich. Verschwindet. Ihr habt bei uns überhaupt nichts zu suchen. Wir sind ja auch nicht in Deutschland. Wir sind nicht bei euch. Ja, dann verschwindet doch. Dann verschwindet doch. Man merkt es auch. Man merkt euch das an, dass ihr euch hier nicht wohl fühlt. Dann geht doch bitte weg. Dann verschwindet. Ich bin wohl wohl in Wien. Ich liebe diese Stadt. Ne, man hast nur gesagt, die Polizei ist da so schlimm. Das wäre doch nicht so toll. Es ist, dass es strukturelle Probleme gibt bei der Polizei und dass die, keine Ahnung, einfach irgendwas dürfen machen. Die Polizei hat zu viel Macht einfach. Jeder Polizist kann einfach herkommen, mich zusammenschlagen und dann sagen so, ja, okay, keine Ahnung, ich habe irgendwas gemacht und mir irgendwas fortfällt. No, Leute, alle ein rotes Herz für die österreichische Polizei. Sehr gute Polizei. No, Leute, komm, gebt mal Vollstoff. Ihr seid ekelhaft. Ihr seid für die Polizei. Kein rotes Herz, nur blauer. Das kann man für die Polizei gewaltzahlen. Ich glaube, wovon ihr redet überhaupt. Nein, Sandra, in Österreich gibt es keine AfD, deswegen rotes Herz. Es gibt die FPÖ, die ist auch blau. Ihr könnt auch gerne für den Stream noch ein paar Likes da lassen. Dann, wir sind jetzt schon seit, boah, seit wie vielen Stunden sind wir jetzt schon live? Locker schon 15 Stunden. Doch, schön. Aber ja, wollen wir wieder zum Ursprungsthema Israel-Palästina zurückkommen? Nein. Wir halten sie auf der Palästina-Palästina-Palästina. Nice. Wir reden gerade über Verhöhung der Frau im Politischen ist ja am Freiheit oder Verpflichtung. Steht ja da, ne? Hast ja gelesen. Okay, warte mal, dann machen wir das gerne mal wieder ein bisschen sachlich. Warte mal, wir machen das gerne jetzt mal wieder sachlich. Nein, mach dir ruhig, ich gehe raus. Quatsch dir darüber, ich bin raus. Nein, Sandra, warum? Reu? Was? Der Reu wollte, glaube ich, rein, oder? Ja, wenn der Reu kommen will, kann er gern kommen. Also fangen wir mal damit an. Im politischen Islam ist das Kopftuch ein Schutz vor sexueller Belästigung. Das ist schon mal der erste Punkt. Die Frauen steht selber im Koran. Oh Prophet, so sprichst du deinen Weibern, dass sie sich verhüllen, sodass sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. Erstmal, das Kopftuch ist ein Schutz vor sexueller Belästigung. Und Mohammed selber hat mehrfach, also Mohammed hat ein Gebot dazu erlassen, dass Frauen sich verhüllen müssen. Er hat eine Pflicht erlassen. Und Frauen selber werden im politischen Islam vielfach diskriminiert. Also es gibt sehr, sehr viele Sahih-Verse, wo eindeutig drinsteht, dass Frauen weniger intelligent sind als Männer, weniger religiös sind, die größte Anzahl an Höllenbewohnern. Sie erben in der Scharia die Hälfte unter anderem. Sie haben auch die halbe Zeugenkraft. Also wir haben im politischen Islam sehr, sehr viele Benachteiligungen von der Frau, die wir uns hier auch nicht rein importieren wollen. Fritz, Felschen hat geschrieben, im Alten Testament muss sich die Frau auch verhüllen. Wir leben aber nicht im Alten Testament, wir leben nicht im Alten Testament, wir haben die Christen, die leben nach dem Neuen Testament. Felschen, was war das für eine Aussage? Nach dem Neuen und dem Alten Testament. Wir leben nicht rein nach dem Neuen Testament, wir leben nach beidem. Es gibt auch viele Muslime. Ich scheiße auf das Alte Testament, wir leben nach dem Neuen Testament. Außerdem so, niemand ist, ich glaube, hier in dieser Diskussion ist niemand an den Christen. Also, Salamu Aleikum und Grüß Gott an alle christlichen Bewohner hier dieses Planeten. Ich grüße euch erstmal, ich wünsche euch allen erstmal einen schönen Abend. Ich hoffe, euch geht es gut. Hermann. Sandra, komm mal hoch, bitte. Wenn es um den christlichen Glauben geht, dann musst du als Christ an den Alten und an den Neuen Bund glauben. Sandra, komm mal hoch, bitte. Du musst als Christ, als gläubiger Christ an den Alten und an den Neuen Bund glauben. Und wenn du an den Alten Bund glaubst, musst du dich auch teilweise an die Regeln des Alten Bund halten. Weil nur der Neue Bund kann nur funktionieren durch den Alten Bund und umgekehrt genauso. Warum kapieren das die Leute nicht? Es ist doch nicht normal. Reu, was hast du wieder? Hast du wieder Fieber? Du weißt, dass Jesus komplett neue Regeln gemacht hat, ne, Fashion? Ja, okay. Okay, dann stelle ich euch, ihr seid ja eh nicht gläubig. Ihr seid ja alle Atheisten, ja? Also der größte Teil von euch, denke ich mal. Die hier oben. Fashion ist dir eigentlich bewusst, dass du mit jeglicher Bekundung eine Sache im Raum stehen hast, die da von einem Raum eine arge Problematik haben. Reu, wir wollen doch einfach ein bisschen festlaut machen. Es ist die Problematik, dass dieser Glaube Staat von Religion nicht trennt. Sandra, wir kommen mit welchem Satz, was du willst. Gute Idee, warte mal, wir haben gerade in den Kommentaren einen guten Kommentar, den möchte ich ein bisschen umformulieren. Wir können Islamkritik zum Volkssport machen. Dass man den politischen Islam mehr kritisieren kann, dass man mehr Kritik dazu äußern kann, dass wir endlich mal schauen, dass wir da endlich eine Säkularisierung mal hinbekommen. Könnt ihr mir mal die Definition, kann mir mal einer die Definition vom politischen Islam erklären? Weil ich verstehe ihn bis heute nicht, wirklich. Das ist traurig, dass du das noch nicht mal weißt. Nein, wirklich nicht, Reu. Ich verstehe es wirklich nicht. Was ist der politische Islam? Es ist einfach so aus, dass der politische Islam, der Islam selbst, immer im politischen Islam endet. Die Scharia, der politische Islam, die Gesetzgebung. Also es reicht, wenn einer redet und einer mir das erklärt, weil sonst komme ich durcheinander. Bitte. Bitte, Reu. Die Schaue gehört dir. Es sieht ganz einfach so aus, dass der Islam immer am Ende im politischen Islam endet. Weil das nun mal dem Islam vorgegeben ist. Ich sage jetzt nicht dem Moslem, bewusst nicht dem Moslem, sondern dem Islam, dass wenn sie zum Beispiel in einem Land die Mehrheit darstellen, die Scharia fordern müssen und es auch ihre Zielstrebung ist, in der Scharia zu leben. Das ist so das eigentliche Problem. In dem Moment berührst du zum Beispiel den politischen Islam. Wenn du aber schon in der Auslebung so weit gehst, dass du zum Beispiel Gesetzesgebung, obwohl sie da noch gar nicht da sind, dann auch ausübst, die da zum Beispiel aus der Scharia kommen, ist das ein Problem. Aber Reu. Und es geht dabei nicht, warte ganz kurz, und es geht dabei nicht darum zu sagen, dass alles aus der Scharia schlecht ist. Die Scharia ist ja nicht nur die Gesetzesgebung des Islams. Die Scharia ist so viel mehr. Trotzdem ist es so, dass sie in dem politischen Islam endet. Und das ist ein Problem. Die voranschreitende Islamisierung sorgt einfach dafür, dass der Glaube oder auch die Glaubensfreiheit in einem Land verloren geht. Die Scheiße kann das einmal sein. Das ist nicht unser Ding. Es ist nicht unser Ding. Das ist ein anderes Ding. Das gehört nicht zu uns. Und das gehört einfach nicht zu uns. Und deswegen müssen wir darüber nicht diskutieren. Punkt. Aus. Ende. Mein Gott. Sandra, 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 ganz kurz, wenn du so redest. Sandra, eine Frage habe ich an dich. Wenn du so schon redest, ja? Ja, wenn ich dann schon mal rauskomme, ich bin mit Nabern, weil du warst auch nicht zu uns dazu. Sandra, ganz kurz, wenn du die Zahlen siehst, ja, diese Zahlen, die du für... Zahlen, Zahlen, Zahlen. Warte, ganz kurz. Zahlen, ich brauche meinen eigenen Kopf und mein eigenes Denken dazu. Ja, okay. Ich darf in den Zahlen, das ist ein bisschen was. Adi, warte kurz. Bullshit. Sandra, darf ich, darf ich jetzt ausreden? Nee. Das ist ein deutscher Togel, so Dialog führen, ja, danke dir. Also, die Zahlen, die du benutzt in der Grundschule, so 1 plus 1, 2 plus 2 und so weiter, das sind die arabische Zahlen. Das heißt, die musst du dann auf der Seite schmeißen. Kannst du die? Kannst du die? Wie bitte? Kannst du die selber? Ich glaube, ich bin gebildeter auf jeden Fall, 100% gebildeter als du, Sandra. Mit Brief und Siegel. Mit Brief und Siegel. Mit Garantie, Sandra. Alles gut, darauf wolltest du ja gar nicht hinaus. Ja, aber doch, du hast es versucht. Wenn ich dich jetzt nur... Der kann mich mal kreuzweise, ihr wisst genau, das ist kein Schuss. Oh, ich bin zu beleidigen. Ach komm, laber weiter. Sandra, hör auf zu beleidigen. Das ist nicht schlimm. Ich habe nicht mehr kreuzweise gesagt, ich habe mich hier runtergehauen. Ich sollte wieder hochkommen. Also was wollt ihr von mir? Redet mit mir und sagt ganz ehrlich, was ihr wollt. Sandra, ich gebe dir sogar eine Vorlage. Du bist also dafür, Deutschland, wir deutschen Ausländer raus, richtig? Kriminelle Ausländer raus. Okay. Nicht Ausländer raus. Kriminelle. Kriminelle. Schreibt dir das hinter die Ohren. Kriminelle. Soll ich dir noch gut bei dir? Ja, ich habe mir das hinter meine dreckigen Öl-Ohren. Wer möchte ein One-Way-Ticket? Oh nein. Wer möchte ein One-Way-Ticket? Und weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, sag ich ganz ehrlich. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. So überheblich, so überheblich, wie ihr beide euch geht. So schlecht geht es euch hier nicht. Euch scheint es richtig, richtig geil zu gehen. Weil so überheblich ist es nicht so gut in Deutschland. Mir geht es wirklich richtig gut in Deutschland. Ich habe mich noch nie beschwert über Deutschland, Sandra. So überheblich kann man hier gar nicht sein, wenn es einem richtig, richtig eklig geht. Euch geht es richtig gut. Aber Sandra, du kommst eben mit deinem Selbstbewusstsein rein. Das ist doch auch ein bisschen überheblich. Ich glaube, der fälscht den Markt nicht. Alles gut. Ich hasse euch. Oha. Sandra, aber das heißt dann so, wenn ich dir jetzt privat schreibe, unser erstes Date wird jetzt gar nicht mehr funktionieren, oder was? Es gibt hier kein erstes Date, wenn ich, wenn ich merke, wenn ich merke, wenn ich merke, halt doch die Fresse, halt doch mal die Fresse, du bist so eine geile Frau, oder was bist du? Was sagst du? Ich bin doch nur dich. Es gibt jemand anderes, halt jetzt die Fremde. Du darfst es nicht ernst nehmen. Du darfst es nicht ernst nehmen. Ich weiß. Das ist ja anstrengend. Das ist ja anstrengend. Da kann ich mir ja vorstellen, dass man sich nicht mit anderen Weibern abgibt, wenn man jedes Mal das Zwischenpunkt... Nein, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wirklich, das ist kein Witz, ihr seid so in der so guten Form mit allen, das ist ganz uncool und das ist ganz uncool. Wenn ich höre, wenn ich höre, dann wäre ich dankbar für jedes Wort, was man mir sagen würde. Und ihr seid so konform und so gestrickt mit allen... Sandra, raten wir heute mal Daten kurz. Rat mal, wer heute da war. Wir hatten, haben die hier mit drin, ey, ohne Scheiß. Das ist so eine Blitzbirne. Ey, Sandra, nur eine andere Frage. Das heißt, Hope hat gerade behauptet, dass sie hübscher ist als du. Wie kannst du was denn machen? Nein, hab ich nicht. So, du hast gesagt, warum... Halt die Klappe, nein, halt die Klappe, Hope gehört zu mir. Ja, ich liebe den Scheiß. Nein, Hope ist alles gut, ist alles gut. Wird nicht, Sandra, geht zur AfD. Wie ist die AfD, was du machst? Wird ihr bescheuert, oder was, ey? Also, weißt du was, also, wenn ich jemanden... Du bist doch so eine AfD-Anhängerin. Ihr seid nur so großfressig, weil ihr ganz weit weg seid. So jemand wie euch müsste ich vor mir stehen haben. Euch würde ich gegen den anderen kommen. Und China, ich kann nichts machen. Ja, du bist doch... Sandra, ich komme noch hin. Sandra, ich komme noch hin. Sandra, ich komme hingefahren. Wer mich packen will, kommt nach China. Sandra, wo bist du denn gerade? In welchem Bundesland? Das musst du nicht wissen, weil ich finde... Ich finde dich ganz schnell, mein Freund. Nein, du brauchst gar nicht wissen, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist, ist recht zu. Ich komme aus der Brücke. Ja, bin ich morgen da. Bist du morgen da? Mhm. Versprochen? Ja. Okay. Dann eine andere Frage. Vier oder fünf Sterne Hotel? Halt die Fresse mal entspannt. Fashion, Fashion. Fashion. Ja. Bruder, salam alaikum. Die würde dich nicht mal mit deinem Stock anfassen. Bruder, Bruder, Bruder. Nein, alles gut, Humor hat er in dem Moment schon wieder. Die Sandra würde ich noch nicht mal in einem dunklen Tunnel treffen. Bruder, tu dir das nicht an. Mit einem Stock würde sie sich nicht anfassen. Aber ich habe eine ganz normale Frage an diesen Löwenherz. Der verbreitet ja so viele Löwenherz. An diesen Löwenherz? An diesen Löwenherz? Ich kann dir bitte mal alle kurz dazu hören. Bitte ganz kurz. Sandra, lass ihn mal kurz. Kurzer Löwenherz. Du bist doch so dieser TikTok-Schlau. Ich will dir mal noch eine Frage stellen. Sandra, lass ihn mal kurz. Ja, stell mal eine Frage. Du prallst ja immer so mit deiner Israel-Flagge. Du bist ja so solidarisch auf der Seite deines Kindermörders. Jetzt musst du mal mir bitte zuhören. Warum? Ich frage, ich stelle dir jetzt eine ganz simple Frage. Warum kuschelt jetzt auf einmal die Christlichkeit mit den Juden? Jetzt auf einmal. Weil da Juden nicht kürzen werden. Die Juden haben doch damals euren Gott getötet, den angeblichen Gott. Die Juden haben doch euren Gott getötet, diesen angeblichen Jesus-Gott. Dann erklär mir doch mal. Du erklärst dich, du erklärst dich. Ja, sag ich dir, guck mal. Dann erklär mir doch mal bitte, warum gehe ich jetzt auf einmal heuschlerisch mit den Juden? Weil ich mich über das beschwere, was in der heutigen Zeit passiert und nicht mehr, was vor 3000 Jahren passiert ist. Du Tampelmann, du Gartenzwerg. Du warst Teuchler, hast du warst Teuchler gesagt, du Fässer? Du warst Teuchler, Tom. Wenn du mit ihm ruhig reden willst, dann willst du nicht mehr. Du musst nach China kommen, wenn du mit mir reden willst. Warum das ist China? Du wolltest mit ihm ruhig reden, du hast keine Eier. Du musst nach China kommen, du musst nach China kommen. Du musst nach China kommen, du musst nach China kommen. Ich hätte doch durcheinander gebrabbelt. Hä? Du Löwenherz, du kleiner Heuschler, du. Du bist ganz dümpel. Weißt du, genau, genau, ihr seid die Menschen, die sich ganz... Alter, machst du jetzt wieder Zeit für ein Bild? Hä? Heuschler, du. Nein, willst du nicht schon wieder dieses Bild da reinmachen? Du kleiner Heuschler-Löwe. Eilina, das bist du doch. Ja, das bin ich heute. Hast du mich vermisst, oder was? Ey, natürlich, Eilina, jeden Tag, ich träume mittlerweile schon von dir. Junge, irgendjemand macht das raus. Heuschler, du. Was heißt Junge, was heißt hier, Junge? Das ist ja alles heuschler. Löwenherz, mach mal das Ding bitte raus. Warte mal ganz kurz heute. Löwenherz, mach mal das Ding bitte raus. Man hat dich grad gesehen. Dankeschön, Löwenherz. Respektlos, Junge. Kein Problem. Ich bin doch auch hübsch. Junge? Was ist ein Junge? So was? Bei Ihrem Herzen steckt nur so... Man hat gerade Löwenherz gesehen. Junge, Alter gibt's für uns nicht. Wenn du ein bisschen älter bist. Junge, Alter gibt's für uns nicht. Entweder... Sandra, guck mal, bevor ich mich mit dir trenne. Lass mich, lass mal kurz die Männer sprechen. Ja, du weißt ja, wir sind ja islamisch geprägt. Da reden erstmal die Männer. Frauenrechte auf Null, ja. So. Halte die Männer. Halte die Männer. Löwenherz. Löwenherz. Ganz dünne Zeit. Alina, der ist für dich. Hey, Löwenherz. Alina, der ist für dich. Du Heuschler. Löwenherz, du Heuschler. im leben wirst du hier als erstes sprechen halt die fresse halt die fresse deswegen kannst du gar nicht diesen vorwurf machen deswegen ist nicht so wichtig sandra auf jeden fall genau zu bitte wichtig sandra sie lernt ganz schnell habt ihr gemerkt ich höre zu sandra was wollen wir denn hier machen weine fressen man versteht ja gar nichts ich weiß gar nicht drüber geredet sandra ja nur eine ganz normale frage ja seit wann gehst du deinem mann fremd bin ich noch nie nein noch nie naja das glaube ich dir jetzt nicht bin ich noch nie ich bin meinem mann noch nie fremd gegangen richtig guck dir diese bilder an guck dir diese bilder an frau mit kopftuch gefesselt das kommt nur von denen glaubt mir das ist echt kränke frau mit kopftuch du denkst dass ich eine frau mit kopftuch bin ehrlich soll ich dir jetzt gleich auf die fresse hauen oder später das ist echt kränke ja ich bin noch nicht da das ist ja ich bin noch nie ich bin noch nicht Das ist kein Witz, das ist kein Witz, das ist kein Witz, du möchtest, nein, nein. Jeder ist gefährlich, Phantom ist auch gefährlich, alle wollen sich immer treffen, jeder der reinkommt ist gefährlich, ihr seid alle gefährlich, es gibt nur gefährliche Menschen, es gibt nur gefährliche, alle sind gefährlich. Löwenherz, ich würde mich auch gerne mit dir treffen, warum Käffchen? Das ist doch, Löwenherz, warum gefährlich? Das ist dir, Tiktokrambo. Ich gucke, dass ich dir diesen aus... Ich gucke, dass ich dir diesen aus... So, Leute, die jetzt... Komm, sag doch mal dein Gesicht. Sandra, an die Wand... Gerne, ich habe dir gerne mein Gesicht, da habe ich kein Problem damit. Sandra, wenn du einen Mann an die Wand drückst, dann wollen wir mal zu, Sandra. Sandra, lass ihn doch ausreden. Sandra, wenn du den Mann an die Wand drückst, ja, das kommt irgendwie so ein bisschen zu FSK 18 rüber, ja. Warum, wer drückt dich denn an die Wand? Wer drückt dich schon an die Wand? Wer drückt dich an die Wand? Das ist ein bisschen dominant. Das macht das Bild weg. Und Sandra, und Sandra, ich sagte eine Sache. Sandra, einrichtiger Mund, einrichtiger Mund. Einrichtiger Mund. Schämt euch, oh mein Gott, schämt euch. Ja, das kann auch ein Ender sein. Ist doch egal. Das nehme ich gar nicht ernst. Es darf nur einer mich an die Wand drücken, das ist Roy. Davon werde ich geil. Hilfe. Oh mein Gott, Roy. Wie geht, Alter? Wieso wollen alle immer anfassen, alter Mensch? Roy, komm her, süß. Das stimmt mit euch nicht. Ihhh. Ich meine, ihr müsst das doch wissen, ihr dürft eure Religion. Ihr akzeptiert Schwule. Naja, akzeptieren. Naja. Aber... Akzeptieren. Aber ihr dürft nicht schwul sein, das dürft ihr nicht. Dann erzähl mir mal von der AfD, wie sehr sie die LGBTQ-Gesellschaft mag. Ich mach mir mal schnell stumm. Ich geh mal schnell Ende rauchen und dann komm ich zurück, weil ich muss am Ladekampf bleiben. Richtig. Sandra, ab jetzt bist du stumm, ja? Ja, Sandra, sei leise. Julia, komm her. Was willst du? Geh mal schlafen. Ja, geh du schlafen. Julia, du hießt doch noch Julia Ayana. Warum heißt du jetzt Julia? Hast du jeden Tag einen anderen Namen? Nein. Ey. Die Erdbeere macht's. Die Erdbeere macht's, Löwenherz. Nein. Hast du mir Transe gesagt? Ab und schillt. Junge. Ich esse dir jetzt schon nichts, mein Löwenherz. Hoi. 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 Ganz kurz, Leute. Ich hab noch heute eine wichtige Frage gestellt. Hoi. Ein Satz. Ein Satz. Du darfst. Genau, Herr Hoi. Bitte, passt auf Hope auf. Hope ist eine richtig coole Socke, die mag ich sehr gerne. Lass sie nicht auflaufen, bitte. Bei Hope muss keiner aufpassen. Danke. Ich mag sie sehr gerne. Fashion, Fashion, sei mal leise, ja, wir haben gestern gesehen, was passiert ist. Was denn? Die anderen Tage, ja, bist ganz schnell raus, bist ganz schnell geflüchtet. Ich? Bin nicht geflüchtet, nein. Ja, du bist ganz schnell geflüchtet. Vor was denn? Ja, vor der Realität. Ich bin doch, ihr sagt doch, ich bin doch so ein Shisha-Flüchtlings-Moslem, ja, dann passt das doch. Ja, passt, wirklich passt. Dann passt das doch, dann lass mich doch flüchten. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, der gefährlichste hier ist Phantom, das ist einfach so. Warum? Ja, ich hab Angst. Dann erklär mir das mal, warum? Ich hab wirklich Angst vor dir. Warum, erklär mir das mal? Du bist doch hier reingekommen und hast gesagt, hier, Internet-Rambodistas, blablabla, und kommst hier an und sagst, willst du mich betreffen? Letztens mal haben wir so einen Streit gehabt, das Ding. Warum wollen sich immer alle mit mir treffen? Ich mach doch gar nichts, dass ihr mit mir in den letzten Tagen wollt, die fragen dich immer, ob du ein Problem hast. Warum wollt ihr mich immer treffen? Ich will euch doch gar nicht kennenlernen. Aber warte mal, du kannst aber nicht hier reinkommen und sagen, der Phantom ist der gefährlichste. Du weißt ganz genau, was du letztens für eine Aktion abgezogen hast. Jetzt ist du dich ganz sachlich bei mir unterhalten, da wäre ich gar nicht so drauf. Was ist denn passiert? Ja, dann erklär es mir, ich würde es ganz gerne mal wissen. Du erklär es mir, ich würde es wissen, was habe ich gemacht? Sag. Was du gemacht hast, hör mal, da waren mindestens 200 Leute, die mit zugehört haben, was du zu mir gesagt hast, über Mohammed, über den Koran. Was hat er denn gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Was habe ich gesagt? Diese typischen Aussagen, weder, ja, Mohammed ist Kinderschänder. Habe ich es nie gesagt. Wenn du mir eine Aufnahme zeigst, wo ich das gesagt habe, schicke ich dir 1000 Euro. Weiß ich jetzt, habe ich nie gesagt. Doch, das hast du gesagt. Ich weiß, ich habe Ohren. Das hat Roy gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Wer hat das gesagt? Ich habe das auch nicht gesagt. Ich habe ein anderes Wort benutzt. Da kannst du ja wieder hin, wenn du sicher bist. Phantomen, 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 das ist doch jetzt eine Challenge. Gib mir die Aufnahme. Nimm ein Screen Recording, wo ich genau das gesagt habe und ich gebe dir das. Hört auf damit. Ihr braucht euch nicht rechtzeitig. Hört auf damit. Ich habe noch nie gesagt, dass Mohammed ein Kinderschänder ist. In keinem meiner Streams. Das haben andere Leute gesagt. Ich habe dieses Wort noch nie in den Mund genommen. Okay, dann sag ich mal so. Ich weiß das auch. Ich weiß das auch. Schick das Video. Ich warte da drauf. Allaar. Hallo. In den nächsten, in den nächsten. Allaar. Mein Gott, lass mich doch mal ausreden. Allaar. Mensch, Roy. Roy. In den nächsten fünf Sekunden habe ich das Video, wo er das sagt, auf meinem Handy. Ich kann auch nichts verstehen, aber was soll ich jetzt machen? Stimmt. Löwenherz. Allaar. Was? Was? Was ist die Sache? Sandra Sturm. Ich will jetzt wenigstens wissen, was er sagt. Töp auf. Stopp, stopp, stopp. Sandra Sturm. Sandra Sturm. Sandra Sturm. Wir wissen, was er sagt. Sandra Sturm. Sandra Sturm. Sturmt doch die doofe Sandra, weil die unangenehm wird. Natürlich. Keiner sagt zu meiner Frau, keiner sagt zu meiner Frau, was sie ist. Ruhe jetzt. Dankeschön. Sandra raus. Ich wollte ganz kurz dem Löwenherz was sagen. Wenn ich wirklich dir das unterstellt habe, dass diese Aussage von deiner Seite gekommen ist. Wenn du sagst, du warst das nicht, dann entschuldige ich mich bei dir. Ich bin ein Ehrenmann. Ich kann mich auch entschuldigen. Okay. Okay, wenn du sagst, du hast das nicht gesagt, okay, wenn du das nicht gesagt hast, dann ist alles Frieden. Nur ich möchte es dir erklären. Ich möchte es dir erklären. Guck mal. Ich erkläre es dir jetzt in Ruhe, bevor wir gleich wieder hier umschreien. Ja, okay. In meinem Stream ist es so, dass jeder hochkommt. Was Leute, die ich mag, sagen, darauf habe ich keinen Einfluss, weil die reden für sich selber. Ich habe ein Bild reingestellt. Ja, das ist richtig. Das habe ich gemacht. Das hat niemand anders gemacht. Aber ich habe nie gesagt, erstens, das ist der Prophet Mohammed und zweitens, habe ich nie gesagt, dass Mohammed ein Kinderschänder oder sowas ist. Habe ich nie in den Mund genommen. Okay. Das ist gelohnt. Das stimmt nicht. Okay, okay. Ich habe das aber gehört, aber ich dachte, dass das von deiner Seite gekommen ist. Naja, wenn zehn Leute gleichzeitig schreien und fünf Leute das sagen, kann es sein, dass man vielleicht mal denkt, ich hätte das gesagt. Okay, dann sage ich dir das. Und wenn ich das gesagt habe, lasse ich mich eines Besseren belehren. Dann soll man mir die Aufnahme schicken und dann entschuldige ich mich dafür. Vielen, vielen Dank. Okay, wenn du sagst, wenn du zu deinem Mann stehst und sagst, du hast das nicht gesagt, dann glaube ich dir das. Alles gut. Ja, okay. Ganz ehrlich, ich bin Leute, guck mal, ich mache das auch nicht. Ich sage, dass ich gefühlt mit irgendeiner Scheiße hier würde irgendwie sagen, ich komme zu dir oder irgendwas. Hört auf, damit ich möchte den Herzausgangsweisen in Schutz nehmen. Das hat er wirklich noch nie gesagt. Also ich habe das persönlich noch nie mitbekommen. Ganz kurz, ganz kurz. Leute, ihr seid ja schnurr wie Weiber, wirklich. Sandra, ganz kurz. Wir stellen jetzt auch keine Bilder hier rein von irgendwelchen Männern oder so. Ich kann jetzt auch Leute reinstellen mit 30 Leuten vom Boxverein oder so. Das brauchen wir jetzt nicht. Also wir sind jetzt alle stark und sind jetzt ruhig. Nein, es sind aber geile Leute hier im Chat. Und wir können uns mal artikulieren. Aber ihr müsst bitte, ihr müsst bitte, ihr dürft hier drin sein. Ich muss einfach weiterreden. Lass sie reden. Schickt dem Host wenigstens ein Like oder irgendein Geschenk. Macht sein Live-Ziel voll. Das hat er verdient. Ich will meine Corns zurück, du Sack. Der kriegt ja schon 30 Prozent von mir. Schon von den 50 Corns ich bekomme. Davon kriegt er 30 Prozent ab. Halt doch die Klappe. Nein, der hat was zurückzukriegen. Der hat was zurückzukriegen. Ey, ich kriege noch 30 Prozent davon. Keine Sau. Wirklich. Du musst einfach reden. Wenn du einfach redest, dann höre ich dich. Egal, ob andere reden, weil sonst werden wir nie reden können. Red einfach. Die Leute durch. Guck mal, ich sag mal nur ganz kurz. Ich bin ja langfassig. Ich bin ja ganz kurz. Den schlimmsten Lügner, den schamlosesten Lügner, den ich hier bei TikTok getroffen habe, ist dieser Flexer. Okay? Das ist der schamloseste Lügner. Wer ist ein Flexer? Du willst mir jetzt lieber Flex. Okay, das ist der Schamlos. Das kannst du sagen, aber ich distanziere mich davon. Also ich mag ihn. Okay, ich sag das, du kannst ihm auswischen. Das ist der größte Lügner hier bei TikTok. Warum, warum redest du von ihm, wenn er nicht da ist? Geh doch zu ihm in seinen Stream. Hör mal, der ist so einer. Aber geh doch in seinen Stream. Faulk, wer ist Flex? Das ist so einer, der streamt. Aber geh doch in seinen Stream und rede mal mit ihm. Warum kommst du das? Silke übertreibt sich. Silke übertreibt sich. Silke übertreibt sich. Der Stumpf ist bekannt. Wir müssen den Moritz nicht zum Millionär machen. Spaß. Ja, dann schreib ich meinen Brief. Ja, bitte. Ich weiß, ich guck mal, guck mal. Weniger Punkte als Fession, das ist keiner, wo du dich wahr sein. Ich weiß ja schon ein paar Sachen über dich und dies, das jenes Jahr. Also ist ja nicht so, dass man dich nicht kennt. Wir sind ja auch nicht am Schlafen, auch mit deiner Maske. Die haben ja schon längst entblößt. Und wir haben aber heute ganz ordentlich geredet. Ganz kurz, wir haben auch ganz ordentlich geredet. Und ich drohe dir nicht, also diese 30 Mann, die du da siehst, das ist keine Bedrohung. Ich finde das Bild gerade schön. Deswegen fühlst du mich das in Ordnung. Guck mal, das ist alles, dass jeder kann das machen, wie er will. Aber wo führt es hin, wenn wir jetzt jeder untereinander sagen, wir wissen das über dich, wir wissen das, wir wissen da. Was bringt das? Wo führt es hin? Wo soll das jetzt hinführen? Die sind alle fürsorglich, die fragen alle, ob du ein Problem hast. Nein, ich habe mit Löwenheiß gar kein Problem. Also Löwenheiß hat sich ja eben bei uns dazu geäußert. Wir haben darüber auch sachlich diskutiert und rational. Du bist ja ein richtig krasser Typ, Junge, Alter. Darf ich dich ganz kurz fragen? Mann, ich greife niemanden persönlich an, wenn einer mich persönlich angreift von mir aus. Aber gut, macht, was ihr wollt. Wie stehst du zu Deutschland? Mal ganz ehrlich. Wer, ich? Ja. Wie ich zu Deutschland stehe? Wie meinst du das? Stell mal die Frage ein bisschen genauer. Ja, du findest das ganz toll. Danke, Justin, wenigstens von dir kriege ich ein Röschen hier. Du findest das ganz toll gerade. Wie stehst du jetzt zu Deutschland? Wie sind wir für dich quasi? Ich verstehe die Frage nicht. Wie bist du zu mir? Wenn du ein schlechter Mensch zu mir bist, mag ich dich nicht. Wenn du ein schlechter Mensch zu mir bist, mag ich dich. So, so fällst du jetzt verkackt. Jetzt habe ich mehr Punkte als du. So, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, Fashion. Ja, danke schön. Du hast ja vorhin gesagt, mit meiner Maske und hier und wir wissen über dich oder so. Ist das jetzt eine indirekte Drohung? Nein, 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 Löwenherz. Ich wollte einfach nur wissen, wer so hinter dieser Maske steht. Wo sind deine Eier, Fashion? Ich sage mal, Fashion, warum du für dich bist. Fashion, dann soll ich dir was sagen. Fashion, dann soll ich dir was sagen. Fashion, ich habe Fashion. Ich habe mich doch schon oft genutzt. Fashion, ich habe mich schon oft hier gezeigt. Oh, du musst mir sagen, wo der Palme geht. Das ist gar kein Geheimnis, wie ich aussehe. Das ist kein Geheimnis. Natürlich kennt man mein Gesicht, selbstverständlich. Ich habe eine Frage an Sandra. Sie hat ja gefragt, wie wir zu Deutschland stehen. Aber Sandra, du hast doch letztens bei uns im Live gesagt, zu uns Ausländer, hast du alle gesagt, wir sind alle Bürgergeldempfänger. Wie stehst du denn eigentlich zu Ausländer? Sind das die Verurteile? Sie wollen dich auf Blatteis führen. Sandra, seid vorsichtig. Sie wollen dich. Almufara. Almufara. Lass mich auch antworten. Lass mich antworten. Nein. Antworte bitte mal, weil das hat mich ein bisschen getriggert. Ich bin ehrlich. Ich war ein bisschen sauer. Der Roy akzeptiert es nicht. Lass mich antworten. Wenn du mir die Frage stellst, dann lass mich auch antworten. Bitte sehr, Sandra. Gerne, gerne. Ich habe richtig geile Ausländer an meiner Seite, die mir wirklich zur Seite stehen. Die wirklich richtig cool sind. Die sich dem anpassen, was wir hier haben. Das ist auch gut so. Und die das aufdecken, was ekelhaft läuft. Ja, ich bin ja auch so. Aber du hast mich automatisch als Bürgergeldempfänger abgetitelt. Obwohl du nicht mal kennst. Ein Mufara, warte ganz kurz. Das ist sehr überheblich. Ja, du bist sehr überheblich. Ein Mufara, warte ganz kurz. Eine wichtige Frage, Sandra. Hast du wirklich gesagt, eben geile Ausländer? Wenn dich das irgendwie interessiert, wie ich aussehe oder was auch immer. Wir können gerne schreiben und ich kann es alles von mir sehen. Mich stört das überhaupt nicht. Ich habe von niemandem Angst. Aber ich habe keinen Bock, mich immer zu zeigen. Ich zeig dich bitte nicht, sonst will ich noch. Ich mache kein Geheimnis draus, dass ich tolle Menschen in meinem Leben habe. Ich habe auch Lesben und Schule in meinem Leben, die aber für uns kämpfen, die für die AfD sind. Die sind für die AfD und die sagen genau, ihr macht genau das Richtige. Machen wir bitte Session einmal los. Weil das, was eigentlich die Schwulen und Lesben verlangen, das ist nicht richtig. Und das sagen diese Menschen, weil die sagen, ja, ihr seid völlig richtig, weil das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen das nicht. Und diese Menschen trauen sich das gar nicht. Jetzt ist er nämlich rausgegangen. Guck, Moritz wird das bisschen groß machen, ihn nicht rausschmeißen. Nein, stopp, halt die Fresse. Halt die Fresse. Warte mal, komm wieder rein, du hattest mich verwahrt. Nein, nein, ich bin der Mensch. Ich mache mich für diese Menschen groß. Das ist wirklich so. Ich bin ehrlich, ich war ein bisschen sauer, wo du das gesagt hast. Du kennst mich ja gar nicht. Ich hasse diese Menschen, die versuchen, andere Menschen in irgendeinem Licht zu müssen. Mensch, mach das Bild nochmal rein. Aber das hast du ja mit mir ausgemacht im Endeffekt. Lass diese Menschen in Ruhe, lass diese Menschen in Ruhe, lass diese Menschen denken, was sie wollen. Und wenn sie auf unserer Seite stehen, dann ist das so. Und das müsst ihr akzeptieren. Und wir sind keine schlechten Menschen. Hört auf, die AfD nicht schlecht zu bezeichnen. Weil dann kriegt ihr mit mir ein richtiges Problem. Weil ich bin ein Mensch, ich hau richtig auf die Kacke und ich kann richtig ausholen. Und ich bin richtig... Also darf man nichts Kritisches zu sagen. Wir gehen jetzt auf die persönliche Schiene. Okay, alles gut. Okay, wenn du das möchtest, dann machen wir das auch. Du kannst mich belabern, du kannst mich belabern, wie du willst. Nein, nein, aber du weißt, das hat nichts mehr mit Fitna zu tun. Es war öffentlich, das ist richtig, aber du postest Bilder von meiner Frau. Was soll das? Nein, deine Frau sieht man nicht. Deine Frau sieht man nicht und die habe ich einen schwarzen Bein anpassen. Sandra, kannst du mal bitte kurz ruhig sein? Fashion, wo sind deine Eier? So, warte mal, hopp, hopp. Ich zeigte meine Eier, warte mal. Nee, warte mal ganz kurz jetzt hier. Mal Fashion. Mach ruhig jetzt reden. Sandra, jetzt sei mal bitte ruhig. So, Fashion, du sag mal, was für ein Bild hast du da eben reingehauen? Was hat er gepostet? So, nee, nochmal, Fashion, was für ein Bild hast du da eben reingehauen? Du kleiner Moralapostel, was für ein Bild war das eben? Und was mich noch viel mehr interessiert, das ist nicht von TikTok. Von welcher Plattform hast du das gezogen und hier öffentlich auf TikTok gezeigt und somit das Recht am eigenen Bild verletzt? Roy, nein, nein, Roy, warte kurz. Ich finde das natürlich doof, dass er das genommen hat, aber fairerweise, ich muss jetzt auch fair bleiben, ich hatte das mal bei TikTok gepostet tatsächlich. Aber mit verpixelt. Ja. Aber Löwenherz, ich habe da einen schwarzen Balken auf dein Gesicht und deine Frau sieht man nicht. Weil deine Frau hat eh so ein Herz obendrauf und dann sieht man nur dich. Deswegen sage ich ja Fashion, pass mal auf, guck mal, es ist doch für mich, ich sage dir doch immer, für mich zu zeigen, es ist kein Problem, du kannst mich zeigen. Ich habe das bei TikTok gepostet, das war nicht so schlau von mir tatsächlich, aber mir geht es ja gar nicht darum, mir geht es im Internet um die Sache. Guck mal, wir können alles machen, wir können Fitna machen, wir können untereinander dies, das. Aber wenn es dann so weit geht, irgendwie, dass man aufgrund vom Internet, weil man im Internet, ich habe noch nie Ansagen verteilt. Hast du mich gehört, dass ich zu irgendjemandem gesagt habe, ich finde dich oder so, habe ich noch nie gemacht. Aber umgekehrt wird mir das ständig gesagt. Warum müssen mir Leute mal sagen, sie finden mich, die, das. Habt ihr zu viel Langeweile in eurem Leben, dass ihr in mein Privatleben eingreifen wollt und mich finden wollt, was ist los mit euch? Warte mal, Löwenherz, mal was ganz anderes. Ich tue das zum Beispiel, weil ich bin ein aktiver Mensch, aber ihr dürft nicht vergessen, ich bin auch eine Mama von zwei Kindern und ich muss meine Kinder auch schützen. Ey, warte ganz kurz, bitte, das ist auch lustig. Reu, bitte nicht rumheuen, ja? Nicht rumheuen. Ne, ich finde das widerlich von dir als Mensch. Warum? Mal ganz ehrlich, du stellst dich als so ein toller Mensch dar. Ich bin auch ein guter Mensch. Aber du beleidigst mich. Du beleidigst mich von der Freundin hochladen. Du beleidigst mich als Pädophilin. Du hast mich als Pädophilin beleidigt. Lass ihn doch mal ausreden, meine Fresse. Lass ihn doch mal reden. Reu, du hast mich als Pädophilin beleidigt, ja? Lass ihn reden, er ist jetzt dran. Halt doch einfach mal die Gusche. Halt die Gusche und lass ihn mal reden. Danach darfst du doch reden. Und dann kriegst du auch deine Retourkutsche zurück, Reu. Du, mich kannst du reinzeigen, sonst wohin. Das ist mir doch egal. Was stehst du, Reu? Und auf einmal darauf angesprochen wird, weil du irgend so einen Scheiß hier machst. Die Frau war nicht drauf, lüge nicht. Sollen wir fest schon, ganz ehrlich, Alter. Was bist du für ein Typ Mensch, Alter? Ganz ehrlich, du zeigst genau das, was ihr eigentlich seid. Nämlich nicht ganz sauber in der Birne. Warum sind wir nicht ganz sauber in der Birne? Warum? Weil du eine Person, die noch nicht mal hier auf TikTok ist, die mit all dem nichts zu tun hat, du eben gerade hochgeladen hast. Und man kann diese Person erkennen. Und jeder, der sie kennt, wird sie dann so auch sehen. Und was hier an Aufnahmen nebenbei gemacht wird, an Screenshots gemacht wird, oder, oder, oder. Und du das damit direkt in Verbindung bringst. Denk mal darüber nach, Alter, was du für ein Typ Mensch bist, Alter. Widerlich. Widerlich. Hier, ich bin hier live. Ich zeig mich. Das hat doch nichts mit deinem hässlichen Gesicht zu tun, Mann. Also, ich weiß ja nicht, aber Reu. Wie schön Fashion sieht ziemlich Fashion aus. Warte mal, Reu. Nochmal zurück. Mein Gesicht. Dein Gesicht. Sömmert mal, rallst du das nicht? So, bitte. Eine Frage. Fashion, ich habe eine Frage. Kommst du aus dem Ruhrgebiet? Also, bitte, Reu. Ich bitte dich. Fashion, kommst du aus dem Ruhrgebiet? Fashion, mal ganz ehrlich, Alter. Du siehst aus wie so eine bärtige Alte. Ich weiß gar nicht, was du für mich willst. Darum geht es nicht. Fashion, kommst du aus dem Ruhrgebiet? Kommst du aus dem Ruhrgebiet? Fashion, kommst du aus Essen? Es geht um die fremde Person, die du mit hochgeladen hast. Wo? Darum geht es. Um die Dame. Hannover? Nee, Saarbrücken, Saarbrücken. Saarland. Du warst widerlich, Alter. Wahnsinn. Ja, alles klar. Roy. Roy. Nichts mit Roy, Roy, Roy. Ganz ehrlich, spiel dir an deinem Kasper darum und dann ist gut. Ganz ehrlich, was heißt hier Roy, Roy, Roy. Hör mal zu. Mich als Pädophil zu bezeichnen. Hör mal zu, dir höre ich gar nicht zu, Alter. Du zeigst, was du bist, Alter. Widerlich. Widerlich. Erst mal, als mich als Pädophil zu bezeichnen, findest du korrekt? Du bist widerlich. Und ich habe dich noch nie als das betitelt. Ich habe gesagt, dass dein Prophet das ist. Nicht du. Du hast gesagt. Wie gesagt. Fashion. Wie gesagt. Wenn ihr von mir erwartet, wenn ihr von mir erwartet, dass ich solche Bilder nicht reinmache, Hätze und dies, das. Warum ihr geht, guck mal, ihr könnt doch mich angreifen, greift mich doch an, poste Bilder von mir. Ist doch überhaupt kein Problem. Von meinem Gesicht kannst du machen. Dein Kopf auch gar nicht drauf. Ich weiß, aber guck mal, guck mal, das Gesicht nicht. Das Gesicht nicht, weil ich das natürlich nicht gezeigt habe. Das Gesicht nicht. Aber generell möchte ich nicht, dass du im Internet bist. Du sitzt, das wundert mich für eine Mark nicht. Ihr seid, also du bist wirklich so ekelhaft. Ey, das ist widerlich. Wahnsinn, Alter. Lechi, eine x-beliebige Frau von jemandem, die mit denen nichts zu tun hat. Die noch nicht mal auf TikTok vertreten ist. Und du packst das hoch, dich selber besser darzustellen. Mal ganz ehrlich. Und dass du eine Kamera angemacht hast. Das war nicht förderlich. Das war eher hinderlich. Aber man kann nicht das einfach führen lassen, dass ich da weiter nachfließen kann. Löwenherr, ja bitte. Gibst du mir die Erlaubnis nochmal, das Bild zu zeigen? Nein, du denn dann zeig mein Bild. Aber doch nicht das Bild von irgendwelchen Fremden. Ja, warte, warte. Damit man dich als Lügner entblößen will da heute. Was, 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 was? Entblößen wird. Frank. Hopp, wenn du wüsstest, was ich von Bilder von dir bekommen habe. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Was willst du damit machen? Was willst du damit machen? Komm mir mit den Bildern. Gib sie mir. Fälschung, fälschung, fälschung. Ich sag euch erstmal eine Sache. Stopp, 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 stopp. Komm, komm mit diesen Bildern. Gib mir diese Bilder. Ich komm dir mit meinem Arbeiten. Aber guck mal, das zeigt doch, wenn mir Leute dann sagen, wenn mir Leute dann sagen, sie haben, Sandra, warte mal. Sandra, warte mal bitte kurz. Er hat keine Chance, er hat keine Chance. Ich hab die besten Arbeiten anzuhalten. Ja, okay. Aber warte mal. Sandra, mach mal kurz Pause. Pisser, ey. Guck mal, ihr könnt unseren Propheten, ihr defamiert unseren Propheten. Ihr macht Schweinebilder draus. Ihr nehmt uns Pädophil. Ihr beleidigt uns. Ihr wollt uns remigrieren. Ihr wollt alles mit uns machen. Keiner hat dich beleidigt. Remigrieren, Alter. Keiner hat dich beleidigt. Puppe Fälschchen. Puppe Fälschchen. Puppe Fälschchen. Warte mal kurz. Sag mal kurz ruhig, bitte. Bitte alle rein. Sag mal bitte kurz ruhig. Ich will meine Frage stellen. Wie zum Beispiel remigrieren. Dann erklär mir bitte mal, was das heißt. So, Mann, lass mich da jetzt eine Frage. Lass mal hier in Deutschland los. Lass mal Löweners reden. Dann frag ich mich, wohin soll man dich hin remigrieren? Mit dir, du bist mir klarkommen. Dann hau ich ein Bild rein. Dann hau ich ein Bild rein von Löwenherz. Dann hau ich ein Bild rein von Löwenherz, was er öffentlich hochgeladen hat hier auf TikTok, wo ich kurz den Balken rein mache. Puppe Fälschchen, warum hast du ein Bild von ihm? Warum hast du ein Bild von ihm? Puppe Fälschchen, pass auf. Puppe Fälschchen, guck mal. Ich hab dir schon mal gesagt, Puppe Fälschchen, guck mal. Guck mal, ich hab dir doch schon mal gesagt. Das ist doch kein Problem. Ich hab das hochgeladen, selbstverständlich. Das war ja auch meine Schuld. Aber, ja, natürlich hab ich natürlich das Gesicht da vorge... Also, er hat's vorgemacht. Aber darum geht's ja gar nicht. Guck mal, wenn ich zum Beispiel hier im Internet diese Streams mache und auch, sag ich jetzt mal, euch vielleicht eure Religion deiner Meinung nach angreife, das ist ja jetzt... Irgendermaßen. ...unterschiedlich. Da kann man unterschiedlich sehen, aber pass auf. Ich würde niemals, egal was ihr macht, niemals würde mir einfallen, erstens ein Bild von deiner Freundin, deiner Frau, deinen Kindern. Niemals. Sowas macht man nicht. Das ist generell, sowas macht man nicht. Aber wo hab ich das gemacht? Das ist generell, das ist egal, was man macht. Sowas macht man nicht. Wo hab ich das aber gemacht? Das ist respektlos. Nein, nein, guck mal, du kannst... Du kannst von mir Bilder posten, poste von mir Bilder, poste mein Gesicht, mein Gesicht kennt man sowieso, das ist mir scheißegal. Das ist mir egal. Und dann aber auch solche Aussagen zu treffen, ja, wir sammeln sowieso Informationen über dich und so. Das heißt einfach, entweder sitzt ihr den ganzen Tag vorm Handy, beschäftigt euch nur mit mir und guckt und interessiert euch über mein Leben, weil ich nicht weiß, habt ihr zu viel Langeweile. Weil egal, wenn jemand im Internet scheiße redet, wenn jemand im Internet scheiße redet, da scheiß ich drauf. Wer bin ich denn, dass ich dann sage, okay, jetzt müssen wir den suchen. Das hat mir eine fremde Person, eine fremde Person, die kam gestern mit Level 1 hier rein und hat mir dann geschrieben, dass sie aus der Nähe von Dortmund ist und dass sie dich kennt und hat mir das zugeschickt. Wie hat sie dir das zugeschickt? In TikTok oder was? Egal, ob eine fremde Person dir das schreibt und sagt, die kennt, das Bild war öffentlich bei TikTok, da hat ja die fremde Person super recherchiert. Gut, und jetzt habe ich dich irgendwie verletzt, wenn ich dir einen Balken vor das Gesicht mache und keiner weiß, nein, das hast du gut gemacht. Ich will doch nur generell. Aber Hoop, ich bin auch respektlos mit Telefonnummern postet im Chat. Weißt du, dass du dich gerade mit ganz vielen anlegst, wenn du mit ihm gerade sprichst, weil ich gehöre zu ihm, Hoop gehört zu ihm und der ganze Rest gehört auch zu ihm. Und du gehörst zu mir, Sandra, vergiss das nicht. Sie würde dich nicht mal mit deinem Stock anfassen, Junge. Sandra, stimmt das, stimmt das, was er sagt. Mit dem Stock würde sie dich nicht anfassen. Also ich bin 100 pro Team Löwenherz, das ist mein Mensch. Also Löwenherz, ich habe dir gesagt, wenn dich irgendeiner beleidigt, Löwenherz, wenn dich einer beleidigt, ich bin der Erste, der dich verteidigt. Ja, wo sind jetzt deine Eier? Ja, ich finde das auch cool. Aber sei froh, dass er mich, sei froh, dass er mich bändigen kann und sagen kann, Sandra, stopp, hier ist jetzt Schluss. Kannst du froh sein, weil sonst würde ich dich zerlegen. Die würde ich verspeisen. Okay, Sandra, ich habe noch eine Frage an die Sandra. Was hast du gerade geredet? Von meiner Körpergröße oder vom, du weißt du überhaupt? Sandra. Ich weiß gar nichts und ich will auch gar nichts wissen. Sandra, ich habe doch nur eine ganz normale Frage an dich. Hallo. Ja, alles gut, aber du bist doch eine AfD-Anhängerin. Greife nicht, greife nicht, greife nicht. Du bist doch AfD-Anhängerin. Wir dürfen gerne alles fragen. Ich bin für alles offen. Okay, dann lass mich doch meine Frage stellen. Greife niemals, greife niemals, meine Menschen an. Okay, das ist gut. Ich will dir doch eine ganz normale Frage stellen. Du bist doch AfD-Anhängerin, ne? Mhm. Okay, gerade hast du dich doch beschwert, dass der Fashion, ja, halt die Bilder von Löwenherz respektlos ist. Hast du ja gerade gesagt. Ja, weil Löwenherz, Löwenherz gehört zu meinen Menschen. Das ist mein Mensch Nummer eins mit aktuell, ja. Okay, dann frage ich dich mal. Fändest du das genauso respektlos, wenn hier diese Kneipenkristen den Propheten Mohammed als Kinderschänder beleidigen? Fändest du das genauso respektlos? Frage ich dich. Welche Kneipenkristen? Was ist los mit dir? Ja, hör mal, wenn ihr die Moslems als Shisha-Bar nennt, nenne ich euch Kneipenkristen. Die sagen das doch selber von sich. Ach, das sind doch Pappen. Die sagen doch selber das. Die hab das noch nie gehört. Die hab das noch nie gehört. Darf ich dich fragen, fühlst du dich hier in Deutschland unwohlen mit dem Ganzen? Nein, absolut nicht. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich arbeite hier. Ach, du bist hier geboren, okay. Ja, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ne, und so wie der Löwen hat es mich so als böse hingestellt, bin ich gar nicht. Ich bin nur zu Leuten böse. Aber du bist quasi ein Teil von uns. Du akzeptierst das so, wie wir das denken, und du denkst genauso? Ich akzeptiere das deutsche Grundgesetzbuch, ne? Das ist genauso für mich wertvoll wie die Gesetze vom Koran. Ich folge alle beide Wege. Für mich gibt es keine Gründe. Darf ich jetzt ganz ehrlich sagen? Sonst zu den Wegen von dem Koran? Nee, warte mal. Und von deinen Versen und deinen Halsen? Warte mal, ich weiß nicht, wo ihr hier eure Mietimaus-Halise lest. In meinem richtigen Koran-Halise stehen ganz andere Sachen. Moisli, da haben wir dann zwei Bücher, verschiedene Bücher. Es gibt auch so viele Fake-Korans, die hier in Deutschland verteilt werden. Moisli, kannst du dich mal kurz mit mir unterhalten? Nur mit mir? Ja, okay, natürlich, sehr gerne. Schaffst du das? Ja, na klar. Ich gehe jetzt raus. Ja. Ciao. Wie ist das jetzt, wenn jetzt hier wirklich ihr Vergewaltigung von Kindern stattfindet oder so? Wie stehst du dazu? Absolut ekelhaft. Einfach, widerlich, ekelhaft. Und selbst wenn das Menschen machen, die irgendwie aus anderen Ländern hier reinkommen, ich verurteile diesen Menschen auf höchste... Egal, wer, ob es unsere eigenen Leute sind oder fremde Leute. Es ist scheißegal. Absolut herwerflich. Absolut herwerflich. Ich finde, die Leute, Sandra, 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 die Leute, die sowas machen, sollen direkt abgeschoben werden. Direkt. Direkt. One-Way-Ticket bei mir abholen. Direkt abschieben. Weißt du, ich gehe schon mit der ganzen Scheiße mit, dass die vielleicht durchkommen mit diesem ganzen Beschiss, mit diesem ganzen Beklauen, was ich ja jeden Tag mitkriege. Aber die sollen unsere Kinder in Ruhe lassen, weißt du? Das ist für mich das Wichtigste A und O, was es hier aktuell gibt. Also, die sollen unsere Kinder bitte in Ruhe lassen. Und die sollen unsere Kinder... Ich belaute, dass niemand meine Kinder anfasst. Warte mal ganz kurz. Denkst du, wie Muslime sagen? Okay, ja, weil mir Muslime sind. Ja, es gibt viele Ausländer, die da halt... Aber das ist schlimm. Du kannst es gerade nicht unterscheiden, weißt du? Ja, deswegen... Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, Sandra, in welchem Ballungsgebiet du wohnst, ja? Okay, äh, verständlich. Phantom, ganz kurz, das ist wichtig. Aber wenn du so eine Behauptung raushaust, dass wir unsere Kinder da irgendwie... Was redest du da? Das ist schon ein bisschen beleidigend, Sandra. Ja, weil unsere Ausländer hier sehr krass unterwegs sind. Also, ich traue mich, meine Kinder haben es nicht alleine rauszulassen. Guck mal, alleine die Hälfte Deutschlands besteht aus dem Osten, ja? Und dem Osten Deutschlands, der Ostmach, dieser obere Teil, von runter bis unten, ja? Da ist der Migrationsanteil nicht so hoch. Ja, trotzdem passieren da Gewalttaten, und die werden hier nicht aufgezählt. Na, also, wenn ich ja abends durch unser Ort fahre, wenn ich hier abends durch unseren Ort fahre, wir kommen immer mit denselben Ballungsgebieten. Berlin und Ruhrgebiet. Wow. Nee, ich bin ja nicht in Berlin. Nein, ich bin ja in einem kleinen Dorf, aber ich bin so offen. Das sind die einzigen zwei Gebiete, die ihr mir nennen könnt, wo Kriminalität am höchsten ist. Es tut mir leid, dass da Millionen von Menschen leben. Hörst du mir zu oder hörst du mir nicht zu? Wenn ich hier abends nach Hause fahre von meiner Schicht, sind hier nur noch Ausländer unterwegs, und ich traue mich, meine Kinder abends alleine nicht mehr rauszulassen. Das ist nicht böse gemeint, das ist aber so. Und wir sind ein kleines Nest. Aber guck mal, Sandra, das ist doch bei dir dann im Kopf, dass du da diese Angst hast. Und genau das ist der Fehler. Guck mal, ihr überlasst, du schickst deine Kinder, du schickst deine Kinder nach Hause, du schickst deine Kinder nach Hause, dein Nachbar macht dasselbe, der macht dasselbe, jeder Deutsche bringt seine Kinder nach Hause und er überlässt diesen Straßen sozusagen den Ausland, wenn du dann rausgehst, weil du deine Kinder schützen willst. Wenn du dann schon ekelhaft angemacht hast, als ich nur an der Sparkasse war, ich habe an der Sparkasse angehalten, da haben fünf Typen hinter mir gestanden und da haben mich richtig ekelhaft angemacht. Ich konnte froh sein, ich konnte froh sein, dass ich die Großfresse hatte und mich gewehrt habe. Ansonsten hätten die mich zerlegt. Die hätten mich zerlegt. Ja, die hätten mich zerlegt. Die hätten, ey, guck mal, erst mal, wenn da fünf, sechs Mann sind, Sandra, ohne dir zu nahe zu treten, Sandra, wenn da fünf, sechs Männer sind, selbst ich würde da Schwierigkeiten haben, mich mit denen anzulegen, ja? Weil fünf, sechs Mann ist halt eine Hausnummer, ja? Ja, ich habe mich laut gemacht. Ich habe mich laut gemacht. Da war noch ein anderer Mann in der Sparkasse. Ja, ich habe es einfach laut geschrien, ja? Entschuldigung. So kannst du es sagen. Du hast so gemacht, als hättest du die alle so jetzt mit Karate, Kung-Fu da irgendwie... Nein, gar nicht, nein. Aber ich hätte... An die Wand gedrückt. Wäre dieser Mann nicht da gewesen, ich denke schon, ich hätte verloren gehabt, weil die hätten mich... Die hätten mich zeneckt. Natürlich, Sandra, man muss ja realistisch sein. Wenn ich fünf, sechs, 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 fünf Jahre habe... Weißt du was? Ich bin eine kleine Großfresse, das mag sein, aber in solchen Momenten habe ich keine Chance. Da habe ich keine Chance. Wenn ich alleine bin, habe ich keine Chance. Also ich bin ja schon weiblich, aber da hätte ich keine Chance gehabt. Okay, Sandra. Fächen, ganz kurz mal, ich will die Sandra mal was fragen, ja? Sandra, ich habe eine ganz normale Frage an dich. Was hältst du oder was sagst du zum Thema Islam zu Deutschland? Islam zu Deutschland? Ob der Islam zu Deutschland gehört? Das ist eine falsche Ansatzweise, Bruder, Fanto. Weißt du, warum? Warum? Weil diese Menschen haben... Meinst du, ob der Islam... Haben Menschen vom Anhieb Angst vor dem Islam? Verstehst du, Bruder? Die haben ja vom Anhieb aus Angst vor dem Islam, obwohl es gar keine Angst vor dem Islam geht. Nein, 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 das gar nicht, das gar nicht. Also ich sage dir ganz ehrlich, darf ich jetzt auf die Frage antworten? Bitte, bitte. Ich hätte mit diesem ganzen Zeug kein Problem, wenn man das, was ich in meinem Leben akzeptiere, dass das andere Menschen akzeptieren, dann wäre ich auch bereit, dass man so ein Geben und Nehmen, so ein Zwischending, weißt du, aber nicht mit aller Macht durchführen. Ich akzeptiere gerne andere Menschen, das ist gar kein Thema. Wie gesagt, ich habe ja auch diese Menschen bei mir, die so liebevoll sind, und die würde ich mit Kusshand beschützen, wirklich mit Kusshand. Ganz kurz, Sandra, was muss ich machen, damit du mich akzeptierst als Deutscher? Mich nicht ekelhaft behandeln. Wie behandle ich dich denn, Sandra? Nicht hierherkommen und denken, ich bin es, ich kann hier alles und ich darf alles. Nein, das ist Überleglichkeit. Das mag ich nicht. Es kann jeder gerne sein, wie er will, es kann jeder gerne Ausländer sein, wie er will, solange man ehrlich, offen und ehrlich ist. Und solange man füreinander da ist, interessiert mich die Nationalität überhaupt nicht feststreckt. Solange man ehrlich ist und sich aufeinander verlassen kann, da ist mir egal, wer will. Vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen hat eine deutsche Dame ihr 13-jähriges Mädchen vermisst in Essen, Duisburg, die Gegend. Wer hat sich denn darum gekümmert, das waren wirklich fast nur Ausländer, die hier geholfen haben. Wir haben uns wirklich, also es gab ein paar Deutsche, es gibt auch den PPH Hunter, glaube ich, heißt der, der mitgeholfen hat, Steffi Nussfee. Wir haben dann dieses Mädchen wirklich durch Hilfe, durch Gott sei Dank viele Ausländer, die hier sind, durch Kontakte, weil ich lebe in Saarbrücken, ich musste nach Duisburg anrufen, ein paar Leute. Und dann haben wir den gepackt, ja. Und dann ist der Typ aus Versehen die Treppe runtergerutscht, ja. Der ist die Treppe runtergefallen, ja. Und das 13-jährige Mädchen ist bei ihrer Mutter wieder gelandet, ja. Wir wollen dafür keinen Dank haben, wir wollen dafür keine Medaillen haben oder sonst irgendwas, wir wollen einfach nur hier respektiert werden. Verstehst du? Wir wollen respektiert werden und auf Augenhöhe, dass ich mit dir auf Augenhöhe reden kann, Sandra, und genauso mit Haub und genauso mit Moritz. Ich will nicht einen besseren Status haben als ihr. Aber Fälschen, ganz kurz, was sagst du zu diesen Muslimen, die kommen und sagen, wir wollen die Scharia in Deutschland. Welcher Muslim sagt das genau? Es gibt sehr viele Videos und es gibt viele Moslems, die sagen das auch hier in TikTok. Welcher Muslim sagt das explizit? Das sind die wahren Moslems. Ey, dann sag mir doch, welcher Muslim das explizit ist. Das sind die wahren Moslems, die kommen und Eier haben und sagen, wir wollen die Scharia. Sag mir das auch, das sind doch nicht die wahren Moslems. Wie bitte? Hope, das sind doch keine wahren Moslems. Das sind die wahren Moslems, die wollen die Scharia. Plötzchen, die sollen sich mal ein Ticket buchen und dann da hinfliegen und da können sie es von mir ausleben. Nein, 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 nein. Ein Moslem, soweit ich weiß, muss die Scharia wollen. Er muss die Scharia wollen. Er kann das nicht ablehnen. Oder kann man als Moslem die Scharia ablehnen? Also du weißt, wir sind 57 islamische Länder und fast alle islamisch geprägten Länder haben nicht die Scharia drin. Das hat doch gerade gar nichts damit zu tun. Ich sage ja nicht, dass die Scharia da ist. Ich sage, es gibt Moslems, die möchten die Scharia. Warum soll ein Land, wo 99% der Muslime dort leben, keine Scharia haben, aber sie unbedingt in Deutschland umgesetzt werden? Ich rede doch gerade nicht vom Land. Ich rede von Menschen, die hier in Deutschland wohnen. Ja, nein, das sagst du schon bereits. Das liegt an den Menschen selber. Ja, aber das sind Moslems. Das sind wahre Moslems, die wollen die Scharia. Okay, du hast Angst. Du hast Angst vor der Scharia. Ich habe doch keine Angst vor der Scharia. Deine Angst verstehe ich. Du hast Angst, dass die Scharia hier in Deutschland... Warte mal, warum muss ich Angst haben? Was passiert denn in der Scharia? Warte ganz kurz. Weißt du, für was die Imame Angst haben? Die Imame sagen zu uns, unsere Moscheen sind leer, unsere Jugend kommt nicht mehr. Weißt du, was die muslimische Jugend gerade aktuell macht? Die Muslime sind, die gehen in Clubs, die gehen in Shisha-Bars. Die sind doch Fischer-Muslims, doch Fischer-Muslims. Warte, Hopp, warte. Hopp, warte. Nicht jeder betet fünfmal am Tag von diesen Muslimen. Ja, aber das ist doch scheißegal, ob er betet oder nicht von der Scharia. Aber du hast Angst vor diesen Leuten, die noch nicht mal... Ich habe keine Angst vor dem. Glaub mir, ich habe keine Angst. Doch, es gibt Muslime, die haben radikale Ansichten. Das sind die, wo du meinst, aber das ist nicht der Großteil, weil sonst hätte... Aber ein Moslem möchte doch die Scharia oder... Warte mal, jetzt klären wir erst mal diesen Punkt. Ja. Gibt es einen Moslem, der die Scharia ablehnen darf? Ist er dann auch immer ein Moslem? Darf ich ganz kurz darauf antworten? Anton, bitte sehr. Ja, ich antworte dir darauf. Im Islam ist das so, man darf die Scharia nicht ablehnen. Darf man nicht. Okay, also müsste die Scharia wollen. Warte mal, ich erkläre dir das doch mal. Du musst schon einen aussprechen lassen. So, im Islam und vor allem für einen Muslim ist den Scharia abzulehnen, ist so wie, als ob du Gott, Allah ablehnst. Das darf ein Muslim nicht. Genau. Weil im Scharia ist die komplette Gottesunterwerfung verbunden. Und wenn ein Muslim sagt, ich akzeptiere die Scharia nicht, so akzeptiert der auch Allah nicht. Habe ich dir deine Frage beantwortet? Genau, das heißt, ihr seid ihr Moslems? Ja. Okay, das heißt, ihr wollt auch die Scharia? Ich habe, nein, 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 du darfst die Wörter hier nicht verdrehen. Nein, nein. Ich gucke mal, ihr redet immer davon, dass die Moslems... Ja, ich habe mich doch gerade gefragt, oder euch, ihr wollt ihr... Ich erkläre dir das, ihr wollen keine Muslime, das hat der Bruder Fächern sehr gut erklärt, nicht mal, hör mal, ich bin türkisch, komme aus Türkei, mein Land hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist komplett das Land über diesen Mustafa Kemal aufgebaut. Richtig. Das Land hat noch nicht mal ansatzweise was mit dem Islam zu tun. Er hat ja Politik und Religion getrennt. Genau, so. Nicht mal selbst die 47 islamischen Länder legen den Scharia aus. Ja, warte mal, es gibt Länder, die schon die Scharia ausleben, aber wir reden jetzt davon, wir reden jetzt von Deutschland, du wünschst dir nicht die Scharia hier in Deutschland. Ich möchte so einen, guck mal, im Scharia, ich möchte, dass nicht Scharia hier in Deutschland befleckt wird, will ich nicht. Du willst es nicht. Nein, Scharia ist was, hör mal, im Scharia... Ich weiß, was die Scharia ist, ich weiß ganz genau. Dann kann ich so gut stellen, wenn ihr sagt, ihr bedeckt eure Frauen im Scharia, dann kann ich sagen, ihr im Westen zieht eure Frauen halb nackt und stellt vor den Autos, damit eure Wirtschaft hochgeht, oder was? Aber wir reden jetzt nicht von irgendwelchen nackten Frauen, wir reden jetzt davon, was passiert. Aber warte, Leute, 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 wir sind in einem Friedensvertrag, wir sind in einem Friedensvertrag mit Deutschland. Ja, doch, warte mal, Hope, genau darum geht es, Hope, warte mal, genau darum geht es. Es geht um den Gegenentwurf, Hope, es geht genau darum, es geht um den Gegenentwurf. Es gibt nicht wenige und Nassim Beniman ist einer gewesen, die kommen nach Deutschland, sehen hier halb nackte Frauen, wie die das bezeichnen, die sich nämlich nicht verhüllen und kriegen dann Aggressionen, indem die sagen, ja, die verhüllen sich nicht. Wer ist Nassim Beniman? Nassim Beniman, kannst du gerne mal nachschauen, der hat ein Buch geschrieben und er selber hat gesagt, also dass die Scharia zu deutsch, wie gesagt, er wollte die Scharia hier in Deutschland einführen, aber er selber hat Gott sei Dank eine Christin kennengelernt, die hat ihm Gott sei Dank, die ist ja hier in ein westliches Weltbild reinbekommen und er wollte hier Anschläge machen. Er kam aus einer islamischen Gesellschaft raus, aus einer islamischen Familie raus und der Hauptgrund, warum er so sauer war, war, wenn er gesehen hat, wie die Frauen hier rumlaufen und das fand er nicht in Ordnung. Er ist in einem islamischen Land groß geworden und er fand das nicht in Ordnung. Das hat aber nichts mit Koran und Zuna zu tun, also was wir jetzt gerade erzählen. Natürlich, er ist so großgezogen worden, natürlich, er wurde mit diesem Geist großgezogen und das war der Grund, warum er so ein hausgehendige Gesellschaft hatte. Ich rede doch mit Moritz gerade bitte, Adega. Moritz, dieser Nassim Beniman, aus welchem Land kommt der? Weißt du das vielleicht? Ja, kann ich gerne mal gerade schauen. Schau mal bitte, weil es würde mich mal interessieren, woher seine kulturellen Kreise her sind. Vielleicht hat er ja Rachgelüste gehabt, weil die Amerikaner da irgendwie in sein Land reingestimmt sind oder sowas. Ich möchte gerne mal, danke Moritz und Samantha, dass ihr mich jedes Mal hier wieder hochlasst. Äh, Fäschchen, Bruder, Fäschchen. Äh, die Scharia, nein, die Scharia gehört nicht zu Deutschland. Ja, aber ganz kurz, Hallo, ganz kurz. Ihr gehört nicht zu Deutschland. Aber hör mal zu, es gibt aber viele Moslems, warum müssen die sagen, die wollen die Scharia hier haben. Aber jetzt, jetzt frage ich mich, wenn so... Ja, welche? Nenn die mir doch namentlich, dann gehen wir gegen die vor. Welche? Denkst du, ich kenn die? Denkst du, ich kenn so Menschen oder was? Ey, du sagst, du sagst, die haben das gesagt. Videos, wie die auf den Straßen sind und sagen, die möchten die Scharia. Ich sehe hier täglich, täglich, Leute, TikTok. Ihr dürft doch nicht böse sein, dass wir so denken. Mal ganz kurz, hallo, weißt du, wie ich... Da gibt es doch, dafür gibt es doch einen Staatsschutz. Weißt du, mit diesen Menschen, die wollen, dass alle Ausländer aus Deutschland sich verpissen. Aber es gibt doch hier schon viele Leute, die Zangekern. Hallo, 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 Entschuldigung bitte. Wir müssen gegen unsere eigene Menschen, wir müssen gegen unsere eigene Menschen kämpfen, was das Volk hält. Und dann noch gegen den Rest der Welt, also was wollt ihr von uns, bitte? Sandra, lass mal den Reiner reden. Genau, lass mal den Reiner reden, der ist neu dabei. Lass mal den Reiner reden, bitte. Dankeschön. Hallo, Reiner. Dankeschön, Dankeschön, grüß dich, Sandra, und danke, dass ich hoch darf. Ich würde mein kurzes Statement dazu sofort unterbrechen. Wenn ich nicht aussprechen darf, gehe ich auch sofort runter. Ich bedanke mich, dass ich hoch darf. Und ich möchte mich in diese Diskussion auch gar nicht komplett einbinden. Doch, mach das. Weil mir fehlt dazu etwas Wissen. Und wenn mir das Wissen dazu fehlt, beziehe ich keine Stellung. Ich will euch aber sagen, wie ich es fühle. Ich bin seit zwei Jahren... Ne, Rainer, jetzt ganz kurz, bevor du weiterredest. Hör auf, ich... Lass mich kurz... Lass den doch ausreden, den Mensch. Nein, der soll aufhören, mich immer unter den Scheffel zu stellen. Du bist eine ehrliche Haut, du weißt genau, wie das Leben... Sandra, du hast sein Alter erreicht, der hat sein Alter erreicht, du weißt, wie es ist... Sandra, lass uns mal den Reiner reden. Der kann schon für sich selbst reden. Ich bin seit zwei Jahren, knapp seit zwei Jahren wieder in Deutschland, war 22 Jahre im Ausland. Ich bin sehr schockiert, was hier passiert. Und dort, wo ich war, ich habe auch Muslime kennengelernt. Wir hatten absolut kein Problem. Es gab keinen Terror und Theater und Auseinandersetzungen auf der Straße. Diese Deutschland, das ist so gespalten durch vielerlei Dinge und es kommt immer mehr dazu, immer mehr dazu. Und das stinkt mich so an. Und wenn jetzt durch diesen Nahostkonflikt diese Sachen hier auch noch ausgetragen werden, unsere Kinder, die gehen draußen auf den Straßen, dem Poch des Herzens, die wissen gar nicht, was los ist. Das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut fehl am Platz. Und dann meine Meinung dazu. Ich sage dazu, ich bin ein Katholik, habe mich nachtaufen lassen als erwachsener Mensch. In dem Land, wo ich war, bin ich strenggläubig. Ich akzeptiere auch jede Religion. Ich habe gar nichts gegen andere. Aber es kann nicht erwartet werden, von Leuten, die hierher kommen, vielleicht noch nicht einmal ein Bleiberecht haben, vielleicht noch illegal sind, dass sie sich benehmen wie die Schweine und unter aller Sau. Oder dass sie noch verlangen, dass diese Frauen, die hier in Deutschland geboren sind, ich rede gar nicht von richtigen Deutschen, die Frauen, die hier geboren sind, die können so rumlaufen auf der Straße, wie sie das möchten. Mir gefällt es auch manchmal nicht, wenn eine irgendwie da ein bisschen zu viel zeigt. Aber das ist eben hier so. Und wenn sie zu euch kommt, dann wird sie es schon nicht machen. Da wird sie schon weggefangen von euren Leuten. Und wenn wir im Ausland sind, ich schaue mir gerne schöne Gebäude an. Und ich würde mich auch nicht schön in eine Moschee reingehen. Ich stehe, ich war noch nie drin. Aber dann gehe ich dort genauso mit Respekt rein, wie ich es von den Leuten hier erwarte. Das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Leute, kämpft zusammen und spät zusammen und geht nicht. Gehen am Nachhinein. Leider kriegst du eine Rose von mir. Also wirklich. Das kann ja wirklich jeder sein. Egal, welcher Meinung man ist. Rainer, es will noch viele, die wir in Deutschland sind. Ja, es wird gut verliegen. Also liken, 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 alles. Also Rainer, eine Frage habe ich an dich. Hast du jetzt in dem ganzen Gespräch empfunden? Rainer, eine Frage habe ich an dich. Es sind Störgeräusche. Ich höre fast nichts. Vielleicht müssen wir die anderen wegmachen. Rainer, ich stimme nicht. Noch mal zurück zu meiner Frage. Hast du jetzt in diesem ganzen Stream, wo du hier oben warst, ja, okay, wir haben jetzt ein bisschen Spaß gemacht, wir haben ein bisschen Fitner getrieben, wir haben ein bisschen Larifare gemacht, aber hast du jetzt in diesem ganzen Stream empfunden, dass ich gegenüber dir als Person, also falls ich dich tut, sind darf ich überhaupt, ich muss dich eigentlich sitzen, gegenüber dir als Person, dass wir respektlos waren? Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich wollte auch niemanden genau ansprechen. Version, mir ist niemand dumm gekommen, niemand blöde von hier. Ich wollte einfach allgemein sprechen, meinst du, ich muss meine. Und dann siehst du mal, das war gemein auch für die Leute unten. Und dann siehst du mal, dass man nicht immer alle über einen Kamm schert, weil vielleicht irgendwann du und ich treffen wir uns, ja, und dann lade ich auf einen leckeren Grillteller ein, beim Türken, und dann verstehen wir uns wieder, ich verstehe es so. Man muss sich einfach nur ein bisschen näher kommen, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie so F-Plus-Freunde sind, ja, aber man kann sich aber auch ein bisschen kennenlernen, so, du redest über deine Kulturkreise, ich rede über meinen Kulturkreis, wenn den du noch nicht kennst, ja, dann zeige ich dir so ein paar Sachen und du zeigst mir ein paar schöne Sachen von der Kirche und dann können wir darüber reden, diskutieren, ja, sachlich und rational. Und dann gehen wir mal wieder rein und essen. Aber das ist schon wieder Lust drin. Meine Grundeinstellung hat sich doch nicht kennenlernen. Das ist aber trotzdem wieder Lust drin. Bei ihm hast du sofort die Einstellung, aber weißt du, dass Rainer eigentlich an meiner Seite gehört? Nein, 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 du gehörst an meiner Seite, Sandra, das weißt du ganz genau. Aber dass du noch nie auf den Gedanken kommst, okay, die könnte vielleicht cool sein und man könnte sich vielleicht genauso unterhalten. Bei Rainer hast du sofort das Ding, der ist sofort eingeladen, weißt du, aber bei mir hast du den Gedanken nicht gehabt, wie es eigentlich ist. Nein, also ich sage jetzt noch eins da. Ich stehe ganz klar auf der Seite von der Sandra. Ihr seht das auch an meinem blauen Herzen, wie meine politische Einstellung ist. Rainer, ganz kurz. Nein, du musst du nicht, Rainer. Ich habe gesagt, ich komme hier hoch und stelle mich auf keine Seite. Ich möchte mich nicht als Lügner darstellen lassen. Sandra, ich habe dir gesagt, ich leite dich gerne in ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel ein. Das habe ich gesagt ganz am Anfang. Ja, das kann ja nicht sein, nur weil ich meine eigene Meinung habe, dass ich halt gleich ein ekelhafter Mensch bin, weißt du das? Ja, eben, genau. Ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ich sage meine Meinung und ich sage sie gerne. Okay, ich bin halt so. Ich bin gerne liebevoll, wenn Menschen mich brauchen, da bin ich immer da. Aber wenn es ekelhaft wird, kann ich genauso ekelhaft werden. Du bist eine ganz sympathische, Sandra. Das ist gar nicht böse gemeint. Alles gut, Sandra. Ich ecke gerne an. Ich weiß, ich ecke gerne an. Und wenn man mich mit dem Annecken zuerst kennenlernt, weiß ich, habe ich es schwer. Das mag sein. Aber eigentlich bin ich gar nicht so böse. Das Problem, dass das Geile dabei ist, guck mal, jetzt hat noch mal eine geschrieben, keine nimmt uns unser Land weg. Keiner hat vorher, euch dieses Land wegzunehmen, zu islamisieren oder sonst irgendwas. Das bin ich auch gar nicht dafür. Ich hasse es nur noch. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber weißt du, es gibt so viele Menschen, die hierher kommen und die es so ehrlich meinen. Und ich habe halt gerade aktuell mit diesen Menschen zu tun, die mich so ausnehmen, so extrem ausnehmen und mich bescheißen und von richtig aus. Guck mal, ich rede jetzt auch ein bisschen radikaler. Takiyah, Takiyah. Könnt ihr euch mal den Begriff Takiyah erklären? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin trotzdem der offene und arme und denke nur, Sandra, das ist ein wichtiger Satz. Darf ich dir ganz kurz eine Geschichte erzählen? Warte, nur ganz kurz, nur diesen Satz, weil ich werde eh gleich sowieso gleich gehen. Ganz kurz, also gib mir diese eine Minute. Und dann hörst du mir aber auch zu. Ich hörte gerne zu, wirklich, Sandra. Also, es gibt in Deutschland 28.000 Islamisten laut Verfassungsschutz. Die Dukitze kann auch ein bisschen höher sein. Geben wir davon aus, dass es 50.000 Islamisten, sie machen mir einfach mal 100% noch obendrauf, ja? Das sind dann 50.000 Islamisten. Wir machen, dass die deutsche Politik die Dunkelziffer runterhält. Wir erhöhen sie extra für euch, ja? So, jetzt haben wir 50.000 Islamisten im Gegenwart zu 6,7 Millionen Muslime. Wenn ich euch sagen würde, komm, wir schieben mal einfach mal diese 50.000 Islamisten ab, würdet ihr uns dann in Ruhe lassen? Oder würdet ihr immer mit Deutsch-Streams führen? Nee, das bin ich halt nicht. Du musst nicht fragen, würde... Das ist eine wichtige Frage, die ich stelle. Ich muss dich persönlich kennenlernen. Du musst mich überzeugen. Ja, warte. Es ist mir egal, ob es ein Deutscher ist, ob es ein Ausländer ist. Es ist mir scheißegal. Das können alles meine Freunde sein. Ich mag sie alle, wenn sie ehrlich sind. Aber einer diese Frage beantwortet, wird auch hier im ganzen Stream. Hier im ganzen Stream. Gehen wir davon aus, es gibt 50.000 Islamisten, die das Grundgesetz ablehnen und diesen islamischen Staat ausrufen wollen, ja? Das war der Verfassungsschutz und das Statuswissen davon Bescheid. Jetzt schmeißen wir die alle raus. Würdet ihr uns dann endlich in Ruhe lassen mit dieser Islamophobie, mit diesem Hass schüren und so weiter, würdet ihr das dann eben in Ruhe? Warte mal, warte mal, Fächen. Also einmal das Wort Islamophobie an sich, das ist eine krankhafte, krankhafte Angst vor dem Islam. Das stimmt schon mal nicht. Warte mal, das ist einmal ein Propaganda-Begriff. So, sagen wir mal, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus. Moslems hier aus dem Land raus, die hier die Scharia wollen würden, die hier die Zivilbevölkerung auch unterdrücken würden. Sagen wir mal, das wäre so. Dann hätten wir doch an sich modern eingestellte Muslime, die hier gerne leben würden, dann hätten wir automatisch viele Probleme gar nicht mehr und diese Leute würden auch viel, viel einfacher leben können, weil eben nicht mehr diese Pauschalisierung so einfach da wäre, weil eben diese Überrepräsentation in den Straftaten auch nicht mehr da wäre. Also allein dadurch würden die Muslime hier, die hier friedlich leben, vieles mit dem Islam zu tun. Wo ist da der Kontext zum Islam? Das verstehe ich nicht. Erklär mir mal den Zusammenhang. Okay, ciao mal. Ihr müsst mit dem Ganzen, weißt ihr, also ich bin ja, ich bin ja nicht so politisch wie ihr alle hier jetzt aktuell. Ich bin so ein kleiner Normalo. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, das mit dieser Scharia, was hier im Islam stattfindet, unterstütze ich null. Das hat bei mir nichts zu suchen. Aber ich unterscheide nicht zwischen deutsch, ausländisch oder was weiß ich nicht. Für mich haben einfach ehrliche Menschen, die in mein Leben treten, die haben für mich was zu sagen. Und wenn es jetzt eine aktuelle Person gibt und ich weiß auch, dass wir aktuell Deutsche haben, die richtig ekelhaft unterwegs sind und denen würde ich genauso den Marsch blasen, wie diese Menschen, die mich hier beklauen und belügen und betrügen. Aber du darfst den Blick im Allgemeinen nicht verlieren, weil es gibt nicht nur ekelhafte Deutsche oder ekelhafte Ausländer, es gibt auch tolle Deutsche und es gibt auch tolle Ausländer, die dir den Rücken stärken, die mit dir zusammenarbeiten. Das ist ja richtig gesagt. Das darfst du einfach nicht vergessen. Ich habe diese ekelhaften Deutschen, die mich genauso beklauen. Aber ich habe diese Deutschen, die hinten in meinen Mülltonnen wühlen und ich lasse sie wühlen, und ich stelle die Kisten noch akkurat hin und sage, okay, ich schmeiße sie jetzt nicht in die Mülltonne und mache das ganze Zeug nicht kaputt. Sucht euch das raus, was ihr haben wollt. Und die kernen mir hinten die Rampe zusammen, und ich denke, ja, schön. Und dann habe ich wieder diese Ausländer, die kommen, okay, da musst du hingucken. Und da denke ich mir, Was ist denn für dich ein Ausländer? Nein, das darfst du nicht böse sehen. Ausländer ist für mich nicht böse. Das ist einfach jemand, der aus einem anderen Land kommt. Also so wie ich jetzt Urlaub machen würde, in einem anderen Land, Na ja, Sandra, warte mal, Sandra, darfst du dich mal, Sandra, darfst du mal ganz kurz intervenieren? Warte mal, Sandra, warte mal kurz. Warte mal, Rainer, Sandra, bitte nur ganz kurze Frage. Du kannst sofort weiterreden. Warte mal. Es gibt doch schon Unterscheidungen. Ich meine, schau dir zum Beispiel Kian Kemanschayan, er selber hier lebt aktuell in England, aber er ist aber auch hier in Deutschland meines Wissens auch mit groß geworden. Und dieser Mann ist aus meiner Sicht zum Beispiel kein Ausländer mehr. Der ist einer, der ist hier integriert, der ist assimiliert, der passt sich an die Gebräuche hier an, der lebt mit Herz und Seele in dieser Gesellschaft. Und in dem Moment, wo man sich wirklich integriert und assimiliert in die Gesellschaft, in den positiven Dingen, dann ist man aus meiner Sicht ein integrierter Ausländer, der in dem Moment aber auch an sich beanspruchen kann, dass er wirklich, weil er sich eben integriert und assimiliert hat, als Deutscher auch beteiligt zu werden. Ab wann ist ein Ausländer integriert und assimiliert, Moritz? Ganz kurz, ganz kurz, Moritz. Ich habe 45 Jahre lang Migrationshintergrund. Ich habe Eigentum in Deutschland. Ich assimiliere mich aber nicht. Bin ich in deinen Augen Deutscher, ja oder nein? Assimilieren in wie, warte mal, du integrierst dich aber doch, oder? Ja, natürlich. Okay, okay, gute Frage. Also, nächste Frage. Also, woher kommst du ursprünglich? Warte mal, warte mal, nein, das ist wichtig. Woher kommst du denn ursprünglich? Marokko. Ja, okay, Marokko. Marokko ist ja modern. Warte mal, warte, lass mich doch mal aussprechen. Also, Marokko ist ja mehrheitlich, mehrheitlich eher modern eingestellt, meines Wissens. So, wenn du hier in Deutschland lebst, wenn du hier dich an unsere Gesetze hältst, aber wie gesagt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst hier, du bist zum Beispiel für die Scharia, beziehungsweise für das islamische Gesetz, wenn du jetzt Muslim bist, das ist aus meiner Sicht ganz klar ein Integrationshindernis. Wenn du sagst, du bist nämlich für die Scharia, dann bist du aus meiner Sicht auch nicht integriert. Erstens möchte ich dich mal darauf hinweisen, dass du oben einen Pflichtigkeitsfehler drin hast. Du hast dann D vergessen, weil demokratiefeindlich. Das ist zum Beispiel kein Deutschen aufgefallen. Das ist gut, warte. Ja, ist gut, meine Güte, dann korrigiere ich das gerade. Dann war das ein kleiner Tippfehler. Okay, aber Fakt ist doch einfach, schau mal, die Scharia selber ist komplett grundgesetzfeindlich, entspricht überhaupt nicht dem, was wir hier in Deutschland an Lebensart und Weise haben. Und allein schon deswegen kann man noch sagen, jemand, der die Scharia beispielsweise vertritt, der ist nicht integriert. Genau, hast du völlig recht. Also die Scharia unterstütze ich genauso wenig, aber ich habe meine Ausländerfreunde, die genau meinen Teil unterstützen und die da sind. Aber ich habe da auch eine Frage. Und ich bin auch Ausländer, ich bin auch Ausländer, das Leben schlug, du hast zu viel Redezeit, Sandra. Ich glaube, lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich die ganze Zeit, lass uns doch auch mal reden, Sandra, bitte. Ich bin auch Ausländer, ich bin auch Ausländer, wenn ich in den Urlaub fahre. Das ist einfach so. Und da passt man sich einfach an. Das ist für mich... Hey, bitte, jetzt mal ganz im Ernst, ganz im Ernst. Erstens, das mit diesem Wort Ausländer die ganze Zeit, das ist sehr verstörend. Wirklich. Punkt eins. Punkt zwei. Hallo? Du willst doch reden, ich bin still. Besperrst du dich jetzt und ich still bin? Wie gesagt, das mit dem Ausländer, das verstehe ich dich. Das musst du mir mal nahe bringen. Was bezweckst du die ganze Zeit immer damit? Was willst du uns nahe bringen? Redest du mit mir? Erlauben zusammen. Natürlich mit dir. Was ich nahe bringe, ist einfach, dass man in dem Moment, egal über was man spricht, gemeinsam zusammenhält. Das ist für mich der Punkt. Man kann auch sagen, okay, jetzt hast du halt den falschen Blick, nee, das sehe ich jetzt nicht so. Und man kann halt sagen, nee, Sandra, das ist jetzt gerade ein bisschen uncool. Jetzt hast du ein bisschen Mist gebaut. Und ich sage, okay, vielleicht war das wirklich doof. Weißt du, kannst du machen. Aber ich kann ja vielleicht auch sagen, okay, bleib mal locker. Jetzt ist das halt so und so und so. Das ist doch ganz cool. Weißt du? Aber man muss an einem Strang ziehen. Das ist halt wichtig. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich in den Urlaub fahre, ich passe mich der Generation auch an. Und dann darf man mir bitte nicht, wenn man es mir vorwirft, ich würde das wirklich über mich ergehen lassen. Ich habe ganz toll, ganz toll dein Diskurs jetzt. Jetzt habe ich aber eine Frage an den Horst. Nein, ich glaube, ich bin noch gar nicht fertig. Man darf mir aber nicht... Deine Ausführung führen zu nichts. Ganz kurz, ich gehe dann auch runter. Wirklich, ich möchte, da möchte ich gar nicht mehr teilnehmen. Ganz kurz an den Horst. Wir konstruieren mal den fiktiven Fall, dass wir in Deutschland fünf... In Deutschland fünf... Und dann... Welche Partei? Welche? Ja, wir nennen sie die jungen Muslime. Wir nennen sie die jungen Muslime. Die sagen, wir wollen nicht scharieren. Würdest du das akzeptieren? Nein, warte mal, Rainer. Warte mal. Warte mal, Rainer. Wir reden gerade rein hypothetisch. Lass ihn das mal gerade auskönnen. Rein fiktiv. Würdest du damit klarkommen? Würdest du das akzeptieren, Moritz? Nein, und ich sage dir auch warum. Weil, wenn du insofern eine Partei hättest, und das ist leider die Schwäche einer Demokratie, eine Demokratie kann sich selber abwählen. Und wenn die Demokratie sich somit abwählen würde, wenn man eine islamische Mehrheit hat, und wie gesagt, wir wissen über Koran und Sunnah, man darf das islamische Gesetz von Allah nicht ablehnen. Das heißt, wenn man eine Mehrheit in einem Land hat, muss man auch dort die Gesetze des Islams etablieren. Das ist Pflicht. Das ist Verpflichtung. So, wenn wir jetzt, wie gesagt, dann wird es, wenn der politische Islam ist ja eine Verpflichtung für die Muslime, die in diesem Land leben und für alle anderen, danach zu leben. So, und dann wird keine Unterscheidung mehr gemacht. Dann wird gesagt, hier der politische Islam, die Scharia, muss jetzt herrschen, beziehungsweise Teile des islamischen Gesetzes. So, und das ist zum Beispiel im Iran so gewesen. Darf ich eine Frage stellen? Wenn es kurz in Ordnung ist. Sorry, ich will nicht dazwischen grätschen. Ich bin auch direkt unten. Erstmal Shalom an alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Shalom, Shabbat. Eine kurze Frage. Findet ihr es generell jetzt gerade in dieser Diskussionsrunde, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht gerade so das Beste, dass es hier, wenn es jetzt wirklich objektiv nicht erstmal so aussieht, dass man einer Meinung ist, dass man hier überhaupt gar nicht zu Wort kommt, gegebenenfalls sogar extra dazwischen redet oder einem sogar ein bisschen ins Lächerlich geraten wird. Falls ihr meine Frage verstanden habt. Also ich habe sie sehr gut verstanden und du sprichst auch ein sehr gutes Deutsch, das muss ich erstmal sagen. Und es wäre wirklich angebracht, dass es ein kleines bisschen der Reihe nach geht. Der Moritz hat vorhin gesprochen und da reden Leute dazwischen, er kann nie ausreden. Es ist sein, live hier. Das funktioniert nie. Man versteht kaum was. Die Leute unten kommen nicht da. Das klappt so nie, Leute. Das klappt so nie. Der Moritz legt fest, wer spricht der Reihe nach. Oder eben die Leute haben so viel Anstand und Respekt, lassen die Sandra aussprechen, wenn sie spricht. Ihr wird auch ständig ins Wort gefallen. Meine Frage ist zum Beispiel an Rainer. Das machen wir gar nicht reden. Rainer ist sehr sympathisch gerade. Er achtet wirklich auf jedes Detail. Rainer eine kurze Frage. Findest du, dass ich mich besser integrieren kann als zum Beispiel der Slim oder eher weniger? Natürlich möchte ich... Ja, es kann sich jeder... Wie soll man das jetzt so sagen? Wie soll man das so sagen? Da möchte ich gerne eine Ausstellung zu beziehen, lieber Cesar. Er hat mir doch eine Frage gestellt. Ach so, die Frage ging mir an die Frage gestellt. Ich wollte die nicht ins Wort fallen. Also mit allen anderen Worten wollte ich euch Huren-Söhnen einfach nur zeigen, wenn einer nicht die Flagge drin hat. Dann muss ich ja die Antwort geben, nicht anderer. Du bist ein Huren-Sohn. Ey, Cesar, komm mal runter. Hör auf. Ich rede nicht zu. 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 Einfach mit einem Söhnen. Habe ich euch gefickt, ihr Huren-Söhne. Mit einem Bild, ihr Huren-Söhne. Ihr wollt gar keine Diskussion führen. Wollt ihr nicht. Ihr wollt einfach nur ganz viele Gleichgesinnte hochholen und einen, auf dem ihr rumhacken könnt. Und das ist der Slimgrade. Ihr Huren-Söhne, schmeißt mich runter. Ihr gottlosen Huren-Söhne. Ich schicke siebenmal eine Anfrage. Niemand nimmt an. Ich mache einen David-Stern rein. Auf einmal nimmt mich jeder an. Junkies, Alter. Ich wollte jetzt mal ein... Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ernsthaft? Also hier ist es doch sogar ausgewogen. Würde ich jetzt mal sagen. Wir haben drei gegen drei. Ja, das ist aber auch blöd, wenn man sagt, drei gegen drei Leute. Mensch, wenn ihr sagt, diese Seite und diese Seite, da kommen wir ja nicht vorwärts. Ich habe eine Diskussion. Nein, man muss ehrlich sein, nur man muss andere Meinungen akzeptieren können. Man darf nur seinen eigenen Kopf durchsetzen. Man muss auch mal andere Meinungen anhören können. Und wenn man das kann, ist schon viel wert. Rainer, du hast einen Verstoß bekommen. Komm bitte nochmal rein. Also einmal, geh mal kurz raus, dann kannst du wieder reinkommen. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Weil sie dich gemeldet haben. Und wir gehören alle zusammen eigentlich, wenn du es so nimmst. Ja. an den Horst. Das war gerade nicht böse gemeint. Nee, alles okay. Also wir können da, wie gesagt, wir waren ja gerade in der Diskussion darüber drin, was passieren sollte, wenn wir islamische Mehrheiten haben. Da waren wir ja gerade dran. Das war schon unkoller. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, und deswegen bin ich auch pro AfD, weil wir dürfen es aus meiner Sicht nicht dazu kommen lassen, dass wir hier insofern Mehrheiten bekommen, die radikale Gesetze hier dann durchbringen wollen. Radikale insofern, die nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die AfD, wenn sie an die Macht kommt, dass sie remigriert, remigriert insofern, dass sie erstmal diejenigen Gefährder abschiebt, aktive Gefährder, wo wir wissen, von denen geht ein Anschlag aus, dass sie verbietet, dass in Moscheen radikale Predigten gehalten werden, die gegen unseren Rechtsstaat aufrufen, dass wir verbieten, dass Leute, die hier im Ausland als Imame ausgebildet werden, wo wir wissen, dass dort verfassungsfeindliche Sachen denen beigebracht werden, dass da verboten wird, dass sie einreisen dürfen. Wir müssen, wie gesagt, schauen, dass wir die kriminellen Flüchtlinge, nenne ich es jetzt, die wir hier drin haben, abschieben, weil sie haben damit, indem sie hier Straftaten begangen haben, ihr Aufenthaltsrecht verwirkt. Da können sie auch wieder in ihr Land gehen. Weil, wie gesagt, jeder, der hier hinkommt und sich nicht an unsere Regeln hält unser Gastrecht in Anspruch nimmt, der hat sich auch an unsere Regeln zu halten. Und wer das nicht tut, der kann auch gerne wieder zurückgehen. Aber Moritz, Moritz, habe ich ja eine Frage an dich. Lass den in Ruhe, der hat das alles richtig zu tun. Moritz, ich habe eine Frage an dich. Schau mal. Geil. Richtig, richtig. Wir haben jetzt aktuell, Sander, lass mich kurz ausreden. Wir haben jetzt auch, wenn ich mich nicht täusche, aktuell 6 Millionen Muslime in Deutschland bei 84 Millionen Einwohnern. Jetzt mal rein hypothetisch, ja, gleiches Spiel wie vorhin. Du hast, sagen wir mal, durch Zuwanderung und durch, sagen wir mal, Deutsche, die rein aus der Überzeugung zum Islam konvertiert sind, ja, und auf einmal ist wirklich die Mehrheit, ja, auf einmal sind dann von den 84 Millionen, sagen wir mal, 50 Millionen Einwohner sind dann muslimisch geprägt. Und Politik ist ja Politik für den Bürger. Wäre das dann nicht dann demokratisch, wenn dann sowas kommen würde? Genau das war meine Frage. Ja, aber das ist doch der Punkt, warte mal, stopp, du weißt doch genau, dass der Österreicher damals auch leider demokratisch gewählt wurde. Das ist leider so. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Schau mal, wir wollen, schau mal, schau mal, ich, schau mal, Slim, ich werde mir hier nicht, und deswegen mache ich die Aufklärung hier, ich werde mir hier nicht ein totalitäres System sehenden Auges reinholen und nichts dagegen machen. Deswegen klären wir auch, deswegen klären wir über den politischen Islam auf, weil wir nicht wollen, dass hier ein totalitäres System die Macht übernimmt. Das ist der Grund. Und jetzt sage ich dir ganz ehrlich, dass dieser Mensch, mit dem du gerade diskutierst, dass der mit meinem Religionsverhalten gar nichts zu tun hat, sondern dass ich ihn einfach nur als Mensch schätze, weil er einfach nur ganz cool unterwegs ist. Sandra, wir reden über Kuchenbacken und du redest über Arschbacken. Das ist mal ganz im Ernst. Nein. Natürlich. Wir reden gerade darüber, ob die Scharia, wenn die Scharia demokratisch hier reinkommt, ob das... Scharia, genau, Scharia. Da sind wir vollkommen raus. Da bin ich auch. Du musst zuhören, Sandra. Der Moritz sagt, nein, er will das mit allen möglichen Wegen aufhalten. Verstehe ich? Warte mal, nein, nicht mit allen möglichen. Warte mal, es gibt Grenzen, selbstverständlich. Das habe ich doch von vornherein gesagt. Stop, 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 stop. Moritz redet mit dir anders wie mit mir wahrscheinlich, weil zu Moritz habe ich ein anderes Verhältnis als zu dir und er zu dir wahrscheinlich genauso. Also ich habe hier ein gutes Verhältnis, das weiß ich ja. Genau. Und das ist gerade mega. Also das ist ein Vertrauensding, das funktioniert gerade und er muss ja nicht mal sagen, okay, er macht einfach hier, zack, kümmer dich vielleicht darum, dann mache ich das und dann ist das völlig in Ordnung und da muss ich kein anderer einzecken und sagen, okay, Sandra, da würde ich mal vielleicht auch passen, finde ich ganz uncool. Mag ich nicht. Ich habe jetzt wirklich komplett den Faden verloren wegen der Sandra. Also warte mal, also wir können, warte mal, wir können, das geht vollkommen mit rechtsstaatlichen Mitteln. Also wie gesagt, ich bin nicht dafür ganz klar und das lernt man bei der Polizei, das lernt man bei der Bundeswehr, es muss mit verhältnismäßigen Mitteln sein. Verhältnismäßigen Mitteln insofern, du kannst jetzt zum Beispiel, wenn man Klankriminalität bekämpft, da musst du schauen, dass du diese Klankriminalität verhältnismäßig aushebelst. Du kannst nicht direkt mit vollen Kanonen auf Spatzen schießen. Du musst wie gesagt schauen, dass das verhältnismäßig abläuft so. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier, ich bin hier in diesem Land aufgewachsen, ich lebe gerne hier in Freiheit, ich lebe auch gerne in einer Demokratie, aber ich werde einen Teufel tun und einfach so zulassen, dass die Demokratie sehenden Auges abgeschafft wird. Und ich bin so großgezogen worden, warte mal, ich bin so großgezogen worden, dass ich das argumentativ, rhetorisch und dass ich das mit vollkommen demokratischen und friedlichen Mitteln tun kann. Und dafür kämpfe ich auch und davon werde ich auch nicht abweichen, weil wir sind dazu in der Lage, soweit es möglich ist, eine friedliche Lösung zu finden. Und ich werde auch nicht aufgeben, zu sagen, wir müssen eine friedliche Lösung finden, bevor es zu spät ist. Aber Moritz, aber Moritz, aber Moritz, du gibst uns, du gibst ja uns Muslime die Schuld dafür, dass die Politik scheiße baut. Und das finde ich ja nicht korrekt. Nein, nein, gebe ich doch gar nicht. Die Politik, die aktuell scheiße baut, das hat insofern, also die aktuelle Bundesregierung, die baut scheiße aus ganz anderen Gründen. Es geht aber um den Fall, darum geht es ja, wenn Mehrheiten erzielt sind, wenn eine islamische Regierung eingesetzt werden könnte, um diesen Fall geht es. Die aktuelle Regierung, die wir jetzt haben, baut aus komplett anderen Gründen scheiße. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich stehe auch nicht hinter der Ampelkoalition. Ich hoffe, dass wir demnächst eine Regierung bekommen mit AfD-Mehrheit. Und es sieht aktuell sogar sehr gut aus, dass es immer weiter bergauf geht. Wir werden aber dann sehr... Glaube ich nicht, aber ich denke, so eine Kooperation mit CDU, denke ich mal, und dann Regierungs... Wie gesagt, was du niemals von mir hören wirst, und da stehe ich auch hinter, ich bin für die Durchsetzung dieses Staates mit den rechtsstaatlichen Mitteln. Ich bin nicht dafür, dass wir hier Regeln einführen, die gegen unser Grundgesetz, gegen unsere Gesetze sind, ganz klar. Wir müssen das mit einer rechtsstaatlichen Lösung kriegen. Aber natürlich, keiner, der hier aufgewachsen ist, der hier gerne lebt, würde gerne zulassen, dass wir hier die Scharia haben. Und wenn man sich mal... Aber ich verstehe es nicht. Manchmal sagt ihr, ihr lebt in der Diktatur, siehe Corona-Zeit, dann habt ihr keine Meinungsfreiheit, und dann sagt ihr doch, mit allen demokratischen Mitteln müssen wir das umsetzen. Also wo leben wir denn hier in Deutschland? Ist es eine Scheindemokratie? Ist es eine Demokratie? Ist es eine Diktatur? Also es gibt ja 10.000 Begriffe, die immer so rumfallen. Man holt sich immer das Beste raus. Wenn es einem schlecht geht, nennt man es Diktatur. Und wenn einer was Gutes rausholen will für sich, sagt man dann, ich will es auf Demokratie abholen. Nein, also schau mal, was wir aktuell haben, und das kann ich ganz kurz zusammenfassen, wir haben ja normalerweise das System geteilt in Exekutive, Judikative und Legislative. Dann gibt es noch eine vierte Gewalt, das ist die mediale Gewalt, das ist die inoffizielle vierte Gewalt. Wenn aber die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Judikative und Legislative nicht richtig funktioniert, wenn du zum Beispiel eben, was das Bundesverfassungsgericht leider angeht, wenn du da Urteile hast, die im Sinne der Regierung insofern sind, dass sie leider geltendes Gesetz teilweise ignorieren, dann hast du eine Störung in der Demokratie selber drin. Und das ist leider so inzwischen, dass du eine sehr schwache Demokratie hier in Deutschland hast. In der Corona-Zeit leider. Ist es dazu gekommen, dass hier teilweise Regeln durchgesetzt wurden? Ich gehe jetzt runter, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ciao. Hier in der Corona-Zeit sind leider Regeln durchgesetzt worden, die mit unserer Verfassung nicht recht zu fertigen sind. Sie wurden aber trotzdem durchgesetzt. Das heißt, wir leben in einer sehr schwachen Demokratie, in der Exekutive, Judikative und Legislative erstmal nicht in dem Sinne zusammenarbeiten, wie sie es sollten. Und in dem Gesetze gemacht werden, Recht mit voller Absicht gebrochen wird und es keine Konsequenzen gibt. Und das kann nicht sein, wenn wir in einem Rechtsstaat leben, muss das Recht hier auch angewendet werden. Ganz klar. Und es wird hier teilweise nicht angewendet, das hat aber mit anderen Sachen zu tun. Das heißt, du sagst in dem Fall, wenn die AfD an die Macht kommen sollte, muss dieses Gesetz oder diese Judikative, Legislative und Exekutive ausgehebelt werden? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hast du mir überhaupt gesagt? Warte mal, nein, lass mich, warte mal kurz. Nein, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe nicht gesagt, die soll ausgehebelt werden. Im Gegenteil. Sie soll wieder richtig funktionieren. Es sollen wieder neutrale Leute, neutrale, mit Betonung wirklich auf neutral, nicht Leute, die ein Parteibuch haben, im Bundesverfassungsgericht recht sprechen. Also Richter, die sich wirklich mit dem Gesetz befasst haben und die nicht nach dem Parteibuch Gesetze machen. Und wie gesagt, wir sollen eine richtige Demokratie haben, insofern, die sich wirklich auch, wirklich auf die Gesetze, an die sie sich selber verabschiedet, auch daran hält. Und mehr und nicht weniger verlange ich, dass wir in einer Demokratie leben, die sich an Recht und Gesetz hält. Aber du machst, aber du machst ja genau den Fehler, du machst ja genau den Fehler. Der macht gar keinen Fehler, was du sich denn, der von Frieden hast, zu einem Bullshit. Sandra, warte ganz kurz. Das von gerade eine Debatte, Sandra, ganz kurz. Das heißt, Moritz, du sagst zu mir, also, wieso ich nehme ich das auf? Also, es ist meine Meinung, du hast es für mich gefühlt, dass die AfD, die lassen wir doch mal aufregen, Sandra, dran arbeiten sollen, die soll dran arbeiten, dass das, dass das dann zum Beispiel die Legislative, die Judikative so ein bisschen wieder gerade gebogen wird. Das heißt, die suchen sich neue Richter aus und so weiter und besitzen die dann damit. Nein, genau, das habe ich eben nicht gesagt. Hörst du mir eigentlich zu? Ich habe gesagt, Neutrale, nicht nach dem Parteibuch. Ich habe gesagt, es sollen Richter eingesetzt werden, die nicht nach dem Parteibuch handeln, die wegen ihrer Qualifikation rankommen und nicht, weil sie einer Partei haben gehören. Wer sucht diese Richter aus? Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, wer sucht diese Richter aus? Schau mal, du weißt doch ganz genau, wie diese Richter berufen werden. So, und das muss, wie gesagt, nach einer... Berufen? Hm? Wie werden denn die Richter berufen? Durch wen? Ja, sollen wir das jetzt, hier, wie heißt es, sollen wir jetzt... Pass mal auf, bitte. Ich will leise reden. Ich möchte nicht nochmal eine Verwarnung bekommen und rausfliegen. Ich will den Leib auch nicht stören. Ohne mich, ich will dann mal noch woanders rein schnicken. Geht das? Ich schnick mal, ja. Okay, wenn ihr mich braucht, wenn ihr mich braucht, ruft er mich, okay? Alles klar. Du hast ausgehend auch gesagt. Danke dir, schönen Abend. Alles klar. Ciao. Ciao. Ich wollte eines sagen, und zwar, du hast vorhin gesagt, wenn die AfD an der Macht kommt, also dieses Wort an der Macht kommen, das habe ich überhaupt nicht gern. Warum nicht? Erklär mir mal den Begriff, an der Macht kommen. Die SPD, die Grünen und die... Ja, lass mich drauf ausreden, bitte. Ich lass dich dann auch ausreden. Ich wollte dir das sagen, dass mir das nicht gefällt, an die Macht kommen. Es hat nichts mit der Macht zu tun, was die AfD will. Macht demonstriert die jetzige Regierung mit aller Macht und mit aller Härte. Die AfD möchte in Regierungsverantwortung kommen und keinem Macht ausüben, sondern dem deutschen Volk dienen, wozu sie gewählt wird. Sie wird vom deutschen Volk gewählt. Diese Regierung hat einen Eid darauf geleistet, aber sie macht alles andere, als diesen Eid einzuhalten. Es ist ein Schwo-Eid. Wenn man Eid bricht, das kann normalerweise mit Gefängnis bestraft werden. Wisst ihr das überhaupt, Leute? Ich habe noch keinen Politiker im Knast gesehen. Noch keinen einzigen. Obwohl meine Demokratie ist. Ich habe noch keinen einzigen deutschen Politiker jetzt im Knast gesehen. Ja, da siehst du doch, dass die Demokratie aktuell leider nicht so richtig funktioniert. Das ist doch ein Indikator der schwachen Demokratie. Ja, das ist nicht wahr. Und weißt du, Fassion, wo ich war, genau dort gab es eben direkte Demokratie, ähnlich wie in der Schweiz oder ziemlich genau sogar. Und zwar gibt es eben die Volksabstimmungen, die die AfD auch möchte. Und das wäre etwas, was ziemlich schnell umgesetzt wird. Dieser Zehn-Punkte-Plan, der besagt ja erst mal nur, diese Sachen, die ziemlich schnell und sofort passieren könnten. Manche Leute mängeln ja, ja, da steht ja so vieles gar nicht drauf. Ja, das steht gar nicht zur Debatte jetzt. Es gibt Seiten, die sind 130 Seiten lang. Aber ganz grob gefasst gibt es den Zehn-Punkte-Plan. Und da gehört eben unter anderem diese Einführung auch von dieser, Erfolgsabstimmung dazu. Darunter gehört die Grenzsicherung dazu. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ich jetzt hier zu Hause bin und bei mir klingelt es an der Tür und ich sehe, da steht jemand da, ja, es hilft bedürftig. Ich kenne ihn aber nicht. Dann werde ich ihn bei mir reinlassen, ohne Frage. Er kriegt auch Essen. Ich passe natürlich auf ihn auf, weil ich ihn nicht kenne. Dann klingelt es immer wieder. Das Haus ist voll. Irgendwann kann ich keine mehr aufnehmen. Da muss ich meine Türe zulassen. Verstehst du? Und wenn ich dann merke, die Leute sind in meinem Haus drin und sie gehen, ist ein Beispiel, ein Beispiel, ne? Und die Leute gehen ins Schlafzimmer rein, legen sich mit im Bett, schlafen mit meiner Frau, tun sie vorgewaltig oder so. Das geht doch nicht. Und so passiert das aber eben im großen Stil jetzt hier. Es sind Leute da, die jetzt nicht unbedingt alles Verbrecher sind, aber es sind Leute da, die wirklich gezielt hierher gekommen sind, um diese Steuerverschwendung von dieser Regierung auszunutzen, die Töpfe zu plündern. Ich frage mich auch, wenn jetzt muslimisch-gläubige Menschen in ein christlich geprägtes Land kommen, warum gehen sie denn nicht in ein muslimisch geprägtes Land? Ja, ich habe die Antwort drauf, weil die nicht so mit dem Geld rumschmeißen können. Es können hier nur Leute etwas empfangen, die in diesen Töpfe eingezahlt haben. Was erzählst du da? Welche Länder sind die größten Länder der Welt? Welche Länder? Das sind alles arabische Länder. Was erzählst du da für ein Blödsinn? Was erzählst du da? Also soll ich dir mal sagen, welches Land das reichste der Welt ist? Du wirst es kaum glauben. Das kleine Fürstentum Liechtenstein. Nee, falsch. Prozentual gesehen, ne? Das ist gar nicht falsch. Das ist gar nicht falsch. Das liegt mir an erster Stelle und danach kommt die Schweiz. Katar, Katar. Falsch. Das glaubst du, ganz falsch. Das ist Katar, das ist wirklich Katar. Ihr könnt doch mit mir reden, was ihr wollt, das ist eben nicht. Es geht noch pro Gender-Ein-Lose-Tal, ja? Rainer, wievon redest du? Aber ist egal, ist egal. Rainer, nur weil du die Lichtensteinflagge in deinem Bild hast, verstehe ich auch, warum du dieses Land verteidigst. Ist ja auch alles in Ordnung, wenn du sagst, Lichtenstein ist so, ohne Quellenangabe, dann ist es schlimm, ich dir jetzt erst mal zu. Ja, ich muss dir nicht recht geben, ja? Aber wir haben halt was anderes. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Wir diskutieren über so Kleinigkeiten. Genau darum geht es gar nicht um diese Länder. Es geht einfach darum, dass hier grundlegend was falsch läuft in diesem Land. Und das ist diese Regierung, die jetzt da ist. Ich sage nicht an der Macht, die eben dort oben regiert, aber mit aller Macht, die sie sich rausnimmt und gegen das Volk, was es Volk will. Die Mehrheit, selbst Leute, die nicht AfD-Befürworter sind oder AfD-Mitglied, ich bin auch kein Mitglied, selbst diese Leute queren doch immer mehr, die gegen die Regierung sind. Herr Reiner, weißt du, was das Hauptproblem ist? Eine Demokratie funktioniert nur insofern, indem du eine Bevölkerung hast, die auch eine gewisse Bildung hat und weiß, was sie wählt. Wenn du aber eine Bevölkerung hast, wie gesagt, die ein totalitäres System will, dann bringt dir eine Demokratie nichts. Dann hast du ganz schnell wieder ein totalitäres System. Und genau das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ja. Okay, Moritz, ist die AfD für dich totalitär? Warum sollte die AfD totalitär sein? Im Gegenteil. Ich habe nur gefragt. Nein, natürlich ist die AfD nicht totalitär. Okay. Ich habe hier gerade vom politischen Islam gesprochen, worüber wir die ganze Zeit eigentlich reden. Also ich verstehe diese Begrifflichkeit, politischen Islam. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Was ist dein Problem? Das ist auch so eine Erkündung. Ich schreibe christliche Politik. Was ist los mit dir? Akzeptiere einfach die Religion. Warte mal, ich kann euch den gerne erklären, was politischer Islam insofern heißt. Gehirnzellenvertauschen. Guck mal, nein, Moritz, wenn du politischen Islam sagst, darf ich auch. Oh, ob die Frau reden. Oh, ob die Schellenfried, die kommt gar nicht zur Wurz. Ich war doch gerade am reden, Reiner. Du, klingst so, als würdest du im Sterbebett liegen und reden. Also, bitte, kümmer dich um deine Rente oder keine Ahnung. Mach mal Schellenfried runter, Moritz, die bringt uns nichts. Dankeschön. Wenn wir über den politischen Islam reden, dann kann ich auch über Islamophobie reden. Verstehst du? Ja, es ist absoluter Schwachsinn. Warte mal, nein, politisch. Schau mal, ich sag mal, warum. Ich fühle mich seit 2001, guck mal, davor war ich halt, ich bin 87er-Jahrgang. Ich bin bis 2001, war meine Religion nicht so wichtig für den Leuten. Wir haben immer nur gefragt, aus welchem Land ich komme. Wenn ich gesagt habe, ich bin aus Marokko, oh, wie schön, Marokko, tausend eine Nacht, Couscous, Tajin. Das war so immer das Interesse von den Leuten. Seit 2001, seit diesem 9-11-Ding, habe ich komplett die Welt verdreht. Ich werde ganz anders angeschaut. Und seit 2015 ja noch schlimmer. Wir werden über einen Kamm geschert. Naja, warte mal, nein, warte mal. Die Welt hat sich seitdem insofern nicht, also der politische Islam, der war schon immer gleich. Der war nicht seit 9-11 plötzlich anders, sondern er war seit Anfang an, seit dem Mohammed den Islam gegründet hat, seitdem er Staatsführer, Kriegsherr, und Prophet in einem war. Seitdem ist die Säkularisierung des Islams noch nicht eingetreten. Das heißt, wir haben im Generellen keine Trennung von Staat und Religion, was das angeht. Stimmt nicht, stimmt nicht. Ich habe da eben 57 Länder aufgezählt. Davon sind zwei vielleicht nicht so, der Rest ja islamisch geprägt. Warum erzählst du so einen Humbug dann hier? Nein, schau mal, also, der Islam... Marokko, sehr fakular. Marokko hat, Marokko, in Marokko kannst du in die Synagoge gehen, in Marokko kannst du in die Kirche gehen. Ja, aber ganz ehrlich, der König von Marokko, der ist aus der Sicht von jedem Muslim doch ein Ungläuter. Ganz ehrlich, die Frau trägt noch nicht mal Kopftuch. Du kannst den König von Marokko nicht als Muslim sehen. Das stimmt nicht. Du behauptest, du stellst dir die ganze Zeit irgendwelche Thesen auf, ohne die mit Fakten zu machen. Nein, nein, warte mal. Okay, warte mal, dann machen wir Quellenarbeit. Wir können gerne Quellenarbeit machen. Du wirst nämlich sehen, dass der König seine Nachfahren bis auf den Propheten zurückverfolgen kann und du erzählst mir einfach, der ist kein Muslim. Ja. Also, schau mal, die Frau von ihm, warte mal, die Frau von ihm trägt schon mal kein Kopftuch von dem König. Das Schlimme ist dabei, wenn einer Atheist ist und Kuffer ausspricht auf Muslime, weil er denkt, er ist im Recht. Ja, richtig. Nein, warte mal. Also, ganz einfach. Wenn eine Muslima kein Kopftuch trägt, ist sie laut dem politischen Islam schon mal keine Muslima mehr. Das ist nämlich der eine Punkt. Weil eine Frau, die kein Kopftuch trägt, begeht dauernd Fitna. Sie begeht dauernd Sünde. Und das heißt, du musst dich... Schau mal, und das ist doch schon mal das Problem. Es steht selber im Koran, O Prophet, so sagt ein Frauen, dass sie sich verhüllen sollen, sodass sie als ehrbare Muslima erkannt werden und nicht belästigt werden. So, das ist schon mal erstmal der Aufruf zum Kopftuch. Es ist nachweisbar in verschiedenen Hadithen, dass Mohammed ein Kopftuchgebot angeordnet hat. So, wir wissen damals die Gesellschaft... Sekunde, dann lass mich jetzt mal auswählen. Also, wir wissen damals die Gesellschaft unter Mohammed, steht im Koran selber drin, dass die Muslime die beste Gemeinschaft sind, die je auf der Erde existiert hat. Sie gebieten das Rechte, sie verbieten das Unrechte. So, wir wissen außerdem, dass die ersten drei Generationen, also ab Mohammed, dass das die besten Generationen sind. Das heißt, auf diese Generationen muss man sich berufen. Das heißt, diese Generationen sind sowohl aus Sicht des politischen Islam das perfekte Vorbild, als auch eine allzeit gültige Gesellschaft, die perfekt ist. So, natürlich sagen wir jetzt in diesem Jahr hier, dass das gar nichts mehr mit früher zu tun hat. Dass früher galten Regeln, Sklaverei, Kriegsbeute nehmen, allem drum und dran, die heute nicht in Ordnung sind. Da kann ich doch als deutscher Demokrat sagen hier, das hat mit unserem Grundgesetz, mit unserer Demokratie null zu tun und das will ich hier auch nicht haben. Guck mal, das wirst du auf lange Sicht gar nicht aushalten können. Wenn seine Frau den Islam nicht praktiziert, ist das ihr Ding. Da muss ich ihr, ich gebe ihr nicht, ich spreche ihr niemals diesen Koffer aus und zweitens weiß ich nicht, ob sie wirklich Satan betet oder nicht. Das macht ihr mit Allah. Ja, aber du weißt auch, dass die Männer für die Frauen verantwortlich sind und die Männer für die Frauen verantwortlich sind. Eine Sekunde, Leute, eine Sekunde. Ich möchte mich einmal von euch verabschieden. Moritz, also wirklich vielen lieben Dank, auch wirklich, dass man hier sacklich seine Meinung äußern kann. Ganz toll. Bruder Feschen, ich wünsche dir weiterhin einen schönen Abend. Rainer, auch dir wünsche ich einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Ich hoffe, ich darf das nächste Mal nochmal kommen, dass wir mal hier ein bisschen diskutieren können. Ja, wir können ruhig weiter reden. Ich meine, wie gesagt, solange das Ganze sachlich bleibt und solange irgendwie keine schwarze Rhetorik angewandt wird und wir das ganz faktenbasiert regeln können, gerne. Wie gesagt, das Problem ist halt nur, verstehst du denn die Bedenken insofern, die ich auf dieser Basis habe? Natürlich, zu 100 Prozent. Ja, eben. Also insofern ist es doch verständlich, dass ich sage hier, der politische Islam darf in Deutschland keine Oberhand gewinnen. Wie gesagt, guck mal Feschen, wenn du jetzt als Moslem, sagen wir, du betest, du machst Ramadan, du machst all deine Pflichten, die du im spirituellen Teil machst, das ist mir doch scheißegal, um es jetzt mal so zu sagen. Mir geht es aber darum, wenn der politische Teil davon, eben weil es eben nicht säkularisiert wird, auch von jedem Muslim praktiziert werden muss und wenn nicht, dann gilt er nicht mehr als Moslem. Dann kann ich doch sagen, hier, der politische Teil, den möchte ich hier nicht haben. Wenn du beten willst, wenn du Ramadan machen willst, mach doch da, was du willst. Das hat mich einen Scheiß anzugehen, was spirituell ist. Aber der politische Teil, der hat hier einfach nichts zu suchen. Ja, aber ich verstehe nicht diesen politischen Teil, dieser politische Teil, guck mal, ich weiß nicht mal, ob es eine islamische Partei gibt, gerade im Bundestag. Ich weiß nicht, ob da die islamische Partei überhaupt angemeldet ist. Im Bundestag nicht, Europa gibt es aber die Big-Partei. In Europa gibt es die Big-Partei. Und wer wählt die? Ja, das ist eine islamische Partei, aber die ist Gott sei Dank nicht im Deutschen Bundestag. Sitzt die im Europaparlament? Europaparlament meine ich nicht. Du hast die in verschiedenen Ländern, aber die ist Gott sei Dank noch keine Partei, die jetzt so weit Einzug gezogen hat. Du hast halt in London, London ist halt hochproblematisch leider, weil da hast du einen nicht unerheblichen muslimischen Anteil inzwischen. Du hast da eine sehr starke salafistische Szene unter Mohammed Hijab und Ali Dawah. Und London ist schon sehr extrem geworden. Also guck dir mal an, was in London teilweise an Aufmärschen von Palästina-Demos ist. Ich war es schon ein paar Mal in London und ganz ehrlich, ich würde aktuell nicht mehr nach London fahren. Das ist wirklich übel, was da passiert. Aber mal eine andere Frage. Jetzt war ja Obama auch angeblich geborener Moslem. Da hat doch, glaube ich, fast über 1400 Drohnen angriffen auf Afghanistan gemacht. Also ich weiß nicht, guck mal, du darfst den Islam nicht immer so über einen Kamm schieren. Warte mal, stopp, du wirst dich wundern. Also ich verurteile sehr, sehr vieles an der amerikanischen Politik. Das kann ich dir sagen. Warte mal kurz, Rainer. Ich kann sofort. Ich kann dir sehr, sehr vieles sagen, was ich an der amerikanischen Politik verurteile. Obama selber hat wie viele Kriege angefangen. Finde ich auch nicht in Ordnung. Es gibt, wie gesagt, es ist nicht so, als wenn der politische Islam an allem schuld wäre. Garantiert nicht. Es gibt sehr, sehr viele Probleme, die wir uns auch hier importiert haben, was das angeht, die jetzt mit anderen Problemen zu tun haben. Wie gesagt, die Politik, die teilweise von der USA in Deutschland gemacht wird, finde ich auch nicht in Ordnung, die da übergreifend läuft. Es gibt sehr, sehr viele Punkte. Aber die Frage ist halt, dass man alles an der Wurzel benennt. Und wir haben faktisch hier in Deutschland ein Problem mit dem politischen Islam durch Parallelgesellschaften und durch Gegengesellschaften. Und das ist faktisch ein Problem. Fashion, es muss immer kleines bisschen im Wechsel gehen. Weißt du, es kann nicht nur du und hin und her. Ich verzichte gerne auf was, aber nie nur, weißt du. Eins will ich gleich erst mal sagen, also du liegst komplett falsch, wenn du sagst, Obama sei Muslim. Er ist ganz eindeutig Katholik. Ich hatte eine Freundin, ich habe jetzt auch noch eine, eine Schweizerin, aber kamerunische Wurzeln, sie ist jetzt gerade in Kamerun und ich habe Bekannte auch in Kenia. Wie du vielleicht weißt, stammen die Eltern, also die Großmutter zum Beispiel, sie lebt in Kenia und sie gehen voll in die katholische Kirche und der Obama ist auch kürchisch. Aber das gehört hier nicht zur Sache. Das wollte ich nur am Rande sagen. Am Rande möchte ich auch sagen, Rainer, wenn du Pech hast, wird deine Frau wieder remigriert. Da hast du keine Frau mehr. Was? Wenn die AfD an die Macht kommt, könnte es passieren, nicht hundertprozentig, weil man weiß ja nicht, wer Innenminister wird. Was erzählst du für ein Unsinn? Aber warte mal kurz. Ich wollte, ich wollte, du sagst immer, warte mal ganz kurz. Ich war doch noch gar nicht fertig mit Sprechen. Du bist mir reingefallen und lässt mich nie aussprechen. Du sagst immer, warte mal kurz oder aber, aber, aber. Ich stelle doch nur eine Frage. Jetzt mach deinen Senf und dann gehörst du zu. Sollte ein Höcke Innenminister werden, dann musst du zu deiner Frau sagen, Arrivederci, weil sie Schwarzafrikanerin ist. Ja, ist Schwarzen. Kompletter Bullshit. Moritz, lass mich bitte antworten. Es ist meine Partnerin. Jetzt will ich dir eines sagen. Das, was du erzählst, ist totaler Unsinn. Totaler. Es gibt zum Beispiel in der AfD auch Afrikaner drin. Und die AfD, die hat überhaupt nichts gegen Farbige, gegen andere Religionen. Sie hat auch nichts gegen Schwule und Lesben. Die können machen, was sie wollen. Nein. Nein, können Sie nicht. Warte, 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 warte. Warte mal. Die Weide ist doch selber lesbisch. Lass mich, ja, ja. Lass mich doch mal ausreden. Eben. Okay. Wir wollen aber bestimmte Sachen nicht. Und das hauen die Leute immer durcheinander. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder hier früh sozialisiert werden in Kindergärten und in Schulen. Wir möchten nicht, dass... Rainer, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Rainer, ich bin gestorben. Du bist immer noch am Reden. Ich bin schon tot. Was ist denn das jetzt? Rainer, du kannst gerne gerade mal was sagen. Feschen, du kannst gleich. Rainer, red mal aus. Ja. Moritz. Ich gehe auch gleich runter. Ich sage dir schon mal vielen Dank. Ich merke, es gibt Leute, mit denen kann man gar nicht so richtig reden, vernünftig. Es wird einfach immer wieder nur Falsches dargestellt. Die AfD möchte dieses überhaupt nicht, was er sagt. Die AfD ist überhaupt nicht rassistisch und fremdenfeindlich. Und dieser Björn Höcke, es gibt ja noch einen anderen, es gibt ja auch den Bernd Höcke. Wenn du Höcke sagst, hier der Höcke, erst mal hat er entweder einen Vornamen oder Herr, könnte man sagen. Da muss man schon sagen, welchen Höcke man meint. Aber ich gehe davon aus, du meinst den Björn Höcke. Und dieser Björn Höcke, er wurde so zurechtgeschnitten von den staatlich geprägten Medien, dass da so vieles gar nicht wahr ist. Und überhaupt nicht stimmt. Schaut euch einfach mal ein einfaches Video über ihn an, was komplett ist und nicht geschnitten. Da werdet ihr mal feststellen, dass es wirklich ein ganz lieber Mensch ist. Und es hat viele Mal auch das Problem, dass Leute rechts und rechtsradikal gar nicht auseinanderhalten können. Die AfD ist rechts, recht konservativ, aber nicht rechtsradikal. Wisst ihr, was rechtsradikal ist? Das ist eher dann die Linke. Die geht in die Richtung. Das ist eine sozialistische Partei. Und diese Frau Wacher-Sagenknecht, das ist eine waschechte Kommunistin. Und sage ich euch, wenn sie kommen, dann habt ihr hier DDR 2.0. Und wer die möchte, der ist sehr zu bedauern. Ich möchte sie nicht wieder. Ich habe sie erlebt. Also Rainer, erst mal, es gibt Linksradikalismus und Rechtsradikalismus. Du kannst nicht den Linken ansprechen, dass die rechts sind, weil die bleiben immer links. Es gibt immer linken Radikalismus und es gibt rechten Radikalismus. Das ist ein Fakt, den du erst mal wissen musst. Du kannst den Rechtsradikalismus nicht den Linken zusprechen, wenn es Rechtsradikale gibt. Das ist ein wichtiger Punkt, den du lernen solltest. Ja, ich habe mich da versprochen. Ich wollte sagen, Linksradikale. Ich habe mich da vorhin versprochen. Das machen viele AfDler, die sagen immer, dass die Linksradikalen die Faschisten sind hier in Deutschland. Es gibt Linksradikale und es gibt Rechtsradikale. Und der Faschismus wird meistens den Rechtsradikalen zugeordnet. So, zum Punkt zurück. Ja, leider. Es stimmt ja aber gar nicht so. Der Faschismus kommt doch gerade von der linken Seite. Die linke Seite geht doch mit ihren Faschos hier da auf die Straße. Warte ganz kurz. Der nächste Punkt ist, es gibt leider Gottes bei der AfD Politiker, die nicht zu deiner Meinung sind, ja, und die auch ein Problem haben gegen LGBTQ und die auch ein Problem haben gegen Ausländer hier in Deutschland und die würden, wenn sie könnten, ja, eine ganze Fluglein chartern und alle rausschicken. Da gibt es Politiker bei der AfD, die noch bei der AfD Mitglieder sind und sogar in Landespartei oder Vorsitzende irgendwo sind. Lieber Rainer, da musst du dich ein bisschen informieren und politisch schlau machen. Des Weiteren empfehle ich jedem von euch auch mal das Parteiprogramm der AfD mal richtig. Warte mal, Fäschchen, du kannst sofort wieder reden. Also kurz zu den sogenannten Massenabschiebungen. Das Problem ist halt, wir haben sehr viele Menschen in dieses Land reingeholt, die gar keine Berechtigung haben, überhaupt reinzukommen. Das hat die Ampel hier leider massenhaft leider Leute reingeholt, die hier gar keine Berechtigung haben. Und da würde die AfD bei einer Regierungsübernahme natürlich prüfen, wer überhaupt das Aufnahmerecht hat, laut dem Recht. Und diejenigen, die das nicht haben, würden dann logischerweise abgeschoben werden. Zusätzlich mit den ganzen Straftätern, die hier noch in den Gefängnissen sitzen, beziehungsweise die hier teilweise noch frei auf freiem Fuß rumlaufen, weil sie alle nur auf Bewährung freikommen. Ja, richtig. Das ist vollkommen richtig. So, Faischen, du kannst deinen nächsten Punkt raushauen. Ich will mich verabschieden bei dir jetzt. Ich sage dir vielen, vielen Dank. Nicht nur wegen deiner Gesinnung und Einstellung, trotzdem eben, dass ich hier oben sein durfte. Und Respekt. Alles okay. Kannst gerne wieder reinkommen. Wir werden die nächsten Tage auch mehrere Streams machen. Ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen. Hier sage ich auch gute Nacht, Faischen. Und wenn geht, keine Lügen verbreiten. Wenn geht, gute Nacht. Okay, Rainer, schlaf gut. So. Ich werde jetzt auch gleich mal rausgehen, wenn einer gerade noch reinkommt. Aber ansonsten würde ich gleich auch mal Schluss machen. So. Guten Abend. Nikola? Oder Nikolina? Ach so, sorry. Ich war am Reden, Nikola. Sorry. Also, nochmal. Du hast mich die ganze Zeit gestummt, oder? Ich habe jetzt die ganze Zeit unnütig geredet. Also. Ja, ich musste erst mal auf deinen Punkt eingehen. Hast du den Punkt überhaupt mitbekommen, den ich gemacht habe? Du hast den Punkt erwähnt, dass nur Illegale erst mal abgeschoben werden, das mit Massen, massenweise, ja, die illegal hier in Deutschland sind. Zum Beispiel. Das hast du erwähnt, oder? Ich habe gesagt, dass unsere Regierung, die Ampelregierung und die ehemalige Regierung unter der großen Koalition sehr viele Menschen ins Land geholt hat, die dazu gar keine Berechtigung hätten. Und die AfD würde logischerweise prüfen, inwiefern das der Fall ist, beziehungsweise ob man diese Menschen, wenn sie hier sind, überhaupt noch abschieben kann. und dann würde es wahrscheinlich dazu kommen, weil die AfD sich an Recht und Gesetz hält, klar. Okay. Das heißt, die müssten aber 100 Prozent aller Flüchtlinge abschieben, die 2015 gekommen sind, weil sie sind über Transitländer gekommen. Und das heißt, sobald du in einen Drittstaat reingehst, der sicher ist, brauchst du nicht mehr weiter ins nächste Land reinzureisen. Das heißt, Ja, das können die gar nicht. Das können die gar nicht, Fächern. Allein schon aus dem... Das können sie nicht. Warte mal, das können sie aber nicht. Du lässt viele Punkte aus. Unter anderem haben unter anderem viele Kinder bekommen, unter anderem. Und sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das heißt, jemand, der eine deutsche Staatsbürgerschaft inzwischen bekommen hat, den kannst du nicht so einfach abschieben. Das kommt noch dazu. Das heißt, es wären definitiv lange nicht 100 Prozent. Nicht alle haben ja die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, alle, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben, müssen raus. Schau mal, wenn du jemanden hast, der die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hat und es wird natürlich alles im Einzelfall geprüft. Es ist ja nicht so, als wenn sie pauschal sagen, die und die müssen jetzt raus, sondern es würde alles im Einzelfall geprüft werden. Das wäre eine sehr, sehr große Arbeit, die die AfD vor sich hätte, ja. Aber das Ganze würde alles auf rechtsstaatlichen Wege laufen und die AfD würde sich da definitiv an Recht und Gesetz halten lassen, kann ich dir sagen. Wie hoch werden die Kosten für so einen bürokratischen Aufwand? Wir haben aktuell sehr, sehr viele bürokratische Kosten, um die aktuell hier zu halten. Also ich glaube, das wäre in Ordnung. Vor allem, weil die Ampelregierung aktuell noch zusätzlich sehr, sehr viel anderes Geld rausschmeißt, zum Fenster rausschmeißt beziehungsweise verbrennt. Das Geld würde die AfD dann natürlich einstellen und dann das Geld für sowas zum Beispiel einsetzen. Also wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Ein Ausgabenproblem? Findest du? Ja, garantiert. Und ich kann dir auch sagen, warum. Also die können doch nicht mal die 100 Milliarden Extravermögen für die Bundeswehr richtig ausgeben. Und du sagst, wir haben ein Ausgabenproblem. Ja, für die Bundeswehr, nö, für die Bundeswehr können die das nicht ausgeben. Klar, wir haben sehr, sehr viele. Und wie gesagt, wenn du dich mal damit beschäftigst, für was diese Bundesregierung alles Geld rausschmeißt, allein zwei Milliarden, damit wir nicht unsere Gespräche mit Indien abbrechen, damals im Ukraine-Russland-Konflikt, dass man sich dabei den einschleimen konnte. Also unsere Regierung gibt es Geld an Entwicklungsgelder raus, an China teilweise sogar noch. Also wir geben sehr, sehr viel Geld raus, was wir gar nicht hätten ausgeben sollen. Und da würde die AfD erstmal einen Kassensturz machen und gucken hier, was von dem Geld geben wir überhaupt erstmal raus. Also es würden, wie gesagt, es würde sich an Recht und Gesetz gehalten werden. Aber wir würden lange, lange nicht mehr so viel Geld rausschmeißen, wie wir es aktuell tun. Aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel so Entwicklungshilfe, dann legst du dich halt mit so einem Staat wie China dann an, dass die AfD dann sagt, ah, nee, die Chinesen, die sind die Wirtschaftsmacht, die kriegen von uns erstmal keine Entwicklungshilfe mehr und die nehmen das dann falsch auf. Dann kriegen wir keine seltenen Erden mehr und dann geht unsere Wirtschaft vor die Hunde. Warum? Wir haben doch Wirtschaftsbeziehungen zu denen. Also es geht ja jetzt nicht darum, wegen den Entwicklungshilfen, dass man die streicht, dass die dann sofort die Beziehung zu uns aufkündigen. Also das ist viel komplexer, als du denkst. Aber es könnte passieren. Nee, Schwachsinn. Also dafür ist die Beziehung von China viel zu wichtig hier Richtung Deutschland. Aber das hat auch noch andere Gründe. Ich meine, du musst natürlich geopolitisch jetzt sehen, wie ist die Lage da und da von den Konflikten her. Aber wie gesagt, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die AfD sehr, sehr vieles richtig machen würde, wenn sie an der Regierung wäre. Sachen, die die Regierung falsch gemacht hat und wo sich die Regierung über geltendes Gesetz hinweggesetzt hat, wo die AfD sich definitiv ans Gesetz wieder halten würde. Man kann jetzt nicht in eine Glaskugel reinschauen, was jetzt wie passieren würde, aber ich kann dir sagen, die Wähler von der AfD, die ich kenne, die kennen sich sehr, sehr gut aus. Und ich kann dir sagen, wenn die AfD nicht ihre Wahlversprechen halten würde, würde sie auch nicht nochmal gewählt werden. Dann noch eine letzte Frage, dann kann man ja den Stream auch beenden, weil es gibt ja so eine Verschwörungstheorie, dass in zwei Tagen, am 23.11. die Welt untergeht. Wer ist denn so, wer glaubt denn daran eigentlich? Das sind zwei, drei Ahnung. Keine Ahnung. Fragst du den Falschen? Ich glaube nicht an sowas. Ich frage hier so im Chat gerade nach. Die Leute, die vielleicht glauben ja welche dran. Hallo. dass in zwei Tagen die Welt untergeht. Würde mich mal gerne interessieren, wer an sowas glaubt. Ich hätte eine Frage. Okay. Warum zahlen wir Entwicklungshilfe, wenn wir für Indien, für Indien, wenn die auf dem Mond waren? Dann waren die auf dem Mond. Waren sie auf dem Mond? Waren sie nicht auf dem Mond? Keine Ahnung. Nee, noch nicht. Nee, aber schau mal, wir zahlen deswegen Entwicklungshilfe. Nicolina, wir zahlen deswegen Entwicklungshilfe, weil unsere Bundesregierung sich einen Scheiß für das eigene Volk interessiert, um es mal so zu sagen. Die geben einen Scheiß. Ich sehe das so ein bisschen so, du gibst denen so ein Bonbon und holst und presst dann mehr raus aus denen. So sehe ich das eigentlich. Also ich empfinde das nicht jetzt, dass es jetzt verschwendetes Geld ist, sondern ich sehe das so, dass ich mir meine Vorteile, ich gebe denen so ein kleines Bonbon, die sind eh hungrig und dann hole ich mir daraus dann was Großes raus später vom Kuchen. Ich weiß es nicht. Nein, da wird nichts raus. Glaub mir fälschen, da wird nichts rausgeholt. Es geht nicht darum, dass man irgendwas im Nachhinein rausholt. Glaub mir, das hat nichts mit Quid pro Quo zu tun. Genau, Nord Stream 2 haben wir einfach gesprengt und Sanktionen hin und her und am Ende nehmen wir doch das russische Gas von Indien und bezahlen das Doppelte. Ey, die haben das immer ganz ehrlich. Was ist hier los? Ey, Moritz, ganz witzig, stell dir mal vor, der Olaf Scholz taucht in der Pressekonferenz auf wie der Silensky und sagt, wenn du mir nicht Geld dann gib mir Kredit. We pay it back. Ja, wenn du dich mal mit dem Scholz auseinandergesetzt hast, dann wirst du wissen, dass bei dem sehr, sehr viele Sachen wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung laufen, wegen Kuchen. der muss schon längst in den Knast so viel wie der Bedrohung gelogen hat und Erinnerungslücken hat. Ich kann mich nicht erinnern. er bügt sich ja jetzt da oben. Wie bitte? Und deshalb bügt er sich ja jetzt und macht immer diesen und lächelt. Bei dem müsste eigentlich schon längst die Vertrauensfrage gestellt werden. Ich verstehe nicht, warum das noch nicht die Parteien gemacht haben. Weil das die Eliten oben machen. Die müssten schon längst die Vertrauensfrage stellen und dann sollte der seine Immunität verlieren und dann vor Gericht gestellt werden. Wenn ich da irgendwie Steuerhinterzieher und sollen das nur Tausende von Euros sein, kommt von meiner Haus den Gerichtsvollzieher und der gibt mir dann ein paar Tage Zeit und wenn ich das Geld nicht verschaffen kann, gehe ich für ein paar Wochen oder ein paar Monate ins Gefängnis und muss immer noch die Summe bezahlen. Ich verstehe nicht, wenn einer so viel Geld verzocken lässt. Und der wird noch Bundeskanzler. Ja, ist mir doch scheißegal. Das kann vom Gesetz in mir alle gleich. Ja, außer leider Politiker. Politiker sind gleicher. Politiker sind gleicher, hast du schon gesagt. Ne, also wie gesagt, was das angeht, wir haben hier in diesem Land verdammt viele Probleme, leider verdammt viele. Und unsere Bundesregierung verschlimmert die Probleme eher. Also in sehr, sehr vielen Punkten. Sei es jetzt die Inflation, sei es jetzt die Corona-Politik, sei es jetzt die Politik, wie mit Kindern in Kindergärten umgegangen wird. Wir haben sehr, sehr viele Probleme in diesem Land. Aber wir müssen schauen, wo ist die Wurzel und das Ganze mit rechtsstaatlichen Mitteln angehen und schauen, dass wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Ich sage da, wo die Wurzel ist. Die Wurzel liegt bei den Grünen. Da würde ich am allerliebsten gerne anfangen. Diese Wurzeln, dieses Unkraut von denen, weißer Unkraut, Unkraut, ich würde das sofort wegrupfen, das war das allererste, was ich machen würde. Weil zum Beispiel, dass so eine Baerbock, dass so eine Baerbock, nur als Beispiel, das ist ja nur eine Kleinigkeit vom Film, was der macht, Lebenslauf fälscht. So was hat man eine Urkundenfälschung. Wenn ich das machen würde, tschüss. Das ist ja leider noch das Harmlose. Die Frau hat locker, ich glaube, vier Kriegserklärungen an Russland ausgesprochen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, aber die Baerbock, nimmst du mir nicht übel, die ist vollkommen ungeeignet. Das ist eine Trampolinspringerin, die vom Leben überhaupt keine Ahnung hat, ihren Lebenslauf wie gefälscht hat. Also die Baerbock selber, dass die überhaupt ins Amt gekommen ist, das ist eine Blamage für die deutsche Außenpolitik. Aber frag mich wie. Frag mich wie. Ja, vor allem. Aber ist euch aufgefallen, der Harbick hat gelernt, der zieht sich immer Step für Step immer mehr zurück. Der macht gar nicht mehr so viele große Fehler. Der traut sich auch gar nicht mehr in so TV-Sendungen rein und so weiter. Der hat aus seinen Fehlern gelernt, aber die Baerbock, die ist unbelehrbar. Ja. Die Baerbock, die ist unbelehrbar, das ist Wahnsinn. Und wie heißt die andere da, die ist Maskott schon vom Burger King hier, Ricarda Lang. Das Schlimmste ist schon der Leyen, Brüssel. Ist das Schlimmste. Ja, also da könnte, ich sag mal so, leider, leider, leider. Der ist das Schlimmste. Ich weiß, ganz ehrlich, wer von der aktuellen Bundesregierung der Schlimmste ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Karl Lauterbach, was der ja alle schon gebracht hat. Und dem hört man auch nichts mehr. Der traut sich auch gar nicht mehr zu reden. Nee, aber wie gesagt, das sind komplett andere Themen. Da könnte man meinetwegen auch mal ein Livestream drüber machen. Aber ja, wie gesagt, Fakt ist einfach, es muss eine neue Regierung her, die sich auch mal endlich wieder an Recht und Ordnung hält und mal auch im Interesse der Bevölkerung handelt und nicht dauernd gegen sie. Richtig. Na gut, Moritz, ich würde mal sagen, gerade, ich danke, dass du mich hochgeholt hast, war wieder sehr lustig, sehr interessant, war eigentlich heute, heute war es eine geile Mischung von allem. Und deswegen fand ich heute das Stream echt gut. Ich glaube, die meisten haben sich auch hier wirklich sehr gut hamiliert. Hast du wieder gut gemacht, heute Moritz, mit deiner Auswahl an Personen, die du hochgeholt hast. Ja, danke. Macht's gut, Leute. Schönen Abend euch. Schlaft gut. Schlaft gut. Okay, wünsche ich dir auch dann. Jo, tschau.